Okay cool, ich geh wieder runter. Okay, tschau. Ich schick dir das Privatbruder, das ist unfassbar. Okay, Reis ist wieder da. Eben noch Reis. Ich wollte nur sehen, ob du wirklich früher Muslim warst oder nicht. Ja, was ist denn das, wenn du zum Beispiel so eine Frage stellst und jemand, der das dann beantwortet? Hat dann seine Beweise, die er dir dann bringt, mehr Gewicht oder wie meinst du das Reis? Hast du gesehen, dass ich gerade die Koranverse dir gegeben habe, aus Sahih Bukhari dir was gezeigt habe und die ganzen anderen Sachen? Erstmal, ich bin Schiite, ich glaube nicht an Sahih Bukhari. Ihr Schiiten, ihr praktiziert ja und glorifiziert sogar die Hurerei in Zure 424. Toll! Was, was? Ihr glorifiziert und findet das sogar gut, diese Hurerei, die Allah herabgesandt hat. Suche 424. Kannst du mir nochmal das Suche nennen? Suche 4, Anissa, Aja, 24. Okay, schreib das mal kurz. Ja. Einer schreib mit diesem Issa Heisenberg oder so, ne? Ich hab mit dem schon mal geredet, der wurde abes jetzt mundtot gemacht. Weil dieser Typ, der hat Sachen brauchte, die gar nicht gestimmt haben. Der dachte, der könnte schon Hebräisch sprechen. Da hab ich ihn korrekt, äh, eine Korrektur gemacht. Ich weiß, da kam der wieder mit seinem Mohamed in der Bibel. Hey, komm, mach mal dem. Ja, ja, der kam mit viele Sachen. Ich hab ihn damals dann richtig mundtot gemacht. Das hat er aber beim Polarier versucht. Der Oskül, der heißt Oskül. Oskül heißt er. Oskül, Oskül. Ja, der ist nicht ernst zu nehmen. Der ist wirklich nicht. Der macht auf intellektuell. Und einer auf den, guck mal hier. In Mohamed hier, Koran hier. Das ist alles. Der ist aber ein bisschen, ein bisschen schlauer als die ganze breite Masse von Muslimen da draußen, ne? Ja, weil er redet nicht mit Menschen die Ahnung haben. Wenn die Ahnung kam, weiß ich was er macht. Der will aufnehmen. Ja, also auf Leute trifft, die ein bisschen Ahnung haben. Das ist natürlich problematisch für ihn, ne? Schreibt einer wieder mit Amir vertragen? Seit wann hab ich mit Amir Streit gehabt? Äh, wer schreibt sowas? Wie ich da mit Amir vertragen, hä? Ja, wer? Heute war Terrorattacke auf. Ja, ja, ich weiß. Äh, Bruder Amir, einer hat gesagt. Oh, du putzt weg, was? Guck mal bitte. MTV Berichte, dann gebe ich schon davon. Ehrlich, mal gucken. Guck mal eben, mal bitte. Stürzenberger. Mordanschlag auf Stürzenberger, ja, ja. Ex. 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 Rechte ruht nicht. Hocker. Ist auch gerade live. Live aus Mannheim, vor einer Stunde. Der ist in Mannheim, war der, ne? Ja, Mannheim. Ja, ja, da stand auch ein Livestream drauf. Liebe Grüße an Mannheim. Wahnsinn. Wir brauchen wirklich Massenpotension. Ja, ja. Ja, ja. Hier werden Kommentare gelöscht. Sagen wir ganz offen, das ist unser Wohnzimmer. Ja, wir entscheiden. Während der Live-Sendung rechte Haken ins Gesicht. Stürzenberger spricht. Nein, das nicht. Stürzenberger spricht. Die Menge war plötzlich explodiert nicht so. Ähm, bis jetzt habe ich noch gar nichts gesehen. Stürzenberger NTV. Ja. Putins Krieg. Ist auch mit. Einer sagte, äh, NTV. Also keine Ahnung. Jetzt ist es. Ja, aber es ist auf jeden Fall sehr heftig, ne? Deutschland. Was Deutschland sich so alles hier rein importiert hat, das ist krass, ne? Muss man sich mal vorstellen. Wir haben es zu tun mit einer Ideologie und deren Anhänger, die nicht zögern, die äh, breite Masse hier an, so in ihren Augen Ungläubigen, äh, in Angst und Schrecken zu versetzen. Na, krass, ne? Unkastbar. Unkastbar. Ja, es ist heftig. Es ist einfach nur heftig. Traurig, traurig, traurig. Ja. Ja, die werden jetzt noch bricht. Aber welche haben geschrieben, ihr im Fernsehen kam, Lars? Haben die geschrieben? Im Fernseher? Im Fernseher haben die bestimmt, die haben bestimmt so wieder grobes Video gezeigt. Ich zeig nur kleine Sachen, ne? Mit Verdeckung. Kann das einer reinschreiben? Haben die das Video im Fernseher ein bisschen gezeigt? Ich bin mal gespannt, wie, äh, seit wann dieser Typ, äh, hier in Deutschland ist, der ihn da abgestochen hat, den Michael, ne? Ja, mal effekt. Na, bin ich mal richtig gespannt. Möge der Herr ihn ganz schnell wieder gesund machen. Und das ist, das siehst du, wenn du dich also da hinstellst und über den Islam redest, da brauchst du ein schnelles Pferd, ne? Wenn du dann die Wahrheit aussprichst, was der Islam ist. Weißt du, was das grandios ist, Leute? Er sagt die ganze Zeit, der Islam ist ultra, äh, gefährlich. Der Islam ist, äh, sehr, sehr, ähm, gewalttätig im Kern. Und was passiert, Leute? Er wird auch noch bestätigt. Weißt du, was das heißt? Das ist krank. Das ist so krank. Irrfan. Irrfan. Ist Irrfan live? Ja, Irrfan ist live. Heftig, Irrfan ist, boah, 4.000 Leute. Das spricht eigentlich eher für einen. Er war dabei, oder? Was? Äh, sag dir mal, er soll mich mal reinholen. Hol Ex-Muslim rein. Klick, äh, macht mal alles voll da bei, äh, Dings. Bei ihm aufm Chat. Ja. Dann geh ich runter, Bruder, an mir. Weil dann kannst du diesen Host machen. Gottes Seh. Okay, Gottes Seh. Ist eigentlich eher für einen, der wirklich, äh, der wirklich, äh, ja, schon, Gewalterfahrungen hat, aus einem Kriegsgebiet kommt. Ja, also entweder war es ein türkischer Moslem aus Mannheim oder ein Asylant. Ja, unfassbar. Mehrere Verletzte schreibt das Bild. Jetzt schauen wir uns, äh, jetzt schauen wir uns das Video an. Dankeschön, Dankeschön. Ja, also, das haben wir schon analysiert. Machen hier ein Standbild. Hier sehen wir ihn auch. Da, der Polizist greift sich hier am Kopf. Jetzt schauen wir weiter. Ah, die sind wahnsinnig. Ja. Diese unfähige Polizistin verhaftet jetzt hier das BPI-Mitglied, der Mann mit der Glatze. Der Glatze und der blauen Jacke und der weißen Jeans wird jetzt hier festgenommen, obwohl er auch mal dieses Messereingriff ist. Einfach nur krank, Leute. Ja, und der sagt hier, der Polizist, der einzig fähige Polizist, der die Situation versucht unter Kontrolle zu haben, der sich und seine Emotionen kontrollieren kann, sagt hier, guck nach Ruben. Also wahrscheinlich der Polizist, der er verletzt. Und wir sehen hier auch, boah, das ist schon, man sieht schon den Blutverlust. Schaut euch das an, hier am Knie. Auch über die Weste. Also der verliert schon ordentlich Blut. Unfassbar. Also das wird wirklich eng und knapp. Ah, warte mal. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit noch erreichbar. Der ist wirklich schwer. Ja. Ja, also wir sehen, dass der ordentlich Blutverlust. Warum steht er? Warum liegt er nicht? Ja, der kriegt das irgendwie nicht mit, keine Ahnung. Ich wollte gerne da mit ihm etwas besprechen, also darüber diskutieren. Aber egal, okay. Ja, das ist da. Seht ihr, wie gefährlich das ist? Der Michael Stürzenberger geht seit Jahren auf die Straße, warnt vor dem politischen Islam, warnt vor dem Bestandteil, warnt vor dieser gewalttätigen Ideologie. Was passiert? Genau das passiert, was er die ganze Zeit vorwarnt. Wer war da? Ich weiß nicht, irgendein Türke, glaube ich, oder was? Der Mannheim ist ja voller Türken. Ja, das Video ist natürlich sehr, sehr schockierend. Was meinst du, wie der islamische Staat sich freut? Die werden das bestimmt wieder für sich so beanspruchen. Das ist so krank, ey. Das ist einfach so beschämend, so beschämend. Ja, und dann müsst ihr einfach nur mal den Koran lesen in Suche 8 Vers 39, Suche 9 Vers 123, das reicht schon aus. Wir haben sogar einen Polizisten, ja, so wie es hier aussieht, so wie das Video das zeigt, ist sogar ein Polizist da abgestochen worden, bald auch in ihrer Stadt, ja. Habt das auch hochgeladen, ja. Welche Suche? Suche 923, Suche 923. Der Polizist wurde doch am allsten Kopf abgestochen. Wahnsinn. Wird gerade überall in den Nachrichten berichtet. Ah, zum Beispiel, ich gucke mal ganz kurz. Ja. NTV. Ja, wichtiger ist ja natürlich Trump. Trump, der, äh, äh, sag mal schnell, äh, äh, Gelder für seine Wahl, Wahlprogramme da bekommt. Eiche. Ja, bitte. Hast du das mitbekommen, Michael Stürzenberger? Was habe ich mitbekommen? Kennst du Michael Stürzenberger? Nein. Das ist so ein Islamkritiker, das ist so ein Islamkritiker, der immer auf die Straße geht und Kundgebungen hält, wie grausam und gefährlich der Islam ist. Ich hab ein paar Mal gesehen, solche Programme, solche Programme, also von euch jetzt, über Koran, über Islam und so, aber wusste ich nicht, wo es ist. Ja, darf ich mal ein bisschen dein Gesicht sehen? Ich sehe einfach, da weiß ich nicht. Ja. Ich muss mich verstecken, Salam. Ich muss mich verstecken, weil ich bin am Fahren. Das System sperrt mich. Ja. Hast du, äh, kennst du dich, Michael Stürzenberger, der immer auf die Straße geht, Kundgebungen macht und über den Islam aufklärt, wie gefährlich und gewalttätig das ist? Ich hab ein paar Mal gesehen, solche Programme, solche Programme, also von euch jetzt, über Koran, über Islam und so, aber wusste ich nicht, wo das ist, weil da steht ab und zu mal nie wo. Man steht ab und zu mal in Köln, Hamburg, einmal war ein Mannheim, einmal, aber schon ewig hier. Und heute, heute kam ein Muslim und hat Messer so gemacht bei dem? Genau. Hat ihn abgestattet? Ja. Das ist die Religion des Friedens. Du bist Muslima, ne? Ja, Handel. Du bist Muslima? Ja, ja. Ja. Was hältst du denn von deiner Religion, die sagt, dass man andere Gläubige dann vernichten sollte? Also, äh, meiner Meinung nach kann ich dir sagen, für mich ist Mensch, Mensch. Es hat nichts damit zu tun, bist du katholisch, bist du, weil ich war selber mit katholisch verheiratet, ja? Mit Deutschen. Ja. Aber für mich ist es einfach, meiner Meinung nach will ich nur Frieden. Das, weil Gott hat uns gegeben, auf dieser Erde, diese Erde zum Genießen und Freundschaft zusammen zu bleiben. Und wie gesagt, Allah im Koran, dass man die Ungläubigen in ihrer Nähe bekämpfen sollte, ne? Sura 9, Vers 123. Und hast du schon mal einmal den Koran gelesen, Eiche? Ich kann nicht lesen, leider. Ich bin Unalphabet. Ja, genau. Du bist wie dein Prophet. Ich kann nicht lesen und nicht schreiben. Sehr gut, Eiche. Sehr gut. Ich so. Sehr gut, Eiche. Anstatt du schreiben und lesen lernst, guck dir das mal an. Nein, nein. Warte mal. Du musst fragen, warum. Es ist nicht, weil ich das nicht wollte. Durch meine Krankheit ist das passiert. Ja, warum machst du das denn nicht? Du hast doch hier Zeit. Warum bist du im TikTok? Warum gehst du nicht lesen und schreiben lernen? Geht nicht, weil erstens, wenn ich jetzt was lernen will, da werde ich aggressiv. Ich weiß nicht warum. Das ist halt nicht mehr, wie ich jung war damals als Kind. Als Kind muss man lernen, klar. Aber ich habe leider nicht geschafft meine Kindheit. Traurig. Ja, aber willst du immer noch in diesem Zustand bleiben und willst du das nicht lernen? Also hör mal zu, wenn ich diese Möglichkeit habe. Aber 100 Prozent ja. Du lebst doch in Deutschland. Die geben dir doch die Möglichkeit hier zu lesen und zu schreiben zu lernen, Mann. Was erzählst du denn da, Mann? Ja, die geben mir das, aber ich habe Probleme mit meinem Kopf. Aber willst du nicht? Aber du willst nicht, ne? Nein, nein, nein. Nicht, weil ich nicht will. Wenn ich jetzt nicht was kapiere, dann werde ich, ich weiß nicht warum ich das habe, dann werde ich aggressiv, nervös, sauer auf mich selber. Weil ich das nicht habe. Ja, das ist halt das. Ja, aber wie willst du denn irgendwie sauer werden, wenn du noch niemals irgendwie was verstanden, also hier was gelesen hast? Da kannst du auch nicht sauer werden. Doch, doch. Das geht schon. Hast du schon mal versucht zu lesen? Hast du schon mal versucht zu lesen? Ich habe schon versucht, aber guck mal, Gott sei Dank meine Sprache habe ich schon gelernt, aber auf Deutsch ist für mich zu schwer. Weil diese Grammatik und der, die, das und okay, der, die, das ist nicht so schlimm, aber sobald du weg bist, dann hast du was anderes im Kopf. Aber nachher kannst du nicht mehr denken, andere wollen wir lesen. Aiche, du kannst lesen. Warum lügst du? Wallah nein. Wallah nein. Wallah. Wallahi billahi. Hör mal zu. Nicht provozieren jetzt, ja? Weil... Wobei... Aiche, wer war denn, kennst du noch jemanden, der Aiche hieß? Äh... Das war die... die... die größte. Von adamaniert. Die größte?! Ich glaube, das war die kleinste von Mohammeds Frauen, ne? Genau. Richtig. Wie alt war sie denn, Aiche? Also jeder sagt 13, 14 und manche sagen 25. Also was? Jetzt musst du nicht glauben. Ja, du sollst glauben, was Sahih Bukhari sagt. Sie war 6 Jahre alt. Ah nee, ich spiele nicht. Ah nee, Aiche war 6, Aiche. Mit 6 Jahren kann man nicht heiraten. Amonako, nun was willst du mit 6 Jahren machen? Doch, Mohammed hat mit 6 Jahren mit ihr geheiratet, Aiche. Und mit 9 Jahren hat er mit ihr dann, du weißt schon was gemacht. Okay, wenn es so ist es dann, dann darf ich auch einen jungen Mann heiraten mit 24? Was? Darf ich auch heiraten einen Mann mit 24? Ja, aber Mohammed hat gesagt, du sollst besser kleine Kinder heiraten, deswegen. Und ist das gut für dich? Nee, ich bin weggegangen von Islam, deswegen bin ich ja Ex-Muslim. Weil das absolut kein Vorbild ist und weil er nie ein Prophet Gottes war, siehst du? Das ist nicht gut, das kann ich nicht akzeptieren. Ja genau, du bist sowieso keine Muslime. Allah verflucht dich, weil du deine... Ich bin Muslime, Kollege, du darfst nicht entscheiden für mich, was ich bin. Du bist doch halbnackt da, du zeigst ja deine Aura und alles. Siehst du? Genau das weiß niemand. Kein Schimmer hat über andere Menschen. Du darfst niemals reden über andere Menschen. Verstehst du? Ich weiß, ich stehe halt nackt. Aber sobald ich was anziehe, bei mir steht, als hätte niemand mich gewirkt. Verstehst du mein Problem jetzt? Es gibt solche Sachen. Es ist verdammt kalt und im Winter hat es geschneit und ich stand nur ein T-Shirt draußen und hochschwanger. So, was willst du mir jetzt erzählen? Noch? Es ist so. Ich kann nichts ändern. Ich hab Hitzeprobleme. So. Ja, Aisha hat keinen Bock zu lesen, ne? Schreib dich nicht ab. Lerne lesen und schreiben. Sei nicht wie dein Prophet. Sondern lerne lesen und schreiben. Und das grandiose ist ja, dass der Mohammed wirklich lesen und schreiben konnte. Es gibt ein Hadith in Bukhari. Der sagt, dass der Mohammed lesen und schreiben konnte. Heftig, ne? Also hat Allah schon wieder gelogen in seinem Buch. Im Koran. Dass der Mohammed ein Analphabet wäre. Ja, super. Ja, natürlich wusste Allah nicht, dass er in Zukunft lesen und schreiben lernt. Das war zwar auf seiner ewigen Tafel verzeichnet, aber Allah macht ja Fehler. Ist egal. Ist ja zwar Gott, aber lass ihn mal. Fehler kann jeder machen. Jeder kann Fehler machen. Ist doch kein Problem. Auch Allah macht Fehler. Ist ja kein Thema. Er ist zwar allwissend, allmächtig, aber er macht auch Fehler. Lass ihn mal. Kein Thema. Komm, deck mir zu. Allah darf das. Das ist so heftig. Niemand ist perfekt. Ja, genau. Niemand ist perfekt. Allah auch nicht. Ist nicht schlimm, Leute. Kein Problem. Wie viel Rakat hat Schawarma? Das ist so heftig. Das ist so heftig. Das ist so heftig. Hallo. Hallo mein lieber Gott, segne dich in der Familie. Ja, bei dir genauso. Dann kannst du das mitbekommen mit Stürzen. Ich möchte dich mal ganz gerne fragen. Auch wegen der aktuellen Situation. Warst du das mitbekommen? Ja, natürlich. Heute Morgen direkt. Ich dachte auch, ich gehe mal sofort online. Ja, das war klar, dass bei dir alle dann hochkommt. Wie viele Leute? Ich glaube, beim Stürzenberger gucken immer so 3000 Leute zu oder was, ne? Ja, genau. Und dann müssen die mit Angst sehen, wie der Umfeld dort abgestochen wird. Das ist so krank. Und wie ein Polizist dort einer schießt. Das ist so heftig, ey. Guck mal. Und die werden jetzt wahrscheinlich ja bei ZDF eine Debatte machen. Denes, denk ich mal, Markus Lanz und so. Und was ich mir so als treuer Zuhörer vom Ex-Muslim-Kanal hier auf YouTube mal so vorstelle. Was wäre denn, wenn die Dichter einladen würden? Du wärst ja eigentlich der perfekte Gesprächspartner. Natürlich, aber die wollen nicht, weil ich auch über Jesus rede. Das ist das. Ja, weißt du, von der Gegenseite. Wem sollen die da denn sonst ein besseres einladen wie dich? Gibt's ja gar nicht, Deutschland weiß. Ich würd denen direkt die ganzen Quellen an den Kopf brettern. Weißt du, was ich meine? Warum dieser ganze Wahnsinn passiert? Ja, man müsste mal irgendwie... Genau. Und da ist meine Vorstellung, man müsste mal irgendwie so ein Hashtag in den sozialen Medien rausbringen und das in der Situation verbinden und dann deinen TikTok-Name eingeben. Ja, genau. Das kann man ja auch machen. Weißt du, ich finde das ja auf eine Art total, weißt du, bekloppt. Diese Situation da in Sylt, die da stattgefunden hat. Weißt du, dann sind sie da besoffen und lassen da ihren Frust raus mit ihren Parolen. Weißt du, aber im Endeffekt, das geht ja schon länger so. Die haben da ja keinen Bock drauf. Aber anstatt sowas mal irgendwie sowas vorzuschlagen. Eine vernünftige Debatte. Und dann das auch mal wirklich mal offenlegen. Was ist da überhaupt los? Weißt du, im Koran? Ich muss mal ganz kurz raus. Komm gleich wieder, Sascha. Ja, halt mal den Punkt fest. Ich komm sofort wieder. Ja, bis gleich. Ah, Pavlos ist ja okay. Pavlos. Ja, was ich jetzt berichten kann. Ich habe jetzt in meinem Video nachgeschaut. Ich habe das einmal gezeigt mit dem Angriff, was da passiert ist. Und da schreiben die Muslime rein und sogar von die Muslime, wo ich es nicht erwartet habe. Von die Muslime, die auch als nett rüberkommen, intellektuell rüberkommen und schreiben rein. Das hat da vollkommen verdient. Und so ist es auch richtig. Und das passiert, wenn man über Islam redet. Geht bei mir rein. Ihr könnt dann alle sehen, wer das ist ein TikTok. Da schreiben die bei mir schon im Kommentarfeld rein. Das kannst du keinen erzählen, sowas. Das kannst du keinen erzählen. Selbst die, wo du denkst, die sind richtig intellektuell und richtig friedlich. Weißt du was? Das ist der Sohn von, hier mein TikTok-Profil. Einmal reinklicken, direkt das Video. Das ist der Sohn, der in TikTok rumkursiert. Sein Vater, da heißt ihm was mit Baba. Irgendwas mit Baba heißt er. Baba Islam oder so. Und das ist sein Sohn, sein leiblicher Sohn. Und er schreibt sowas rein. Das ist unglaublich. Ja, das ist schon verrückt. Hört man mich eigentlich? Ja, man hört dich. Normalerweise, normalerweise könnten jetzt sogar Leute so keine Anzeige machen. Deswegen, die könnten das screenshotten, Online-Anzeige rausgeben und die Polizei wird sofort ermitteln. Weißt du, was wir eigentlich machen müssten? Wir müssen mal so ein Hashtag Ex-Muslim und dann... Free Ex-Muslim! Ich schreibe Free Ex-Muslim! Einfach Free Ex-Muslim! Fällt dir irgendwie ein Hashtag ein? Lanz Ex-Muslim oder so? Ach du meinst Markus Lanz mit Ex-Muslim? Das wird nie in deinem ganzen Leben, das wird nie geschehen. Weil du über den Herrn Jesus predest. Das wird nicht geschehen. Das wird niemals passieren. Ja. Das kannst du auch haben. Ja, man weiß es. Ich werde niemals zulassen, dass jemand die richtige Wahl. Die werden einen Angriff vielleicht so. Die werden ihr von Belchi so einladen, weil er kaum über Jesus redet. Aber ein Ex-Muslim, der wirklich die Wahl verkündigt, aber auf den Tisch richtig haut und den Herrn Jesus voranbringt. Also nur der Herr kann seine Tür öffnen und kein anderer. Es wird ja auch immer geframed. Weißt du? Er ist ja jetzt ein Einzeltäter und psychisch krank ist er ja jetzt wieder. Einzeltäter und psychisch krank. Das große Ganze, das sieht man ja nicht. Ja, immer. Einzeltäter und psychisch krank. Die Leute, die müssen sich Gedanken machen, woher er seine Aktionen nimmt. Warum gibt es denn keinen Christoph der Welt, der loszieht und auf einmal ein Messer nimmt und in irgendwelche Leute rein brettert, die Karikaturen von Jesus erstellen oder sich über Jesus lustig machen. Kann mir das mal bitte einer erklären? Ja, weil in Bibel steht, liebe deine Feinde und bei denen steht drinnen Nackentherapie, auch wenn er nichts macht. Wir müssen also das Kind beim Namen nennen, richtig? Wenn also Muslime losziehen und Islamkritiker angehen, dann sehen wir doch, dass der Mohamed mit all seinen Kritikern so umgegangen ist mit Abu Harir, mit Umkirfa, Asman bin Marwan, hier mit Kabe bin Ashtaf, mit Kinana Arabi, mit wem noch? Mit wem noch? Hol dir mal bitte hoch, hol dir mal bitte hoch, den ergeben. Der sagt, das ist richtig, was im Dings passiert ist. Der ist ein Muslim, der macht da auf intellektuell und lieb und dann sagt er, das ist richtig, was Michael Stützenberger Polizist passiert. Hol dir mal bitte hoch. Wo ist denn ergeben? Hier ist ergeben. Da im Kommentarfeld. Der schreibt Lüge. Du bist doch mein Kommentarfeld gewesen. Der muss mir eine Anfrage stellen. Der muss mir eine Anfrage stellen. Ja, ergeben. Komm hoch und gib mal deine Meinung mal öffentlich preis. Mal schau, ob du dich traust. Ob du dieser Muslim bist, der mit diesem Stolz herumkonsiert und dann noch mal öffentlich vor 400 Leuten noch sowas sogar erzählst. Hast du immer ein Kommentarfeld geschrieben? Ja, allein die Geschichte von Kabe bin Ashtaf zeigt uns doch schon, wenn jemand gegen Mohamed nur etwas sagt, was der Mohamed dann mit ihm anstellt. Der sagt nach Gebet will er hoch. Ja, wir nehmen dich bei Wort ergeben. Mal schauen, ob du heute bei Amir live reingehst. Bin ich mal gespannt ergeben. Der ist nicht ergeben, der ist vergeben, nicht ergeben. Bruder, das ist der Sohn von diesem TikToker, der Baba Islam oder so heißt. Baba Muslim. Ja, Baba Muslim, genau. Das ist der leibliche Sohn und der schreibt sowas rein. Das musste ihm ergeben. Der war doch schon hier bei uns. Ja, aber jetzt schreibt er rein, das ist richtig, was man mit diesen Islamkritikern anstellt. Man sollte richtig schön therapieren. Wenn er sich mit Islam auskennt, in der Sache, dass die Kritiker im Islam allesamt umgelegt worden sind, dann. Ich will euch mal was zeigen. Guckt euch das mal bitte an. Guckt dir mal bitte die Liste an, wie viele Morde in Auftrag gegeben hat der Mohamed. Das ist so krank. Nur die ihn so in einem Gedicht erwähnt haben. Das musst du ihm mal geben. Also meine Lieben, einer hat geschrieben, kann man sowas anzeigen. Tatsächlich, ich habe den Beweisbild, Screenshots, Online-Anzeige, könnt ihr dann dieses Bild als PDF-Datei draus machen. Umwandeln, geht schnell, geht mit jeder App, reinstellen und schreiben Tatbestand. Und dann könnt ihr das rausschicken. Und dann kriegen diese Personen, die so eine Gefahr für die Gesellschaft sind, ganz schön in Besuch. Guckt mal hier. Ich zähle euch mal auf, wie viele Leute der Mohamed auf dem Gewissen hat, seine Kritiker. Asma bin Marwan. Abu Affak. Abu Nadr ibn Al-Harith. Uqba bin Abu Muwaith. Kaab bin Ashraf. Abu Rafi ibn Abi Huqaykh, wie ich das gerade eben gesagt habe. Khalid ibn Sufyan. Abu Asa, Amr bin Abdullah al-Jumahi. Muawiyah bin Al-Mughira. Wer ist noch hier? Al-Harith bin Suwayd al-Ansari. Amr ibn Jihash. Konvertit zum Islam war das. Abu Sufyan. Banu Quraiza Stamm hat er ausgelöscht. Unbekannte lachende Frau von Stamm Banu Quraiza hat er auch ausgelöscht. Ich muss dir mal vorstellen. Hier, guck dir das mal an. Die Frau unterhielt sich mit Aisha und lachte, als ihre Männer von Mohammed auf dem Markt nackentherapiert wurden. Also sie wurde komplett verrückt. Einen Moment, ich muss ganz kurz was machen. Einen Moment. Ja. Ihr zeigt das, meine Lieben. Ihr zeigt euch, dass man könnte alles screenshot machen. Schaut euch das an, was der ergeben geschrieben hat. Schaut euch das selbst mal an. Geschieht ihnen recht, wenn ich schon sowas höre, ne? Wenn ich schon sowas höre. Schaut euch das an. Und in mein Video könnt ihr mein Profi reingehen. Video, da habe ich diese, mit dieser Attacke, Attentat, was da passiert ist, ja, mit Flammen, der Religion des Friedens, habe ich gezeigt. Kommentar für drei, ne? Wird erzählen. Wenn er es noch nicht gelöscht hat. Aber ich habe den Screenshot. Ich bin wieder da. Wer schreibt? Wer schreibt was? Der ergeben. Kommt, was er geschrieben hat. Boah, das kann man jetzt ein bisschen schlechter kennen. Geschieht dem Islamhasser, aber warte, geschieht dem Islamhasser recht. Und jeder, der gegen den Islam hetzt und beleidigt, geschieht genau das gleiche wie ihn auch zu Recht. Und so weiter. Ja, das ist dann eine Billigung von Mord. Worte Strafe, sagt er. Das ist Billigung dann von Mord, ne? Guck mal hier. Ja, ja, genau. Guck dir das mal bitte an. Die Frau unterhielt sich mit Aisha und lachte, als ihre Männer von Mohammed auf dem Markt nackentherapiert wurden. Plötzlich rief jemand sie und sagte, dass sie nackentherapiert werden würde, wegen etwas, das sie getan hatte. Sie hatte den Mühlstein auf Khalid bin Suwade geworfen und ihn nackentherapiert. Dann wurde sie weggebracht und nackentherapiert. Aisha pflegte zu sagen, ich werde nie vergessen, wie sehr ich mich über ihre gute Laune, ihre Fröhlichkeit und ihr lautes Lachen wunderte. Obwohl sie die ganze Zeit wusste, dass sie nackentherapiert werden würde. Heftig, ne? Heftig. Ja. Guck dir das mal an. Es geht weiter. Guck dir mal die Liste an. Abdullah ibn Ubay. Al Yuseir ibn Rizam. Acht Männer aus dem Stamm der Ukil, die Kamelurin bekommen haben. Kinana ibn al-Rabbi, Abu al-Huqayq. Rifa ibn Qais. Abdullah ibn Khatal. Fartana. Khuraiba. Das sind alles geschichtliche Namen, die auch dokumentiert wurden, wie Mohammed da umgelegt hat. Das ist so krass. Huwairith ibn Nafid. Miryaz ibn Subaba. Zahra. Harith ibn Hisham. Zubayr ibn Abi Umayya. Wer ist noch hier? Suche Satelliten. Unglaublich. 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 Al Aswat. Al Anzi. Dann geht es weiter. Ikrama ibn Abu Jahl. Washi ibn Harb. Kaab ibn Suheir ibn Abi. Unfassbar. Ja, an die an die Christenheit oder generell die Menschen, die hier drinnen sind und die Leute immer auf intellektuell machen, auf lieb, ruhigste Stimme, wirklich so eine beruhigende Therapeutenstimme noch am besten. Und dann schreiben die sowas und zeigen ihre Herzen in der Öffentlichkeit. Dass die Gewalt befürworten und die freie Meinung unterdrücken. Meine Lieben, ihr könnt sowas anzeigen. Tatsächlich. Online-Anzeige. Inner von ein paar Minuten, in fünf Minuten ist das geregelt. Und ihr müsst nicht mal so bis dahin fahren. Ihr habt das sofort geregelt. Online-Anzeige. Bild rein. Tatbestand. Fertig. Und meine Lieben, ihr habt das Recht. Die Obeligkeit hat er eingesetzt. Wir dürfen tatsächlich die Obeligkeit nutzen. Und ihr könnt dann eine Welle davon abgeben, damit diese Personen nicht in diese Öffentlichkeit weiter gehören. Aufgrund dessen, weil die Schaden anrichten. Mögen wir für diese Person beten. Mögen wir in das Evangelium verbreiten. Also abgeben, damit ihr auch zum Herrn Jesus kommt. Aber ihr habt tatsächlich auch das Recht dazu. Damit ihr nicht weiter in diese Straße rumkursieren. Ihr seht ja, wie es schon hier langsam abgeht. Das ist ja nicht mehr normal hier. Und, und was habe ich sogar noch gesagt? Ich war noch sogar bei ARMY. Ich erinnere mich noch vor ein paar Tagen. Ich habe noch ARMY gesagt, äh, der, äh, Amerika hat Deutschland gewarnt, ihre Terrorwarnstufe zu erhöhen. Deutschland hat ihre Terrorwarnstufe auf Level 2 erhöht. Ja, was passiert denn jetzt? Wie viel wollen die jetzt erhöhen? Es geht ja bis Level 5 maximal ungefähr. Ja, und dann, wenn die jetzt immer weiter erhöhen. Ich sag euch, wie das ist, meine Lieben. Na? Unfassbar. Unfassbar. Und das ist der Anfang. Das ist der Anfang. Das ist noch, äh, einer aus der Ecke schnell angefangen. Stellt euch jetzt mal die vor, die planen. Die wirklich richtig planen. Nicht auf Spontanität, die sogar noch so viel planen, dass die so viele mitnehmen, bis so geht es nicht mehr. Terrorwarnstufe ist in Deutschland angeschaltet. Das hat noch Amerika gewarnt. In öffentlichen Plätzen, nicht nur bei der EM. Nein. Parkplätzen haben die gesagt. Einkaufszentren haben die gesagt. Normale öffentliche Orte, wo jeder normale Otto-Normalverbraucher hingeht. In so ein Land leben wir. Und dann kommt eine Mama Merkel und sagt, der Islam gehört zu Deutschland. Das müsst ihr euch mal geben. Das müsst ihr euch mal zu ergeben. Weißt, was ich mir gerade eben dachte? Es müsste eigentlich in ganz Deutschland, in jedem deutschen Stadt so ein Ex-Muslim geben. Das wäre heftig, ne? Überall in jeder Stadt gibt es ein Ex-Muslim. Genau. Support your local Ex-Muslim. Das wäre cool, ne? Überall gibt es von Dr. Schecher Abu Amir in jeder Stadt, in Mannheim, in Frankfurt, überall. Und dann hast du natürlich denjenigen, der dann aufklärt. Ist das nicht genial, ne? Aber Bruder, mir weißt du, wie ich auch vorhin gesagt habe, das war ja in Amerika. Öffentlich haben die Deutschland gewarnt. Deutschland hat das angenommen. Terrorwarnstufe wurde doch hier ausgesprochen. Natürlich, klar. Und wird der Level erhöht. Ja. Ja, und direkt zack ist das passiert. Heftig, ne? Ich habe mich drauf gehalten, dass das nicht passieren soll. Aber ich wusste, es wird was passieren. Ich wusste es. Was machen, wenn die EM losgeht. Ja. Ist vorbei. Ist vorbei. Das ist vorbei. Wo der Amir weiß, was ich gesehen habe. Ich gucke mir Open Doors an, ne? Ja. Ja. Dann sagen die, das war auch, das war 2016, da war ein Christ, aber Flüchtling, aber ein Christ, der sagt dann mit den ganzen Polizeipräsidenten daneben, ich bin geflüchtet, sagt er. Ja, ich bin geflüchtet von meiner Heimat, wegen diesem Islam und so weiter. Und hier geht es weiter. Ich sehe diese Leute, vor denen ich geflüchtet bin. Das ist so krank, ne? Das kannst du keinen erzählen. Siehst du, und daher sagen wir, dass das, was hier geschieht, mit einem Plan verbunden ist. Kein normal vernünftiger Mensch würde einfach solche Leute hier reinlassen, die mit so einem Gedankengut hinkommen. Ist doch Quatsch. Ist doch Blödsinn. Es sei denn, du hast etwas vor mit dieser Gesellschaft. Das ist das. Ja. Die hat ja alles reingelassen, was geht. Dann sagt er so, ich bin geflüchtet vor diesen Menschen und sehe im Flüchtlingslager diese Menschen. Dann hat er gesagt, wir haben Angst, das zur Anzeige zu bringen, weil die uns im Flüchtlingslager auseinander nehmen. Das musst du dir geben. Dann sagt der Polizei, uns ist das bewusst, das ist klar, Tatbestand, ne? Kontrollieren wir. Ja schön, kontrollieren wir. Wie geht es jetzt weiter? Der Typ muss jetzt trotzdem wieder da rein. Der Typ muss trotzdem wieder da rein, um sein Leben kämpfen. Und weil er nur Christ war, wurde er schon unterdrückt. Wenn er erfährt, dass er die angezeigt hat, dann ist er Nacken weg. Was ist passiert? Da war so ein Flüchtling, der Christ ist und der ist ja im Flüchtlingslager gewesen, also normale Flüchtlingsheime, ja? Und der hat ja gesagt, ich bin geflüchtet vor diesen Leuten und dann sehe ich auf einmal die Leute, vor denen ich geflüchtet bin im Flüchtlingsheim. Und die chillen da. Ja, das kenne ich noch von damals, das kenne ich noch von damals, ja, ja. Unfassbar, ne? Unfassbar, ne? Das ist ein Armutszeugnis. Das ist ein richtiges Armutszeugnis auch für Deutschland, ne? Dass, äh, dass, äh, man so viele Leute dann unkontrolliert, ungeströmt hier, ja, die Grenzen offen sind und so, dass man das nicht mal kontrolliert, gar nichts. Das ist unglaublich. Ja. Gerade in dieser Zeit jetzt, wo der islamische Staat so Kalifat, äh, ausgerufen hat und so und die Anhänger sich, der gesamte Islam sich gespalten hat zwischen, äh, hier den echten Muslimen und den Munafirin, ne? Und die Muslime, die hier leben, müssen sich auch gefasst machen, dass sie potenzielle Angriffsziele sind. Wie ich damals zu ABK gesagt habe, meinst du, mach dich bereit, ABK? Meinst du, diese Leute, äh, diese Leute lieben den Tod so, wie du das Leben liebst. So krass ist das. Ich hab gehört, Bruder Amir, ich weiß nicht, ob das stimmt, der Polizist soll angeblich dieser Liberaler, ne? Muslim sein soll, der mit ihm nichts zu tun hat, einfach nur reingeboren ist. Und der hat das mitbekommen, dem, den Stich. Ach dir, es war ein liberaler Muslim, der das mitbekommen hat. Ein, äh, äh, ne, der den, die Tat gemacht hat, nicht, der Polizist, der Opfer wurde. Angeblich schreiben wir das im Kommentar für drei. Der Opferpolizist war ein liberaler Mosle. Ein sogenannter Liberaler, der für die Polizei gearbeitet hat, für die Kufars, ne? Und, äh, mitwirken wollte und helfen wollte. Der dachte ja, er kann den Liberalen vorantreiben. Ja, du hast gesehen, was passiert. Ja, natürlich schreiben Leute, das hat der verdient. Ja, warum? Weil die den hassen, den Michael Stürzberger, weil er die Wahrheit sagt. Er macht darauf aufmerksam, genau wie ich. Ich mach darauf aufmerksam, dass der Islam die übelste Sekte ist. Und dann auf einmal kriegt er, kriegt er das, äh, bestätigt. Auch nicht nur, äh, heute, sondern schon die ganze Zeit. Er wurde ja damals schon, äh, hat man seine Brille da in zwei Hälften geschlagen oder was, ne? Da hat man ihn, ist man ihn angegangen und, und, und. Ja, siehst du? Unglaublich. Aber meine Geschwister betet für die Brüder und Schwestern und für die Feinde. Betet, behütet und geschützt werdet, ne? Betet immer dafür. Das Gebet vermag sehr, sehr viel, grad von einem Gerecht. Amen. Assalamu alaikum. 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 Am Wahna Herzen. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. No, 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 no. Assalamu alaikum. Assalamu alaikumak ůsakshkod synklarm. Assalamu alaikum. Assalamu alaikumkua sjuwkjnskod hrasnkŷnk��hericskod ywbdy. Assalamu alaikumaux sum bitesken átmŷnkama firma졌iänskalm Ped CHRISTEN抓dans القämänну Entwicklasmä ecst und Aber trotzdem bin ich richtiger Mann. Ich lasse meine Frau nicht raus nackt gehen, ich lasse Gott sein. Ja gut, aber dafür gehst du kiffen. Und ist das jetzt schön? Dafür nimmst du Brokkoli. Aber guck mal, damit du weißt, ich sag gar nichts. Du sagst nur 1 plus 1, hahaha. Du lachst die ganze Zeit, du machst dich lustig. Aber was ist das? Du sagst, ich bin wenigstens ein Mann, der seine Frau nicht so halb nackt raus gehen lässt. Aber was bist du denn, wenn du auf einmal anfängst Nachschicht zu rauchen? Ist das ein Mann? Also Haschisch oder Alkohol, das gehört euch. Wir verkaufen nur. Ach so, du verkaufst nicht. Du sagst, es ist Haram zu verkaufen. Ich bin nicht Verkaufer, oder? Sag, als Muslim. Ah, du bist nicht Verkaufer. Nein, aber verkaufen nur als Muslim. Ja, aber dein Gott verkauft auch in Sura 16, Vers 67 Alkohol. Er ist ein Verkäufer. Wo steht das? Sura 16, Vers 67. Bevor wir über Sura 16 oder so, wieso lädst du zu viel unseren Koran? Glaubst du an diese Verse, ja? Das ist richtig, 100%, oder? Du glaubst doch daran, ich muss dir also zeigen, was du eigentlich glaubst. Guck mal, du hast zu viel gearbeitet, dass du diese Sura lest, ja? Das heißt, so lange hast du diese Sura an mich jetzt gerade gelöst. Das heißt, die Sura stimmt, ja? Du hast doch gesagt, dass Alkohol verboten ist. Du hast doch gesagt, dass Alkohol verboten ist. Du bist der halbe König. Du bist der halbe König. Du bist der halbe König. Ich rauche nicht mehr Zigaretten. Nicht mehr. Ja, ja, aber Johnnies gehen immer klar, ne? Das ist in eurer Kultur. Das ist ganz normal. Johnnies gehen immer klar. Johnnies gehen immer klar. Johnnies gehen immer klar. Was? Respektiv, was du in deiner Unterhose hast. Bleiblock. Unterhose? Der Mohammed wurde beschuldigt, Unterhosen zu klauen. Nein, das ist Jesus. Das ist dein kleiner Gott. Nein. Jesus Christus hat niemals auch nur einen bösen Gedanken gehabt, aber Mohammed... Aber nicht vergessen, wir beladigen Jesus nicht. Ich rede nicht über Jesus Profi. Aber Asafi, wenn du zum Beispiel mit Taksich rausst, hörst du das Lied? Ich rede über euren Mann. Wir sind wie Christi. Weiter lachen, weiter. Du machst dich nur löslich. Ich mach nur deine Musik an. Sei ein Mann, sei ein Mann. Und du hättest über Terrorismus und Bomben da und so und IM und so. Der macht dich rein. Ich mach deine Musik an, Asafi. Asafi, wie gefällt dir diese Musik, wenn du Taksich rausst? Wenn du vor mir tanzt, dann sag ich dir. Nein, du raus. Guck mal hier, Asafi. Ich gebe dir 50 Euro und kannst du tanzen. Wir machen ja! Äh, warte mal, Asafi, Asafi. Ja. Asafi. Ich bin locker, ich rede ganz normal. Weißt du warum? Weil ich vertraue meiner Religion. Asafi, Asafi. Lass mich ausreden, als Respekt. Lass mich ausreden. Mr. Christ, lass mich nur weiterreden. Ja, Mr. Muslim. Mr. Muslim. Allahumma laq alhamd, ich bin Muslim, ich bin stolz. Lass mich nur reden. Ja, aber wie ist denn dein Volk überhaupt muslimisch geworden? Lass mich nur weiterreden. Guck mal, notiere deine Frage. Ich werde nicht ausweichen oder so. Lass mich nur weiterreden. Ich bin nur einer. Guck mal, diese Leute alle hier im Kommentar, die verarschen Islam, die beleidigen und alles. Ich schwör's dir, mehr als die Hälfte hier, die werden Muslims, die werden konvertieren. Weil irgendwann, irgendwann mal, ja, weiter lachen. Bist du fertig bist? Weiter lachen. Weißt du, wie ich lache, Bruder Amir? Meine ganzen Tensis werden bald konvertieren. Er hat gesprochen. Habt ihr es gehört? Ihr habt gefehlt, nicht zu konvertieren. Bruder Amir, wenn einmal ein Scham an der Macht ist, weißt du, was die mit denen anstellen würden? Nein. Leute, ihr werdet lesen und suchen nach dem, was ihr alles herausgefunden habt, werdet ihr lesen. Euroligerei. 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 Ja, ja. Bleibt nicht lang. Kannst du jetzt lachen. Ja, bleibt nicht lang. Plus, plus ihr macht nur Hass zwischen Religionen normalerweise, Religionsfreiheit, bla bla bla. Aziz, Aziz, wessen Aufgabe ist es Hass und Zwietracht zwischen den Menschen zu stiften? Ihr habt Irak kaputt gemacht, Syrien, Afghanistan, das ist alles von euch. Aziz, Aziz, wer hat die Aufgabe Hass und Zwietracht zwischen den Menschen zu stiften? Euch? Wer sonst? Ist das Schaitan oder wir? Ja, ihr gehört Schaitan. Ah, siehst du, ist das eine Aufgabe von Schaitan, Hass und Zwietracht zwischen den Menschen zu stiften? Sorry, sorry. Ex-Muslim, sorry. Obwohl ich weiß, du warst noch nie, noch nie Muslim. Okay, kein Problem. Ich verzeih dir. Damit du sagst, guck mal, ich war... Aziz, Aziz. Wessen Aufgabe ist das? Ist das Schaitans Aufgabe Hass und Zwietracht zwischen den Menschen zu stiften? Das ist von euch. Ihr gehört Schaitan. Also ist das von Schaitan? Ja, das ist von euch. Kannst du mal bitte Surat Al Maida lesen, Ayah 14? Ihr habt gekämpft unter dem Kreuz. Aziz, kannst du mir einen Gefallen tun bitte, Habib? Kannst du mal bitte Surat Al Maida, Ayah 14 lesen? Okay, jetzt willst du, dass ich Surat Al Maida lese, ja? Surat Al Maida. Aber glaubst du diese Surat Al Maida? Ja? Ja, ich will dir nur zeigen, was du da sagst. Ah, das hast du ja gesagt. Dann nimm einen Boom und bleib ruhig. Im Koran, wo diese Surat Al Maida steht, steht, dass Jesus ist Prophet. Ist kein Gott. Warum hast du diese... Nein, im Bibel steht, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Was machen wir denn jetzt? Nein, steht im Koran, steht im Koran, Jesus ist Prophet. Aziz, Aziz. Und steht im Koran, Christen sind Liegner. Aziz, Aziz. Bleib ruhig. Bleib ruhig. Wenn ich rede, lass mich weiterreden. Kannst du auch reden. Alles Respekt. Schlag mal bitte Surat Al Maida 5 Vers 14 auf. Ich hab Koran nicht dabei. Ich weiß. Ihr habt alle kein Koran dabei. Soll ich lesen? Aber guck mal. Nein, brauchst du nicht. Geh mal erst mal duschen. Kannst du lesen. Koran, ich kann nicht sprechen. Nein, ich lese deinen Koran. Hier, hier. Geh erst mal duschen. Der Pavlos geht aber wenigstens nicht in ein Brunnen voller toter Hunde um Exkremente und menstruationsbeflegte Klamottenbaden. Genau. Sonnen Abitavut 66. Ja, genau. Sag mal, nein. Dami, willst du wissen, was der Imam gesagt hat? Die Schwester hat das genau auch dem Imam gesagt, ne? Mit Surah 5, was du nanntest, ne? Er sagte so, ja, da ist doch kein Widerspruch. Allah nutzt einfach nur Shaitan. Ja. Also hat dann Allah Hass und Schwester zwischen die Menschen gemacht. Heftig. Weil er ihn doch nur zu seinem Willen da reinbringen will. Ja. Da haben die keine Worte. Da haben die keine Worte. Ja, das ist ein Widerspruch, ne? Shaitan und Allah machen dasselbe, ne? Und nicht nur das. Ja, Allah ist derjenige, der stolz ist. Und wir wissen ja, wer der stolz ist, ne? Ja, genau. Laut Bibel, aber auch laut Koran. Allah hasst dich selber. In Surah 59, Vers 23, Kombination mit Surah 16, Vers 23 und dann war es Surah 2, Vers 34. Genau, in Kombination. Guck mal, Bruder. In Surah 15, Vers 23 hasst Allah die Stolzen, er ist aber selber der Stolze. Und dann siehst du, wie Shaitan selber der Stolze ist. Al-Mutakab bin. Der Arrogante, der Stolze. Der Arrogante. Bruder Amir, einer schreibt zu dir, Koran zu verstehen ist ne Nummer zu hoch für euch. Ach so, ne Nummer zu hoch für dich, Bruder Amir. Desensitierst du auch sogar die Gelehrten. Ja, genau. Ich muss viel Bob Marley hören, weil der ist zu hoch für uns alle. Der gute Gelehrte Bob Marley. Mal im Stein ist, aber der ist weg. Der Lehrte. Ich bin ohne Frau. Mal im Stein. Schi-Schatische Rechule. Hey, guck mal hier, laut Polizei Motiv Unklar. Oh mein Gott, oh mein Gott, krank. Laut Polizei Motiv Unklar, ja klar, ja klar. Das kannst du kein erzählen. Unfassbar, unfassbar, unfassbar. Asis, bitte stell mir keine Anfrage, du machst mich wahnsinnig. Du kannst weder reden, noch kannst du auf irgendwas eingehen. Gottes Segen. Gottes Segen. Gottes Segen. Hallo mein Gott. Hi. Was wäre denn, wenn die Polizei das Kind bei Namen nennen würde? Ja, das dürfen die, glaube ich, nicht wegen politischer Korrektnis, ne? Sie müssen das wieder so ein bisschen unter den Teppich kehren. So Panne ist das eigentlich hier. Ja, das ist Wahnsinn. Ich bin belig. Ich bin belig. Leute, ich bin belig, laut Asis, belig. Ich bin belig. Ja, und die Menschen, die die Bild-Zeitung oder sonst was lesen, die glauben das natürlich dann auch, ne? Ja, natürlich, klar. Bild-Zeitung wächt ja die Gehirne auf von den Massenmenschen, sag ich mal. Die Bild macht dir deine Meinung, die Bild bildet dir deine Meinung. Die sagen es den Leuten sogar, bild dir deine Meinung. Weil die projizieren die Meinung in deinen Kopf hinein, das ist so krass, ne? Ja. Aber das Schlimmste ist, ja, ich würde gerne in meiner Stadt, in meiner Nähe von meiner Stadt effektivisieren, weil, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt auch abgefunden werde, aber wenn es so ist, soll es so sein. Komm, egal. Der EM hat nicht mehr angefangen, schreibt einer. Ja, ja, warte da. Ja. Was alles passiert, ne, wenn die Menschenmassen da sind und so weiter. Ja. Ja. Was alles passiert, ne? Der EM hat nicht mehr angefangen, meine Lieben. Und Amerika hat sogar noch gewarnt, ne? Das war nicht mal lange her. Das ist schon eine Woche, zwei Wochen, glaube ich, Unterschied. Er hat noch gesagt, Deutschland aufpassen. Terrorwarnstufe müsst ihr bei euch einschalten. Bei euch gibt es solche Menschen. Die wollen, ja, Fanschie gemacht und so weiter. Ja. Warum hat Deutschland nicht auf Amerika gehört, so wie immer? Die, die haben ein bisschen gehört, die haben Level 2 gemacht, das war's. Ja. Äh, das sollte mal auf, äh, Level 5. Was ist los? Einer hat geschrieben, wartet, die, die EM hat ja nicht mal angefangen. Achso, ja. Und schon geht's los, ne? Schon geht's los, ja. Hallo. Hallo. Andi, ich mach dich mal raus, oder? Äh, Ante. Jo, jo. Ja, hallo. Moin. Morgen. Ex-Moslem, warum bist du für ein Freitagsgebet? Freitagsgebet? Ja. Ja, was, was essen wir denn heute? Schweinehaxe oder Schweinebraten? Schweinebraten. Oder eine gute alte Currywurst? Schweinebraten. Schweine? Ja. Schweinshaxe? Ja. Ja. Sehr schön. Ciao. Tollen Beitrag dazu geleistet für diese Gesellschaft, sehr gut. Neue Weltordnung. Welche Suche ist Anna Stolz? Suche 59 Vers 23. Das Wort ist Almutter Kapil, der Arrogante, der Stolze. Guck mal, was einer reinschreibt mir an. Auch wieder ein negativer Name. Allah zu beschreiben, ne? Guck mal, was einer reinschreibt. EM wird nix passieren, weil wir Polizei haben und Geheimdienste. Ja, zehn Polizisten waren auch da, die haben nichts nicht gehandelt. Hallo, Ex-Muslim. Ja, wollte ich grad sagen. Selbst vor... Ja. Gottes Segen. Gottes Segen. Ja. Ich hab ne Frage. Ja. Was macht Allah mit einem Schienbein? Ja. Low Kicks verteilen? Low Kicks verteilen? Low Kicks verteilen? Was ist das wirklich? Ja, oder nicht? Ey, ja, natürlich. Aber ich frage mich, was macht er mit zwei rechte Hände? Oder Fußkreis? Wie brav war das? Wie brav war das? Wie brav war denn ein Schienbein? Ja, Schienbein schon anziehen und entweder Kickboxen, Teilboxen oder Fußball spielen oder was? Keine Ahnung, vielleicht macht der Schienbein gegen Schienbein oder sowas. Achso, ich hab gehört. Sein Fuß ist in der Hölle. Sein U- Schön, ne? Ich muss kurz was machen. Ja, natürlich ist es. Natürlich ist es schon ein Beweis, dass er ein Teufel ist, weißt du? Also zum Beispiel mit zwei rechte Hände, so stellt man sich auch Dämon vor, ne? Ja, das sind einige Indizpunkte, ne? Die sehr starken Punkte dafür sprechen ja, dass er Hass und Zwietracht zwischen den Menschen machen möchte mit Soho 5 Vers. Ich glaub fest, das muss das sein. Und das sind schon erstaunliche Sachen. Bei uns steht Liebe, deine Feinde lieben deinen Nächsten, Gott möchte kein Hass, Gott will Liebe, bei denen steht einfach Hass. Und das ist sogar sein Wille. Die Früchte werdet ihr jeden erkennen. Nur wenn man im Krieg stirbt, kriegt man 72 jungen Frauen oder so? Also wenn du als Märtyrer, naja, du musst halt... Also alles nicht. Da einen kriegst 72, ansonsten kriegst du im Paradies ein Gender 04. Achso, also kann man auch im Paradies TikTok sportlich auch zum Beispiel äh... Pass auf wegen der Worte, pass auf, ne? Musst du umschreiben. So. Also man kann sie auch jünger stellen, weißt du? Dass man sagt, die soll 14 sein oder so, weißt du? Ja, ja, das hat mir, das hat mir sogar ergeben gesagt. Sie hat gesagt, wenn die sogar, wenn die vorstellen, eine 6-Jährige, dann halt eine 6-Jährige. Ey, Jungs, darf ich mal zwei Fakten sagen? Zwei Fakten? Ja, zwei Fakten, danach fass ich wieder ab. Äh, ich will mal eure Meinung dazu wissen, okay? Ja, bitte. Okay, erster Fakt ist... Wenn Armin mir aber auch zwei Fakten geben darf, okay? Jetzt fass ich mal nicht rein. Okay, Armin, lass ich mal das. Was ist drauf? Äh, schätzt man, wie viele, ähm, Christen in den USA, also in den Staaten leben? In den USA, wie viele Christen dort leben? Ja, was ist eure Schätzung so, oder wie wisst ihr das? Das kannst du doch nicht sagen, wer ist denn ein Christ? Definieren wir mal bitte ein Christ. Ein Christ ist derjenige, der sein Leben, den Herrn Jesus Christus übergeben hat. Also ein praktizierender Christ. Du kannst ja nicht alles mit in einen Topf stellen. Der Herr sagt ja auch nicht, der steht da zu mir und sagt mir, Herr wird jetzt in den Bereich eingehen. Okay, das kannst du aber auch mit dem Islam nicht, boh. Guck mal. Ja, sag ich doch. Wir sind 1,6 Milliarden Menschen. Wir sind 1,6 Milliarden Muslime. Ich sag doch immer, wie zählt ihr das denn überhaupt? Ja, hallo. Mann. Ja, was ist? Du musst mich mal ausreden lassen, Mann. Dann redet aus, danach ich komme. Ich wollte dir sagen, ich sage doch immer, wenn jemand sagt, wir sind die schnellstwachsende Religion der Welt, dann sag ich ja, wie zählt ihr denn überhaupt die Muslime? Ist jeder jetzt für euch ein Muslim oder was? Nein. Nein, das ist nicht. Okay, boh. Also, siehst du. Darf ich jetzt ausreden? Ja, bitte. Ja. Bitte. Dankeschön, dankeschön, boh. Okay. Weiter geht's. Laut Statista gibt es, hallo? 247 Millionen Christen in den USA, okay? 247 Millionen Christen in den USA. Das musst du dir mal jetzt zugeschnalzen lassen, ne? Weiter mein zweiter Fakt ist, in, 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 hallo? Darf ich von ausreden, bro? Zweiter Fakt ist, in den USA gibt es jährlich über 700.000 Vergewaltigungen und Sexualstraftaten, okay? 700.000. Aber das kannst du doch nicht den Herrn Jesus Christus in die Schuhe schieben. Die hat du bekommst doch. Ich sag's ja nur, ich sag's ja nur, ihr seid die ganze Zeit mit Islam, Gewalt und so weiter. 700.000 Vergewaltigungen und Sexualstraftaten. Lass es dir mal in den Sinn kommen, Alter. 700.000. Ja, schämst du dich nicht, Jan. Die, Alter, schämst du dich nicht. 700.000. Blamier dich doch nicht so, blamier dich doch nicht so oft bis auf die Knochen, Mann. Ja, lacht mal. Ja, du hast dich auch bis auf die Knochen blamiert, Mann. 700.000. Mehr als eine halbe Million, Alter. Gib euch mal diese Zahlen. Ja, im Islam kannst du locker eine Frau verge... Du weißt schon was, wenn du ein Dorf angegriffen hast. Genau was Mohammed mit Safir getan hat. Erzähl uns mal. Am Tag ist er weg. Ist er weg? Ja, genau. Schon ist er weg. Er will also nur seinen Unsinn erzählen. Und dann auf einmal, wenn man ihn mit seinen Fakten konfrontiert, wenn Mohammed selber sowas getan hat, als Abu Ayyub mit dem Schwert vor dem Zelt Wache gestanden hat und der Mohammed mit der Frau Verkehr hatte. Als er noch kurz davor erst ihren Vater, ihren Bruder und ihren gesamten Stamm ausgerichtet hat. Das müsst ihr mal geben. Das sind echte Fakten. Deswegen laden die Leute mich nicht ein zu Massenmedien und so. Weil dann würden wir das thematisieren. Und zwar auf einer breiten Art und Weise. Damit das Flächendecken alle mitbekommen, was Mohammed getan hat. Als Abu Ayyub mit dem Schwert Wache hielt. Und er sagte, Abu Ayyub, was machst du hier? Warum hast du denn hier, warum stehst du vor dem Zelt? Oh Allahs Apostel, ich habe gedacht, dass die Frau dich umbringen wird, wo du doch kurz davor erst ihren, als du mit dieser Frau geschlafen hast, wo du kurz davor erst ihren Vater, ihren Bruder, ihren Onkel und alles vernichtet hast. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist das Vorbild von 1,6 Milliarden Menschen. Und dann fragt man sich, warum der islamische Staat jesidische Frauen entführt und aus ihnen SEX-Sklaven macht und Kinder sogar auseinander nimmt. Das musst du dir mal geben. Das hat auch Omar Khattab, Omar Abin Khattab gemacht. Okay. Okay. Ich bin raus. Vielleicht wollt ihr noch jemanden reinholen. Gottes Segen. Gott segne. Gott segne. Gott segne. Ja, das ist die Katastrophe, die sie nicht erwähnen wollen. Da laden die einen Pierre Vogel ein, da laden die einen Hassan Dabak ein, da laden die was weiß ich, diese Leute, die irgendwie wie vom Staatsschutz, Verfassungsschutz oder was da engagiert wurden. Wenn die einmal dich einladen würden, einmal die breite Masse, dann wäre vorbei. Ich glaube, dann wäre sogar Bürgerkrieg. Ja, wäre das nicht angebracht, wenn man das so breitflächig mal thematisiert, was Mohammed in seinem Leben getan hat, damit die Leute so sich Gedanken machen, wer dieser Mann überhaupt ist, den sie ihr Vorbild nennen, der beste Mensch der Welt. Verstehst du? Die Jihadisten wünschen sich natürlich so ein Vorbild und armen ihm nach, ist doch klar. Aber was ist mit den Menschen, die auf einmal sagen, er war der beste Mensch der Welt und leben total friedlich vor sich hin, weil sie denken, Mohammed war ein friedlicher Mensch. Was hat sich wohl die Frau gedacht, ihre ganze Familie weg und da kommt der ein, der die Familie nackentherapiert hat und sagt, jetzt bist du dran? Ja. Necktherapy. Allah ist der größte Satan. Allah ist der größte Satan. Allah ist der größte Satan. Of all. Er ist der größte Satan. Michael Stürzenberger. Michael Stürzenberger. Michael Stürzenberger. Michael Stürzenberger. Schwerer Messerangriff. Hier, warte mal, was steht, was sagt denn hier? Der sieht modern aus, dieser Moslem, der ihn angegriffen hat. Wahnsinn. Also er hat mich ja schon oft schockiert gesehen, weil ich über diese ganzen zahlreichen Fälle berichte. Das, was ich jetzt gesehen habe, war in einem Livestream. Ich kann das logischerweise hier nicht zeigen. Ich verlinke das Video unterhalb. Das geht zurück auf eine BPE-Kundgebung. Ich bin da nicht im Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist gerade eben vor ein paar Minuten live in Mannheim passiert, als Michael Stürzenberger, heißt der wohl, seine Touren dort irgendwie abhalten wollte. Auf dem Marktplatz irgendwie, so sieht das aus offensichtlich in Mannheim. Und ganz normal läuft da ein 30-minütiger Livestream. Das wird gefilmt und das sind Leute mit einem Infostand, verteilen Flyer, hier und da Plakate und was weiß ich, alles mögliche. Und es hat noch nicht mal begonnen. Und auf einmal, ein paar Meter weiter da drüben, passiert eine Situation, das habe ich noch nie live gesehen. Also, ich bin gerade wirklich sowas von Kreidebleich, glaube ich, auch im Gesicht. Weil das, was ich da live gesehen habe, ich werde es euch schildern mit den Worten, sodass dieses Video nicht gelöscht wird, hoffe ich. Ein Mann, das übliche Aussehen, ich gehe nicht weiter darauf ein, man kennt das ja, ist in einer Rangelei mit zwei oder drei anderen Kandidaten, die dort irgendwie zu tun haben mit dieser Veranstaltung. Und man hört dann nur Messer, Messer, Messer schreien. Er wird also Handgreiflichkeiten hin und her und alles mögliche in einer Ecke. Der Typ ist wirklich auf Adrenalin, das merkt man richtig an. Der Kameramann, also wirklich, das passierte live in der Situation, er fuchtet mit seinem Messer, versucht zuzustechen. Ich muss das gerade erstmal irgendwie alles verarbeiten, merke ich. Die laufen weg vor dem, der läuft hinterher mit dem Messer, versucht sie zu stechen, an dem Kameramann vorbei, der filmt das. Dann erwischt er irgendjemanden, ich glaube, das ist Michael Stürzenberger, Stürzenberger heißt er. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich er war, ich glaube ja. Er liegt dann auf dem Boden und versucht ihn abzuhalten, dass er irgendwas macht und was passiert. Der nimmt das Ding und haut das so auf seinen Schädel und auf sein Bein und alles rein. Man hat richtig gesehen, die Hose ist zerrissen, da läuft das Blut und spritzt in Mengen raus. Ich überlege gerade, dass das, das ist, worüber ich monatelang berichte, aber immer nur über das Ergebnis berichtet habe. Jetzt habe ich das hier wirklich live mitgesehen, durch diesen Livestream. Das ist noch viel krasser als alles das, was ich jemals in Worte fassen konnte in den letzten Monaten. Das Krasse ist, die Situation geht dann weiter, nachdem der Erste quasi, also ich glaube, dieser Michael Stürzenberger auf dem Boden lag und nicht mehr bewegungsfähig war, ist dieser Typ angegriffen worden dann oder festgehalten worden von den anderen Leuten, konnte sich aber dann trotzdem irgendwie wieder losreißen, währenddessen ist irgendwie ein Polizist noch dazwischen. Andere Polizisten stehen umher rum, sind langsam dazugekommen und nimmt irgendwie einen anderen Mann fest oder irgendwas macht der Polizist auf jeden Fall mit dem und beugt sich so über. Und was macht dieser Kandidat? Der sticht ihn mehrfach in den Nacken rein. Mehrfach daraufhin kommen die Polizisten an und ich glaube, ich habe einen Taser gehört, aber ich kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall fällt der Täter dann um, liegt einfach regungslos nur noch auf dem Boden. Das ist nicht gespielt, was ich hier gerade tue, falls mir so ein Schwachsinn wieder unterstellt wird. Ich möchte, dass diese Situationen in diesem Land endlich enden. Es muss endlich aufhören. Der Mann, der von dem Polizisten irgendwie festgehalten wurde, mit so einer blauen Jacke, die er getragen hat, das ist eigentlich auch noch ein Retter in der Situation gewesen. Er hat das Messer genommen und weggeschmissen, nachdem der Kandidat da halb auf dem Boden lag und vielleicht sogar noch Schlimmeres verhindert damit. Warum der auch immer von dem Polizisten da aufgenommen wurde, ich weiß es nicht. Der Stream ging dann wirklich auch noch ca. 15 Minuten weiter und wurde, mehr Polizisten kamen, man hört Serenen im Hintergrund, Rettungseinsatzkräfte, sichere oder wie heißt es, stabile Seitenlage wurde gemacht, bei mutmaßlich Michael Stürzenberger. Wenn es er war, wenn ihr mehr wisst, schreibt es gerne in die Kommentare unten rein. Was ist in diesem Land nur los? Was ist mit dieser Leichtigkeit in dem Land geworden? Wir haben nicht mehr das Übliche, wie es früher einmal war. Ich bin ein Kind der 80er, 90er Jahre, wo ich aufgewachsen bin, habe ich es schon öfter erzählt. Und natürlich gab es auch Probleme, gar keine Frage. Aber nicht in dieser Häufigkeit und nicht in diesem Ausmaß. Und mit dieser Skrupellosigkeit, Hemmschwelle, ihr wisst, dass ich diese Bewegung ja häufig zeige hier in meinen Videos, das jetzt so, aber auch in einem Livestream wirklich live gerade mal gesehen zu haben, zu erleben. Ich bin gespannt, ob dieses Video gleich gelöscht wird. Ich werde es gleich noch absichern, obwohl ich will. Also das kann ich mir nicht noch mal angucken. Vielleicht für die Behörden oder ähnliches, falls sie das benötigen und hier sehen. Wie krank, ne? Wie ich das gerade eben schon gesagt habe, der Michael Stürzenberger, also er geht seit über 10, 15 Jahren auf die Straße, warnt vor dem Islam, vor dem Bestandteil des politischen Islams. Und dann wird er die ganze Zeit angegangen und jetzt der Höhepunkt dieser ganzen Geschichte seiner Laufkarriere, seiner Laufbahn, dass er von jemandem abgestochen wurde, ne? Unfassbar. Ich dachte, das wurde Armin, jetzt wird trotzdem nichts geschehen, als wäre nichts passiert. Einmal berichtet, unter den Teppich, und so geht Deutschland wieder weiter. Ekelhaft, ne? Ekelhaft. Statt die Gesetze einführen, statt die sagen, ey, der macht diese Demonstration, wir müssen das mal anschauen, ah, okay, politischer Issam, was ist das? Müssen wir uns genauer anschauen, ah, die und die Punkte, die katastrophal sind, wir müssen dagegen denken. Ja, krass. Der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, hat gesagt, jedes Mal, wenn ein Kafir stirbt, fange ich an zu grinsen. Und dieses Mal grinse ich auch, Alhamdulillah, wie schön es ist, mal Christen zu sehen, wenn die sterben. Alle zur Anzeige bringen, meine Lieben. Habt das aufgenommen, zur Anzeige bringen, und dann wird die schön seine Wohnung, und dann grinst die Polizei, wenn du am Eulen bist, dann grinst die Polizei, und sag, komm, mit, komm. Dann wirst du sehen, was das bedeutet, den Gefängnis an Isra, sehr schön, alle zur Anzeige bringen, alle zur Anzeige bringen. Möge Allah dich töten, du Kafir, du. Was hast du gesagt, möge Allah dich töten, du Kafir? Ja, es ist der rausgegangen. Oh, Entschuldigung. Alles gut. Unfassbar. Möge der ihm vergeben, aber die produzieren einem Fleisch, ne? Aber nur die hätten das jetzt nur aufnehmen müssen, zack, Anzeige raus, Online-Anzeige 5 Minuten fertig, und schon kriegt der Post. Und nicht nur Post, wenn vielleicht sogar so eine Gefahr ist, kriegt er sogar einen persönlichen Besuch. Und dann, wenn sicher nicht, wird dein Leben sein. Aber ich will es nicht. Ich kann es nicht. Hallo? Ja, hallo. Ja. Ja, ich kann gerade nicht, ich bin gerade am Essen. Ich komme vielleicht später, okay? Okay, alles klar. Was wolltest du denn sagen? Ja. 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 Gottes Segen, Geschwister. Gottes Segen, Pablos. Gottes Segen, Amir. Gottes Segen. Ja, vorbei, ne? Ich habe das auch gerade gesehen mit deinem Bruder. Das ist echt geisteskrank, ey. Hammerhart, ey. Ja, die breite Masse soll natürlich jetzt in Aufruhr gebracht werden. Das wird ja nicht einfach so beiseite gelegt, ne? Ja, aber die Kommentare, ne, von den Muslimen, das ist umfassbar. Die müsste man eigentlich anzeigen, ne? Da sind so viele, die schreiben, hat er verdient, gut gemacht. Alle, die über den Islam reden, das passiert denen. Natürlich, ich habe das doch schon tausendmal gesagt, hier muss eine riesen Rückführung passieren. Und eigentlich kannst du das nur in dem Sinne dann. Die verstehen ja keine andere Sprache. Die erfreuen sich und ergötzen sich an dem Leid anderer. Was ist das? Ja, das ist echt, das ist wirklich, also grauenhaft, ne? So ein alter Mann, der sich, das ist so umfassbar, und dieser, ich will jetzt nicht, dass wir gesperrt werden, aber dieser Gegenstand, wie groß der war, ne? Ja. Ich hoffe, dass er überlebt hat, ne? Hoffen wir mal. Ja, ich habe ja schon, wir haben für ihn schon gebetet, ne? Aber auch für den Angreifer, dass der Herr mit ihm Gnade hat, ne? Ja, ja, Amen, Amen. Ja, aber siehst du, hat jetzt weltlich gesehen oder aus dem Fleische gesehen, haben jetzt die Parteien, die jetzt nach vorne kommen und dem Islam und Muslimen hier in Deutschland jetzt berechtigt, um das zu tun, wenn sie jetzt bestätigen, durch diese ganzen Taten, die Muslimen hier in Deutschland auch machen, dann ja, absolut, ne? Ja, aber jetzt, Armin, jetzt glaube ich, jetzt wird die AfD noch einen Power bekommen. Natürlich. Jetzt geht's richtig. Natürlich. Jetzt, jetzt, jetzt. Die Leute, die Leute drehen schon durch. Am liebsten würden die natürlich auf die Straßen strömen und den Muslimen zeigen, wo, was ja abgehend war, die, das ist nicht gut, das ist nicht in Ordnung. Was meinst du, wie viele Hooligan am liebsten auch ausfitten würden und einigen Mal Besucher abstatten würden von den ganzen Sellafi-Szenen, zum Beispiel, ne? Ja. Die ganzen Dauerleute. Und du machst das ja jetzt auch schon seit zehn Jahren und du bist bewahrt worden. Das musst du dir mal geben, seit, seit, seit ... Ich hätte auch schon fast mein Leben verloren. Ich hätte auch schon fast mein Leben verloren, ne? Ich hätte auch schon fast mein Leben verloren, ne? Ja. Das machst du ja auch schon seit fast zehn Jahren und das ist brutal, ne? Dass du überhaupt noch so ganz normal lebst, ganz normal rausgehen kannst. Du bist ja noch heftiger als Michael Stürzenberger, weil du bist ja international bekannt. Mann, du, dich kennen ja viel mehr Leute durch diese Aufklärung. Das ist ja, du lebst ja noch viel gefährlicher. Das ist aber alles in der Hand des Herrn, ne? Das ist alles in der Hand des Herrn. Ja. Das ist unfassbar, ne? Aber warte, Amir, das wird jetzt noch, das wird jetzt noch ... Ja, wird Not operiert und Lebensgefahr besteht nicht, okay, gut. Gott sei Dank. Ja, Amen. Ja, ja, ich bin ja hier in Urlaub mit deinem Bruder. Ja, ich weiß. Lasst es euch gut gehen, ja? Ja, ich mach einmal Kamera an. Oder ich muss einmal, bitte. Ist der Risa da? Hä? Ist Risa da, neben dir. Ja, warte, ich hol ihn. Warte, hol ihn, ich hol mich. Oh, die haben schönes Wetter dort, während ich hier meinen Hintern aufreißen muss. Warte ganz kurz. Guck ihn dir an. Warte, ich hol ihn einmal, Abi Reza. Ja, ich wollte jetzt im Pool gehen. Warte. Es geht um Lehmut und er ist im Pool. Er ist einfach im Pool. Ist ja nicht schlimm, ihr könnt ja gerne euren Hintern abräumen, während ich die Stellung halte. Ist ja kein Thema. Dr. Schäfer, warum, ihr macht das schon? Abi Reza. Was stimmt mit dir nicht, Reza? Was stimmt mit dir einfach nicht, Reza? Ja. Jetzt wollte ich mal einmal im Urlaub Ruhe haben vor diesem Hetzer. Jetzt muss ich ihn auch noch im Urlaub entlang. Das kann mir nicht wahr sein. Leute. Reza, hast du das gesehen, was die den Michael Sturzmerger gemacht haben? Diese Schweine, Wahnsinn. Ja, Abi, ja. Ja, tut mir leid. Das ist ein persönliche Bischof. Abi, ja, nicht. Der Satan darf dich nicht da reinziehen, ne? Ja, das ist unerträglich. Das ist einfach unerträglich. Unerträglich. Ja, das ist brutal. Das Video ist echt brutal. Das hat mich richtig geschockt. Wir haben den Typen erschossen, oder was? Er ist auf jeden Fall angeschossen. Aber wir müssen abwarten, was mit den Leuten passiert. Wer überlebt, wer nicht. Einer schreibt, Polizist, anscheinend am schwersten sogar verletzt. Weil in Nacken rein. In Nacken. Ja. Der Polizist ist am schwersten mitgetroffen. So wie ich das auch gesehen habe im Video, ne? Im Nacken, komplett klingelig. Aber ich dachte, der Sturzenberger war vorbei, weil Bruder Reza, der hat ja gehauen mit das Ding, ne? Mit die Tatwaffe. Und ich dachte, er hat das Gesicht weggemacht. Ja, es war sehr brutal. Sehr, sehr brutal. Das war ein sehr brutales Weg. Das war wie diese Videos von 2015, 16, die rumkursiert sind, was die IS gemacht hat mit dem, welchen Menschen. Ja, die Anschläge werden auf jeden Fall zunehmen, demnächst, ne? Weil in Palästina, da in Israel, halt in Israel da die ganzen Palästinenser dann abschlachtet, ne? Und die Muslime kriegen dann Hass auf alles, was Israel betrifft. Und wenn du dann auf offener Straße wie der Sturzenberger dann noch so richtig für Israel und gegen die Palästinenser vorgehst, tja, das ist Weltmensch trifft auf Weltmensch. Und da kann alles... Mach Kamera weiter runter, Bruder Reza, wegen Hintergrund. Kamera weiter runter. Nochmal? Hintergrund sieht man bei dir. Hintergrund. Ja, mach einfach deine Kamera aus. Ja, aber das ist, ja, das ist unwichtig. Jedenfalls, ich hab's ja gesagt, glaub ich, ne? Von letzter Woche oder so hab ich ja gesagt, sogar im Livestream, dass die Anschläge jetzt losgehen werden. Ja, ja, klar. Ja, die Amerikaner haben ja gewarnt, ne? Ein, zwei Wochen haben gesagt, ey, Deutschland, bei euch geht's ein bisschen ab, ihr müsst die Terrorwarnstufe erhöhen. Und Deutschland hat's gemacht, auf Level 2 erhöht, zack, ein, zwei Wochen später Anschlag. Ja. Aber was mich auch wundert, ne? Dass diese Polizisten einfach so... Nichts machen. ...danebenstehende. Einfach, das sind ja nicht mehr aufgehört. Normalerweise, sie müssten das alles beobachten. Ja, die standen selber unter Schock, Reza. Ich glaube, die standen selber unter Schock und wussten gar nicht, was... Aber das sind ja auch zu schulen. Ja, ich weiß, ja, gut, aber... Das Problem ist, sie haben keine richtige Szene, aber mit dem B. Das... Weil Bruder Reza, die hätte nur einmal zücken müssen, weil das ist ja die Obrigkeit, die dürfen das, ne? Wir ja nicht. Die Obrigkeit darf die Waffe zücken können und dann hätten die einmal drücken müssen, zack, fertig. Ja. Also, es hätte gar nicht so weit kommen brauchen, dass er so viele Leute da einfach verletzt und so weiter. Also, spätestens, nachdem er auf Stürzenberger losgegangen ist, da hätten den schon längst, äh... Also, Ruhm festmachen müssen. Aber da läuft der noch rum und sticht auf den... Und auf den anderen, da kommt der noch mal zurück auf Stürzenberger... Was, was ist denn da los? Erst, wo der Polizist nie da... Dass die Polizisten da nicht angefeuert haben, dabei. Das hat mich noch gewundert. Das kann doch nicht wahr sein. Als ob das so gewollt ist, sowas. Ja, dachte ich mir auch, Bruder Reza, weil das sah wirklich aus, ne? Erst, wo der Polizist so weg war gefühlt, am Nacken, dann hat der erst reagiert. Regiert man nicht vorher? Ja, ja, ja. Also, das war wirklich... Ich glaube, dass der Polizist da einfach sitzt mit seinem Rücken zu einem Menschen, der so wahllos um sich... Seht ihr das, ihr Lieben? Auf der einen Seite sehen wir die Muslime in den Kommentarbereichen, wie die sich darüber ergötzen und erfreuen. Und dann siehst du auf einmal die Christen, die dafür sogar beten, dass er überlebt und derjenige, der den angegriffen hat, auch überlebt und eventuell zum Herrn findet, ne? Wahnsinn, ne? Ja gut, du kannst ja nicht von einem Muslim verlangen, dass er durch den Heiligen Geist das Fleisch überwindet. Durch welchen Geist soll er überwinden? Das kann er ja nicht. Das können wir ja... Dass seine Religion, zu was seine Religion da aufruft und warum... Ja, das ist Fleisch. Das ist pures Fleisch. Das ist eine fleischliche Religion, die eben dich noch fleischlicher macht, als du schon bist. Wahnsinn. Einfach nur traurig. Aber die Szenen sind schon echt hart. Das ist... Das ist der Mord vor laufender Kamera, sozusagen. Ja, ja, ja. Das war brutal. Und dass das ganz normal da im Internet so überall kursiert, das ist schon nicht... Ja, aber weißt du, was das Heftige ist? Der Herr Stürzenberger überlebt jetzt und er kriegt ja noch größere Reichweite dadurch. Was meinst du, Glück im Unglück? Verstehst du? Jetzt passiert das und jetzt passt mal auf, was er noch an Reichweite dazu gewinnt. Das wird ja jetzt überall viral gehen. International, das ist ja... Wie bei Marmari. International. Ja. Das geht jetzt durch alle Medien in Amerika, in dies, Terrorakt, hier abgesteuert und dies, das ist Wahnsinn. Ja, ja, klar. Das Ganze schaukelt sich auch jetzt bald hoch. Alleine schon dieser Israel-Palästina-Krieg, was wir da jetzt haben, diese Massaker und so. Ja, ja. Da ist so viel Hass und so viel Wut hat sich da jetzt aufgestaut. Und das wird sich entladen demnächst in Europa durch Anschläge. Ja, ja. Und man kann dir das ja auch nicht übel nehmen. Stell dir mal vor, du bist da ein Palästinenser, ja, du... Und deine Familie wird vor deine Augen von den Israelis da. Komplette Familie. Was glaubst du, was mit dir wird? Hass, Hass. Und wenn du nicht den Heiligen Geist hast, noch mehr Hass. Natürlich nicht. Das ist vorbei. Der Kure, hast du den Entschuldigen. Wo noch Mordlust. Ja, aber was kann denn, was können denn die anderen dafür? Das ist ja das Problem, was wir haben. Ja, aber Deutschland ist ja Dingens. Deutschland und der Stürzenberger. Ja, aber ich muss jetzt rumlaufen, will es jetzt rumlaufen. Nein, 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 Armin, Armin. Nein, nein, der Stürzenberger ist ja kein Unschuldsblatt. Der ist ja in aller Öffentlichkeit die ganze Zeit Israel am glorifizieren. Egal, was da los ist, der ist die ganze Zeit für Israel. Und das in aller Öffentlichkeit. Und in so einer Situation, was wir jetzt haben, was die Israelis mit den Palästinensern veranstalten, diese Massenmord, was sie da tun. Da kannst du nicht hingehen und sagen, ja, Israel, ja. Ja, gut, dann musst du auch mit sowas rechnen. Aber Bruder Reza, der ist ja kein wiedergeborener Christ, der Stürzi, ne? Der ist ja Anti, was ist der? Der ist ein Agnostiker. Agnostiker, Agnostiker, Agnostiker. Der ist ja kein Schutz von Herren nochmal, ne? Also der ist wirklich frei. Gut, der Herr hat ihn ja über Leeraufkommen. Wie lange er ihn beschützt hat. Aber jetzt in dieser Situation, wo das Ganze schon so eskaliert mit Israel und Palästina, da noch hinzugehen und noch mehr öffentlich zu sagen, wir sind für Israel, wir stehen für Israel. Das ist doch klar, dass ein Palästinenser, dessen Familie da eventuell, dass er da auf den drauf geht. Aber Bruder Reza, die haben nicht wegen dieser Begründung. Die Begründung war wegen der Islamaufklärung und einer, Bruder Reza, du weißt auch noch, ergeben, ne? Der bei mir live doch sehr oft da intellektuell lieb war, ne? Und geredet hat. Und sogar nachdenklich wurde der ergeben. Weißt du, dass dein Kommentar für geschrieben hat? Er hat gesagt, das ist richtig so, jeder, der den Islam kritisiert, ne? So genau so. Okay, wenn das so ein Typ ist, ja gut, dann auch egal. Warum? Weil es seine Religion ist. Er glaubt daran und die Frage ist nur... Deswegen habe ich ihm ja gesagt, da brauchst du dich ja nicht zu wundern, wenn du mit so einer Einstellung hier in Deutschland rumläufst, dass die Deutschen dich dann eines Tages entweder rausschmeißen oder dich platt machen. Ja, aber das ist zu spät. Das ist zu spät. Es sind ja 100 Millionen von denen reingekommen. Das musst du machen, bevor etwas Schlimmes in dein Haus reinkommt. Ja. Das ist Prävention. Du musst präventiv das Böse raushalten. Aber doch nicht, wenn du dann jetzt, was weiß ich, hunderttausende Skinheads in deine Wohnung holst und dann dich wunderst, dass da auf einmal deine Häuser, deine Wände da mit irgendwelchen rechtsradikalen Sachen beschmiert sind. Ja. Dann bist du ja behindert. Du weißt doch, wie die sind. Du weißt doch, wie die Skinheads sind. Du weißt doch, wie die Antifa ist. Ja? Und wenn du die dann millionenfach in dein Zuhause reinholst und die machen deine Wohnung kaputt, dann, wer ist der Behinderte? Ja, genau. Wer ist der Behämmerte? Die Antifa oder die Skinheads oder du, der die reinlässt in dein Haus und dann dich wunderst. Ja. Das ist genauso dasselbe wie mit den Frauen, mit den Bad Boys. Die Frau steht auf so einen, so einen, so einen Rocker-Typ und so einen Rocker-Typ, der dann die zusammenschlägt, was weiß ich, Schlimmes antut, dann beschwert sie sich, dass der Bad Boy auf einmal so böse ist. Ja. Aber du hast doch selber gesagt, du willst einen bösen Mann und holst einen bösen Mann nach Hause. Und wenn der böse Mann auf einmal so ein böses Akt vollbringt, dann beschwert er sich. Was sagt er denn? Ja. Unglaublich. Aber das fährt sich auch heraus. Ich habe gehört, dass da auch ein Gespräch stattfand zwischen Stürzenberger und diesem Typen vorher, bevor er losgelegt hat. Also anscheinend hatte Stürzenberger da... Der Typ war schon aufgebracht, der Typ. Der Typ war schon richtig aufgebracht, habe ich auch gerade mitbekommen. Ich habe es gehört, ich bin aber nicht sicher. Wenn das war, würde ich gerne wissen, was da gesprochen wurde. Er ist abgegangen, als wäre, als wie ein Löwe, ist da hingerannt, so und so weit. Das ist nicht normal gewesen. Ja, ja, der wollte da schon den wegmachen. Das war schon besetzt, würde ich schon sagen. Aber ich habe gehört, dass wir vorher miteinander gesprochen haben. Und wenn das der Fall ist, würde ich gerne wissen, was die miteinander gesprochen haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber jetzt in dieser Situation, wo Israel gerade die Palästinenser ein Genozid veranstaltet, an die Palästinenser jetzt gerade, da hinzugehen, auf der Straße und sagen, Israel, Israel. Vorbei. Da musst du mit rechnen. Das hat doch nichts damit zu tun, dass ich jetzt die eine Seite jetzt zu verharmlose, den Gewalt. Nein. Ich gehe auch nicht jetzt, was weiß ich, nach Plauen, in den tiefsten DDR, wo nur Skinner sind und sage, hey, scheiß Nazis. Und wenn ich dann auf die Fresse kriege, wer ist dann der Behinderte? Der, der kugelzieren wird, ja. Ja, genau. Also, da muss man schon ein bisschen Gehirn haben. Aber gut, der Herr hat dann jetzt diesmal seine Schützenhahn weggenommen von Stürzenberger. Eine Ermahnung hat er bekommen durch den Faustschlag. Ihr könnt euch erinnern, der Herr hat damals klein angefangen, ihn zu warnen, Junge, langsam, aber sicher, komm zu mir, bereue deine Sünden, hör auf damit mit diesem weltlichen Israel, Palästinenser, Islam, diese Sachen, lass es sein. Da wurde er ermahnt durch einen Faustschlag damals von einem Moslem, aber der hat da nicht, der hat mit der gleichen Härte weitergemacht. Das ist das Ergebnis. Und Bruder Reza, kannst du den Christen einmal erklären, was wie Christen, wie der geborene Christen zu Israel, wie Palästina und so weiter, wie es da so aussieht? Wiedergeborene Christen stehen auf gar keiner Seite. Wiedergeborene Christen lieben sowohl die Muslime, sowohl die Juden, sowohl die Atheisten, Astosniker, Agnostiker, wir lieben alle Arten von Menschen. Wir sind nicht auf irgendeiner Seite, weil wir nicht weltlich gesinnt sind. Wir sind nicht von der Welt. Das kommt gleich wieder. Ja, also wenn es um Zeugen Jehovas geht, auch wenn es darum geht, die zu schützen und ihnen zu helfen, natürlich, menschlich gesehen, lieben wir auch die Zeugen Jehovas. Aber wenn es darum geht, mit ihnen Gemeinsamkeit zu haben, also Gemeinschaft zu haben im Geist, nein, da muss man sofort wieder weggehen. mit der Welt, mit Israel, mit Palästina und so, wir haben damit nichts zu tun mit der Politik, absolut nicht. Wir sind Himmelsbürger, Kolosse 1, Vers 13, ganz klar, der Herr hat uns versetzt in den himmlischen Regionen, nicht in die erdischen Regionen. Wir sind Himmelsbürger. und also Philippa 3, Vers 20, von wo, 1. Thessalonischer Kapitel 5, von wo wir auch den Herrn Jesus erwarten, vom Himmel, weil wir eben der Welt abgestorben sind. Aber Israel ist ja nicht der Welt abgestorben, Palästinenser sind ja auch nicht der Welt abgestorben. Ja. Sind noch weltlich gesinnt. Die kämpfen um eine weltliche Land, um zu leben. Ja. Und wir haben ja kein Land, bleibe wir Wiedergeborenen auf der Erde. Oder gibt es ein Land, wo es heißt Wiedergeboreistan? Habt ihr schon mal so ein Land gehört? Wiedergeboreistan? Wo alle Wiedergeborenen leben? Wiedergeboreistan. Mit ein Politiker an der Spitze, mit Trump an der Spitze. Ja. Es gibt so behämmerte Christendarsteller, die wünschen sich am liebsten so ein Land. Mit Trump an der Spitze von Wiedergeboreistan. Aber das ist schon heftig. Aber die Muslime verstehen, die denken, wir sind für solche Sachen. Und das habe ich auch einmal Ishan Bayam erklärt, wo damals alles angefangen hat. Da habe ich auch gesagt, nein, wir Christen stehen für die Wahrheit. Für die Wahrheit. Nicht mit der Politik. Wir haben mit der Politik rein nichts zu tun. Die Politik ist italisch eingehaucht und die handelt sehr, 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 sehr schlecht. Wir wollen den Frieden und den Nächstenliebe. Das wollen wir weiter. Ja, genau. Wir lieben alle Menschen, aber die Menschen lieben sich ja nicht gegenseitig. Also Israel lieben ja nicht die Palästinenser. Oder haben die einen Auftrag von ihren palästinensischen Religionsgründern, dass sie die Juden lieben sollen? Haben die so einen wie wir, Jesus Christus? Haben die nicht. Haben die nicht? Also sind die total ihrem Fleisch ausgeliefert. Und noch schlimmer, was hat denn der Prophet Mohammed denn diesbezüglich gesagt, wie man Juden verfahren sollte? Der Prophet Mohammed hat ja nicht gesagt, Tahrir Ebochadi 29, 26, Surah 9, Vers 29. Der hat einen Genozid-Anspruch. Ja. Gegenseitig. Gegenseitig werden jetzt Genozider verübt. Unglaublich. Wir haben den Friedefürst, der für Frieden ist. Aber die haben das nicht. Die haben einen Kriegsfürst als Vorbild. Ja. Unser Fürst ist totaler Friede. Der sagt, du sollst deinen Feind lieben, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, du sollst beten für deine Feinde, die dich schlecht behandeln, du sollst so Gutes tun. Die haben das ja nicht. Deswegen sind die völlig schutzlos ihren Instinkten und ihrem Fleisch ausgeliefert. Einer schreibt, Stürzenberger Zustand ist stabil. Ja, also. Und man muss nur gucken, mit dem Polizisten, den hat es hart erwischt. Der ist heftig, ne? Aber weißt du, was der Polizist gemacht hat? Laut Irfan Perci, der hat darauf reagiert, der hat gesagt, der Polizist ist auf den Falschen draufgegangen, auf den BP-Mitglied von denen, also diese, ne, Israel-Kritiker-Mitglied. Ach so, der hat fälschlicherweise einen Mitglied, ja. Da hast du gesehen, was der Herr gemacht hat. Und guck mal, der andere, der hat die Situation gesehen, im Nacken. Im Nacken. Und weißt, was noch heftiger ist? Es ist Vermutung. Ich kann das nicht bestätigen. Also wenn er es nicht überwahrheitet, dann wissen wir ja auch... Was auch diese verbotenen Seiten zu sehen ist, das ist schon heftig. Ja, ja, ja. Ganz, ganz, ganz schlimm. Aber wir leben jetzt momentan in so einer Situation, ne? Das wird so richtig eskalieren, das Ganze demnächst. Vor allen Dingen gegen den Israel-Krieg da mit Palästina. Ja, deswegen soll man den Herrn Jesus sein, den Bruder Ries. Weil, wenn unser Leben in Gefahr ist, wenn unser Leben vorbei ist, wenn irgendwas in diesem Leben passiert, was haben wir am Ende? Wir haben das Paradies. Ja. Und nicht den Höhenfeuer. Ein wie Jesus haben. Der vor uns gestorben und auferstanden ist. Wer in den Glauben ist mit ihm gestorben und auch auferstanden ist. Amen, genau. Jetzt bin ich mal gespannt, was mit dem Angreifer passiert. Ob der das überlebt, weil er wurde ja, glaube ich, niedergestoßen, ne? Da wisst ihr auch noch nichts drüber, ne? Ob der überlebt hat oder nicht? Äh, weiß man nicht. Nichts wird gesagt. Ja, wenn er, sagen wir mal, gestorben ist oder so, dann, klar, wenn er nicht zum Herrn Jesus gefunden hat und dann wird er ja als Mörder in die Ewigkeit gehen vor dem Herrn und dann wird er gerichtet werden. Aber die Situation war wirklich alles eigenartig. Da war ja auch noch ein Typ mit blauer Weste. Ich glaube, der gehört auch zu Stürzenberger, Leute, oder was weiß ich, wie das. Das war auf jeden Fall eigenartig. Der saß da so mit dem Kopf nach unten und dann wurde er so festgenommen, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, ja, der wurde festgenommen. Ihr Verpätscher hat gesagt, das ist einer von uns, diese Leute, und der wird festgenommen. Der hat gesagt, wie unfällig ist die Polizei. Ja, ja. Also die Polizei hat da wirklich... Aber der hat ja gesagt. Da hätte die Polizei auch gar nicht da sein brauchen. Also, was die da... Bruder Rieser, du musst bedenken, ich dachte, ist keine Polizei da? Ich sehe zehn Leute. Ja, und er hatte minutenlang Zeit, so zuzuballern, die ganze Zeit. In Amerika, so der Rieser in Amerika, die hätte nur eine Mutmaßung gehabt, die hätten ihn schon weggenietet. Ja, ja. Das ist, das ist umfassbar. Deutsche, die gucken sich noch an. Irgendwas stinkt da bis zum Himmel. Irgendwas stimmt da nicht. mit dieser Polizei war es ganz sicher nicht. Also von diesen... Weil die bekommen ja die Befehle von ganz oben. Und die wissen, wann handelten wir nicht. Und eben mal stimmt da nicht mit dieser deutschen Polizei. Also irgendwas muss da richtig kaputt gewesen sein. Dass man handelt, wenn schon zwei schon gefühlt tot sind. Also das war... Ja, also spätestens der Polizist. Ja, genau. Spätestens, bevor der an den Polizist rangegangen ist, hätte schon, also Ding festgemacht werden müssen. Ja. Aber in Ruhe sind auch alle Polizisten dran. Da geht er noch an den Nächsten dran. Ja, der ist einfach so, der konnte ja rumspä... Also Bruder Rieser gibt das ganz, ganz, ganz sicher nicht. Man kann doch nicht einfach rumhandeln, wie man möchte. Ja. Den Polizisten, das kannst du keinen erzählen. Ich würde mich auch nicht einfach so mit meinem Rücken vor einem Typen, der sowohl wild um sich sticht, der einfach... Der Polizist verstehe ich auch nicht. Wie der einfach mit dem Rücken ganz normal sitzt da vor dem. Ja, ja, ja. Das wäre nicht so. Also sich so anbietet so. Ja, komm, ich bin auch noch da. Denn mich hast du vergessen. So nach dem Motto. Ja, das kannst du. Keine Szene. Keine Bruder Rieser. Die ganze Szene ist krank. Einfach nur krank. Alles ist krank an der ganzen Szene. Bruder Rieser, es ist schon die Terrorwarnstoffe erhöht worden. Also durften die sogar eigentlich nicht so agieren. Das ist nicht normal. Da muss... Ich weiß nicht, ob der Schauspieler sind diese Polizisten, ob die einen verarschen möchten oder... Weil die können wir nicht erzählen, dass sie... Klar ist man unter Schock Bruder Rieser, aber die sind dafür... Was für Schocken? Die Polizisten sind die ganze trainiert auf solche Situationen. Was für ein Schock? Die trainieren solche Situationen mit Schusswaffe. Das ist ihr Job. Wenn erwartet, dass bei so einem Islam-Demo da passiert hier. Dass einer kommt und ich streiche mit der Kuscheltierung oder wie? Das hat einfach viel zu lange gedauert. Der hat zu viele Leute verletzt. Das war mehrere Minuten. Und der Hummer, wie er wollte. Ja. Wie er wollte. Und das ist auf jeden Fall nicht normal. Der war schon auf dem Boden. Und die haben nichts geordnet. Dann steht der auf, rennen die alle zurück. Ja, wir müssen alles zurück. Ey, der war auf dem Boden. Hätte nur die Waffe auf ihn zeigen müssen. Komplette Versage. Komplett Versage. Oder eben, es kann sein, dass sie von oben beordert worden sind, dann das zuzulassen. Ja, das habe ich auch das Gefühl. Das habe ich auch das Gefühl. Weil solche unterfallster Flaggeangriffe werden ja auch zum Teil zugelassen, um wiederum in der Gesellschaft für Angst und Dings zu sorgen und dann die Sicherheitsmaßnahmen für die neue Weltordnung wieder so ein Stück wieder anzuziehen, dass die mit den Menschen... Erst haben sie geschossen, wo der Polizist dran war. Davor haben die gar nichts gemacht. Ja, genau. Das war das Heftigste. Erst bei den Polizisten handelten die. Irgendwie was machen müssen. Oder auf den Rauch. Ja, es kann sein, dass die Polizisten sympathieren hatten für den, dass sie sogar das geil fanden. Du weißt ja nicht, wie der Mensch agiert. Der Polizist, du weißt ja nicht, vielleicht ist der auch so ein linker Typ. Also links. Ja, dafür hast du das. Der hat so voll Hass auf diese Dinge, auf Stürzenberger und sowas. Die müssen aber ihren Job machen. Aber beim Job machen kann man auch so ein bisschen Auge zudrücken. Man kann da. Da ist ein eigener Mann dran. Da. Ja, genau. Aber auch eigener Mann. Du wartest ja auch nicht, dass dein eigener Mann angestochen wird. Du siehst, wenn überhaupt, dass wenn jemand auf deinen Mann zurennt oder so, schon ausholt auf deinen Mann, da musst du schon den Ding festmachen. Aber der hat doch Zeit gehabt, richtig mal auch in den Polizisten rein zu... Zweimal. Ja. Und dann wollte er nochmal. Ja. Da hat er geschoffen. Ja. Die ganze Situation ist sehr, sehr, sehr... Aber auf jeden Fall schockierende Bildung. Bestimmt Notar. Alle beide wurden Notar. Direkt, da muss eine Notar. Was passiert? Ne, wir reden halt über das Versagen der Polizisten, dass die ganze Szene sehr unnormal waren, dass sie so lange gewartet haben, bis der so wirklich fast mit allem fertig war. Das ist gerade im Gesicht. Warum mit allem fertig? Ja. Bruder Reza, jemand schreibt laut Internet, wurde der Täter erschossen. Also ist er weg, der Täter. Ach, ist er tot? So, hat einer reingeschrieben. Weiß ich nicht. Ja, der wurde niedergeschossen, aber ob der jetzt tot ist, das muss man wissen. Täter ins Bein geschossen. Ach, der Moslem ist tot. Der Moslem ist tot, glaube ich. Ne, er lebt. Ne, die schreiben unterschiedliche Sachen. Keiner schreibt abwarten. Ja, Gott sei Dank lebt er. So kann er noch Vergebung sein. Jesus kommt. Ja, sollen wir jetzt anfangen, ihn auch zu hassen? Nein, das will der Satan. Das will der Satan. Als der Herr von allen misshandelt und geschlagen wurde, hat er sogar noch gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht. Der Typ, der weiß nicht, was er tut. Der ist total verblendet. Der ist gehirngewaschen von dieser Religion. Ja, aber wenn er daran glaubt, das, was seine Religion ihm sagt, dann ist er nicht gehirngewaschen. Er weiß nicht, dass er die Religion hat ihm gehirngewaschen waren. Er teufelt in dem Griff. Ja, aber für ihn selber, der sieht dich als gehirngewaschen, dass du so nett bist. Er sagt, was bist du denn für ein Mensch, der für seine Feinde betet und sowas. Was ist das für ein Schrott? Also sowas Göttliches soll dann was Schlechtes sein? Ja, natürlich. Der Mensch ist so. Der findet das Gute scheiße und das Scheiße findet er gut. So ist der Mensch. Super. Das ist seitdem er gefallen ist, aus dem Paradies als Sünder. So traurig aber, Bruder Resa, was wirklich hier abgeht, das ist wirklich unfassbar. Aber glaubt, Bruder, was hier wirklich hier noch. Generellanschläge werden sich erhöht, weil die palästinensischen Leute, die aus Palästina geflüchtet sind. Die sind ja überall jetzt nach Europa geflüchtet. Die sind jetzt unter uns. Mit voller Hass. Die sind nicht einfach geflüchtet vom Krieg, damit die Heroe haben. Nein, die sind geflüchtet und haben richtig Hass auf alles israelisches und westliches. Was meinst du, was die Medien jetzt sagen? Der war bestimmt psychisch labil, kaputt, ne? Bei allen islamischen Anschlägen handelt es sich um psychisch labil. Ja, ne, heftig. Das ist mantraartig. Wie die täuschen, diese Masse. Ja, natürlich. Warum? Die müssen täuschen, damit die Gesellschaft noch so lange wie möglich zusammenhält, bis das wirklich zusammenbricht. Ja, aber es war noch ein Einzelfall, Herr Lesser. Also die ganzen anderen Anzeige waren auch Einzelfall. Psychisch kranker Mann, genau, bloß den Islam so ein bisschen rauslassen damit. Das Problem ist, die brauchen halt die muslimischen Billigarbeiter für diese Großkonzerne. Die Großkonzerne beherrschen ja die Medienlandschaft und die sagen, wir brauchen jetzt zum Beispiel eine Million Billigarbeiter, die für uns fahren, DHL, dies, das, jenes. Amazon und so oft in diesem Fließband arbeiten und so richtig sich zu Tode arbeiten. Das würden die Deutschen ja so nicht machen. Außerdem kriegen die Deutschen ja gar keine Kinder, um solche Arbeiten mehr zu machen. Das ist vorbei. Es sind nur noch die Muslime, die das machen. Und deswegen versuchen die das Ganze so ruhig zu halten, damit das so lange wie möglich noch hier, diese Gesellschaft so funktioniert, wie sie funktioniert. Bis das wirklich zusammenbricht. Ja, auf Dauer. Bruder Reza. Auf Dauer kann man es nicht machen. Aber Bruder Reza, müssten wir dann automatisch nicht flüchten, wenn dann alles hier zusammenbricht? Nein, der Zusammenbruch in Europa hängt ja mit der Diktatur des Tieres aus dem Meer zusammen. Und da sind wir schon längst weg. Wenn das hier eskaliert in Europa, Offenbarung 6, genau, vor Offenbarung 6 sind wir schon entrückt, wir Wiedergeborenen. Wir sind schon von Bedeutung vor. Das hat eine große Bedeutung, was mit den Dritten Weltkriegen ja so gesehen zu tun hat. Ja, der dritte Weltkrieg beginnt erst ab Offenbarung Kapitel 12. Bruder Reza weiß, was heftig ist. Eine Prophezeiung erfüllt sich gerade Stück für Stück. Sephenia Kapitel 2, Vers 4. Da stand doch drin, in Gaza wird ja ein Ödland werden. Und weißt du, dass da noch drin steht? Ein paar Verse weiter. Da steht drin, dass die Juden sich dann das beanspruchen und dann ihr Land draus machen. Was hat Benjamin Natayu vor ein paar Tagen gesagt? Der hat gesagt, fünf Milliarden US-Oleim, wissen wir jetzt, damit wir darin jetzt wohnen. Das gehört jetzt uns. Ja. Aber gut, die hätten auch jetzt die Flüchtlinge nicht einfach so massakrieren brauchen, die sich da zusammengetummelt haben, da in Raffa. Ganz, ganz, ganz heftig, was da abgeht. Ganz, ganz, ganz heftig. Die haben die da hingelockt, ne? Der sah die Arme. Der hat gesagt, geht um Schutz und jetzt bombardieren die alles deinen Dings. Ja. Ja. Also, das Ding kann man nicht mehr retten. Das wird früher oder später halt eskalieren. Das ist vorbei. Die Weichen sind schon gestellt auf eine Rieseneskalation in Europa. Die Muslime sind 100 Millionenfach schon in Europa drin. Sie sind eigentlich, wenn du so willst, stationiert und warten auf die richtigen Momente. Ja, wenn der Iman den Befehl zum Dschihad ertönt, dann müssen die ganzen Leute mitmachen. Und diese weichgespülten deutsche Gesellschaft da draußen. Glaubensgemeinschaft. Leute, ist euch das bewusst? Die Muslime warten nur auf den Befehl des Imams. Wenn der ertönt, dann werden die Muslime hier in Deutschland loslegen, ihr Lieben. Wusstet ihr das? Da steht jetzt so... Es ist nur eine Frage der Zeit. Da steht im Koran drin, oder sowas? Ihr sollt nicht nach dem Frieden rufen. Ja, genau. Es gibt eine Fatwa, dass die Muslime so handeln sollen. Wenn zum Beispiel der Imam den Ruf zum Dschihad ertönt und das den Leuten sagt, dann müssen die Muslime mitmachen. Wenn sie nicht mitmachen, dann sündigen sie. Und müssen bekämpft werden. Das ist heftig. Ja. Bruder Reza, was denkst du, wie bei dieser Diktatur, diese weltliche Diktatur, die jetzt kommen wird und wir hier sowieso entrückt werden? Das Ding ist jetzt nur, würden die das so weit zulassen, dass durch Chaos Ordnung entsteht, damit die ihre weltliche, neue Weltordnung so relativieren und legitimisieren? Ja, genau. Vor der Ordnung musste das Chaos entstehen, damit eben ein starker Mann, so wie damals mit dem Adolf, da war ja Deutschland komplett am Boden zerstört, Riesen-Repressalien da auf Deutschland, Reparationszahlungen und Deutschland war wirklich am Boden zerstört und hohe Arbeitslosenzahlen und da haben die halt auf einen starken Mann gewartet, der alles dann ordnet. Und dieser starke Mann kam auch. Aber die Situation vorher war, er hat den Weg geebnet für einen starken Mann. Und so wird es auch mit dem Diktator sein, der bald auftreten wird. Aber vorher braucht dieser Diktator, um aufzutreten, des Chaos im Westen. Und des Chaos liefern sich dann die Muslime und die autochtonen Bürger in demnächst. Von ganz Norden Europas bis nach ganz Süden. Ja, ja, ja. Heftig. Das ist ganz heftig, was geschehen. Aber Bruder Reza, weißt du, was jetzt ein Iran ist? Die wollen jetzt den Kronprinzen jetzt da lassen, Der Prinz, der König, wie wir sehen, das Kind davon. Genau, der heißt wie du, Bruder Reza. Der heißt Reza. Wer heißt Reza? Der Prinz, der jetzt vielleicht Iran übernimmt. Der heißt Prinz Markus von Anhalt, Reza. Prinz Markus von Anhalt. Der heißt Reza mit Vornamen. Der Prinz Markus von Anhalt kommt, um noch ein Bordell zu eröffnen, ist er. Ja. Das kannst du gar nicht erzählen. Prinz Markus von Anhalt. Dieser Prinz Markus von Anhalt. Ja. Von Anhalt. Der heißt Reza Raranya oder so heißt er. Der heißt Reza Anhalt. Reza Anhalt, genau. Reza von Anhalt. Reza von Veranstalten. Weil der möchte Iran komplett von Islam befreien. Oh, jetzt ist es schönes Wetter, ne? Ja. Und dann heißt das, dann gibt es kein Islam mehr in Iran, dann ist Iran wieder ein sicheres Land. Ja, wenn jetzt die Menschen wiederum die islamische Regierung stürzen in Iran, dann sollte, aber ich glaube nicht, weil der Iran wird sich dann auch eben mit dem Angriff jetzt hat der Reza eine Verstoßerwarnung bekommen. Das kann doch nicht wahr sein. Heftig, die haben den gesperrt. Das kannst du keine. Bruder Dennis Account hat das. Jetzt hat er wieder gesperrt. Ja, Dennis Account ist natürlich, äh, der anfälligste überhaupt, ne? Ehrlich, der hat 20 Accounts gemacht. Bruder, äh, Bruder, Amir, einmal, ne? Der musste ein neues Handy kaufen. IP war gesperrt. Der konnte sich nicht mehr ein neues Account machen. Er musste ein neues Handy kaufen, um neue IPs zu machen. Hier gegenüber von mir schwarze Muslime und, äh, die hat auch so ein, äh, langes Abaya-Gleit. Boah, heftig. Wir können dich herrlich behüten und beschützen. Der Herr ist mit dir, Bruder. Ja, ja, ich hab keine Angst. Ich weiß schon. Der Herr ist immer mit dir. Wir beten für dich, ne? Du hast keine Ahnung. Viele beten für dich, ne? Und deswegen hat der Herr immer viel Gnade. Auch wenn wir Fein und Sünder sind, ne? Und der Herr hat trotzdem Gnade mit uns. Ne? Und klar züchtigt der, aber wir beten dafür, dass er immer Gnade mit uns hat. Ja, für die, die es noch nicht wissen und gerade reingekommen sind, Michael Stürzenberger hat einen, ähm, Angriff überlebt, ne? Der wurde abgestochen und, äh, ja, der Angreifer wurde dann von der Polizei dementsprechend dann mit einer Kugel... Oh, einer schreibt was, Bruder, an mir. Der Polizeibeamte ist in Lebensgefahr, hab's grad gelesen. Ich weiß eins, Bruder, an mir. In Deutschland ist das so, dass es ähnlich wie Amerika. Wenn ein Polizeibeamter stirbt wegen solchen Taten, dann geht die Polizei richtig ab. Aber wer kriegen die Hass? Der Polizist ist verstorben, der wahre Weg, Jesus, ist das echt jetzt so oder erzählst du einfach jetzt irgendeinen Quatsch? Er ist gestorben, sagen sie. Oh, heftig. Jetzt, ja, er ist gestorben. Jetzt wird die Polizei abgehen. Jetzt wird die Polizei richtig abgehen. Weil die Polizei, die kann da keine Barm nehmen. Wenn die ihre eigenen Leute sterben, dann haben die Hass von Höchst davon. Heftig, heftig, heftig. Heftig. Der ist gestorben, der wird nur schützt und der ist... Boah, ist das nicht... Unglaublich, ja. Ungefassbar. Ja, jetzt siehst du, dass auch dort die, äh, Stimmung gekippt wird gegenüber dem Islam. Naja, dann siehst du, was dann abgeht. Warte mal, was in nächster Zeit los sein wird. Ne, es wird immer weiter der, äh, die Wut und dieser ganze Wahnsinn aufeinander gehetzt, ne. Und das ist heftig. Das ist so krass. Das ist nicht normal. Absolut heftig. Du musst bedenken, Bruder, er hat sich angezogen, Familie zu Hause, kommst du heute zu Hause, ja, kommst du heute zu Hause, Familiennetzen und so weiter. Und dann geht er hin, Frau erfährt, wie Kinder, Vater tot. Warum? Anschlag. Einfach krank. Einfach krank. Ey, das ist krank. Genau, stehen wir vor, der Typ hat eine Familie, Mutter, äh, sagen wir mal, eine Frau, Kinder oder so. Und dann muss die Frau dem kleinen Kind sagen, dein Papa kommt nicht mehr nach Hause, ne. Und dann seht ihr noch das Video, die die Frau, ne, weil es rumkursiert. Boah. Und was war? Er war nicht nur auf den Angreifer, sondern er war einfach nur im Sitz und zack rein. Boah, boah, ist das krank. Boah, ist das krank. Boah. Umfassbar, Räte für die Familie, Einfach nur krass, einfach nur krass. Also wenn die Polizei nichts macht, also wenn Deutschland nicht langsam da nicht ändert, ne. Ja, es werden auf jeden Fall Diskussionen jetzt auftreten. Auch mein Kanal wird dann auch wieder dementsprechend wachsen, weil viele Leute sich wieder wundern, hat das mit Islam zu tun, hat das nicht mit Islam zu tun. Ja, ja, ja. Dann können sie sich von meinen Sachen dann auch wieder ernähren und sehen, dass sie, dass das absolut mit Islam zu tun hat, weil Mohammed mit seinen Kritikern halt so umgegangen ist. Ja, ja, genau. Und die Muslime verstehen ja nur eine Sprache. Das ist das Problem. Und deswegen haben sehr viele Leute, diese wie beispielsweise AfD und so, die haben das natürlich begriffen, dass mit dem Islam wir es nicht zu tun haben wie mit einer normalen Religion, wie mit Buddhismus, Hinduismus oder was auch immer, sondern diese Leute beanspruchen die alleinige Herrschaft über die Menschen, weil sie denken, dass sie die göttliche Legitimation dazu bekommen haben im Koran. Weil der Koran sagt ja oder gibt ihnen diese Legitimation in Sura 3, Al-Imran, Ayah 110. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die Allah jemals hervorgebracht hat. Ihr gebietet das Gute und verbietet das Verwerfliche. Ja, wenn dein Gott dich dazu animiert, den Leuten so Scharia über ihre Köpfe zu implementieren, ja, was willst du denn dann von den Leuten erwarten? Das ist doch klar. Das ist doch klar. Die werden das dann auch mit Waffengewalt dann durchsetzen. Verstehst du? Ja. Ganz, ganz heftig, was hier abgeht. Ich gehe mal kurz auf Stimmen, machen wir weiter. Aber mein Lieben, an den Chat, ich habe das Video ja gesehen, ihr müsst mir denken, das war mir schon wirklich klar, dass da der Polizist jetzt bestimmt nicht mehr leben wird, weil wieder im Nacken, zweimal müsste das gewesen sein, ja, in der Nackereien war richtig drin, mit der Tatwaffe und er ist aufgestanden. Vielleicht sein Adrenalin war einfach viel zu heftig. Er ist noch aufgestanden, Polizisten haben den gepackt, also so zu helfen, und er hat nur bei diesem Nacken, er hat ja nur im Nacken bekommen, konnte er schon nicht mehr richtig laufen. Dann konnte er schon nicht mehr richtig laufen. Das heißt, das ist lebensgewand, ihr müsstet, da ist die Aota, meine Lieben, wir reden von einer Herzschlagader da verbunden, die wichtigste so und ja, 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 ganz heftig. Also, welche Kommentaren schreiben Lebensgefahr, welche schreiben rein, der ist gestorben. Mal schauen, ich hoffe nicht, dass er gestorben ist, ich hoffe, dass er noch lebt. Unglaublich, unglaublich. Ihr seht es, ne? Religion des Friedens. Ein Christ, der seine Feinde liebt und die, die lieben einfach nur, weil du schon kein Muslim bist. Das kannst du kein erzählen. Das kannst du kein erzählen. Die hassen dich schon einfach nur, weil du schon... Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Ich bin so unterwegs hier überall und die kommen gerade alle vom Freitagsgebet, ne? Der eine guckt mich schon so an, übelst heftig. Und er hat mir so einen ganz komischen Blick zugeworfen und so, ne? Heftig. Der Nächste auf Fahrrad mit seiner Mütze und seiner Kaftan und so, ne? Heftig, ja. Geschwister, betet alle bitte für Bruder. Ich gehe jetzt in ein Gebet an. Ja, jetzt ist eine ganz komische Stimmung, ne? Merkt man auch, wenn ich so diese Blicke mit angucken muss, ne? Aber die kommen nicht zu mir oder fragen mich nach, Dings oder was, ne? Ja, Möge, der hätte ich jetzt gerade... Ja, genau. Immer ist es Freitag, merkt ihr, dass Freitag so, immer ist Freitags die Unruhe in den islamischen Ländern auch, ne? Jetzt vor kurzem mit Pakistan haben die eine ganze Kirche wieder auseinandergenommen und die Leute da. Unsere Geschwister, ja. Ich habe für dich gebetet, Bruder Amir. Der Herr wird dich schon bebeten und beschützen, was dein Willen ist. Ja, Amen, Amen. An die Geschwister in den ganzen Chats, ne? Beten ist die stärkste Waffe, die wir besitzen. Bitte betet für Bruder Amir, gerade bei solchen Situationen. Betet für ihn, nehmt ihn immer jeden Tag in euren Gebeten rein. Weil ihr müsst bedenken, Fortes der Front ist nicht das Leichteste überhaupt. Das ist eine der schwierigsten Sachen. Und der ist es, der das Evangelium, der gesunde Glaube voranbringt auch noch, das noch aufdeckt alles. Ihr habt keine Ahnung, was in einer Situation das ist. Bei mir sind die schon vor meiner Türen, haben schon Bilder von mir gezeigt, haben gesagt, mein Kopf soll schon weg. Das ist die vorderste Front, das nehme ich in Kauf extra für euch, damit ihr davon weiter, alles weiter verbreitet. Ja, damit ihr von der gesunden Lehre von neu geboren sein müsst. Weil die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 3, ihr müsst von neuem geboren sein. Wer nicht von neuem geboren ist, dann wird das Reich Gottes nicht erben. Und das wollen wir voranbringen. Und deswegen ist Gott mit uns. Gott will uns helfen. Und das ist alles schwer hier. Hier ist alles voller Musikerwut. Bin ich einfach heftig. Möge der dich jetzt wirklich beschützen. Nur der Herr, Bruder, nur der Herr. Vertreu nur auf den Herrn. Psalm, ich will mal Psalm lesen. Psalm 23, ich lese mal. Ich möchte einfach nur die Bibel jetzt lesen. Psalm 23, Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Augen und führt mich zu stillem Wasser. Er erquickt meine Seele. Er füllt mich auf richter Spaß. Was ist passiert in Köln auch? In Köln, ein Polizist wurde abgestochen. Auch? Ja, ich lese das die ganze Zeit hier in den Kommentaren. Ist das jetzt wirklich passiert oder was? Doch, in Köln eine Frau mit Messerangriff. Ich sing mir den Himbruder, mit Anschläge von Anschlägen. Amerika hat gewarnt vor zwei Wochen. Und jetzt ist die EM in Deutschland. Die werden die Terror-Wahnstufe höchster Form machen. Die müssen den höchsten Form von Level 5 geben und die müssen abgehen. Normalerweise ja. Hast du jetzt in Köln. Alles in Köln. Ja, ich bin hier mitten auf dem Präsentierteller quasi. Mitten in so einer Großstadt. Und ja, es könnte eventuell auch sein, dass ich hier irgendwas abbekommen habe. Aber egal. Das ist für dich, Bruder Amir. Das ist für dich. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, das war ein Ort, wo man den durchqueren muss, weil das Tal der Todesschatten, weil du bist in lauter Gefahr, du kannst ja schnell sterben, ne? So fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, der Herr Jesus Christus. Dein Stecken und Stab trösten mich. Psalm 23. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor meinen Tisch ein Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl geseit. Wie sind die Geseiten, Bruder Amir? Wie sind die Christen? Kleine Geseiten heißt das. Mein Becher liest über nur Güt und Gnade werden mir folgen. Wie böse der mich gerade angeguckt hat. Wie böse der mich gerade angeguckt hat. Wahnsinn. Ja, hier kommen dir gerade alle vom Freitagspredigt. Wahnsinn. Da guckt der mich gerade voll böse an. Aber fährt weiter. Heftig. Wie der Herr. Als ist um mich so ein Schutzschild. Das ist krank. Ja, ja, ja. Der Herr behütet und beschützt. Wer unter hier, Psalm 91, wer unter dem Schiff des Bösen sitzt, der bleibt unter den Schatten des Allmächtigen. Da seht ihr es. Da seht ihr es. Alle beten, Psalm 91, alle beten, das Gebet nicht aufhören. Der Herr Jesus hat auch, ganz seit wo er Mensch wurde, gebetet für die Jünger, damit die nicht verführt werden und so weiter. Ja, Amen. Gott segne jeden Einzelnen von euch. Habt keine Angst. Ihr seht ja, ihr sollt auch die Hoffnung, die in mir ist, soll auch auf euch rüberschwaffen. Ihr sollt euch niemals in Angst und Schrecken versetzen lassen, sondern seid mutig und stark. So hat der Herr das geboten. In Joshua 1, 9. Seid mutig und stark. Hab ich dir nicht geboten, sei mutig und stark und geh nach vorne. Ich bin mit dir, dein Herr. Dein Gott, der dich stärkt. Amen. Oder, Ami, hier. Der Herr will dich ein bisschen, äh, äh, wie heißt das nochmal? Der will dich Mut geben. Guck hier. Ami, ich habe Islam verlassen und bin zum Christum konvertiert. Amen. Amen. Wundervoll. Ich stehe in der Arbeit bestimmt. Deswegen hat er es auch geschrieben. Der Herr wird dir nochmal zeigen. Du musst dich niemals in Angst und Schrecken versetzen. Der Herr ist derjenige, der über Leben und Tod entscheidet. Nicht irgendein Moslem oder was. Ja. Genau das wollen die ja. Genau das wollen die. Ja, wir haben für Michael Stürzenberger gebetet. Königskind. NTV hält sich bedeckt mit dem Fünfundsunär, glaube ich schon. Jetzt musst du dir mal vorstellen, diese ganzen, äh, Antifa und sowas, die ja auch gegen Michael Stürzenberger ja sind. Meinst du, die würden sich jetzt auch freuen über diesen Angriff oder was? Das würde mich mal interessieren. Diese ganzen links-grünen Gutmenschen, die ja gesagt haben, hör auf zu hetzen, hetzen, hetzen. Und hör auf über Islam zu reden. Ja, jetzt hat er genau das, jetzt, jetzt kriegt er genau das bestätigt, was diese Leute ja nicht wahrhaben wollen. Verstehst du? Oder versteht ihr? Ja. Guck mal, wie die, wie die Muslime in so dicken Autos hier so rumfahren. Denen geht's so gut, ne? Das ist unglaublich. Die haben, die haben nur ihre Autos im Kopf und ihre, Dings, ihre Kohle. Die sehen nur diese Sachen, ja. Ja, es kann sein, dass die linke Fraktion da sowas feiert, ne? Die sind ja genauso bösartig, das ist ja unfassbar. Also, Frau Bruder, ich werde dich. Ich gehe mal wieder auf den Kopf mit zu. Gibt es eine Videoaufnahme von den Angriff? Ja, vielleicht, es gibt Videoangriff, äh, Videoaufnahmen dafür. Guck in eine Gruppe, dann will ich das eigentlich schon sehen. Die haben das doch reingepostet. In Köln, ne? Schreibt mal alle rein in den Chat, meine Lieben. Ich guck jetzt mal in Google, was in Köln jetzt passiert ist. Ich guck mal. Aber eins, ein Vorteil hat das ja auch, ne? Weil jetzt verlassen auch sehr viele Muslime und den Islam wieder aufgrund solcher terroristischen Anschläge. Ja, 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 ja. Steht hier. Köln, neben der Hauptbahn und soll ein Bürogebäude mit Dach. Ne, das ist gar nicht. Ich sehe noch keine Berichte hier in Köln. Was haben die in Chat hier reingeschrieben? Mannheim, ja, ja. Mannheim wissen wir haben eben nicht die Stützenberger. Okay, trotzdem sterben Gaza weiter, Kinder und Frauen und deswegen beten wir auch für Gaza natürlich, ne? Für die Kinder, für die Frauen, für die Männer, für jeden Einzelnen, dass sie zu den Herrn Jesus kommt. Ich kenne sogar eine Palästinenserin, ja? Und die ist Christin. Und die hat mir selber gesagt, es sind viele Palästinenser Christen. Sehr, sehr, sehr viele. Und die hat dann gesagt, ja, wir leiden sehr, 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 sehr viel darunter, ne? Und vertrauen auf den Herrn Jesus und so weiter. Wir flüchten, wir gehen dann weiter. Na, und das ist ganz, ganz hart. Ja, betet. Weil durch die Flucht, ne? Durch die Flucht sind viele Palästinenser sogar zu dem Herrn Jesus gekommen. Die haben ihn in den Traum gesehen. Das war ihre Berichte. Die haben den Traum gesehen, dass er der Weg, die weit und das Leben ist. Und dann haben die ihn angenommen. Frau auf Polizisten in Köln, Polizisten in Lebensgefahr. Was ist da los? Auf die Polizei gehen die noch drauf. Das könnte keiner zählen. Meine Lieben, haben die Polizisten euch was angetan? Jetzt mal Hand aufs Herz. Die tun doch nichts. Dass man auf die Polizei drauf geht. Unfassbar. Unfassbar. Ja, durch den Polizisten, wenn der wirklich verstorben sein sollte, äh, nicht in Köln, in Mannheim, ja, dann wird, glaube ich, was wirklich geschehen in Deutschland. Weil ich weiß, wie Deutschland agiert, wenn es um die eigene Polizei geht, da kennen die keine Bar mehr. Weil die Polizisten, die werden dann eigenen Terror machen in den, äh, äh, Polizeistationen und sagen, ey, wir brauchen Genehmigungen und selber richtig, äh, zu handeln. Und nicht immer, wir brauchen Genehmigungen für das, für jeden Vorzieher. Nein, wir müssen richtig handeln. Und das wird bestimmt so sein, ne, dass sie dann sagen, ja, ja, klar. Und gerade weil Terrorwarnung noch hier ist. Dann noch die EM vor der Türe, noch, obwohl eine Menschenmasse noch kommt. Ja. Und was war, nehmt denn den Herrn Jesus an, meine Lieben? Ihr seht, das ist jetzt nochmal die Atheisten, die hier drin sind. Ihr seht, das Leben ist kurz. Das Leben ist sehr, sehr kurz. Und was ist danach? Was kommt danach? Ist die große Frage. Und ich sag euch, habt ihr nicht den Herrn Jesus, kommt ihr nicht im Paradies? Weil jeder ist ja mit Schuld betroffen, also jeder ist ein Sünder. Und der Jesus will deine Sünder reinwaschen. Willst du dich reinwaschen von dem Herrn Jesus? Dann nimm doch seine Gnadengeschenke an. Auf ihn wartet ihr? Nehmt ihn an, bevor es zu spät ist. Nehmt ihn einfach an, bevor es zu spät ist. Weil, wenn ihr mit dem Herrn Jesus, verschiebt, dann seid im Paradies. Guck mal, ihr könnt auch mein Profil, da steht direkt im Bibelfers, da steht drin, Glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Wurde der Angriffen leisten, ja, der wurde in Live-Küste. Ihr habt alle das Evangelium gehört, kehrt um mit, ja genau. Ohne den Herrn Jesus geht gar nicht. Der Herr Jesus wurde prophezeit, das ist ein Fakt, meine Lieben, hier sei er 53, sehr, sehr, sehr bekannt, vor Christus datiert und exakt Jesus Christus prophezeit, dass er unser Gott, unser Retter ist, unser Heiland. Und was predigt der Herr Jesus? Nächstenliebe, Feindesliebe, unfassbar. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Wenn sie euch beleidigen, so segne sie. Wenn sie euch verfolgen, so bete für sie. Wisst ihr, warum die so handeln? Weil sie keine Liebe können. Aber zeig ihnen Liebe, damit die Worten mit einmal in Berührung kommen, in Liebe. Das kann viel bewirken. Einmal in Liebe, mit Demut. Auch wenn du uns provozieren, ich kenne das selber, die provozieren sehr, sehr, sehr gut. Wir müssen uns das ergehen lassen. Der Herr sagt ja, verleugnet dich selbst. Das heißt, den eigenen Stolz, den eigenen Ego in dem Moment komplett absterben und ergehen lassen, damit eine Situation nicht eskaliert und die Nächstenliebe bringt. Einer schreibt, Pavlos, Nächstenliebe bringt nichts, wenn alle Christen getötet werden und Muslime mehr werden. Ja, du hast deine eigene Entscheidung, wie du handeln möchtest. Jesus sagt, liebe dein Nächsten und vertraue auf Gott. Bruder, mir vertraut auf den Herrn. Ich seh den hier. Zwei Anstieg überlegen. Es gibt Menschen, die vertrauen nicht und die sind nicht mehr hier. Beide, die meinten auch nicht zu vertrauen. Klar kann der Herr dann sagen, auch für die, die an mich vertrauen, es kommt eine harte Situation und da müsst ihr auch in schlechten Zeiten zugestehen. Das ist Liebe. Hat der Herr Jesus eine Waffe gezogen? Hat Petrus eine Waffe gezogen? Was hat Jesus zu Petrus gesagt? Steckt dein Schwert wieder in die Scheide rein. Wer mit dem Schwert kommt, der wird auch mit dem Schwert umkommen. Habt Liebe, auch Feindesliebe. Weil wenn ihr nur die liebt, jedoch eh sowieso schon liebt, ihr kennt und lieben wollt. Was ein Lohn habt ihr? Thron ist doch nicht auch die Ungläubigen, lieben die nicht auch, die, die sie schon immer lieben und hassen die, die sie immer hassen. Der Herr Jesus hat uns aus der Welt berufen. Wir sind abgestorben und sollen unsere Feinde lieben. Wie ihr von schon meint, immer diese Liebe, alles und jeden wird uns irgendwann zu Empfängnis. Ja, der Ehefrau, meine Lieben, verkündigt es tatsächlich ein falsches Evangelium. Der verkündigt ein falsches Effekt, das darf man nicht. Die Nächstenliebe muss höchster Gut sein. Wenn einer fleischig wird, wird er fleischig. Okay, ja, möge der Ehefrau geben. Aber man darf nicht ein anderes Evangelium tatsächlich dann verkündigen. Man muss dann sagen, ich habe gesündigt. Ihr denkt noch weltlich, versteht es noch immer nicht, dass wir dieser Welt abgestorben sind, dass wir mit dieser Welt nichts zu tun haben. Wollte dieser Welt anhängen, dann hängt dieser Welt an. Aber wer sein Leben rettet, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, der wird es retten. Habe ich jetzt nicht gerade die Bibel zitiert? Ehefrau ist der Besser, er sagt, was wir alle denken. Ja, siehst du, er sagt, was ihr denkt. Ich sage das, was die Bibel denkt und sagt. Wen liebt ihr mehr? Liebt ihr jetzt jemanden, der sagt, was die Menschen denken? Oder der, der wirklich aus Gott spricht? An wen hat ihr mehr Liebe und Wohlgefallen? Ich sage euch, wenn ihr die Weltlichen wählt, dann wählt die Weltlichen. Das ist kein Problem, soll ja recht, ihr habt einen freien Willen. Aber wenn ihr vor dem Herrn Jesus steht, was wollt ihr ihnen sagen? Ja, Herr Jesus, du bist für mich gestorben, du hast ein Leib für mich ertragen, weil du bist ja Gott, du musst ja. Und wir, wir wollten halt nicht, wir wollten halt nicht für dich sterben. Wir wollten schon zurück angreifen. Nein. Der Jesus sagt, verleugne dich selbst, folge mir nach und das täglich. Nimm mir dein Kreuz auf dich. Täglich. Was heißt ein Kreuz auf dich? Das heißt nicht, ziehen die Kreuzkette an. Das bedeutet, nehme die Schmerzen an, nehme die Belastung an. Wisst ihr, was Paulus geschrieben hat? Wer ist höher? Ihr Verbetter oder der Paulus? Das ist ein zweiter Gründerbrief. Ja, unser Apostel. Paulus sagt, ich habe wohlgefallen an die Bedrängnis. Ich habe wohlgefallen an den ganzen Gefängnis. Ich habe wohlgefallen an die Misshandlungen. Wohlgefallen, wenn ich hungere, dürste, habe ich wohlgefallen. Für was tue ich das? Für das Evangelium, damit die das Wort Gottes hören. Er hat wohlgefallen. Er sagte, glückselig sind die in dieser Bedrängnis. Glückselig, denn wiederum steht geschrieben, glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Gott hat natürlich die Obrigkeit gewählt. Römer 13. Die Obrigkeit wird Sorge leisten, dass wir schon etwas geschützter sind. Aufgrund dessen, wenn Gott die Obrigkeit gewählt hat. Wir können die Obrigkeit nutzen. Aber wir sollen nicht selber die Obrigkeit werden. Das ist der große Unterschied. Pavlos, was würdest du machen, wenn man dich angreift? Ihr sagt mal, wie man biblisch erst handelt und dann sage ich euch, wie ich handelte. Erstmal muss ich sagen, biblische Korrekte. Gibt es eine Situation, wo man flüchten kann? Geh und flüchte. Gibt es eine Situation, jemand ist in Gefahr? Guck nicht weg, geh rein und helfe. Gib sogar dein Leben ab, damit die andere Person flüchten kann und weiterleben kann. Das ist biblisch. Wenn du jetzt aus lauter Panik, eine schlimme Situation, meine Lieben, man ist ja nicht geprobt in sowas, lauter Panik, fleischlich werden kann, dass man tatsächlich jemanden haut oder jemanden packt und so, richtig abgeht. Das kann passieren durch den Fleisch. Das heißt nicht, dass du nicht gerettet. Das heißt, du wurdest nur fleischlich. Aber das ist nicht biblisch. Wir sollen es tatsächlich ergehen lassen. Wie ist der Herr Jesus sagt? Hatte ich dir der Herr Jesus gesagt? Wenn dich jemand auf die linke Wange schlägt, so halt auch die rechte. Du kannst natürlich eine gewisse Selbstverteidigung verüben. Eine passive Selbstverteidigung bedeutet, damit der Eingreifer nicht mehr weiter angreifen kann. Man kann ihn packen, ein bisschen außer Gefechtssätzen, das ist alles möglich. Aber wir dürfen nicht selber handtreiblich beziehungsweise selber Täter werden. Das dürfen wir nicht. Das machen wir der Geborene nicht. Auch wenn es manche hier nicht passt, so sagt es die Bibel. Entweder ihr wollt die Menschen zuhören, das was sie denken, und er wollt Jesus Christus zuhören, der sagt, liebe deine Feinde. Was heißt denn Feindesliebe? Heißt Feindesliebe, ich gehe rein und gebe ihnen einen Tritt ins Gesicht, oder was heißt Feindesliebe? Hat der Jesus nicht ständig über Feindesliebe gepredigt? Hat er nicht gesagt, wenn ihr verfolgt werde, betet für sie? Segnet sie, wenn die euch beleidigen? Das passt für ihnen nicht. Ist mir egal. Ich bin nicht um Menschen zu gefallen. Die Schrift sagt, wenn jemand die Menschen gefallen möchte, dann ist es unmöglich, Gott zu wohl zu gefallen. Die Menschen, die es wollen, die haben ihr Lohn bekommen. Der Lohn ist hier auf Erden. Aber Jesus sagt, wer sein Leben rettet, er wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, wird es retten. Ich zitiere die ganze Zeit nur die Bibel. Ich zitiere nicht mal aus mir selbst. Ich zitiere die ganze Zeit nur die Bibel und das passt euch nicht. Das ist das Traurige. Ich mache mir nicht Sorgen um die Menschen, die gejagt werden. Ich mache mir lieber Sorgen um die Menschen, die nicht wiedergeboren sind. Weil die gejagt werden, die sind auch dann meistens wiedergeboren. Die sind gerettet und gehen zu Hause. Wir werden die zu Hause dann wiederfinden. Bei den Herrn Jesus. Aber die, die nicht wiedergeboren sind und die manchmal Sorgen, weil die schon geistig tot sind. Wie oft denn noch? Ist die Feinde lieber euch egal? Was hat Jesus gesagt? Welchen Lohn habt ihr? Wenn tun es nicht auch die Zöllner, die zu lieben, die man auch immer liebt? Oder wie die Zöllner sein? Wie die Weltmensch? Die Ungläubigen? Nur die lieben? Ihr könnt alles selbst entscheiden, meine Lieben. Keiner zwingt euch. Aber die Bibel spricht klare Worte. Alles, was ich gerade gesagt habe, habe ich wirklich aus der Bibel zitiert. Habt ihr ein Problem mit der Liebe? Habt ihr ein Problem mit Gott? Erster Johannesbrief. Gott ist Liebe. Und wer in die Liebe wandelt, wandelt mit Gott. Das ist Liebe. Liebe erträgt alles, erduldet alles. Das sagt die Bibel. Habt ihr ein Problem mit? Ja, dann kann ich nur sagen, wie andere Prediger hier sagen, bekehrt euch oder geht zur Hölle. Ihr geht entweder den Weg zu der Bekehrung oder ihr geht es den Weg zu der Hölle. Es gibt keine Mütze. Das ist traurig. Ich kann nur sagen, bekehrt euch. Aber wenn ihr diesen anderen Weg gehen wollt, okay, im freien Willen. Sag euch nichts. Ich bete für euch. Aber ohne Bekehrung geht gar nichts. Ja, ich habe auch Rechte, jemanden anzunehmen, aber ich nehme niemanden hoch, weil der Bruder Arme soll das machen. Wieso wurde er mit dem blauen Jacke und Glatze festgenommen? Ja, das fragt sich jeder Einzelne her. Das fragt sich jeder Einzelne. Aber mein Lieben, die Liebe ist wirklich das höchste Gut. Ich sage es euch mit aller Liebe. Einer, der euch nicht liebt, der wird euch nie die Wahrheit sagen. Der liebt euch nicht. Denn für die Wahrheit werden wir immer gehasst. Das war schon immer so. Für die Wahrheit wurden wir immer gehasst. Habt doch, Liebe, meine Lieben. Wenn nur die Menschen doch nur so wären. Hätten wir quasi schon ein Paradies nur auf Erden. An die wiedergeborenen Christen. Habe ich aus der Bibel zitiert? Seid ehrlich. Hat es euch erinnert? Für die die Leute die Bibel lesen. Habe ich was zitiert? Liebe den Nächsten, liebe deine Feinde, hab wohlgefühl an der Bedrängnis. Welcher Lohn habt ihr? Habe ich nicht das alles zitiert? Pavlos, ich bin selbisch orthodox. Schön, dass du selbisch orthodox bist. Aber ich sage immer, ihr müsst von neuem geboren werden. Keine Religion dieser Welt kann ich immer retten. Die Wiedergeburt rettet. Johannes 3, Vers 3. Egal, was Namen ihr habt. Seid ihr nicht wiedergeboren, geht es nicht rein. Der Name ist egal. Es ist die Wiedergeburt. Einer sagt, ich bin so und so. Ich bin das und das. Ja und, du schön, dass du das bist. Du bist da reingeboren. Jesus sagt, du musst aber von neuem geboren sein. Haltes Leben absterben und neu zu dem Beginn. Ich bin so und so, es ist egal. Wir sind in allem, was ich bin als Katholik geboren. Und jetzt bin ich Ex-Katholik, weil ich angefangen habe, die Bibel zu lesen. Und jetzt bin ich ein wiedergeborener Christ. Und folge nur die Bibel allein, nur Jesus Christus, sein Wort. Sein ewiges Wort, nur mal nebenbei gesagt. Bruder, mir geht es dir ja nicht gut. Das kannst du ihm, wie ein Lebensrecht machen. So, einmal ein Stumm, Stumm. Nimm als mir Kamera zu sein, Bruder, du bist überhaupt noch da oder? Ja, ne, betet Fabian, betet Fabian. Er arbeitet gerade, aber er betet. Ich weiß es nicht, ob jetzt da was ist oder. Hab Geduld, der ist am Arbeiten. Der kommt bestimmt wieder. Zwischendurch hat man ja, Kamera ja was gesehen. Ne, er betet, ne. Der Arme ist in ständiger Gefahr, meine Lieben. Wir sind alle im Stimm. Jeder wiedergeborene kriegt ein ständiger Lebensgefahr letztendlich. Weil wir wiedergeboren sind, hat der Teufel ein Riesenproblem mit uns. Hat er sich kurz entstimmt, habe ich gar nicht beobachtet. Aber er hat sich in Stumm und wieder, ja, sehr schön. Sehr schön. Paulus, eine Frage, ja, dann stelle deine Frage. Ja, wieder zurück zu Thema. Mein Lieben, Liebe ist wichtig und die Liebe will ich weitergeben und wenn einer ein Problem hat mit Liebe, hat er ein Problem mit Gott und so einfach heißt die Geschichte. Ihr habt kein Problem mit mir. Viele denken immer, die haben ein Problem mit mir oder mit Bruder Reza. Nein, ihr habt kein Problem mit uns. Wir zitieren die Bibel. Ihr habt ein Problem mit der Bibel. Wir nehmen nur nicht mal eine Interpretation. Wir zitieren sie genauso, wie sie sogar noch steht. Und damit haben sehr viele Probleme. Die, wie die Schrift sagte, am Ende der Weltzeit, so sind wir angelangt, in der Endzeit, habe ich ein Problem mit der Wahrheit, weil die Lüge, die ist ein bisschen, ne, die ist ein bisschen geschmeidiger, die tut ein bisschen gut, wie so beisam. Aber die Wahrheit ist unangenehm, aber sie befreit. Aber sie befreit. Wie kann ich Muslime antworten, wenn die sagen, Jesus wusste die Stunde nicht? Das ist ganz einfach. Gott, hatte, hätte er zugreifen können, tat es nicht, weil die Menschen nicht wissen sollen, wann der jüngste Tag sein soll. Und deswegen wusste der Menschen so nicht den jüngsten Tag. So einfach ist das. Philippa Kapitel 2, 6 besagt, der Mensch als Mensch erfunden, der gemacht worden ist, damit der Mensch wie Fleisch wird, damit er auch sterben kann und auch verstehen kann und den Tod besiegt, damit wir Leben bekommen. Merkt euch immer diesen Satz, Philippa 2, 6 bis 8, ist für die Muslime ein großer Dorn in Auge. Ein sehr großer Dorn. Komm an, kann ich mal hochholen, wenn seine Verbindung überhaupt geht. Gott ist in Kiki. Pablos, wurdest du in echt bedroht oder ähnliches? Ja, genau. Die, die wollen meinen Kopf wegmachen, aber der Herr hat das letzte Wort. Ich werde bald ein Statement machen, aber hab Geduld, das kann noch ein paar Monate dauern. Das kann sogar bis Januar sich in der Länge ziehen. Ich bin da Wasser machen und dann werde ich ein offizielles Statement sogar darüber machen, weil ich werde auf jeden Fall umziehen. Auch meine Situation ist nicht gerade eine berauschende Situation, wegen den friedlichen Religionen, die es so gibt. Immer in Gebet bleiben. Kiki, Gottes Sinn, was liegt auf dem Herzen? Man hört dich nicht. Ich kann nur sagen, gewisse Clans, muslimische Hintergrund, wollen mich wegmachen. Aber der Herr hat das Wort, nicht die. Der Herr beschützt mich die ganze Zeit gerade. In der ganzen Umgebung komplett beschützt er mich. Unfassbar. Ich kann nur sagen, so nah waren die mir, wie, wie soll ich das beschreiben, wie meine Haare, mein Ohr, so nah waren die bei mir. So nah. Die Haare haben mein Ohr, so nah. Ja, weil der Herr beschützt mich und ich kann dann noch predigen. Aber ich konnte erst mal in der letzten Zeit nicht mehr predigen und dann kann ich wieder weitermachen. Der Herr hat noch Schutz über mich. Und wie der Herr mich schützt, das werde ich bei den Statement sein. Das kann ich noch nicht sagen, sonst mache ich ja einen gewissen Schutzjahr kaputt, meine Lieben, na? Und zwar einen gewissen Schutzjahr noch automatisch kaputt. Ich werde bei den Statement geben, wenn die Situation sicherer ist, kann ich ein gewisses Statement darüber geben und dann werdet ihr davon hören. Und dann werde ich sehr viel davon berichten. Ich lese die Schlachter 2000, aber andere sagen, ich soll die Elbefelder lesen. Ob die Schlachter 2000 und Elbefelder ist dieselbe Bibel, nur mit älteren Deutschen und ein bisschen moderneren Deutsch. Das ist beides richtig. Fablos, dürfen wir Christenjubigkeit arbeiten? Zum Beispiel Polizist. Ich gebe euch das mal anders. Ihr könnt euch die Frage selber beantworten. Beispiel, wir sind jetzt ein wiedergeborener Christ. Wir sind jetzt in der Polizei. Okay. Wir sind jetzt in der Polizei. Natürlich der Kommissar, also beziehungsweise was heißt Kommissar, noch die höhere Leute, ja. In der Polizei, die sagen dazu dir, du sollst da und da hingehen, Wache halten, beschützen und so weiter. So, und jetzt passiert eine Situation. Jetzt passiert eine Situation, meine Lieben. Da müsst ihr jetzt gegen die Bibel handeln. Ihr müsst tatsächlich einen, ja, erschießen. Weil die Situation eskaliert. Die Bibel sagt, wir sollen niemanden erschießen. Wir sollen ihn lieben. Wir sollen ihn das Evangelium verkünden. Wir sollen unser Leben sogar abgeben, damit die andere Person beschützt wird. Die Polizei, also die Obrigkeit, hat die Gesetze so gemacht, du musst die Waffe greifen und erschießen, ohne wenn, ohne aber. Das denkt ihr. Kann man dann solche Jobs dann ausführen? Oder hat Gott die Obrigkeit einfach gewählt, weil er eh weiß, dass die 99% der Menschheit sowieso in der Finsternis leben wollen und dann in die Obrigkeit gehen, damit die natürlich uns dann schützen. Automatisch. Weil die natürlich sowieso nicht für Gott sind. Also die interessiert das gar nicht, weil sie sind so, ja, ich glaube mal und glaube mal nicht und dann so halt in die Richtung. Und deshalb verüben die auch solche Jobs und können dann uns schützen. Mein Gott hat die extra erwählt, damit wir beschützt sind. Wir haben keinen Mangel. Wir haben eigentlich gar keinen Mangel an Polizisten. Weht bitte Jobs, wo ihr nicht in eine bremselige Situation seid, was gegen die Bibel dann widersprechen kann. Weil wenn ihr gegen die Bibel dann spricht und dann nicht so handelt, sondern biblisch handelt, verliert euer Job innerhalb von ein paar Sekunden. Deswegen macht bitte Jobs, die wirklich so entsprechend sind. Weil beispielsweise Zöllner ist damals ein Jobverbot. Was heißt er damals? Auch heute. Und Zöllner war die Obrigkeit. Mit der Obrigkeit zusammengearbeitet. Steuereinnahmen und so weiter mit Beamten und so. Man kann gewisse Jobs verüben, die auch Beamtenstatus besitzen. Ist gar kein Problem. Es gibt gewisse Jobs, wo du gegen die Bibel sprechen musst und das geht ja nicht. Das ist ja in ein Dilemma-Situation. Bringt euch nicht in solche Situationen. Ein Muslim sagt dir mal, wenn du eine Katze zu Hause hast, bist du Muslim? Das kannst du keine erzählen. Wenn du eine Katze hast, bist du Muslim? Was? Ja, betet. Für die Gebete bin ich immer sehr, sehr dankbar. Wirklich. Ich bete für jeden Einzelnen. Ja, ja, der ist, Pavlos dieser, ergeben ist ein Wolfen Schafpitz. Ja, genau. Der ist wirklich ein Wolfen Schafpitz. Tatsächlich. Er hat auch fast mich gekriegt mit seiner intellektuellen Art und mit seinem ruhiges Reden. Da hat er auch mich fast gekriegt. Da hat er mir ein bisschen Honig einmal im Mund geschmiert, damit ich auch einfalle und dann sehe ich sein wahres Gesicht in einem Kommentarfeld. Betet. Ich kann auf jeden Fall kein Statement erst mal geben, damit ein gewisser Schutz noch bleibt und dann, wenn die Situation weg ist, wo die geguckt haben, der Herr hat immer alles geschützt in der Hand. Und das war nicht nur einmal, also mehrere Male. Das war nicht nur ein einziges Mal. Bruder, bist du noch da? Bitte entstumm und einmal stumm, wenn du wenigstens noch da bist. Ja, die haben mir wieder reingeschenkt. Der Polizist ist gestorben. Unfassbar. So, der Polizist ist verstorben von dem Anschlag. Jetzt ist es offiziell, okay. Unglaublich. Wir hoffen so sehr, weil der Polizist kann in seinen letzten Sekunden, er konnte ja noch letzte Sekunde noch reden, noch ein bisschen handeln, hoffen wir so sehr, dass er in den letzten Sekunden den Herrn Jesus angenommen hat und jeder darf das. Jeder hat das Recht dazu. Letzte Sekunde den Herrn Jesus anzunehmen, damit man gerettet ist und dem Paradies wiederzusehen ist. Und wir hoffen so sehr, dass es gemacht hat, jetzt ist das jeden einer, jeden einer, der in diese Umgebung wenigstens einmal das Wort geben konnte. Ja, der Polizist von Stürzenberg, ich hoffe so sehr, dass er letzte Sekunde den Herrn Jesus angenommen hat und den im Paradies wiederzusehen. Stürzenberger wird gerade in Not operiert, heftig. Ich hoffe auch Stürzenberger, an dich, Herr Stürzenberger. Ich bitte auch darum, bitte nimm den Herrn Jesus an. Agnostiker wird dich nicht im Paradies bringen. Nimm den Herrn Jesus an, dann tüts weg. Das Leben ist kurz. Nimm ihn bitte an, damit deine ganze Sünden befreit sind, bezahlt sind von dem Herrn Jesus. Nimm ihn an. Pavlos, wie kann man in letzter Sekunde Jesus an dem, schreibt einer? Das ist eigentlich ganz einfach. Deine eigene Gedanke, du musst nicht reden, dein Mund ist nicht dafür da, ja? Du musst einfach nur denken. Und wenn du denkst, ich habe doch gehört von jemandem, oder nur nachdem, es gibt es einen Gott. Ich habe mal gehört, Jesus ist doch die Wahrheit. Vergibt doch alle Sünden. Er ist doch mein Gott. Und jemand sagt, die letzte Sekunde in seinen Gedanken, ja, er betet zu Gott, ja, und sagt, Herr Jesus, ich nehme dich jetzt in meinem ganzen Herzen an. Ich habe es jetzt erkannt. Ich bin ein Sünder. Ich bin jetzt in dieser Situation, habe Gnade mit mir. Aber ich will mein Leben dir geben, wenn ich schon sterbe. Und wenn er das gemacht hat, in seinen Gedanken, in seinem Leben Gott abgegeben hat, seine ganzen Sünden einfach Gott abgegeben hat, und Gott sieht das, ob er jemand ernst macht, ist er auch wohl klar. Dann ist ihm alles vergeben und er ist im Paradies. Egal, was er gemacht hat, er ist dann im Paradies, weil er alles abgegeben hat. Einer schreibt, wo ist die Logik? Die Logik dahinter ist, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Habt ihr nicht diese Barmherzigkeit und Gerechtigkeit? Darf Gott nicht jemanden vergeben, wenn er jemanden vergeben will und jemanden um Vergebung bittet? Ihr seid doch alle Sünder, oder nicht? Schreibt er auch nicht zu Gott und sagt, Gott vergib mir. Aber ein anderer darf nicht. Was? Eine Denkweise. Nein, du sagst, dass er kein Christ war. Ich habe gesagt, ich hoffe, dass er den Herrn Jesus angeht. Ich weiß nicht mal, ob er Christ ist oder nichts. Ich hoffe es. Hör dir mir nicht zu. Wenn einer mordet und Kinder platt macht, er bekommt Krieg. Ja, er bekommt von den weltlichen Menschen einen sehr großen Krieg. Woher weißt du das? Weil er Polizist war. Er versteht dir das noch immer nicht. Ich habe gesagt, ich hoffe, dass er ein Christ ist. Ich hoffe, dass er Buße getan hat. Ich hoffe, dass er bei den Herren ist. Und dir sagt, das ist zu kritisieren. Das ist mein Lieber. Ich würde mal aufpassen, was du sagst. Möglich. Ich sage, ich hoffe es. Und er sagt so, ich habe ihn schon was, was ich geredet. Was los mit dir? Das ist ja Wahnsinn. Und dann war das noch einer, der sich noch schaut auf das Kreuz. Ah, so. Sei er toll gemacht bei mir. Oder mir kannst du dich einmal in stumm und stumm, damit ich weiß, dass da alles noch okay ist. Einmal stumm und stumm. Ist das möglich bei dir? Boah, der ist lange weg. Der macht mir Sorgen. Einer sagt, er meint, weil du sagst, dass ein Christ darf nicht so polizist sein. Wenn ein wiedergeborener Christ solche Entscheidungen trifft, ist er noch wiedergeboren, aber versündigt sich. Und der Herr weiß es immer am besten, ob einer wirklich wiedergeboren ist. Das ist ja auch wohl klar. Aber wir sollen uns nicht in Situationen bringen, was dann am Ende gegen Gott entscheiden soll. Und das führt uns in eine Dilemmasituation. Wir werden Opfer bringen. Das bedeutet, entweder ihr verliert sofort euer Job oder ihr versündigt euch gegenüber Gott. Und ich sage euch, bringt euch nichts zu solchen Situationen. Denn laut der Schrift dürfen wir nicht die Obrigkeit sein. Die Obrigkeit hat Gott geweht und Gott hat natürlich die Finsternes Gewicht, damit die Obrigkeit wird. Wir sollen wirklich nicht die Obrigkeit selber sein, weil die Obrigkeit Gesetze hat, was gegen der Bibel entspricht. Und wir können nicht gegen der Bibel doch handeln, was, das geht nicht. Er hat entstummt und gestummt. Hey, ihr habt das gemacht? Oder ich sehe das Ganze halt nicht, wenn er stummt und entstummt. Wie seht ihr das? Schau mal in den Chat rein, hat er sich gerade entstummt und gestummt? Ich habe das gar nicht gesehen. Ja, hat er. Doch, er sieht das. Hey, warum seht ihr das? Ich habe das gar nicht gesehen. Was ist das denn? Okay, Hauptsache ihr habt das gesehen. Wir machen mit Bruder Arme alle zwei Minuten einen Stummcheck, damit wir wissen, ihnen geht es gut. Und wenn in zwei Minuten kein Lebenszeichen kommt, schicken wir eine ganze Raffinerie da hinten. Nur für Bruder Arme, eine ganze Raffinerie schicken wir. Wir kommen mit LK, mit alles kommen wir. Nur um Bruder Arme rauszuholen. Mit Helikopter kommen sie so angeflogen, schicken die Leiter nach unten, nimm Arme, dann nimmt er so hoch und kommt an und fliegt. Dann fliegt er so hoch und flüchtet. Nur für den Bruder, damit er beschützt ist. Geht alle auf jeden Fall ins Gebet, für jeden einzelnen Menschen. Und auch nochmal klar zu machen, auch hier in Gaza, meine Lieben. Betet für die Kinder, betet für die Frauen, für die Männer, die leiden. Betet für die Israel-Kinder, betet für die Frauen und Männer, die leiden. Betet, meine Lieben. Betet, damit die zu den Herrn Jesus finden und dann natürlich gerettet sind, dass der Herr Gnade hat, dass die natürlich befreit sind und kein Leid ertragen. Einer schreibt, Motiv der Tat noch unklar, schreiben sie. Ja klar, die Motiv der Tat ist noch unklar. Ja, ja, ja. Ist sehr, sehr unklar gewesen. Wir haben es im Video gesehen. Sehr unklar. Ja, ich habe gesehen, wir müssen uns Leute selber beschissen. Polizei tut es, ich sehe Video. Vertraue auf den Herrn. Ja, die Polizisten in dem Video, ich bin euch ehrlich, haben nicht grandios gehandelt. Also die haben wirklich katastrophal gehandelt und haben den Job irgendwie nicht richtig gemacht. Haben den Job einfach nicht richtig irgendwie getätigt. Lord, wenn wir gesetzlich einschauen, nicht auf die Bibel. Wir gucken jetzt einmal kurz gesetzlich. Auf gesetzliche Art haben die wirklich nicht richtig gehandelt. Man hätte die Situation viel, 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 viel schneller entkräften können und sicherer machen können. Viel sicherer machen können. Aber ich sehe da nur sowas für sechs oder zehn Polizisten schrecken. Das ist nicht normal. Ja, meine Lieben, man hätte ein bisschen eher handeln können. Laut Polizei. Weil guckt euch das an. Der hat den Feitschen auf den Boden gestampft. Den Feitschen. Die haben eine Person, der brutal, dämonisch besessen auf einem Menschen. Na, TikTok sportlich, nie da. Na, stark und so weiter. Und die handelt nicht. Man hätte doch einmal nur was entzücken können. Teser oder irgendwas, ja. Sofort in Situationen gekräftet. Wenn einer schon so brutal zustickt, dann hat sogar die Polizei das Recht, sogar diese Waffe zu greifen. So sagt es ja das Gesetz. Aber nein. Die haben erst gehandelt, wo der andere Polizist auch noch niedergestochen und so weiter. Dann haben die gehandelt. Das kannst du keinem erzählen. Ich dachte, die werden trainiert für solche Hardcore-Situationen. Was haben die sich gedacht, dass bei so einer Demo passiert? Dass da in dieser, ähm, beziehungsweise Demo, was sie da machen, dass da Leute kommen mit Kuscheltieren? Ich glaube, Gesetz hätten die definitiv erhandeln müssen. Definitiv. Das war wirklich katastrophal. Und jetzt nehme ich ein Nudelholz mit. Ein Nudelholz nimmt ihr mit. Ist er heftig. Ob der Angreifer verstorben ist, weiß ich nicht. Ob der Polizist verstorben ist, viele sagen ja. Ob Michael Stützenberger verstorben ist, viele sagen Notopäe. Kann ich selber nicht sagen. Muss ich selber in Nachrichten prüfen. Ja, bin mal gespannt, was jetzt Deutschland dazu sagen wird. Ob Olaf Scholz sich auch melden wird. Der hat sich ja bei Söth sehr schnell gemeldet. Dann will ich wissen, ob ein Olaf Scholz genauso sich schnell meldet. Na, bin ich mal gespannt, ob er Kenntnis tut, der Olaf Scholz, der liebe Herr Scholz. Ob er auch so schnell tweetet und sagt, das ist ekelhaft. Das, wenn es in unserem Land passiert. Genau, keine Influencer sprechen auf einmal davon. Da sind die alle ruhig. Scholz hat bereits getweetet. Oh, das will ich mal. Was hat er denn getweetet? Schreibt das mal in den Kommentaren rein, ob der Scholz da was gesagt hat. Ja, Armee, du musst einmal entstumm und stumm. Wir müssen einmal gucken, ob da alles super ist. Stumm und entstumm, Bruder Armee. Ich kann das nicht sehen. Nur der Checker kann das, glaube ich, sehen. Chat, hat er sich entstummt und gestummt? Oben links seht ihr das? Er hat... Guck mal, bei mir ist durch ein Stummzeichen. Ich kann das nicht sehen. Heftig. Wie einer, ja, einer, nein. Was hat denn? Er hat Allah, Dagbir, gesagt. Was? Wie der Armee oder was? Ich habe ihn nicht gehört. Ja, ihr sagt, muss ich sein, alle paar Minuten. Aber meine Lieben, bei schlimmen Situationen, zählt jede Sekunde. Und wenn ich dann höre, dass sein Bruder Armee nicht mehr anzusprechen ist, keine Lebenszeichen, nichts, müsste nur einmal eins als null wählen und schneller wird er geschützt. Bisschen geht es nicht mehr. Ja, mein Lieben, ich kann doch jetzt nicht alle paar Minuten einfach privat anrufen, das geht jetzt nicht. Der ist stumm und stumm, reicht doch schon. Stellt euch mal vor, der Angreifer einstummt den ganzer Zeit und stummt den so, damit wir alle so, ne, denken, er ist beschützt. Stellt euch das mal vor. Auch so eine heftige Situation schon. Hamir fährt gerade so Denny und Riesa und war bloß über den... So, so läuft das, ja. So haben wir, so ein Ding, also. Ja, meine Lieben, ich kann nur sagen, ihr seid von neuem Geboren. Denkt heute nach an die Muslime. Gedenkt, was die Wahrheit ist. Gedenkt einfach und fragt Gott ganz neutral, wer bist du, was ist die Wahrheit? Weil der Islam ist nicht die Wahrheit. Der Islam zeugt nicht von der Wahrheit. 600 Jahre später gekommen, 800 Jahre insgesamt, später ist der Koran gekommen. Weil der Koran ist nicht von Mohammed mitgekommen, sondern er hat nur einfach was erzählt. Nach Mohammeds Tod ist natürlich viele Korans rumkursiert. Sayyabu Khalifi nur nach 7, das ist die Quelle. Und da musste der dritte Kalifat Erfahnen, die bin erfahren, der musste alle Koransmanuskripte Zerstörung verbrennen und seinen eigenen herauszubringen. Und dieser originale, sogenannte Koran, ist oft weg und hat nur eine Kopie von der Kopie. Und die anderen, die anders rezitierten, die wurden verbrannt. Vielleicht wäre das doch die richtige Koran gewesen. Weiß keiner, kann nie einer prüfen. Und Mohammeds hat natürlich andere, beste rezitierte Leute genannt, die am besten den Koran auswendig kennen und diese Leute haben nicht den Koran rausgebracht. Die wurden verbrannt. Die sind weg. Aber der von Ottomanik in der Fahnen, der ist da. Und deswegen sehen wir, im 7. oder 8. Jahrhundert ist der Koran entstanden. Davor wurde dann alles weggelöscht, verbrannt und so weiter. Seht ihr, meine lieben Muslime, euer Koran ist nicht beschützt. Die Bibel dagegen, seit Tag 1 beschützt, keine Veränderung. Jeder, der sagt, die Bibel sei verfälscht, so jetzt eine Einladungsschickung, mir beweisen, dass die Bibel verfälscht ist. Keine Verfälschung in der Bibel. Manuskripte, Urtext bis heute, keine Änderung. Kleinste Buchstabe gleich. Die Bibel ist beschützt. Die Bibel warnt. Die Bibel sagt in Galater 1, Vers 8, selbst, wenn ein Engel von Himmel herabkommt und was anderes erzählt, also ein anderes Evangelium verkündigt, als das, was wir euch erkündigt haben, der sei verflucht. Und deswegen sehen wir ganz klar, jeder, der was anderes bringt, der hat einen Fluch und hat nicht den Schutz und seine Werke wären, irgendwann kaputt gehen und die Werke des Isams sind kaputt gegangen. Jeder kennt die Wahrheit. Tatsächlich. Die Frage ist nur, nehmst du die Wahrheit an oder nicht? Jeder kennt sie schon. Nur die Annahme oder Ablehnen. Das liegt euch. Das ist einfach euch überlassen. Ich kann nur sagen, nehmt ihr einen Jesus an, um das ewige Leben zu bekommen. Der Jesus hat in Matthäus der Vergeltung gepredigt gesagt, nach mir kommen falsche Propheten. Ja, was heißt das? Dass nach ihm dann ein Prophet Mohammed kommt oder dass falsche Propheten kommen? Die Schrift sagt, dies vollendet in Offenbarung. Wer was hinzufügt oder rausnimmt, das einfach flucht. 600 Jahre später will was jemand hinzufügen. 800 Jahre später hat es geschafft, was zu hinzufügen. Koran kam. Das Update. Wie die es so viele nennen. Aber, das entspricht gegen jegliche Vorstellungen, der Gottesmoral. Suche 434, dass man eine Frau, ne, schlagen darf. Das ist der Wahnsinn. Was ist da eine Moralvorstellung? Widersprüche. Unmoralisch. Nicht das originale Manuskript. Sagen wir mal auf Arabisch, obwohl sogar Aramäisch dabei ist im Koran. Was denn nun? Was denn nun? Ach, Muslime. Ihr denkt, ihr seid in der Wahrheit, aber seid eigentlich in der Dunkelheit. Ihr denkt, ihr seid in dem Licht und habt immer weiter im Dunkeln. Statt ihr einmal nachdenken würdet, einmal das zu tun, was jeder tun soll, suchen. und du suchen, wirst du finden. Pablos, was hältst du als Buch? Hed noch, das gehört nicht zu der Bibel, uns nicht von Gott inspiriert. nur sucht, meine Lieben, und ihr werdet finden. Ich habe gesucht, habe gefunden, Amir hat gesucht, hat gefunden, Reza hat gesucht, hat gefunden, Denny hat gesucht, hat gefunden, Axel hat gesucht, hat gefunden. Jeder hat gesucht und hat gefunden. Niemand ist in was reingebogen, sondern wir haben alle gesucht. Und durchsuchen haben wir immer gefunden. Und dann wollt ihr stur sein und sagen, wir wollen nicht suchen. Durchsuchen werdet ihr finden. Durchsuchen, dann bleibt da, wo ihr seid, aber beschwert euch nicht, wenn der Tag gekommen ist und der Herr euch in die Hölle wirft. Beschwert euch nicht. Ihr habt es gewollt. Nicht umsonst hat der Herr Geduld mit euch gehabt. Jeden Raum und Zeit gegeben für Buße. Keiner ist unschuldig in der Hölle. Die sind alle schuldig gesprochen. Egal wer in der Hölle ist, keiner ist unschuldig in der Hölle. Keiner. Das kann ich euch sagen. Ich wünsche keinem die Hölle. Keine. Nicht einmal meinem Feind wünsche ich die Hölle. Ho, ich wünsche auch nicht einmal meinem Feind Schmerzen auf der Erde. Wieso ich denn die Hölle wünsche? Was ist denn hier passiert? Was ist da los? Da ist der wieder. Die Raffaneli hat sich rausgeholt. Also alle vergrauen farblos. Die war halt Schmerz, Bruder. Die war halt Schmerz, die war halt Schmerz. Ja, reden wir jetzt um Menschen, äh, Menschen zu gefallen oder reden wir um Gott zu gefallen? Ich bin wieder da, keine Sorge. Die Muslime gucken mich so schief an, aber sie zeigen mir auch immer Liebe. Sie machen immer so schief an. Wir sehen so, der Bizeps ist ein bisschen zu groß, ein bisschen größer. Mir kommt das so vor, als hätte der Herr Jesus Christus mir so einen speziellen Schutz gegeben. Selbst, dass die Muslime mich noch so lieben. Ja, ja. Ich habe ein special safety. Wo Daniel das glaubt, das wirst du mir niemals glauben. Der Bruder Danny hat eine Geschichte, das wird dir privat noch besser erzählen. Aber ich kann dir so erzählen. Eine Schwester Engelaube ist am Laufen. Da wollte ein, ähm, ja, ein Typ, der Springerstiefel hat, Nazi-Haltner, wollte aufgrund ihres Aussehen auf sie draufgehen und konnte nicht draufgehen. Die sagte, wie eine Schutzwand war über mich. Die, die wollte, da wollte mit der Post auf sie gehen und konnte nicht weiter und war so geschockt, du bist dann weggegangen. Konnte nicht weitergehen. So hat er es mir erzählt. Ja, so kommt es mir auch immer hier vor. Ehrlich, ey. So bezeugte es mir von den Herren. Da hat er gesagt. Wahnsinn, ne? Wenn der Tag nicht gekommen ist, da wird der Herr sogar eine Schutzwand bauen. Er ist fast auf dem christlichen Weg. Aber Bizeps ist auf christlichen Weg. Ja, bei dem fehlt, glaube ich, auch nicht mehr so viel, dass er zu Christ wird, ne? Zu seinem Ursprung zurückkehrt, zum Christen, Christ sein. Die Libanon war ja einst ein christliches Land. Das ist das Heftige, ja. Und wie wurde das dann muslimisch mehr und mehr? Ja, durch? Ich weiß schon. Durch die Religion des Friedens. Durch die Religion of my peace. Alle rennen, hast du mitbekommen, Stürzenberger. Wir reden die ganze Nacht auf. Bruder, all mir hat doch was zum Anschlag gesagt, meine Lieben. Ach ja. Gut, der hat am Malochen und der Riese am Gönnen. Am Malochen, aber wenigstens scheint jetzt gerade die Sonne, ne? Immerhin. Bitte melde dich. Mich gestützt immer geschwebt, nicht mehr in Lebensgefahr. Gott sei Dank schreibt jemand. Aber der Polizist ist definitiv verstorben, haben die geschrien. Ehrlich? Ja. Heftig, ne? Warte, ich guck mal jetzt selber in den Nachrichten. Warte mal. Ja, guck mal selber in den Nachrichten. Mannheim schreibt, Mannheim, schreibt mir jetzt am Verein News. Mannheim, Polizist schießt nach Messattacke in Mannheim auf Angreifer. Messerangriff ist mein Parkplatz. Polizist ist Täter nieder. Hier ist der neuste Warte. Doktor Scherer war mir jetzt überall. Das Arme immer noch weiter macht. Das ist ja, das ist eine Weltwunder. Eine Polizeisprecherin hat sogar geredet. Sie sagte, der Mann wurde dabei nach Angaben der Polizei verletzt. Eine Gefahr für die Befälligung bestehe nicht, sagt der Polizeisprecherin gegenüber dem Täter. Er ist anscheinend nicht so sehr verletzt. Er ist verletzt. Unter ihm befindet sich dort Polizei auch ein Polizeibeamter. Der Polizist befindet sich in Lebensgefahr und werde operiert, berichtet. Aber der ist vor einer Stunde. Er ist abwarten. Wir müssen abwarten, was der Tag noch so bringt. Also heute ist ja eine Katastrophe. Erst Michael Sturzberger, dann ein Polizist, dann in Köln, wieder ein Polizist. Rettungshubschrauber ist sogar gekommen. Ja, was willst du ja machen? Natürlich, wenn es um Leben und Tod geht. Natürlich. Ist einfach nur noch traurig, 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 traurig. Ich spiel wieder hinter Hijab. Ich mach's wie Allah. Ich kann wohl, ich geh hinter Hijab. Sein Hijab ist sein Licht, sagen die Muslime. Ja, super. Brunal, wenn die dich allen Tages wieder jagen, einfach Hijab tragen, die werden dich nicht erkennen. Ach, ich werd mir mein Bart abrasieren, Glatze schneiden, dann lauf ich einfach durch die Gegend. Meinst du die , äh, oh, dankeschön. Was du Pablo Escobar warst, du schnuppert? Ja, genau, weißt du, erkenne mich noch, dann mische ich mich unter denen, dann sage ich, ah, fri, ballastai, fri, ballastai, hey, fri, dann schreie ich auch nur noch so rum, ey. Was ist denn? Brunatas Vater. Alles dein. Hallo? Oh, guck mal, was einer beschreibt, ne, gemetze auf Mannheim, du beschreiben dir's. Hallo? Guck mal, dein Bruder hat vorn was richtiges gesagt, hallo, erst mal. Ja, hallo. Ja, hallo. Habt ihr die Kundgebung mitbekommen, die letzten zwei Kundgebungen von dem Stürzenberger? Nein, das ist auch nicht nicht, nein. Hört ihr mich? Ja, wie hundert? Ja, du hast schlechten Empfang, Mann. Kommandor Olaf Scholz hat sich gemeldet, warte, Kanzler Olaf Scholz hat sich erschüttert gezeigt über die geweihte Mannheim. Die Bäder, ich zitiere, die Bäder aus Mannheim sind furchtbar. Das war's. Das ist doch nicht mehr Wahnsinn. Nur da schreibt der dritte SPD-Politiker am Freitag auf Twitter, mehrere Personen sind von einem Attentäter schwer verletzt worden. Meine Gedanken sind jetzt hingegangen, Mann. Gefreit, das ist doch inakzeptabel in unserer Demokratie. Der Täter muss streng bestraft werden. Ja, okay, streng bestraft werden, sagt er. Der ist im Hamas-Tunnel. Du musst dir mal vorstellen, die Hamas, der Sprecher der Hamas sagt in einem Interview, uns sind die Zivilisten völlig egal, wir wollen an so ein Satz hier rankommen, nämlich die völlige Vernichtung Israel. Das ist so krank. Er sagt das den Leuten und die schreien, anstatt die sagen Free Hamas von Palästina, schreien nur Free Free Palestine. Das ist so krank. Anstatt die Hamas sich dann zur Schlacht gegen Israel dann stellt und die Zivilisten beiseite geschaffen werden, damit der Kampf der Giganten stattfindet. Nein, da verstecken die sich einfach bei den Zivilisten und dann muss natürlich Israel gucken, wie sie da versuchen, diese Leute ausfindig zu machen. Dann schießen die auch noch alles da kaputt und darunter sind dann Zivilisten und dann ist das Geschrei groß. Das ist heftig. Und dann siehst du, wie Hamas, die Hamas-Führer sagen, gar kein Problem für uns. Also wir nehmen das in Kauf und uns sind die Zivilbevölkerung völlig egal. Ich habe es verstanden mit Abo-Bizeps. Okay, Jindauis. Nader und Luisa Jindaui, bitte nicht nerven. Ich bin Jindauis. Ich habe es verstanden jetzt. Ich habe es doch verstanden. Also hier steht nichts von Sterben, also der ist nicht tot, steht hier. Da steht gar nicht, da steht nur Lebensgefahr. Wo ist Abo-Bizeps? Hol den mal rein, komm, wir müssen mal gucken, wo Abo-Bizeps ist. Ist der live oder was? Abo-Bizeps. Meinst du, meinst du Doktor Fisch? Was? Nein. Der nennt sich auch Abo-Bizeps. Nein, der ist so ein Libanese, der die ganze Zeit übelste Deutschland Liebe hat. Ach der. Abo-Bizeps. 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 wenn das nicht. Ja, der ist auch live. Der ist live. Ah, der redet auch gerade darüber, ne? Wir Schiiten distanzieren uns von dieser Tat, was dem Herrn Stürzenberger und dem Polizisten angetan wurde. Ja, aber da musst du dich auch vom Koran distanzieren, weil der Koran dazu auch aufruft, ne? Ja, der kennt seinen Koran nicht, ne? Das ist das Problem. Er kennt einfach seinen Koran nicht. Ja, das ist ein netter Kerl, ne? Die meisten Schia, die haben gar keine Ahnung von was sich im Koran Koran befindet, ne? Abo-Bizeps, Mann. Dann geh ich runter, Bruder, mir, dann schick, du kannst in Suche, wenn du diesen Host drückst, musst du Suche drücken und dann kriegst du den, wenn du seinen Namen reinschreibst. Ja, okay, alles klar. Tschau. Tschau. Schnell Einladungen senden. Wen soll ich denn Schnelleinladungen senden? Was ist das denn? Ach, ich sende jetzt irgendwelchen Leuten irgendwelche Anfragen, ist das krank. Verbinden in 45 Sekunden. Seht's? Oh, Ex-Muslim. Nein, du, weiter. Wo ist's denn? Sag dir mal, diesen Abo-Bizeps, geht mal da rein und sag dir mal hier, der Ex-Muslim will mal bei dir rein. Abo-Bizman. In der Tat, die er da begangen hat, erreicht er diese Tat und die Mütze von die den Jihad. Nein, wir rechnen nicht mit dem. Was sagt er das? Oder woher holst du das von Jihad? Also, fall auf! Er würde durch er würde also durch den Jihad da an der Stelle nicht da die Mütze Stücke erreichen. Was das Sunniten sind der Russen, sagt er. Ja, man muss schon zugeben, die Schiiten, von denen hörst du nie so, dass ein Schiite so losläuft mit M-E-S-S-E-R und da wahllos sind diese Leute da einprügelt. Das sehen wir nur von der sunnitischen Seite. Obwohl die Schiiten natürlich auch sehr viele krasse Sachen in ihren Schriften verzeichnet haben. Aber dennoch müssen wir zugeben, dass die Sunnis weitaus mehr drin haben und das auch ernster nehmen als die Schiiten. schütteln. Aber was ist los mit euch? Was ist denn nicht, was die vor 30 Sekunden Sensen sagen? Oh, jetzt hat der 1400 Leute da drin. Das ist heftig. 1400 Leute da drin. Ja, jetzt sind alle da von diesem Thema springen die alle drauf und das gibt natürlich sehr große Aufrufzahlen. Ich glaube, er hatte noch niemals 1400 Leute in seinem Stream oder was. Sollen wir den Stream beenden? Soll ich mal da reingehen bei ihm? Was haltet ihr davon? Ihr werdet das dann sehen. Guckt einfach in eurer Benachrichtigung und dann seht ihr, dass ich dann da bei dem live bin. Ich gehe mal kurz mit den live. Bis gleich. Wie viel Saqqat hat dies? an mir, ich danke dir. Ganz kurz, Reul. Soll ich dir mein Gebetsleppich zeigen? Soll ich dir meinen Koran zeigen? Nein, nein, nein. Soll ich dir Gebetsleppich zeigen? Nein, nein, nein. Das musst du mir nicht zeigen. Das musst du mir nicht zeigen. Warum muss ich dir das nicht zeigen? Gebete von einem Kaffer werden nicht angenommen. Guck, jetzt nennst du mich Kaffer, weil ich Schiite bin. Von Anfang an habe ich dich Kaffer genannt. Du bist auch ein Kaffer. Du bist auch ein Riesen-Kaffer. Muschle kannst du den, der nach Mekka reißt und dann steigen. Ex-Muslim, über dich wollen wir nicht reden. Bitte sein. Genau, über dich wollen wir nicht reden. Lass mal darüber diskutieren, ob diese Tat islamisch ist oder unislamisch ist. Richtig, Amir. Genau, das ist gerade relevant. Ist die Tat, die der Typ getan hat, ist die islamisch oder unislamisch? Was meinst du? Antworte. Also die Frage, die Deutschland sich stellt, ist diese Tat, die dieser Typ getan hat, islamisch oder unislamisch? Absolut islamisch. Schlagt mit mir alle Saibu Radi 30, 32 auf. Lies mal vor. Lies mal vor. lies mal vor. Nein, das ist schön, der Ex-Muslim, bitte bringe. Da brauche ich nicht vorzunehmen, ich habe das im Kopf. Dann lies es doch vor. Der Kapi bin Aschaf hat über Mohammed ein Gedicht verfasst und er hat den Propheten geschmiert, nur in einem Gedicht. Und der Mohammed hat gesagt, wer ist bereit, Kapi bin Aschaf Nacken zu therapieren? Da ist Mohammed bin Maslama aufgestanden, hat seine Hand gehoben, hat gesagt, ja Rasulallah, würdest du wollen, dass ich ihn umlege? Da hat der Rasulallah gesagt, ja klar will ich das. Und dann sagte der Mohammed bin Maslama, dann erlaube mir, ihm etwas zu erdichten, das heißt, sein Vertrauen zu gewinnen, ihn anschlügen, um ihn hinter uns zu ermorden. Das ist deine Religion, das ist Mohammed, das ist die Reich, das ist Nöte und Engel. Und du kommst hier, und du kommst hier rein und sagst, das hat mit Islam nichts zu tun. Schämst du dich nicht? Alhamdulillah. So, Amir, meine Frage an dich. Erstmal moin, Gottes Segen sei mit dir. Amir, ich habe eine Frage an dich. Durch diese Tat, meines Erachtens nach, auch absolut islamisch, erreicht er dadurch die höchste Stufe? Ja, wenn der zum Beispiel jetzt, das war ja ein dschihadistischer Angriff, der hat Dschihad gemacht, der ist richtig, und hat gegen denjenigen Dschihad geführt, der gegen Allah und seinen Gesandten zuwiderhandelt. Richtig. Aber wie ist es? Er hat sein Leben zu machen. Surin 9, Vers 111. Er kann sich also auf die Surin 9, Vers 111 berufen. Warum sagst du nichts, wenn er so über den? Nein, er spricht über den Zubis. Ich darf meine Meinung sagen, ob es ihm passt oder nicht. Er darf auch bei mir die Meinung sagen. Er spricht über den Islam, Bruder. Warum? Er spricht über den, er hat Bukhari geholt. Er hat Bukhari geholt und ich glaube nicht an Bukhari. Bruder, er redet gegen Allah und den Propheten. Warum sagst du das? Nein, lass mich mal, ich will mal ganz kurz meinen Punkt zu Ende bringen. Im Koran selbst, wenn die Muslime sich darauf berufen, zu einer Schmerzungsoperation machen oder einen dschihadistischen Angriff, so haben sie von Allah, gehen sie mit Allah den Vertrag ein. Sie setzen also ihre Seele ein oder tauschen sie ein gegen das Paradies. Ja, Elhamdu den Lörd. Und so sagt Allah, dass sie das beste Kaufgeschäft abschießen können, was sie nur können, also was sie nur haben möchten. Das heißt, ihre Seele gegen das Paradies einstorben. Der Typ, also hin, macht diesen Islamkritiker kalt und der Polizist setzt die Waffe an ihm ran und drückt ab. Das ist Wert oder Tod. Da ist also viel seiner Religion gestorben. Heftig. Das ist verankert im Islam. Und an der Stelle gibt es 72 Jungfrauen und Beine. Und bei euch Sunniten ist es ja noch krasser. Der Mohammed hat gesagt, wenn sobald der erste Bluttropfen aus deinem Körper rausgeschossen kommt, werden dir alle deine Sünden vergeben. Du wirst dein Klamm im Himmelreich sehen, du wirst für 70 deine Angehörige fürsprach reichen, du wirst deine 72 Jungfrauen bekommen und die Krone der Ehre auf deinen Kopf. Weil du gebraucht hast. Alle hatten wir den Lachen. Der Amir aber vergesst den Palmenpenis nicht. Ja genau, Palmenpenis gibt es auch noch. Und der Amir weiß, was ich mich immer wieder frage, wie die Fortbewegung damit funktioniert. Aber ganz kurz, ich soll vielleicht nicht gestuppt haben, aber Ex-Muslim, bei uns, Schiiten, wir tagen diese Tat. Also unser Glaube. Ich habe das gerade eben auch versucht zu erklären. Das ist ein Problem des sunnitischen Glaubens. Du hast schon recht. Was diese Leute immer machen, sehen wir immer von der sunnitischen Seite. Dass sie losziehen. Okay, ihr redet über sunniten. Und die Leute reinhauen. Aber du musst auch ehrlich sein, Abu Bizzet, du musst auch ehrlich sein, warte mal ganz kurz, du musst aber auch ehrlich genug sein, dass dein Koran wirklich zu Gewalttaten auch aufruft. Sobald du den Koran aufschlägst, Alhamdulillah, ich lehne Allah, ich warte nicht ab. Red mal nicht dazwischen. Ey, warte mal, Ex-Muslim, ich habe eine Frage an dich. Du bist ja, du kommst ja zu Gewalttaten. Ja, warte mal, lass mich mal mal gucken. Lass mich mal bitte mal mit dem Zeitpunkt. Warte, warte. Du bist aus dem Koran. Wenn du also den Koran aufschlägst und ihn anfängst zu lesen, wirst du merken, dass Allah dich sehr oft dazu auffordert, zu kämpfen und in den Dschihad auszuwandern, so sagt er auch in Suche 9, Vers 41, zieht aus, leicht und schwer und kämpft mit eurem Gut und mit eurem Blut, wenn ihr wahrhaftig seid. Aber das ist nicht schlimm. Nein, es gibt viele Verse, die dagegen sprechen. Aber dann gibt es auch viele Verse, die dafür sprechen, Habib. Vielleicht reißt du es gerade momentan aus dem Kontext, aber ich kenne viele Verse, die dagegen sprechen. Also die Suche 9 ist die Suche Al-Tauber, ist die letzte Etappe in Mohammeds Leben. Also ich möchte jetzt nicht, Ex-Muslim, ich möchte jetzt nicht gegen dich debattieren, aber ich könnte jetzt auch gewisse Verse holen, die dagegen sprechen, dass man Gewalt ausüben soll. Ja, da haben wir ja Widersprüche. Du musst ja also alle im Einklang bringen. Du musst also Mohammeds Leben berücksichtigen und schauen, wie er gelebt hat, zu wann diese ganzen Verse herabgesandt wurden. Sonst hast du eine Million Widersprüche. Nein, Widersprüche gibt es nicht. Ich könnte jetzt auch direkt Quellen holen und, aber ich habe gar keinen Bock drauf, Ex-Muslim. Es geht ja nicht darum, jetzt was richtig und falsch ist, ob es Widersprüche gibt oder nicht. Es geht eher um diese Tat, weißt du, um fertig. Ja, also wir, also die, die meine Sachen ja verfolgen und die genau wissen, was ich so alles herausgefunden habe bezüglich der islamischen Schriften, sehen wir, dass diese islamisch motivierte Tat absolut islamisch ist. Aber aus der chiitischen Sicht 100% nicht Ex-Muslim. Und das kann ich nur bestätigen. Da haben wir ja wieder, da haben wir ja wieder den Koran, auch wenn deine schädlichen Schriften jetzt nicht so handhaben und nicht so tief eingetaucht sind in die schädlichen Schriften, so haben wir dennoch den Koran, den Surin 9, das 29 sagt, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben und an den ganzen Tag und die nicht das verbieten, was Allah uns an Gesagter verboten hat. Aber Ex-Muslim, die Sache ist die, ich könnte das widerlegen. Es geht jetzt gerade, ich freue mich, wir hören nicht die ganze, ich könnte das jetzt auch direkt widerlegen, aber es geht gerade nicht darum, Ex-Muslim. Wir haben einen anderen Tafsir über diesen Vers, verstehst du? Aber die Schiiten sind damit einverstanden, Habib, die Schiiten sind damit einverstanden, dass auch sie im Namen Allahs dann kämpfen und versuchen Scharia einzuführen. Du siehst ja, was die meine. Nein, 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 nein. Das kommt drauf an, Ex-Muslim, das kommt drauf an, es geht ja nicht hier um Scharia, es kommt drauf an, wenn wir zum Beispiel angegriffen werden, dann sollten wir uns verteidigen. Ja, aber wer spricht denn für den Islam? Bist du eine Autorität, der für den Islam spricht oder sind das deine Tafsir? Nein, es gibt es Gelehrten. Es gibt es Gelehrten. Wenn also die Gelehrten dazu, also uns eindeutig sagen, dass auch die Schiiten islamisches Recht implementieren sollen in einer nicht muslimischen Gesellschaft, ja, was machen wir denn dann, Abu Gizet? Wie, noch einmal, noch einmal. Ich habe gerade... Also wenn die Gelehrten dazu aufrufen, wenn die Muslime die Oberhand haben, auch Scharia einzusetzen, selbst wenn du Schia bist, das ist ja in meiner Meinung passiert. Assalamu alaikum, Daniel, wie geht's, Habibi? Gut, aber ganz kurz, ganz kurz, Ex-Muslim, im Libanon herrschen ja die Schiiten, also militärisch herrschen die Schiiten. Die könnten innerhalb ein, zwei Stunden, okay, eine Scharia führen, wenn die es möchten, wenn du es ja so sagst, wie es ist. Verstehst du, wenn du eine Miliz, in innerhalb ein, zwei Stunden hätten wir da eine Scharia. Wo? Im Libanon. Im Libanon? Ja, da haben die Schiiten... Nein, du siehst doch, dass sehr viele christliche Milizen dort auch sind, die lassen das nicht einfach so zu. Du siehst die Christen... Nein, es geht ja nicht darum, ob die es zulassen oder nicht, aber wir hätten die Macht dazu, Amir. Nein, auch das nicht... Aber ich selbst, ich habe eine Frage an Ex-Muslimen. Ja, warte mal, wir sind ja gerade über andere Themen am Sprechen. Später kannst du bei mir gerne reinkommen. Wir reden hier gerade über diese islamisch motivierte Tat. Ob sie islamisch ist oder nicht... Hast du einen Beitrag dazu zu leisten, dann sag etwas. Ja, ich habe einen Beitrag dazu zu leisten. Ja, ist das islamisch oder nicht islamisch? Bring deinen Beweis. Thomas Surah 2, Vers 190 sagt, Allah subhanahu wa ta'ala, den heiligen Koran, kämpft auf dem Wege Gottes gegen diejenigen, die euch bekämpfen und übertretet nicht. Ich kenne das. Denn Gott liebt nicht die Übertreter. So, zwei Verse weiter steht, wenn sie aufhören, euch zu bekämpfen, dann ist Gott gnädig und barmherzig. Wie kommst du also auf die Idee zu sagen, dass diese Tat islamisch motiviert war? Sage ich dir ganz genau. Das ist die Surah 2, Vers 190 bis 194. Die wurde abogiert durch Surah 9, Vers 5, Ayatul Seyf. Mohammed hatte genügend Männer und hat seit Islam durch Schrecken und Gewalt durchsetzen können. Deswegen hat... Ist die Surah Al-Bakara eine medinensische oder eine mechanische Surah? Das ist eine mechanische Surah. Nein, das ist eine medinensische Surah. Der wurde abgelöst durch Surah 9, Vers 5. Das kannst du deine Gelehrte nachschlagen. Guck mal, wenn er abgelöst wurde, würde der Vers ersetzt werden. Bist du ein Gelehrter in Islam oder ist Ebn Kathir ein Gelehrter in Islam? Guck mal, ist doch vollkommen egal. Ich glaube doch gar nicht an Ebn Kathir. Okay. Ich argumentiere doch gerade mit dem Koran. Okay, dann haben wir einen Widerspruch. Nein, das ist kein Widerspruch. Genau, das lass mich doch bitte kurz ausführen. Du bist doch ein Cheat, oder? Lass mich mal bitte kurz ausführen. Ja, warte, du hast doch gerade gesagt, man darf nur die bekämpfen, die einen bekämpfen. Ja, aber ich war noch nicht fertig. Du bist mir ins Wort gefallen, Amir. Ja, aber warte, ist doch kein Problem. Für mich ist das ein Problem, wenn du mir ins Wort bist. Amir, Bruder, bitte, bitte lass mich kurz zu einem Widerspruch. Guck mal, ob es ein Problem ist oder kein Problem ist, ob du mir ins Wort fährst, das habe ich immer noch zu entscheiden und nicht du. Okay. Guck mal, du handelst genauso, wie der Koran sagt. Der Koran beschreibt nämlich, folgt der Schrift, also Ahl-Kitab, genau in der Weise, wie du gerade agierst, dass sie an einen Teil der Schrift glauben und den anderen leugnen. Der Koran hat Maßstäbe. Und die Sura 2 ist keine mechanische, sondern eine medinensische Sura. Und Vers 190 ist der Maßstab dafür, wann wir kämpfen sollten und wann nicht. Punkt. Und da sagt Allah ganz klar und deutlich, kämpft auf dem Wege Gottes gegen diejenigen, die euch bekämpfen und übertretet nicht. Denn Gott liebt nicht die Übertreter. Wäre dieser Vers absolviert, müsstest du einen Vers bringen, dass wir einfach so kämpfen dürfen, auch ohne, dass wir angegriffen werden. Ja, kannst du mal bitte für alle Vorlesenfuhren 9, Vers 29 und hör auf mir hier sechs Jahre. Einen Moment, ich bin sofort fertig. Ah, Sona, erzähl mir keinen Sport. Einen Moment, ich bin sofort fertig. Rauf und mir takiert und praktiziert. Komm mal, schon wieder, rastest du aus. Ja, weil du takia machst, meinst du, guck mal, ich hab's nicht nötig, was ist denn takia? Natürlich, wenn das also so ist, wie du sagst, so haben wir im Koran einen Widerspruch. Wenn wir Sura 9, Vers 29 lesen, steht dort, kämpft gegen diejenigen, die nicht glauben. Warum schreist du? Nein, nein, eben nicht. Weil du mir nicht zuhörst. Doch, da steht kämpft gegen diejenigen, die nicht glauben. Die nicht glauben. Die nicht glauben. Hast du, na, lese mal vor. Da steht, ich kämpft gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen. Kämpft gegen diejenigen, die gegen euch unterdrücken. Nein, da steht kämpft gegen diejenigen, die gegen euch unterdrücken. Oh, hallo. Abubizeps, kannst du bitte kurz sagen, dass das schnell beruhigt ist. Abubizeps, kannst du mal bitte Sura 9, Vers 29 aufschlagen? Der Koran, ich kenn den Vers, ich kenn den Vers, aber du hast mich nicht verstanden. Abubizeps, kannst du ihm bitte kurz stumm? Ganz kurz, bitte, Bruder. Bitte. Wenn ich fertig bin, kannst du mich gerne stellen. Okay. Dann kann er reden. So, guck mal, du hast bis jetzt immer noch nicht verstanden, was ich gesagt habe, Ex-Muslim. Du hast bis jetzt nicht verstanden. Der Koran gibt uns eine Regel vor. Der Koran kritisiert scharf die Menschen, die an einen Teil der Schrift glauben und an den anderen nicht. Wir müssen an den ganzen Koran glauben, nicht nur an Sura 9, Vers 9, 20 oder Sura 9, Vers 60 oder sonst irgendwas. Das ist eine falsche Vorangehensweise. Aber jetzt habe ich da eine Frage, darf ich mal eine Frage zu? Lass mich bitte ausreden. Ja, aber da habe ich einen kleinen Einwurf. Lass mich ausgeben. Ja, aber ich habe eine Frage, einen Einwurf dazu. Ja, ja, gut. Wenn da eine Stelle es gibt, die sich widerspricht, was macht ihr dann? Guck mal, es gibt keine Stelle im Koran, die sich widerspricht. Allah SWT sagt ganz klar und deutlich, dass der Grundsatz für das Kämpfen ist, wenn man bekämpft wird. Und Ex-Muslim hat gerade über die schiitischen Gelehrten geredet. Was redet ihr da für ein Schwachsinn? Die schiitischen Gelehrten, alle sind verpflichtet, sich auf Jihad, Defai zu beschränken, bis Imam al-Mahdi a.s.w. kommt. Jihad, Defai bedeutet, man darf nur Jihad machen aus Verteidigung heraus. Das ist eine goldene Regel bei uns Schiiten. Deswegen verstehe ich nicht, warum man es hier versucht so darzustellen, als ob es gar nicht so wäre. Erst mal ein bisschen darüber recherchieren, lesen und dann den Mund aufmachen. Deswegen hat man den Iran auch mit Verteidigung erobert, ne? Und Schwachmato, ne? Was für ein Affenkotnet du erzählst, Mann. Was für ein Affenkotnet du erzählst. Ja, aber Amir... Was der Iran durchgemacht hat. Erzähl hier keinen Schrott, Mann. Amir, aber erklär mir doch mal den Widerspruch. Was für... Ja, genau. Der Hassuna, der zeigt uns eindeutig, dass Allah einen Fehler gemacht hat. Weil in Surah 2, Vers 119-194 sagt, Allah kämpft nur gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen und übertreibt nicht. Später revidiert er die ganze Aussage und sagt, kämpft gegen diejenigen, die nicht glauben. Ja, was denn jetzt? Sollen wir jetzt gegen diejenigen kämpfen, die gegen uns kämpfen und nicht übertreten? Oder sollen wir noch diejenigen kämpfen, die nicht glauben? Hast du eine Liste von 23, Vers 29 vor? Lauf mich weg. Ich antworte dir darauf. Guck mal, dass du wieder sagst, Liste, Surah 9, Vers 29 vor, zeigt, dass du es immer noch nicht verstanden hast. Wir müssen an jedem Pferd informieren. Hast du Hassuna TikTok hat's verstanden? Nein, nicht nur ich. Ich kenne jeden. Jeder, der mit mir gelernt hat, hat es genauso verstanden, wie ich es verstanden habe. Ich muss nicht. Hören mir mal zu. Hassuna, bitte, du willst mich auf den Arm nehmen, wenn du willst, also sagen, dass die Millionen von uns kremen, in den islamischen Ländern, den islamisch nicht verstanden haben, und nur ein Hassuna TikTok-Oskent, mit seinem Fink-Account hat, den islamisch nicht verstanden. Wer will sich diesen Hasskotten erzählen? Du hast den islam aber verstanden, was sagt denn Jesus in deiner Bibel? Nein, 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 ein Moment, ich kann ja ein Tafsir lesen, und du siehst ihn nach viel. Aber Rizep, stumme ihn mal bitte kurz, damit ich ihn anworte, ich könnte eine sachliche Diskussion führen, und nicht sowas. Salim, auch stumm, Mikro, und singen. Ich mache bitte kurz, damit ich ihm anworte. So, ich erkläre es dir nochmal, ich versuche es dir nochmal zu erklären, jetzt Muslim, ich hoffe, es kommt an. Allah subhanahu wa ta'ala kritisiert jene Verwarnsweise, die du hier anwendest. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wie gesagt, in Sura 2, Vers 190, er sagt nicht und übertreibt nicht, sondern übertretet nicht. So, und in anderen Versen sagt, er kämpft. Das heißt, wir müssen den anderen Vers im Blickwinkel des Verses 190 betrachten, weil wir dürfen nicht an einen Teil der Schrift glauben und den anderen verleugnen. Das könnt ihr gerne machen, und das macht ihr ja auch gerne mit der Bibel, ihr glaubt an einen Teil der Schrift und verleugnet den anderen. Aber bitte setz doch, du seid deine eigene Verfahrensweise, lass mich aufgeben, setzt doch bitte nicht deine eigene... Ja, du lässt den Sura 9 fest, das warst du aus der Acht, bitte. Lass mich bitte... Nein, du hast mich immer noch nicht verstanden. Du hast gar keine Ahnung von Islach, du redest dich überhaupt ernst. Bring mal ein Tafsir in deine Tafsir, was ich gesagt habe. Hasuna, bring mir bitte ein Beweis von den Gelehrten, was du sagst. Gut, sei still, sei still, raste nicht aus. Raste bitte nicht aus. Ja genau, weil du einfach deine Tafsir-Scheu hier durchziehst. Weinst du, wir sind dumm oder was? Weinst du, wir sind dumm oder was, Hasuna? Sei still. Ich schwöre, das ist das Einzige, was du gemacht hast. Hasuna, ich habe mal eine Frage. Hasuna, ich habe mal eine Frage. Ich habe mal mit Beweise geredet, nicht einen Tafsir zitiert. Sei bitte still, der Bruder hat eine Frage. Beruhige dich. Nur aus deinem eigenen Gerüsten. Schäm dich mal. Beruhige dich. Hasuna, ich habe mal eine Frage. Pass auf. Ja. Es ist ja jetzt so ein Streitthema zwischen euch beiden, dass ihr zum Beispiel da etwas als, oder an mir auf jeden Fall einen Widerspruch sieht. Nun möchte man den Widerspruch klären. Ich habe das irgendwann mal so gelernt, so erfahren, dass ein später geschriebener Vers den davor geschriebenen abrogiert. So sieht es aus. Genau so sieht es aus. Nein, das stimmt so. Guck mal, das stimmt so nicht. Nur in 2 Vers 106 und in 3 Vers 101. Lasst mich euch das erklären. Erzähl doch nichts vom Islam, Mann. Lass mich euch das erklären. Erzähl doch nichts vom Islam, Mann. Du schild, Mann. Du schild, Mann. Du schild, Mann. Du schildst nichts vom Islam, Mann. Du willst also sagen, dass es kein Nasif und Mansuch gibt? Gibt es kein Nasif und Mansuch, du TikTok-Moskel? Aber Amir, bitte, werd doch nicht so, bitte, bitte beruhig. Aber Witzes, bitte kurz stumm, damit ich sachlich reden kann. Der Bruder hat eine Frage gestellt, ich möchte darauf eingehen. Ich habe nie Nasif und Mansuch geleugnet. Sura 2, Vers 190 widersprechen. Absolut nicht, überhaupt nicht. Sura At-Tauber wird auch als Sura Baraa bezeichnet. Und deswegen kommt auch am Anfang die Basmala nicht vor. Warum? In der Sura 9 handelt es sich um einen Vertrag, den die Muslime mit den Muschirikin hatten, dass sie nämlich keine gegenseitigen Angriffe führen. So, diesen Vertrag haben die Muschirikin gebrochen. Das heißt, es gab einen Angriff. Diese Sura redet im Allgemeinen über einen Angriff der Muschirikin auf die Muslime. Und die Verse, die hier über Kämpfen reden, sind hier basiert auf diesem Angriff. Amir scheint überhaupt keine Ahnung zu haben, was Sura 9 bedeutet. Sei jetzt aber auch ein, ich bin noch nicht fertig. Sei jetzt aber auch ein, ich bin noch nicht fertig. Das Ex-Muslim überhaupt keine Ahnung von dem Koran hat, hat mal wieder gezeigt, weil er sagte, in Sura 9, Vers 1 widerspricht dem, was ich sagte. Im Gegenteil, Sura 9, Vers 1 bestätigt eben das, was ich sagte. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Baratum min Allahi wa Rasul ima ahattum min al-Mushrikin. Das heißt, dieser Vertrag, Friedensvertrag, ist aufgehoben mit den Götzendienern. Warum? Weil sie die Muslime angegriffen haben. Die gesamte Sura handelt darum. Es gibt einen Fall, lass mich bitte ausreden, Ex-Muslim, was bist du kein Mensch? Willst du eine sachliche Diskussion führen oder willst du hier rumhambeln? Ich möchte, dass du noch, dass du mit Beweisen redest, weil die Rede nicht Sei bitte still. Sei still. Geh auch stumm. Sei du still, wenn du keine Ahnung des Weckers haben hast. Denn die Realität sieht anders aus als dein Gequatsch, was du hier sagst. Der erste. Ich sag, ich bist nach Spanien, verteidig, du weißt, sei still. Sei still. Was haben die Zeit? wenn du Lügner, dach hier wohl. Ganz kurz, wer hat sich das Christentum verbreitet, du Heuchler? All meine Feinde, die nicht an mich glauben, geht es aus. Übrigens, der erste Ex-Muslim ist Satan. Der erste Ex-Muslim ist Satan. wir müssen hier mal Ruhe reinbringen. Lass die beiden mal alleine. Bitte nicht alle reinreden, bitte. Guck mal, ich will nur ganz kurz reden, weil ich gerade eigentlich auf Arbeit bin und gleich wieder los muss. Hören wir mal zu Ex-Muslim. Beschäftige dich mal lieber ein bisschen intensiver mit dem Koran und dann fangen wir an, über die Muslime herzuziehen. Surah 9, Vers 1 sagt nämlich genau das, was ich gesagt habe, nämlich der Vertrag, die Vertragsaufhebung von dem Friedensvertrag zwischen den Muschrikien, weil die Muschrikien eben die Muslime erneut angegriffen haben. Die gesamte Surah at Tauber ist im Kontext einer Abwehr zu verstehen, weil die Muschrikien die Muslime angegriffen haben. Ob du es wahrhaben willst oder nicht, ich muss dich leider enttäuschen, Bruder. Der Islam hat keine Verse, wo Gott, lass mich ausreden, lass mich ausreden, lass mich ausreden, ich glaube nicht an den Kaffee, lass mich bitte ausreden. Ah, du glaubst nicht an den Kaffee, guck mal, lass mich bitte ausreden. Ganz kurz, ich bin gleich fertig, Ex-Muslim, bei allem Respekt zu dir, lass mich bitte ausreden. Ich bin sofort fertig. Der Koran beinhaltet keine Verse, wo Gott, Moses zum Beispiel, befehlt, Säuglinge zu töten und Jungfrauen am Leben zu lassen. Bevor du mit Steinen wirfst, denk darüber nach, dass du im Glashaus sitzt. gebracht hast, waren da keine kleinen Kinder dabei. Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht zu verurteilen. Allah subhanahu wa ta'ala tut, was er will. Aber den Menschen, guck mal, den Menschen befiehlt, Allah subhanahu wa ta'ala keine Ungerechtigkeit zu tun. in der Bibel bei euch steht, lass mich bitte ausreden. den kleinen Jungen ermordet hat. Als ein Fittin, den kleinen Jungen ermordet hat, in Suda al-Kar. Okay, lass mich darauf eingehen. Lass mich darauf eingehen. Wenn du ein Mamm bist, lass mich darauf eingehen. Guck mal, ich geh auf alles ein, was du sagst. Aber Hasuna, du springst mir zu schnell. Hasuna, du springst mir zu schnell. Das, was du sagst, ergibt gar keinen Sinn in der Realität, Hasuna. Weil du mit einem einen in einem 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 Hangarlos. Achso, dann halt die Klappe, Sura 47, 35. Hör zu, Lerne mal lieber etwas. Sura 47, sim ruglt nicht zufrieden auf, wo jedoch die Oberhand haben werden. Das Prinzip ist ganz einfach. Das Prinzip ist ganz einfach. Die Muslime in der Minderheit sind verhalten, die Muslime zu frieden verhalten. Sobald die Muslime in der Mehrheit sind, sollen sie angreifen. Er sitzt im Auto, er spricht über Freischrechen. Du Heuchler, du Heuchler, dass du dich stillst für deinen Koran, für deine islamische Religion. Hör die ganzen islamischen Schriften. Oh Allah, der ist persönlich. Ich gehe jetzt auf das mit den Jungen ein. Guck mal, wie ihr seht, will ich auf jede einzelne Aussage von ihnen eingehen. Wallahi, ich befürchte keine einzige Aussage von ihnen. Aber er schreit rum und fühlt sich hier auf wie sonst irgendwas. Ja, aber Assuda, du lässt ihn ja auch nicht zu Wort kommen. Lass mich bitte ausreden. Aber du lässt ihn auch nicht zu Wort kommen. Du redest ohne Punkt und Komma. Ja, aber Assuda, du bist ja noch nicht mal darauf eingegangen. Ich möchte gerne wissen, pass auf. Ich bin dabei, darauf einzugehen. Ich möchte als Ausgesteender was dazu lernen. Für mich ist da interessant an der Stelle, was ich gelernt habe, dass ein später geschriebener Vers den davor geschriebenen abprobiert. In der Reihenfolge sprichst du aber jetzt so, dass der erste Vers, der geschrieben wurde, der richtige ist. Nein, nicht jeder Vers, der danach kommt. Und das ist für mich ein Widerspruch. Das versteht sich der Ekele kräht ab. Darf ich darauf eingehen? Darf ich darauf eingehen? Darf ich darauf eingehen? Darf ich darauf eingehen? Assuna, Assuna. Darf ich darauf eingehen? Aber wie ist das hier? Assuna, kannst du auch mal zuhören? Kannst du auch mal zuhören, Assuna? Oder ist das eigentlich ein Riesenproblem bei dir zuzuhören? Also Mutlaba Adesuay. Mach die mal bitte. Okay. Er muss so wie du gleich stehen. Das hat er es. Guck mal, ich werde auf euch beide antworten, Inshallah. Okay? Der eine Bruder hat gesagt, wenn ein Vers danach kommt, hat er keine abrogierende Wirkung auf den Koran. Wer behauptet denn bitte, dass jeder Vers, der nach einem kommt, direkt deswegen eine abrogierende Wirkung auf einen hat? Das stimmt doch überhaupt nicht. Wer sagte dir das? Das ist eine falsche Lehre, die du hier verbreitest. Das stimmt nicht. Der Koran geht nicht so ran an die Angelegenheiten. So, das erstens. Zweitens. Das, was Amir gesagt hat, dass Allah angeblich befohlen hat, einen kleinen Jungen zu töten. Im Koran sagt Allah Ulam. Und Musa Alayhis Salam sagt zu Khadr Alayhis Salam, als er ihn getötet hat, hast du jemanden getötet, ohne dass er jemanden getötet hat. Das zeigt, dass dieser Junge schon in einem Alter war, wo er die Todesstrafe bekäme, wenn er jemanden getötet hätte. Das heißt, er war in einem Erwachsenenalter. So, in deinem Gesicht. Guck mal, lass mich bitte aufreden. Lass mich aufreden. Er soll mich nicht unterbrechen. Er soll mich nicht unterbrechen. Du Heuschler, du. Geht bitte alle aufzumachen. Im Arabischen steht Ulam. Der Typ, der lügt alle Leute an, die sagen, schrei nicht so rum. Schrei nicht so rum. Heftiger Typ. Vor allen Leuten schimpf mich nicht. 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 Nicht jeder Typ. Hilf. Guck mal, Hulam. Im Arabischen steht Hulam. Nicht Walad. Okay? Im Arabischen steht Hulam ex-Muslim. Du hast überhaupt keine Ahnung vom Koran. Scheibenbar. Wirklich nicht. Das zeigt auch, was du vorhin gesagt hast. Du hast keine Ahnung vom Koran. Maschallah. Ja, aber Hassuna, nun lass sie doch mal darauf eingehen. Ich höre die ganze Zeit nur dich reden. Ja, geh darauf ein. Ja. In Sura 18, Vers 74 ist ja dieses Gespräch mit Mose und Khidir. Und dann sagt der Mose zum Khidir, du hast eine unschuldige Seele getötet. Was hast du da getan? Du hast etwas ganz Schlimmes getan. Und dann hat der Khidir zu ihm gesagt, siehst du, du hältst das nicht aus. Und wenn man in die Tafside reingeht, dann sieht man, dass dieses Kind ein ganz kleines Kind war. Und wenn wir das aufschlagen in Sura 18, Vers 74, kann das jeder von uns machen. Sura 18, Vers 74. Da ist diese Geschichte. Ich gehe darauf kurz ein. Warte, sei ruhig. Sei ruhig, Mann. Schreie nicht. Ja, dann hör auf, um mein Wort zu fallen. Ehrlich. Richtig. Das wurde weiter, bis sie einen Jungen trafen. Nicht einen Erwachsenen, einen Jungen trafen. Du meintest Kind vorhin. Ja, ist doch. Das ist ein Kind auch Tafside. Das ist ein Kind. Das ist ein Kind. Das ist ein Kind. Das ist ein Kind. Jungen trafen. Er ihn tötete. Er sagte, hast du eine unschuldige Seele getötet. Er war unschuldig. Er war unschuldig. Hallo? Du Kinder im Islam sind unschuldig. Lass mich darauf eingehen. Lass mich darauf eingehen. Massona! Wer ist im Islam unschuldig? Erwachsene? Du hast dich gerade selber zerstört, Ex-Muslim. Okay, du Blamage. Der Mutterboy. Okay, Mr. Mutterboy. Ich hab mich trainiert. Wer ist denn im Islam unschuldig? Junge, du Paulus. Wer ist im Islam unschuldig? Ich antworte erst mal. Wer ist im Islam unschuldig? Ich antworte erst mal. Ich antworte. Wer ist im Islam unschuldig? Nein! Du hast jetzt genug geredet. Du hast jetzt genug geredet. Wer ist im Islam unschuldig? 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 Er kann nur brüllen. Kinder oder Erwachsene? Wer ist im Islam unschuldig? Lass mich antworten. Sie ist so schädlich. Ich antworte. Geh auch stumm. Wie soll ich denn antworten? Nein, 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 nein. Du sagst, wer ist im Islam unschuldig? Boah, mir nervt doch nicht. Wallah, Bruder. Ja, geh du weg. Geh raus, wenn dir das nicht gefällt. Guck mal, wie er ausrastet. Wallah. Haram. Was hab ich nun mit dem Islam unschuldig? Die Realität zeigt etwas anderes, als das, was jeder von euch ... Lass mich bitte durchfängen gehen. Die Bibel sagt auch, sei friedlich. Wir sehen doch, wie der Islam sich verbreitet hat. Ihr wahnsinnig. Selbst eure shiitischen Gelehrten geben lassen. Wenn wir solche Christen haben, wie dich müssen wir unschuldig. Ob es shiit sind, was du nehmen kannst, alle sind damit einverstanden, dass der Islam sich mit dem Schwert verbreitet hat. Was hab ich mit dem Islam verbreitet hat? Da kommt so ein Hasuna, so ein Pampers trägender TikTok-Post. Hört mal alle zu. Hört zu. Nein, nein, lass ihn, lass ihn. Er soll sich offenbaren. Hör mal zu, Ex-Muslim. Lass mich bitte jetzt sachlich darauf eingehen. Das ist deine Christentum-Liebe. Ich bitte dich darum, Armin, lass mich bitte sachlich darauf eingehen, okay? Guck mal, erst mal, es tut mir leid, dass du wegen mir durchgedreht bist gerade. Es tut mir leid, dass du krank im Kopf geworden bist. Das war nicht meine Absicht. Ich hätte dich nicht so hart rannehmen sollen. Hören wir mal zu, geh mal auf Stunden. Geh mal auf Stunden. Geh auf Stunden. Er will doch auch schon noch antworten. Geh auf Stunden. Dann sagen seine schiitischen Gelehrten, ja, Makret ist durch Scherzen verbreitet worden. Schuhe mal bitte. Schuhe mal bitte. Schuhe mal bitte. Dann haben wir einen Hasuna, warte, dann haben wir einen Hasuna, der sagt, nein, also wen soll ich jetzt glauben, ein Gelehrter oder ein Hasuna? Schuhe mal bitte. Jetzt, Amir, jetzt lass dich das gehen. Schuhe mal bitte. Schuhe mal bitte. Einen Jungen, wie er sich blamiert hat gerade, im Koran getötet hat. Ich gehe gleich detailliert darauf ein. Aber wisst ihr, mit was Amir das rechtfertigen will? Er will das damit rechtfertigen, dass sein Gott im Alten Testament Musa befohlen hat, Säuglinge zu töten, Frauen und Kinder zu töten und nur die Jungfrauen am Leben zu lassen. Allahu Akbar. Sei still. Sei still. Sei still. Sei still. Sei still. Er ist der Urheber von Tora. Du stehst in der Beweisschuld. Er ist nämlich der Autor der Tora. Damit nicht weitermachen. So machst du es selber kaputt. So machst du es selber kaputt. Weil Allah im Koran nicht einen Vers sagt, wo er sagt, das waren nicht meine Befehle. Jetzt bist du dran. Ich möchte eine sachliche Diskussion. Bitte geh auf Sturm. Du Heuchter, weißt du was du kein Heuchter bist? Wegen dir sterben. Wegen dir sterben Menschen. Sei still. Wegen dir sterben weltweit. Aufgrund deiner Religion. Kannst du ihm bitte Sturm, Bruder? Wegen dir. Weil du nicht begreifen gehst, weil du deine schiitischen Quellen nicht zur Hand nehmen willst und die Realität ins Auge sehen möchtest, dass der Islam sich durch das Schwert verbreitet hat. Kannst du ihm bitte Sturm. Und alle in Deutschland. Sorry, aber du kriegst ihn die ganze Zeit an an. So, jetzt gehe ich weiter darauf ein zu den Jungen. Ja, aber Daniels faire Weise muss man aber auch sagen, Hassuna macht es nicht besser. Er nennt ihn Heuchler, er nennt ihn Lügner. Er nennt ihn Lügner. Aber Hassuna macht genau das gleiche. Hör, hey. Aber ich schreibe es nicht so. Guck mal, was möchtest du dich überhaupt ein? Das stimmt gar nicht, dass Hassuna dasselbe macht. Guck mal, ich möchte hier eine sachliche Diskussion führen. Nur eine sachliche Diskussion. Wenn es nicht funktioniert. Okay, guck mal, ich wusste gar nicht, dass meine Worte Ex-Muslim in so einer Weise psychisch krank machen. Ich wusste das nicht. Guck mal, die Sache ist in Sura Al-Kahar. Er hat vorhin gesagt, damit ist Kind gemacht. So gesagt hat er es schon wieder getan. Guck mal, lass mich doch mal ausreden. Lass doch diese Sätze einfach weg. Lass mich doch bitte ausreden. Meine Glaubensgeschichte aufgrund deiner Religion. Leide dich. Lass es kapiert. Guck mal, wie du Angst hast. Ey, Roy, du hast Angst Ex-Muslim. Du hast Angst. So wie Mohammed das getan hat. Nein, nein, nein. So wie Jesus es getan hat. So wie Jesus es getan hat. Will ich mal an euch praktizieren. Ex-Muslim, wenn du ein Mann bist, lass mich ausreden. Wenn du ein Mann bist, dann sei einmal in deinem Leben ehrlich. Lass mich ausreden. Lass mich antworten. 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 ich möchte mit dir eine sachliche diskussion führen deswegen gehen mal bitte kurz ein schluck wasser trinken und beruhige dich komm mal runter von deinem trip ich weiß nicht was mit dir passiert ist scheinbar hast du das sogenannte hassona syndrom auf diese komische stimme zu ex muslim du hast angst du hast angst du hast angst vor dir ja dann geh auf sturm dann geh auf sturm du hast du mal fertig wenn ich fertig deine worte machen in der realität keinen sinn hast du mich ausreden das bin ich fertig ist der typ behämmert oder warst du zu viel kamel zu dir genommen oder was ergeben keinen sinn in der realität oder bruder gebet auf sturm wie oft noch wie auch wollen wir das thema noch gehen die stunde das ist eine schädliche jahre nach so nah hast du da nicht bitte aber lassen jetzt hast du zu ende und dann aber unterbricht dann auch nicht okay so guck mal ich hab eh nur noch zwei minuten guck mal hör mir zu ex muslim guck mal da diese geschichte in surah al kahif in surah 18 geht ja noch weiter ich weiß nicht ob du sie gelesen hast du dann nicht einfach stimmst du lässt mich doch nicht antworten du lässt mich doch nicht antworten das ist mir das für eine logik ich bin nicht einverstanden ich bin nicht einverstanden hat er es ich bin nicht einverstanden ich bin nicht einverstanden ich bin nicht einverstanden guck mal geh bitte auch stumm ich hab dir doch vorhin schon den vers genannt wo allah subhanahu wa ta'ala sagt das kämpfen nur unter der bedingung erlaubt ist dass man sich verteidigt nur dann verstehst du nur dann ist kämpfen erlaubt wie kannst du dann die frage stellen ob ich damit einverstanden bin dass andere menschen einfallen andere länder lass mich aufreden ich muss er aus der last war auch andere reden man du gehörn gewaschener takia boi man was das für die show die der hier abzieht man aber wurde es geht ja nicht um religion an sich jetzt über jetzt mit jedem einzelnen satz gelogen zuge neunfest 29 und fast war man ja da kocht mein blut abu biznes weil aufgrund der islamischen texte unsere geschwister in den islamischen ländern leiden müssen weil der islam so ist weil muhammets geschichte so ist und weil die ganzen hadise so ein wahnsinn hervorheben und er kommt zu einer so nah ist du fertig nein das hat alles nichts mit islam zu tun wir dürfen zu verteidigen hat oder halt die knappe waren die kreppe wenn ich jede mal richtig und wie du auf strom hat du musst du erinnerst mich an rollen beruhig dich bitte ihr seid immer so krassig also also hört zu ex muslimm guck mal für mich nein ja aber dann will sie auch mal sein mann guck mal den an jedes mal wenn haben wir kommen auf das problem ist seine religion hast du noch ganz kurz dass seine region wird ja die ganze zeit angegriffen und nicht das christentum und wenn man sich verteidigen er will doch reden aber er wird ganz unterbrochen verstehst du der ganze zeit er kann nicht mal eine minute durchführen also reden ja aber amir kann auch keinen einwand und nichts bringen es führt doch gar nicht zu einem gespräch momentan höre ich nur hasuna und amir versucht die ganze zeit aspekte reinzuschmeißen und ich möchte dem gespräch gerne folgen können momentan höre ich ein monolog von hasuna was geh mal bitte auf stunden geh mal bitte auf stunden geh bitte auf stunden man merkt guck mal jetzt kommt ex muslimm siehst du das was du von dir gibt er gibt keinen sinn in der doch noch nicht von mir gegeben ich habe noch jetzt habe ich eine verstoßverwarnung bekommen ja jetzt siehst du guck mal jetzt könnt ihr euch nicht mehr ab hat allah las mich ich habe jetzt zugehört ich möchte jetzt gerne was dazu lasst mich ausreden ich habe angst du sagst du sagst du sagst du sagst du sagst dann kann ich aber trotzdem einen widerspruch sehen und da hat an der stelle an mir recht wie kann es dann sein dass der islam sich bis spanien mit dem schwert voran bewegt hat ja genau wie kann das sein dass die ganz darauf antworten warte ich bin auch was dazu sagen was du sagst du sagst du sagst bitte kann das sein dass das was was wir sehen und deine worte auf einmal dann hören ist ein ganz anderen sinn ergibt auf einmal wenn wir sehen was der islam zu 1400 jahren angerichtet hat beispielsweise mit Libanon, Irak, Syrien, Iran, Afghanistan, Pakistan, Sudan und die ganz anderen Länder. Deine schiitischen Gelehrten geben das heute zu und sagen, ja, wir haben kein Problem damit, der Islam wurde mit dem Schwert verbreitet, die Menschen wurden zum Islam gezwungen und deswegen sind wir heute Muslime. Bist du damit einverstanden, Hassuna? So, dann geh bitte auf Sturm und lass mich darauf antworten, okay? So, ihr habt zwei Fragen gestellt, ja? So, guck mal, Armin. Okay, Roy hat gefragt, was ich davon halte, dass Andalus zum Beispiel mit dem Schwert zum Islam bekehrt wurde. Ich bin Schiite, Bruder, ich lehne die Umayyadische Dynastie ab. Das haben die Umayyaden gemacht, okay? Das mal als Punkt, damit ist es vorbei. Lass mich bitte weiterreden. Das schiitische Schächer hat zugegeben. Ich habe euch auch ausreden lassen. Okay, ihr habt das aber alle gesehen, er lügt. Guck mal, die Umayyadische Dynastie. Guck mal, er hat Angst, er kann nicht anders. Er fürchtet sich. Schau mal, die Umayyadische Dynastie hat zum Beispiel Imam Hussein a.s.w. Du hast Angst. Hassuna, zeig mal dein Gesicht. Bei Allah, du hast Angst. Okay, zeig mal dein Gesicht, du Angst. Bei Allah, du hast Angst. Zeig mal dein Gesicht vor allem. Amir, Bruder, lass ihn jetzt antworten. Ihr habt zwei Fragen gestellt, dann gibt es das Recht zu antworten. Bitte, Amir. Geh auf Sturm. Geh auf Sturm. So, er hat erzählt, wie hat sich denn der Islam verbreitet. Gut, gehen wir mal auf dieses Argument ein. Gab es nicht den 30-jährigen Krieg in Europa? Gab es, waren zum Beispiel die Eröffner des Ersten Weltkriegs, wo 40 Millionen tote Menschen, hören wir mal zu, hören wir mal zu, lass mich aufgeben, 40 Millionen tote Menschen, waren das Muslime, Zweite Welt, 60 Millionen tote Menschen, die der Mohammed hat sich gesagt in der Erde sitzt. Geh auf, hör mal zu, lass mich aus, komm mal wie aus, Angst haben. Aber hast du nach, du antwortest nicht. Ihr seid Angst. Aber rollt ihr unterrichtet doch die ganze Zeit euch. Ihr habt doch Angst, wie unterbricht ihn. Ja, aber an der Stelle ist es nicht. Nein, an der Stelle, aber ihr unterbricht ihn die ganze Zeit. Er war auf Sturm, ihr habt gelesen, ich hoffe, meine Frage gestellt. Der Amir auch, er hat euch nicht unterbrochen. Immer wenn er anfangen will zu reden, unterbricht ihr ihn. Das ist unfair. Die Kriege, die geführt wurden nach dem Zweiten Weltkrieg, Vietnam, 4 Millionen tote Menschen. Irak-Krieg, basiert auf einer Lüge. Bush hat damals diesen Krieg als eine Mission Gottes bezeichnet. Über eine Million tote, unschuldige Menschen. Willst du darüber reden, Amir? Wir können gerne darüber reden, kein Problem. Okay, lass uns darüber reden. Kommen wir noch mal, aber kommen wir noch mal, lass mich bitte ausreden. Ja, okay, dann lass mich darauf antworten. Lass mich bitte ausreden. Ich bin noch nicht fertig. Okay, du hast nicht geredet, jetzt will ich mal auch was dazu sagen. Ich bin noch nicht fertig, ich muss auf deine anderen Punkte eingehen. Da kommt ihr mit George Bush, guck dir das mal an, wo der ist. Wir reden seit 1400 Jahren, Shihat. Ja, du kommst mit den Umayaden, ich bin Schiite. Da kommt ihr mit George Bush an. Ich habe doch nicht nötig, Takiya-Woll, du hast Takiya-Woll, du hast Takiya-Woll. Ich habe doch nicht nötig, Takiya-Woll. Natürlich hast du Angst, weil du nicht in der Lage bist, dein Islam, die Gewalt durchfällt. Ich lasse dich aufreden. Hier, wer ist denn der Urheber von Tora in Zuge 3, Vers 3? Allah! Beweis mir einen Vers aus dem Koran, wo Allah sagt, das sind nicht meine Kriegstexte. Yallah, ich warte. Warte, er soll die Frage wiederholen, weil ich habe einen Anruf bekommen. Der Urheber vom Koran, also der Urheber von Injil und Tora ist Allah, in Zuge 3, Vers 3. Also sind das auch seine Kriegstexte, die der Herr hat abgedacht. Genau, genau, lass mich bitte darauf eingehen. Warte, ich bin noch nicht fertig. Doch, das ist ein Punkt, wie viele Punkte du bist da rechnen? Gut, ich lasse dich aufreden. Gib mir einen Vers aus dem Koran, wo Allah sagt, Das sind nicht meine Kriegstexte, die ich Mose befohlen habe. Yallah. Okay, du hast eine Frage gestellt. Ich werde darauf eingehen, insha'Allah. Deine Frage zeigt mal wieder, dass du dich mal wieder überhaupt nicht mit dem Koran auskennst. Denn der Koran sagt ganz klar und deutlich an vielen Stellen, dass dieses Buch, nämlich der Koran, Das bedeutet, der Koran ist als Bestätigung bekommen für die Tora und für das Evangelium. Und im Evangelium den Koran entspricht, ist richtig. Und alles, was den Koran widerspricht, ist falsch. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, dass wir keine Kinder töten dürfen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, dass du nur kämpfen sollst auf Allahs Weg, wenn du bekämpft wirst. Denn Allah subhanahu wa ta'ala liebt nicht die Übertreter. Das heißt, guck mal, du kannst rechtfertigen mal das, was in deiner Tora steht, nicht damit, dass Gott Khedr alaihissalam befiehlt. Er will mich schon wieder unterbrechen. Ich warte immer noch auf den Koran, ich rede extra schnell. Ich möchte von dir den Koran-Vers, wo Allah sagt, das habe ich nicht befohlen, Yallah. Das ist doch gerade gesagt. Gib mir bitte einen Koran-Vers, gib mir bitte einen Koran-Vers, wo Allah sagt, Ich gebe dir einen Vers, ich gebe dir einen Vers, weil du ein Jahid bist und keine Ahnung hast, gebe ich dir einen Vers. Suche 2, 248 bis 252. Allah prüft die Kriegstexte aus dem Alten Testament. Yallah. So, nochmal für dich. Allah sagt an mehrere Stellen im Koran, dass er den Koran als Bestätigung für die früheren Bücher herabgesandt hat. Das heißt, alles, was in den früheren Büchern dem Koran entspricht, nehmen wir an. Alles, was dem Koran widerspricht, lehnen wir ab. So, das heißt, wir lehnen eine Gottheit ab, du nimmst sie an. Die befehlt, Säuglinge zu töten, Frauen, Männer, alte Männer und so weiter und so fort und nur Jungfrauen am Leben zu lassen. An so einen perversen Gott glaubst du. Deswegen bist du genauso wie Satan. Guck mal, Satan ist der erste Ex-Muslim. Satan ist der erste Ex-Muslim. Und du hast... Hassuna, du philosophierst die ganze Zeit nur. Du antwortest nicht. Irgendeine Quelle zu dir. Kannst du mal, Hassuna, kannst du mal bitte für uns alle Suche 2, 248 bis 252 lesen? Guck mal, wie Allah sagt, dass der David befohlen hat, gegen alle anzutreten und dass die ganzen Kriegstexte aus dem Alten Testament seine Befehle waren. Yallah, bitte. Welche Suche? Suche 2 oder Al-Baqarah, Ayah 248 bis 252. Ja, kann ich dir aus dem Kopf tatsächlich vorlesen. Da steht nämlich, dass Dawood, a.s. gegen Goliath, a.s. antrat. Weitere, die Kriegstexte aus dem Alten Testament sind, sind geprüft worden. Guck mal, da steht, guck mal, im Arabischen steht, fahazamuhum bi-idhnillah wa qataladawudu jaluta wa atahuallahu al-mulka wal-hikmah wa allamahum mima yashaa wa lau la daf'uullahi nasa ba'dahum bi-ba'din lafasadat al-ard und so weiter. Wo steht da was von Evangelium und Tora? Nein, ich habe gesagt, der Allah prüft die Kriegstexte aus dem Alten Testament, habe ich gesagt. Nein, du hast gerade gesagt, das steht, guck mal, lüg nicht, lüg nicht. Guck mal, er lügt offensichtlich auf dem BZ. Ah, Asuna, Asuna, er hat sich gefragt, er lügt, er lügt, mach ihn mal bitte auf Stumm, ich zeig, dass er lügt. Mach ihn mal bitte auf Stumm, ich zeig, dass er gelogen hat. Er lügt, er lügt, er lügt, ja, damit ich ausreden kann, damit ich ausreden kann. Geh auf Stumm, so, Exmus, dem Hörner zu, du hast hier gerade vor allen gelogen, weil du damit gerechnet hast oder gehört hast, dass ich draußen bin und keinen Koran vor mir habe. Du hast mich unterschätzt, du hättest niemals gedacht, dass Sura al-Baqarah auswendig kann, Ex-Muslim. Ich werde heute zu deinem Verhängnis werden, Inshallah. Ich kannte den Vers auswendig, du hast gesagt, da steht Tora und Evangelium, um das von Tora und Evangelium zu stehen. Ich habe nicht gesagt Tora und Evangelium, ich habe gesagt, die Kriegstexte aus dem Alten Testament. Siehst du, wie du mir zuhörst? Geh auf Stumm, geh auf Stumm, geh auf Stumm. Hast du viel Mutter-Ehe praktiziert, Mann? Geh auf Stumm, geh auf Stumm, geh auf Stumm. Mutterboy, hast du viel Mutter-Ehe praktiziert, ich habe gesagt, die Kriegstexte aus dem Alten Testament. Heute ist dein Untergang, Ex-Muslim, geh auf Stumm. Ey, bist du krank, du kannst mir noch nicht mal zuhören, Mann. Nicht mal zwei Minuten zuhören. Aber hast du, man, du hat er recht, das hat er wirklich so gesagt. Ich bin noch nicht fertig. Du kranker Vogel, das habe ich gar nicht gesagt, Mann. Ich bin noch nicht fertig, schrei nicht, schrei nicht, schrei nicht, sei bitte, du auch still, schrei nicht. Du bist so krank, dass du nicht mal zwei Sätze zuhören kannst. Das kommt davon, weil du zu viel Mutter-Ehe praktiziert, dass du kranker. Warum bist du persönlich jetzt Ex-Muslim, Herr Amir? Hört doch auch, persönlich zu werden. So, also, komm mal, Ex-Muslim, du hast vorhin gesagt, dass in diesem Vers, lass mich, ja, ja. Der kann doch nicht mal zuhören, Abu Bizeps. Der Typ ist doch nicht mal in der Lage, mir zuhören. Ex-Muslim, bleib bitte still. Okay, Hassoun al-Khalaf, lass ihn zu Ende reden, okay? Lass Amir, okay, gut. Jalla, der Klüge wird es gemacht. Du, ich, der hört mir nicht mal zu. Und dann muss Roy reinkommen und sagen, das hat er aber wirklich nicht gesagt. Okay, komm, Amir, Bruder. Ich habe gesagt, Allah hat die Kriegstexte aus dem Alten Testament geprüft, als er das dem David gegeben hat. Und dann habe ich zu dir gesagt, bitte bring mir einen Beweis aus dem Koran, wo Allah sagt, diese Kriegstexte, die ich Mose gegeben habe, sind nicht meine. Und dann habe ich gesagt, bitteschön, Jalla. Du wirst das nicht finden, er ist nämlich der Urheber von Tora und dieser ganzen Kriegstexte in Sura 3, Vers 3. Und dann kommst du mit so einer billigen Ausrede von, ja, Allah hat nur das uns gegeben, was dem widerspricht. Und wir sollen genauso handeln, wie es in Sura al-Baqarah steht, dass wir nicht übertreten sollen. Und das ist völliger Blödsinn, weil die Sura 9, Vers 29 uns zeigt, dass das, was du sagst, in der Realität keinen Sinn ergibt. Denn Allah sagt, kämpf gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben. Da steht nicht, kämpf gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen. Kämpf gegen diejenigen, die euch unterdrücken. Nein, der einzige Grund, warum Muslime Andersgläubige bekämpfen, ist, weil sie nicht an Allah und an den jüngsten Tag glauben. Boom, das war's. Und jetzt gib mir wieder deine gehirngewaschene Show. Okay, geh bitte auf Stund, ich habe dir auch zugehört. Leute, zieht euch jetzt wieder deine gehirngewaschene Show rein. Guck mal jetzt, was ihr wieder macht, George Bush. Geh bitte auf Stund, ich habe dir auch zugehört. Guck mal, geh bitte auf Stund. So, du hast vor allem vorhin gesagt, dass der Vers 248 in Sura 2 eine Bestätigung dafür wäre, was in der Tora und im Evangelium als Kampfhandlung steht. Richtig oder nicht, Abu Bizeps? Hat er das nicht vorhin gesagt? Ja. Er wollte, dass ich den Vers dann vorlese. Plötzlich hat er mitbekommen oder bemerkt, ach, Hassuna ist ja doch nicht so dumm. Er kann ja die Sura al-Baqarah, auch wenn er unterwegs ist, zitieren. Ja, Ex-Muslim, unterschätzt mich nie wieder. Hast du verstanden? Nie wieder unterschätzt du mich. Ich sag dir das. In Sura 2, Vers 248 steht nichts von Tora und Evangelium. Du hast dich gerade blamiert vor allem. Ich habe dir den Vers gerade zitiert. Ich habe dir gesagt, ich werde ihn noch mal. Sei still. Ich habe dir gesagt, ich habe ihn noch gar nicht geredet. Lass mich ausreden. Das habe ich nicht gesagt. Lass mich ausreden. Bist du krank oder was? Das habe ich nicht gesagt. Wein bitte nicht. Wo ist das denn Kummkopf, Mann? Das habe ich gar nicht gesagt, Mann. Wein bitte nicht. Schon wieder wiederholt er die Scheiße. Der Typ ist nicht mehr in der Lage, zwei Minuten zuzuhören. Aber Amir schreit doch nicht. Wie? Fertig muss man sein? Amir, aber schreit doch nicht. Aber Abu Bezes, habe ich das gesagt? Der Typ wiederholt sich schon wieder und sagt, Das kommt davon, weil du zu viel Mutter-Ehe praktizierst. Nein, das kommt davon, dass du... Ey, Daniel, das ist bei mir noch kein Schrei. Der kann das viel besser. Glaubst du mir? Geh auf Sturm. Der andere hat nur ein Barber-Mikrofon. Aber Abu Bezes, darf ich weiterführen? Nein, zu einer Minute habe ich von dir gefragt. Hast du eine Minute, dass du mir aufmerksam zuhörst? Darf ich bitte weiterführen? Eine Minute habe ich nur von dir verlangt und das hast du nicht. Darf ich bitte weiterführen? Lass ihn bitte weiterführen. Ich habe keine Lust auf deine Ausführungen, weil das alles nur Schwachsinn ist. Darf ich bitte weiterführen, Amir? Darf ich bitte? Darf ich bitte? Genau. Und glaubst du? Unglaublich. Unglaublich. Und heule leise. Du sollst bei der Wahrheit bleiben. Das habe ich nicht gesagt. Und da müssen wir heute auch noch kommen, um dich schon wieder zu korrigieren. Das sind Menschen, die wirklich... Okay, guck mal. Mach ihn mal bitte auf Sturm, damit ich weiter darauf eingehen. Genau, damit du weiter dein gehirngewaschenes Zeugs von dir gibst. Unglaublich. Die Leute lassen sich das machen. Geh auf Sturm, Amir. Ich mach's ungewöhnlich. Geh auf Sturm. Leute, guck mal, was er da sagt und was ich gesagt habe. Geh auf Sturm. Geh auf Sturm. Guck mal, Amir. Noch mal für dich. Nicht ich bin gerade schuld daran, dass du so durchdrehst, dir und deinen Verstand verlierst, sondern du. Du hast mich einfach unterschätzt. Das ist dein Problem. Als erstes. Als zweitens. Geh auf Sturm. Geh auf Sturm. Geh auf Sturm. Wie der so redet. Dann hat's gerade so voll getoppt. Geh auf Sturm. Geh auf Sturm. Du hast dich heute richtig blamiert. Hör dich mal bitte an, wie der so redet. Mach ihm mal bitte Sturm. Mach ihm mal bitte Sturm. Die Leute so auf seine Seite zu reden. Mach ihm mal bitte Sturm. Amir, bitte, bitte. So, lass mich jetzt mal bitte ausführen. Roy, guck mal, dich bitte ich auch. Ja, aber Hassuna, bitte geh jetzt wirklich mal auf Gesagte ein. Weil das hat er nicht gesagt. Okay, hör auf mich. Was hat er nicht gesagt? Er hat das nicht gesagt mit der Tora. Was hat er nicht gesagt? Dass da die Tora drin steht. Das hat er nicht gesagt. Nein, guck mal, lass mich ausreden. Er hat gesagt, guck mal, er sagte, wie kannst du das betadeln, was in der Tora steht, wenn Allah subhanahu wa ta'ala doch in Surah 2, Vers 248 angeblich sagt, dass diese Regeln, diese Gesetze, diese Befehle von der Tora und vom Evangelium dort in diesem Vers bestätigt worden sind. Ich habe ihn dann damit überrascht, dass ich den Vers auswendig kenne, okay? Und da steht nichts davon. Gar nichts, Ex-Muslim. Gar nichts. Du hast dich hier heute blamiert. Heute war dein Untergang. Alhamdulillah. Alla. Alle Menschen haben heute gesehen, was für ein Lügner du bist. Du bist nicht mal in der Lage, mir eine Minute zuzuhören. Das ist eine Blamate. Geh doch mal auf. Wo alle Leute, alle Leute haben... Ich bitte, dass ich mir aufrede, jetzt lass mal Amir daraus rein. Ich wäre schon längst fertig. Ich wäre schon längst fertig. Zweimal. Zwei Mal. Wallahi, ich wäre schon längst fertig. Wallahi, Wallahi. Gott, deine Religion basiert auf Takiyah. Du hast einfach nur Angst. Du hast Angst. Und wieder sagst du Angst. Ja, du hast Angst. Dein Verhalten zeigt, dass du Angst hast. Warum lässt du nicht reden? Du bist ein Mann, zeig mal dein Gesicht. Warum lässt du nicht reden? Warum lässt du nicht reden? Amir, dann wiederhol du bitte an der Stelle nochmal, was du gesagt hast. Ich habe gesagt, der Allah ist der Urheber von Thora. Warum hast du den Vers gebracht? Hassuna, lass mich reden. Warum hast du den Vers gebracht? Der Allah sagt in Surah 3, Vers 3, dass er der Urheber von Thora... Nein, nein, nicht 3, 3. 2, 248. Warum hast du den Vers gebracht? Warte, ich bin doch nicht fertig. Was für ein Lügner du bist. Ich bin fertig. Hassuna, lass ihn doch jetzt aufreden. Alles still. Alles still. Alles still. Amir, sag uns jetzt, warum du diesen Koran-Vers gebracht hast. Genau, warum du 2, 248 gebracht hast. Los, sag es uns. Ich habe den Vers gebracht, um Ihnen zu zeigen, dass Allah sogar die Kriegstexte von David prüft. Und zwar nicht als so, wie nennt man, wie sagt man... Warte doch mal bitte, ich habe zu dir gesagt, dass der Allah sogar die Kriegstexte von David prüft. Und dann habe ich zu dir gesagt, verweis mir bitte oder gib mir einen Vers aus dem Koran, wo Allah sagt, die Befehle, die ich Mose gegeben habe, waren nicht meine Befehle. Und das hast du verkackt, nämlich zu zeigen, uns allen. Okay, sei still, sei still. Okay, zeig uns bitte einen Vers aus dem Koran. Ihr habt alle gehört. Ihr habt alle gehört. Zeig uns bitte einen Vers aus dem Koran. Hassuna, Hassuna. Geh auf, stimmt. Geh auf, stimmt. Zeig uns bitte einen Vers aus dem Koran, wo Allah sagt, ich bin nicht der Urheber von diesen Kriegstexten. Bitte schön. Mach es. Geh auf, stimmt. Geh auf, stimmt. Ja, mach. Zeig jetzt einen Vers. Ich muss das selber lesen. Nein, nein. Sag uns welcher Vers. Aber wie ist das ganz wie im Bild auch? Sind wir im Kindergarten? Genau, sind wir im Kindergarten? Gib mir ein Vers. Gib mir ein Vers. Ticket Sakru. Gib mir ein Vers. Raus dich auf Arabisch. Ja, okay, Amir. Gib dir jetzt ein Vers. Guck mal, ich bin jetzt dran und ich bitte dich, Ex-Muslim und Roy, bitte, wenn ihr Männer seid, unterbrecht mich nicht. Okay? Wenn ihr Männer seid. Habt ihr gesehen? Habt ihr gehört? Er sagt die ganze Zeit, nein, ich habe das nicht in diesen Zusammenhang gebracht. Jetzt gibt er zu, dass er es in diesen Zusammenhang gebracht hat. Als wir explizit gefragt haben, warum er denn den Vers gebracht hat, auf einmal sagt er, ja, ich habe das gebracht, um zu verdeutlichen, dass die Gesetzgebung und so weiter, von der Tora und so weiter, sich dort in diesem Vers befinden. Ex-Muslim, Amir, du hast dich so blamiert, Wallahi, lass mich weiterreden. Lass mich, guck mal, ich habe euch darum gebeten. Warum kannst du mich nicht richtig zitieren, Mann? Ich habe euch darum gebeten, mich nicht zu unterbrechen. Warum kannst du mich nicht wiedergeben? Warum kannst du mich nicht richtig wiedergeben? Warum? Fällt es dich schwer, mir zuzuhören? Ich habe gesagt, der Allah prüft sogar die Kriegssexe von David. Warum unterbrichst du mich? Weil du scheiße damals warst, weil du mir nicht mal zuhörst warst. Du kannst den Punkt notieren. Unglaublich mal. Ich habe gesagt, der Allah prüft sogar die Kriegssexe von David. Und dann habe ich dir gesagt, weil du gesagt hast, dass diese Kriegssexe nicht von Mose sind. Dann habe ich dir gesagt, bitte bring einen Vers von Allas Worte. Ich will Allas Worte hören. Diese Kriegssexe, die ich Mose gegeben habe, sind nicht meine. Bitte schön. Gut, okay. Geh auf Stumm. Du bist eine Beweispflicht. Geh auf Stumm. Geh auf Stumm. Assona, bitte. Geh auf Stumm. Hab keine Angst. Ich will keine Reden nur. Meine Worte werden dich ständig um... Oder werden dich vielleicht doch um... Wir wollen nur einen Vers sehen, wo Allah sagt, das sind nicht meine Kriegssexe. Guck mal, kann er bitte auf Stumm gehen? Seht ihr wieder, dass du es beantworten kannst? Weil Allah das niemand sei. Das ist seine Tora, Mann. Aber mir ist bitte respektier mein Stream. Ich finde dich nicht stumm, aber lass ihn bitte rausgehen. So, Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Beispiel im Koran, in Surah Al-Baqarah, Und als zu Ihnen ein Buch gekommen ist, bestätigend für das, was sich bei Ihnen befindet, haben Sie dieses Buch hinter sich gebrochen. So, lass mich bitte ausre... Guck mal, kannst du bitte Roy runterschmeißen? Ja, aber ich würde es auch gerne verstehen. Okay, ich übersetze es doch gerade. Ich bin doch gerade dabei. Warum seid ihr so nervös? Ich übersetze das doch gerade. Ja, Roy will das wissen. Ihr seid richtig nervös. Wallah, eure Finger zitternd. Nervös? Du bist nervös am Zitternd, Mann. Der geht sogar weg von seiner Arbeit. Schon wieder werde ich unterbrochen. Lass ihn bitte antworten. Ich habe dich jetzt gerade nicht gestummt, es war ein Mod. Aber bitte lass es. Ich bin dabei zu übersetzen. Ich habe sogar einen Satz schon übersetzt. Und Roy kommt und sagt immer, übersetzt ihn. Ich will ihn verstehen. Man merkt, wie du zuhörst, Roy. Da steht, und als zu Ihnen ein Buch gekommen ist, bestätigend für das, was sich zwischen Ihren Händen befindet, hat eine Gruppe von Ihnen dieses Buch hinter sich geworfen. Also Sie haben das Buch abgelehnt, so sinngemäß. So, dieser Vers beweist unter anderem auch andere Verse, wie zum Beispiel in Surah 2, Vers 89, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass der Koran gekommen ist als Bestätigung für die Tora und das Evangelium. Das bedeutet, alles, was im Evangelium und in der Tora dem Koran entspricht, ist richtig. Und alles, was dem Koran widerspricht, ist falsch. So einfach ist das. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, lass mich bitte ausreden. Ich bin doch gerade dabei, das zu erläutern. Willerspricht das dem Koran, Menschen zu töten lassen? Ey, Abu Biza, warum hat er so Angst? Widerspricht das Menschen zu töten lassen? Warum hat er so Angst? Warum hast du so Angst, Ex-Muslim? Beruhige dich doch mal. Hast du so viel Angst vor der Wahrheit? Ja, ich sehe da tatsächlich auch einen Widerspruch. Guck mal. Asuna, ist es denn verboten, in Islam Menschen zu töten? Ja, es ist verboten, generell in Islam Menschen zu töten. Außer aus Verteidigungsfall, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, mach ihm mal bitte ausstum. Du bist so ein Heuchler, wie der Lüft vor allen Leuten. Vorgeschrieben ist euch der Kampf. Wo gehst du denn kämpfen, Hasuna? Subhanahu wa ta'ala. Also jeder, der jetzt reinredet, ich bin einfach direkt. Mir egal. Genau. Also, ich hoffe, das klappt diesmal. Er hat gesagt, ist Allah subhanahu wa ta'ala dagegen, dass man im Koran Menschen tötet? Er stellt diese Frage ernsthaft, nachdem ich ihm vorhin gesagt habe, dass Allah subhanahu wa ta'ala in Surah 2, Vers 190 sagt, kämpft auf dem Wege Gottes gegen diejenigen, die euch bekämpfen und übertretet nicht. Du, Hasuna, ich habe mal eine Frage. Du hast ja eben gesagt... Ich muss den rausklicken. Der hat einen Verstoß. Dann an dich oder an... Leute, 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 wartet mal ganz kurz. Leute, wartet mal ganz kurz. Der Hasuna, der hat absolut gelogen. Weil wenn das nicht so ist und wir das nicht im geschichtlichen Kontext sehen, dass zum Beispiel Surah 2, Vers 190 bis 194 kam, wo Allah gesagt hat, kämpft gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen und übertragen... Warte, warte, nutzt meine Abwesenheit nicht. Warte, ich bin immer noch dran. Hast du noch einmal die Kappe, Mann? Hast du noch einmal die Kappe? Aber wie selbst, guck mal, er unterbricht mich schon wieder. Amen. Ich war doch dran eigentlich. Bleib doch mal ruhig, dass doch mal andere auch reden wollen. Ich war noch nicht fertig. Ich war noch nicht fertig, Amir. Ich war noch nicht fertig, Amir. Nein, einfach mal ruhig. Aber bitte, ich möchte dich nicht stumm, Amir. Aber ich habe mal, Daniel, ich habe mal eine andere Frage. Ich bin noch nicht fertig, aber das gilt auch für dich, Amir. Ja, Hasuna, also dem Gesagten. Ja, nicht für ja, Hasuna. Wie bitte auch stumm. Guck mal, ich verstehe, Hasuna, ich bin noch nicht fertig. Hasuna, warte doch mal kurz zu dem Gesagten, dass das nicht verloren geht. Das geht so um das Thema davor. Ich habe eine Frage. Hasuna, warte doch mal kurz. Hör mir bitte zu. Bitte. Oh Allah, wie Angst da. Hasuna, mach mal auf, ich bin da nicht dran. Ja, aus immer zu sagen, wir haben Angst, Angst, Mann. Ist das ein Schuss? Hasuna, amir, warte mal bitte. Ich möchte wirklich die Frage stellen. Ich habe da einen geflogen. Ich habe noch nie mit Menschen diskutiert, die suchen uns. Hasuna, hör mir mal zu sagen, Angst, Angst, wer hat Angst vor dir, Mann? Ihr habt Angst vor dir, Mann. Hasuna, ich habe da eine Frage. Ihr habt Angst vor dir, Mann. Du zeigst nicht mal dein Gesicht. Ich habe noch nie mit Menschen diskutiert, die so gezifft haben, wie ihr. Hasuna, bitte. Du hast eben gesagt, dass sie das Buch hinter sich gelassen haben. Ist das richtig? Ja. Habe ich richtig verstanden, danke. So, jetzt meine Frage darauf. Jetzt verstehe ich nicht, wie man dann im Nachgang sagen kann, dass das, was drinne steht, was richtig ist, ist richtig, was falsch ist, ist falsch, wenn sie im Vorfeld das Buch abgelegt haben. Nein, für uns, weil wir doch auch an die Toren des Evangeliums bedingt glauben müssen. Ja, aber wenn man das Buch ablegt. Hey meine Güte, Allah. Geh auf Stumm. Hasuna, geh du auch auf Stumm. Hasuna, auf den Big Boss zu spielen. Wenn ich dir einen Fischfutter gebe, kommt der andere Fisch. Du kennst das Prinzip doch von Nasser. Guck mal, hast du nicht gesagt, wenn ich unterbrochen werde, stummst du die? Hast du das nicht gesagt? So, guck mal, ihr merkt, liebe Zuschauer, ihr merkt, wie Fische. Wenn ich den einen Fisch füttere, damit er still ist, kommt der andere sofort wieder. Füttere ich den anderen, kommt der eine sofort wieder. Warum? Weil sie wollen nicht, dass sie mir zuhört. Sie wollen einfach dieses verblöhte Bild. Guck mal, schon wieder. Schon wieder. Kannst du mal bitte normal reden, ohne dich so überheblich zu sein? Geh bitte auf Stumm. Geh bitte auf Stumm. Kannst du mal bitte normal reden? Hochmut gegen hochmütiges Gottesdienst. Geh auf Stumm. Bleib mal ganz locker. Geh auf Stumm. Geh auf Stumm. Und überheb dich. Hassuna, kannst du jetzt mal darauf antworten? Hassuna, Hassuna, geh einfach jetzt nur noch Sachdicht drauf ein. Ja, dann sag nicht Fisch, mich und hoch. Geh einfach nur noch Sachdicht drauf ein. Okay, entscheide. Jetzt wer dich unterbricht, ich stumm jetzt. Umgekehrt genauso, Hassuna. Wenn du jemanden unterbricht... Also, guck mal. Also, Ex-Muslim wollte das, was Musa, a.s.m., angeblich in der Tora befohlen wurde, dass er Säuglinge, Frauen und alte Männer und nur die Jungfrauen ableben lässt, töten soll, will er damit rechtfertigen, dass der Koran das ja angeblich auch sagt. Er ist beim Koran gescheitert, aber eine Sache haben wir daraus gelernt, dass Ex-Muslim tatsächlich an einen Gott glaubt, das hat er nämlich indirekt zugegeben, der befiehlt, dass man Säuglinge tötet, lass mich ausreden, ich antworte doch gleich auf deine Frage, lass mich doch mal ausreden, Abu Witzers, was soll das Ganze hier, Subhanallah, wirklich, Wallahi, ihr Muslime, ihr könnt stolz sein, Alhamdulillah, seht ihr, seht ihr, wie diese Menschen sind, seht ihr, macht Takbir alle, macht mal bitte alle Takbir. Hassuna, ich möchte doch nur, dass du meine Frage beantwortest, ich verstehe das nicht, wenn du sagst, dass man das Buch ablehnt. Guck mal, Abu Witzers, er hat mich unterbrochen. Hassuna, ich möchte das wirklich gerne erklären, bitte. Dann sollen die mich ausreden lassen, bis ich fertig bin. Ja, aber Hassuna, würdest du bitte, ich sag schon tausendmal bitte, man, würdest du bitte auf meine Frage antworten, ich bin doch dabei, wenn du mich ausreden lässt, wenn man im ersten Absatz davon spricht, das Buch abzulegen, dann verstehe ich daraus, dass man das nicht glaubt. So, wenn man aber im Nachgang sagt, warte doch mal, ich bin noch nicht fertig, wenn man dann im Nachgang sagt, das Richtige ist richtig und das Falsche ist falsch, aber im Vorfeld das Buch abgelegt hat, verstehe ich das nicht, man kann sich doch dann darauf nicht mehr beziehen. Geh auf Stumm, damit ich darauf, hör auf, guck mal, Kasten zu spielen, geh auf Stumm, damit ich darauf eingehen kann. Ja, aber dann antworte mir bitte jetzt auch. Ja, okay, geh auf Stumm. So, ich antworte dir jetzt, Ex-Muslim, du brauchst dich da nicht einzumischen, ich antworte dir danach auch auf deine Punkte, okay? Ja, aber lass mich erst mal auf Roy antworten, bevor du mich wieder unterbrichst. So, also, Roy, guck mal, ich habe dir doch die Frage bereits geantwortet. Wir müssen auch an die Tora und das Evangelium bedingt glauben. Wie bedingt? Bedingt am Koran. Wir haben dieses Buch nicht hinter uns, hinter unseren Rücken geworfen, weil wir das angenommen haben, gehen wir bedingt an die Tora und an das Evangelium. So, das ist die Antwort auf deine Frage. Ex-Muslim, jetzt zu dir. Warte mal, du hast indirekt, lass mich, bitte, ich bin noch nicht fertig. Ja, aber es geht doch gerade um eine Frage dabei. Aber es geht doch um eine Frage dabei, Hassuna. Ja, aber es geht doch um eine Frage dabei, Hassuna. Ausreden müssen, Hassuna, kannst du auch mal stumm gehen? Ausreden müssen, er unterbricht mich gerade. Nur du, nur du, nur du, du, du. Ja, weil ich dran bin, weil ich dran bin, Hassuna. Guck mal, ich muss die ganze Zeit, ich muss schreien, damit ich dran komme. Ich muss schreien, damit ich dran komme. Ich muss schreien, damit ich zu bremsen mache. Ich muss schreien, damit ich zu bremsen mache. Mann, ich bin dran. Hör auf, rumzuheulen, Armin. Kannst du nicht wahr sein, du bist nur am reden, der braucht sechs Jahre, um einen Satz zu reden. Kannst du auch mal schneller reden, Mann? Mit dieser langsamen Art, er erzählt der Warnung. Daniel, kennst du dich damit aus? Ja, damit die Leute mich verstehen, rede ich, Mann. Damit die Leute mich verstehen, die verstehen dich auch, wenn du ein bisschen schneller redest, Mann. Guck mal, weißt du, Ex-Muslim, guck mal, durch dein ganzes Anschreien, kannst du mich nicht beeindrucken, verstehst du, was ich meine? Kannst du mal bitte darauf eingehen, Hassuna, 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 du kleiner Trickkotpost, kannst du mal bitte darauf eingehen, in Zuge 2, 190 bis 140, 94, sagt Allah, kämpft gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen, aber übertreibt, redet nicht. In Zuge 9, Vers 29, sagt Allah auf einmal, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben. Ja, was denn jetzt? Verteidigen oder doch angreifen? Gut, gehe auf Stunde, damit ich dir antworte. So, wieder, sage ich, das kann doch nicht wahr sein. Ja, damit du mich nicht unterbrichst, damit du mich nicht unterbrichst. Was soll mir jetzt machen, Hassuna? Ich habe die vorhin schon darauf geantwortet. Hassuna, was soll mir Zeit nicht machen, Hassuna? Ja, ich bin dabei zu antworten, sei still. Ich bin dabei zu antworten, sei still. So, ich habe die vorhin schon auf diese Frage geantwortet und die gesagt, dass die Surah 9, nämlich Surah, lass mich ausreden, Surah Al-Baraa, darüber handelt, dass die Muschirkin ihren Friedensvertrag mit Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam und den Muslimen insoweit gebrochen haben, dass sie die Muslime angegriffen haben. Das heißt, es gibt einen Angriffsfall. In diesem Angriffsfall, alle Verse, die in Surah Al-Tauwa stehen, behandeln diesen Angriffsfall. Diese Verse sind ein Verteidigungsfall, verstehst du? Weil die Muslime angegriffen worden sind. Punkt, ich habe doch diese Frage, lass mich ausreden. Hassuna, Allah ist doch klar in deinen Worten, oder? Hassuna, hör auf, die Leute hier anzunehmen, die sind behindert im Kopf, oder was? Mann, Abu Witzews. Surah 9, Vers 29 sagt Allah klipp und klar. Und hör auf, dir etwas hineinzuinterpretieren. Kämpf diejenigen, die nicht glauben. Frag mal die Leute, ob sie an Allah und seinen Gesagten glauben. Frag mal die Leute, ob sie an Allah und seinen Gesagten glauben. Mal gucken, ob sie dann bekämpfen müssen, ob sie nicht glauben. Guck mal, hör mir mal zu. Guck mal, hast du verstanden, was ich gesagt habe? Wie der lügt, wie der lügt, wie der lügt. Wie der lügt um seinen Gesagten. Guck mal bitte, was ich gesagt habe. Wie der lügt. Wiederhol mal bitte, was ich gesagt habe. Du bist am Lügen, das wiederhole ich, genau. Du bist ein Lüger, der nicht in der Lage ist, zwei Verse, die im Einklang gebracht werden müssen. Also haben wir einen Widerspruch, Asuna. Asuna, hier haben wir einen Widerspruch. Wir haben einen Widerspruch. Asuna, hier haben wir einen Widerspruch. Asuna, wir haben einen Widerspruch. Du hast gesagt, mit Sorge 2, Vers 190 bis 100, 200. Asuna, hör mir zu. Hör mir zu. Du bist schwach. Wallahi, du bist schwach. Wallahi, du bist schwach. Komm mal, hör mal zu, Ex-Muslim. Du wiederholst jetzt bitte vor allem, was ich gesagt habe, um zu zeigen, dass du mich überhaupt verstanden hast. Wiederhol mal. Los. Ich fordere dich heraus, zu wiederholen, was ich gesagt habe. Du bist nicht mal in der Lage, die Verse im Kontext zu betrachten. Sehr, sehr schwach. Wallahi, Ex-Muslim, sehr schwach. Weil das haben wir nämlich in Sorge 9, Vers 29. Sehr, sehr schwach. Das ist die letzte... Asuna, redest du jetzt über mein Wort? Stotter, sehr schwach, Wallahi. Stumm dich mal. Wallahi, sehr schwach. Stumm dich mal, komm. Guck mal, Ex-Muslim, wiederhol mal bitte nur, was ich gesagt habe. Wenn ich zu dir sage, stumm dich, was machst du? Ich bitte dich nur darum, ich stumm mich, hier. Aber ich bitte dich darum, zu wiederholen, was ich gesagt habe. Sei einfach mal ruhig. Genau wie du anderen die ganze Zeit sagst, sei ruhig. Dann sei mal auch mal ruhig. In Suritz, du hast verfehlt, uns den Kontext zu geben, weil sonst haben wir ja einen Widerspruch. Entweder wir müssen die Leute bekämpfen, die uns bekämpfen, und wir sollen nicht übertreten, oder wir sollen doch alle bekämpfen, die nicht an Allah glauben. Ja, was denn jetzt? Was kam als letztes? Was sollen die Muslime praktizieren? Weil deine Worte in der Realität gar keinen Sinn ergeben, weil der Islam sich seit 1400 Jahren mit dem Schwert durchgesetzt hat. Und das sagen viele, viele Gelehrte und sagen, ja, wir schämen uns nicht der islamischen Geschichte. Der Islam hat sich bis safe, ja, mit dem Schwert verbreitet. Und es war Omar ibn al-Khattab, es war Khalid ibn Walid, die diese ganzen Länder islamisiert haben. Wovon redest du hier eigentlich, Hassona? Schämst du dich nicht, hier reinzukommen, die Leute anzulügen, was die islamische Geschichte angeht? Da sagst du, Allah liebt diejenigen, die nicht übertreten. Sag mal, schämst du dich nicht? Schämst du dich nicht, hier reinzukommen, über deinen eigenen Koran zu lügen, über deine eigene islamische Geschichte zu lügen, über deine eigenen Schädigquellen zu lügen? Bitteschön. Jetzt ganz kurz, Hassona, bevor du redest, Hassona, Amir, wenn du ihn einmal unterbrichst oder heu, ich gebe euch beide runter, okay? Er war jetzt ruhig und still, er hat kein Wort gesagt. Auch wenn er jetzt zwei, drei Minuten lang redet, keiner darf ihn unterbrechen, okay? Bitte. Ja, nee, ist toll. Wunderbar, so solltest du laufen, die ganze Zeit schon. Bevor ich anfange, der bricht dann nicht schon. Okay. So. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahum salli ala muhammadin wa ala muhammadin. Schaut mal, liebe Geschwister, meine Frage war doch klar und deutlich. Ist auf die Frage eingegangen? Ich habe ihn gefragt, was habe ich geantwortet? Was habe ich gesagt? Hat er geantwortet, was ich gesagt habe? Nein. Das zeigt, dass Amir, der liebe Ex-Muslim, hier überhaupt nicht zuhört. Er hat sein eigenes Bild gemacht und er ist nicht offen, nochmal zu recherchieren, zu reflektieren, was er gelernt hat und auch mal sich Antworten von anderen anzuhören, wie er selber feststellt hier. Ich habe ihn nämlich gefragt, was habe ich denn gesagt zu Sura al-Baraa? Er hat das nicht gesagt, was ich gesagt habe. Das war meine Frage eigentlich. Ex-Muslim, warum gehst du nicht auf meine Frage ein? Was ist los mit dir? Warum bist du so nervös die ganze Zeit und schreist rum, anstatt einfach auf meine Frage einzugehen? So, nochmal die Antwort für dich, Ex-Muslim. Die gesamte Sura al-Tawbah, heißt auch in den Überlieferungen Sura al-Baraa übrigens, okay? Diese Sura wurde herabgesandt, weil ein Vertrag zwischen den Muschrikien und den Muslimen gebrochen wurde, der den Frieden garantieren sollte. Das heißt, alle Verse, die über Kampfhandlungen oder Befehle zu Kampfhandlungen in dieser Sura sprechen, sind Verse, die aus einem Verteidigungsaspekt heraus herabgesandt worden sind. Verstanden? So, jetzt gehe ich zu dem Punkt ein, worauf du nicht eingegangen bist. Gibst du zu, sei mutig, Ex-Muslim, hier vor allen Menschen, dass dein Gott in der Tora befohlen hat, Säuglinge zu töten, Frauen zu töten, alte Männer zu töten, nur die Jungfrauen am Leben zu lassen, sei ein Mann und gib es hier vor allen zu. Und keine Ausreden, ja, ihr solltet auch daran glauben im Koran, dazu kommen wir später, darauf können wir später eingehen. Gibst du zu oder leugnest du deine Tora? Leugnest du dein altes Testament, das Gott dort offenbart hat? Ich bin gespannt. Was für eine gehirngewaschene Antwort, die mir gegeben hat. Ich sage ihm, dass seine Aussagen absolut in der Realität null Sinn ergeben, weil das, was Hassuna sagt, haben wir gesehen seit 1400 Jahren. Deswegen habe ich ihm Beispiele genannt. Khalid ibn Walid, Omar ibn al-Khatab, Ali. Alle sind losgezogen, haben den Islam mit dem Schwert durchgesetzt und die Menschen zum Islam gezwungen. Das ist die islamische Geschichte, ob es dir passt oder nicht. Du hast ein Riesenproblem mit deiner eigenen Religion. Nicht ich, ich sage dir die Wahrheit. Du schämst dich vor den Leuten zu sagen, ja, Amir, okay, du hast recht, aber ich traue mich hier nicht vor allen Leuten die Wahrheit zu sagen, weil das natürlich beschämend ist, dass der Islam sich mit dem Schwert durchgesetzt hat und meine Familienverwandten, meine damaligen Familienverwandten vergewaltigt und umgebracht wurden und zum Islam gezwungen wurden. Und ich heute auch noch sage, Hamdülillah, ich bin Moslem. Das ist die Schande. Das ist die große Katastrophe. Und ich finde das einfach nur beschämend, dass du hier reinkommst, ein TikTok-Moslem, der versucht uns anzulügen, wo wir doch die größten Bibliotheken haben, Internet zur Verfügung haben, eure ganzen schiitischen Seiten übersetzt sind, selbst die sunnitischen Seiten, eure schiitischen Gelehrten das zugeben und sagen, ja, der Islam hat sich mit dem Schwert durchgesetzt. Die heutigen islamischen Länder wurden zwangs-islamisiert. Und dann haben wir hier einen Hasuna, einen kleinen TikTok-Moslem, einen Schiite, der auf einmal der ganzen islamischen Lehre, der ganzen islamischen Geschichte auf einmal widerspricht. Ja, wen sollen wir denn jetzt glauben? Islamische Gelehrte, die ihr Leben dem Islam gewidmet haben, wahre Schiuch sind oder einen TikTok-Moslem, der hier reinkommt und uns einen Blödsinn erzählt. Nochmal, Asuna. In Sura 2, Vers 190 bis 194, sagt Allah, kämpft gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen. Dafa, das nennt sich Verteidigung, bin ich voll ganz mit dir. Aber in Sura al-Bara, wie du gesagt hast, Sura 9, bekannt als die Sura Bara, das steht in Sura 9, Vers 1, dies ist eine Lossagung Allahs und seines Gesandten gegenüber den Muschikin, weil Muhammad in der Geschichte die ganzen Muslime auf seiner Seite hatte und die Menschen zum Islam gezwungen hat. Und die Sunniten haben natürlich in Sura 9, Vers 5, ist das der sogenannte Schwertvers, der jeglichen friedlichen Vers aus dem Koran abrogiert hat. Das wissen die meisten Leute ja gar nicht, weil der Koran in Sura 2, Vers 106 und Sura 16, Vers 101, die Abrogation den Leuten mitgibt. Wenn es also zwei Passagen gibt, die sich widersprechen, löst die andere, die später gekommen ist, die frühere ab. Und so haben wir es auch das Prinzip. In Sura al-Bakara, in Sura 190, also in Sura 2, Vers 190 bis 194, sagt Allah, kämpft gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen, aber übertretet nicht, denn Allah liebt nicht die Übertreter. Aber auf einmal in Sura 9, Vers 29, sagt Allah, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und seinen Gesandten glauben. Deswegen habe ich Hassuna gefragt, sollen wir also diejenigen bekämpfen, die nicht an Allah glauben oder sollen wir doch lieber nur zur Verteidigung kämpfen? Was denn jetzt? Und dann siehst du, dass in der islamischen Geschichte eindeutig bewiesen ist, dass der Islam sich mit dem Schwert durchgesetzt hat und die islamischen heutigen Länder islamisiert hat. Das war's. Und jetzt... Warte mal ganz kurz, bevor... Hassuna, bevor du anfängst. Warte ganz kurz, Roy. Und jetzt bring uns wieder deine gehirngewaschene Show. Dankeschön. Nein, warte, ich möchte von dir noch schnell was wissen, Amir. Das ist an der Stelle für mich wichtig. Die Abrokation, die Abrokation, könntest du mir die erklären? Weil wenn jetzt Hassuna sagt, dass die Abrokation nicht... Was soll das jetzt? Was soll das? Was soll das? Was ist denn das Verschwachen hier? Allah. Viel auf einmal, Roy. Allah. Allah. Er soll jetzt an mir abkommen. Das ist so ein bisschen... Okay, dann aber danach nochmal. Guck mal, Ex-Muslim lügt hier offensichtlich. Er hat Surah 9, Vers 1 was ausgelassen. Er hat den Vers so zitiert, dass Gott sagt, Lossagung von den Propheten und Gott, von den Mushrikien. Er hat ein wichtiges Wort ausgelassen, nämlich, Was wir an Verträge hatten mit den Mushrikien. Ich gehe davon aus, dass Ex-Muslim, dass ihr absichtlich macht, damit er komfortabler argumentieren kann. Aber Ex-Muslim, ich habe dir schon vorhin gesagt, unterschätze mich bitte nicht mehr. Hast du verstanden? So, es geht weiter, Inshallah. Habt ihr eine Antwort auf meine Frage gehört? Auf meine zwei Fragen von ihm? Habt ihr eine Antwort gehört? Ich habe ihn gefragt, Was habe ich genau gesagt, Armin? Um zu sehen, ob er es verstanden hat oder nicht. Bis jetzt hat er nicht erklärt, was ich gesagt habe. Ich habe ihn explizit gefragt, ich habe ihn gefragt, Gibst du zu, dass dein Gott im Alten Testament befohlen hat, kleine Kinder, Säuglinge zu töten? Und nur Jungfrauen am Leben zu lassen oder nicht? Darauf ist er überhaupt nicht eingegangen. Stattdessen erzählt er mir... Und Hasula, bitte erwähnt das noch. Sorry, dass ich es unterbrechen habe. Hasula, erwähnt das bitte, das mit Omar und Khattab und... Genau, ja, ja, ja. Stattdessen, ich bin ja gerade dabei, Bruder. Stattdessen erzählt er mir die Geschichte von den Eroberungszügen von Kalifen, die ich ablehne. Ich lehne diese Menschen ab. Er kommt mir mit irgendwelchen Stroman-Argumente scheinbar. Er kommt mir mit irgendwelchen Belegen aus einer anderen Rechtsschule, und will mich damit konfrontieren. Das ist ungültig. Das ist überhaupt nicht akademisch. Er hat mich unterbrochen. Kick ihn runter. Du hast es versprochen. Du hast es versprochen, Abo Bizeps. Du hast es versprochen, Abo Bizeps. Kick ihn runter. Kick ihn runter. Ich aber, ich hole ihn wieder hoch, ja? Hier, vorbei. Ex-Muslim, du hast damit die Debatte verloren, weil du mich schon wieder unterbrochen hast. Abo Bizeps hat das ganz klar und deutlich gesagt. Er hat gesagt, wenn du unterbrichst, gehst du runter. Und du hast das gemacht, Armin. So, zwei Fragen, darauf bist du nicht eingegangen. Roy, nun zu dir. Jetzt sind wir beide alleine, Roy. Okay, jetzt können wir uns beide alleine unterhalten, ohne dass jemand ständig unterbricht, wenn ich die Antworten möchte. Aber ich hole ihn, wenn du fertig bist, Hassan, ich hole ihn aber wieder hoch. Ja, ich muss, ich muss, warte in einer Minute eigentlich raus, aber ich bleibe ein bisschen länger. Guck mal, Roy, hör mir mal zu. Ich bin wieder da. Also, guck mal, geh bitte auf Sturm. Du bist so ein Lügner, so nein. Geh auf Sturm. Armin, Bruder, bitte. Er hat mich schon wieder unterbrochen. Er hat mich schon wieder unterbrochen. Armin, Bruder, bitte. Geh ihm bitte wieder runter. Ich habe Stummen jetzt. Komm, red, Hassan. So, also Roy, hast du verstanden, was ich gesagt habe zu Sura Bara? Wiederhol das mal, bitte. Ich kann das nicht so wiedergeben. Das ist ja das Ding, Dankeschön. Dann sei bitte Stimme und misch dich nie wieder ein. Hast du verstanden? Nein. Nie wieder. Um Ex-Muslim zu retten. Nein, und das ist der springende Punkt. Weißt du, was für mich nämlich da total kurios ist und ich habe das deswegen vor Daniel extra sogar gefragt. Weißt du in Gänze, worüber da geredet wird? Und ich weiß es nicht. Ich möchte mich aber, und das solltest du da an der Stelle wirklich auch wertschätzen, dass ich mich darüber informieren möchte. Ich höre in deinen Aussagen höre ich Widersprüche. Diese Widersprüche möchte ich erklärt haben. Der erste Widerspruch, den ich da vorhin benannt habe, war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte gerne wissen, wie das funktioniert. Wenn man das Buch ablegt, dann bedeutet das für mich, daran zu glauben, legt man ab. Wenn man dann aber im Nachgang sagt, das Richtige ist richtig und das Falsche ist falsch, dann ist das ein Widerspruch, der sich für mich ergibt. Ich habe dich verstanden. Ich habe dich verstanden. Dann der nächste Punkt. Du bist aber nicht darauf eingegangen. Dann der nächste Punkt. Hasuna, ich rede doch gerade. So, der nächste Punkt, den ich da unbedingt wissen möchte, weil das ist für mich etwas Existenzielles, wo ich unbedingt aufgeklärt werden möchte. Weil, wenn man sagt, zum Beispiel, dein Prinzip ist Cherrypicking, so nenne ich das. Das, was mir gerade zur Zeit passt, das wende ich an. Hast du doch gar nicht verstanden? Hasuna, höre zu. Hast du doch gerade zugegeben. Hasuna, höre doch mal zu. Und da frechst du dich. Hasuna, was für mich da an der Stelle wichtig ist, ist zu wissen, ob die Abrokation da etwas ist, was stimmt oder nicht. Weil das, was du machst, Hasuna, und das ist mein Verständnis, so wie ich es verstehe, dass du Cherrypicking betreibst. Du nutzt das, was du gerade zur Zeit brauchst. Aber siehst da nicht, du siehst da nicht die Reihenfolge und du siehst die Abrokation nicht. Wenn die Abrokation jetzt du mir wiederlegen kannst, wenn du mir, Hasuna, ich bin noch nicht fertig, wenn du mir die Abrokation, wenn du mir die Abrokation wiederlegen kannst, dann okay. Und den ersten Punkt bitte nicht vergessen. Gut, okay. Geh bitte auf, Sturm. Dankeschön. Guck mal, ihr habt alle gehört gerade. Wie er zugegeben hat, dass er meine Antworten nicht verstanden hat. Aber dennoch hat er vorhin im Eifer des Gefechts ständig gesagt, dass ich mich widersprechen würde. Allahu Akbar, wirklich. Aus euren eigenen Mundern blamiert ihr euch heute. Geh bitte, guck mal, einstum dich nicht treu. Ich gehe weiter auf deine Texte, auf deine Aussagen ein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 2, Vers 106, dass er Verse abrogiert und wenn er sie abrogiert oder in Vergessenheit geraten lässt, dass er mit einem gleichen Vers ankommt oder einem besseren. So, wie kommst du bitte darauf, dass einige Verse abrogiert werden, nur weil sie nach einem Vers kommen? Diese Regel gibt es bei uns nicht. Das stimmt einfach überhaupt nicht. Aber du widersprichst dich. Wo widersprich ich mir schon wieder? Wo widersprich ich mir schon wieder? Du sagst gerade, 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 er hat doch recht, Assuna, er hat mich unterbrochen. Wenn wir ein Vers tilgen oder in Vergessenheit geraten lassen, bringen wir einen gleichen, einen, der im Gleiches ist, also ein besser. Ja, aber das heißt nicht, das heißt nicht, dass das auf jeden Vers so trifft, der neu kommt. Aber wenn du das so suchst und das erklärst, dann ergibt das gar keinen Sinn. Das habe ich dir gesagt. Assuna, du musst eine Schuhe haben. Assuna, hör mir bitte zu. Assuna, du hast die ganze Zeit geredet. Lass auch mal andere jetzt reden. Das ergibt in der Reaktion, Assuna, der hat recht, du pickst nur das raus, was dir gefällt. Aber so geht das in Islamisch. Deswegen sollst du dich beziehen in deinem Islam. Guck mal, okay, okay, geh auch stumm, bitte. Bist du darauf eingegangen, als ich dir die ganze islamische Geschichte gezeigt habe? Als du Islamisch gesaved hast. Guck mal, es gibt einen Maßstab bei uns, der besagt, dass immer wenn ein neuer Vers kommt, der ältere dafür abrogiert ist. So was gibt es nicht. Ihr redet Mist. So was gibt es nicht. Das ist die Doktrin der Abrogation. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Abrogation gibt es im Koran. Natürlich, ein Vers hitt den anderen auch. Nein, gut, aber nicht in Bezug auf jeden Vers, Amir. Ich bitte dich, du hast keine Ahnung vom Koran. Also ist doch cherrypicking. Hey, Assuna, beispielsweise die Sunniten. Die Sunniten, pass mal auf. Die Sunniten haben... Du wolltest es nicht verstehen, ne? Assuna, hör mal zu. Assuna, hör mal zu. Ich will dir nur ein Beispiel geben. Die Sunniten sind ja wegen eurer Mutter eher am Ende, weil es in Zuge 424 dort drin verzeichnet ist. Aber sind so dämlich und wissen nicht, dass es keinen Vers gibt, der den abrogiert hat. Guck mal, weil es ein Vers, die Sunniten auf deinem Kopf sind. Alle Muslime auf deinem Kopf. Ich bin Schiite und sage, Sunniten sind auf deinem Kopf. Mach keine Fatima zwischen uns. Sei mal ruhig, Mann. Sei du ruhig. Mach keine Fatima zwischen uns. Wir sind Ummah und Mohammed sallallahu alaihi wa adi-a-kolls. Man sind keine Sunniten, deine Geschwister, die würden dir dein Nacken therapieren, Mann. Auch wenn sie meinen Nacken schluss. Also Assuna, was ich raushole die ganze Zeit, du legst dir alles so zurecht, wie du es brauchst. Das ist so ein gehirngewaschener Typ, dieser Hassuna, unfassbar. Auf das Erste bist du auch nicht eingegangen, Hassuna. Wenn man das Buch ablegt, in erster Instanz, in zweiter Instanz, dann aber sagt, weißt du was, aber das Richtige ist richtig und das Falsche ist falsch, widerspricht das dem Ersten. Ganz einfaches Schauspiel. Wenn dann, und mal ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, ob mich da so viele Muslime da angelogen haben. Ich weiß das an der Stelle nicht. Aber ich kenne das auch so, dass ein später geschriebener Vers den davor geschriebenen abrogiert. Roy, was habe ich gerade gesagt? Erzähl mal. Genau wie A. Es ist ja auch allein in der Historie, allein in der Historie, macht das ja sogar Sinn. Roy, was habe ich gerade gesagt? Weil das Ganze, guck mal, alleine schon, dass man zum Beispiel angegriffen, obwohl es da einen Pack gab, dass man da angegriffen wurde, dann komplett neu agieren musste, macht das ja auch Sinn mit der Abrogation. Was habe ich gerade gesagt? Wiederholen, mach das verspareil. Hassuna, was du gesagt hast, du poolst dir Sachen raus. Du legst dir das Wallah, legst du dir das zurecht. Hassuna, du legst dir das die ganze Zeit zurecht. Soll ich dich eins zu eins wiederholen, damit du zufrieden bist, oder was? Hassuna, jetzt mal ohne Scheiß, was ist das für ein Kindergarten? Hassuna, was ist das für ein Kindergarten? Du hast gesagt, dass es die Abrogation nicht gibt. Nein, bei Hassuna ist das das Problem. Der verwechselt einige Sachen und bringt einiges durcheinander. Auch war er nicht in der Lage, die islamische Geschichte uns wirklich getreu wiederzugeben. Weil der Islam hat sich nochmal mit dem Schwert durchgesetzt. die heutigen islamischen Nennens. Daniel, Bruder, bitte. Ja. Aber das ist doch kein Geheimnis, mein Lieber. Das ist doch... Du bist so ein Beispiel. Du bist so mein Leid. Du bist so ein Leid. Hast du ein... Daniel, dein Ton geht weg. Ich weiß nicht, warum ihm... Dein Ton? Ja, weil ein Vollidiot, der drin ist und mir zuschaut, mich gerade anruft. Ich verstehe ihn nicht, warum rufst du mich an? Ja, mach nochmal, starte das neu, oder was? Keine Ahnung. Nee, brauchst du nicht. Wenn du... Hört mal nicht jetzt, ja, oder? Ja, jetzt ist wieder alles gut. Alles wieder gut. Ja, äh, Leute... So, aber mal ganz ehrlich jetzt. Also ich bin hier maximal verwirrt. Jetzt mal ohne Scheiß. Also, dass der Islam, dass sich der Islam mit dem Schwert bis Schwanen voran bewegt hat, das ist kein Geheimnis. Ja, aber wir reden doch diese Personen, die das getan haben, lebt ja komplett... Nein, Ali hat das auch getan. Ja, aber mir ist das, mir ist das an der Stelle, an der Stelle muss ich euch mal ganz ehrlich sagen. Wir glauben doch nicht an diesen... Ja, ja, Daniel, das an der Stelle... Ali, das habe ich gerade... Reu, mein Thema ist nicht hier Christen, Schiiten oder sonst was. Mein Thema ist einfach nur, wir Schiiten distanzieren uns von dieser Tat, was heute passiert ist. Ja, und ich bin ja reingekommen, Abubitza, Daniel, ich bin ja reingekommen, um dir zu sagen, dass das, was dem Michael Stürzenberger widerfahren ist, absolut mit dem Islam zu tun hat. Weil die... Vielleicht mit dem politischen Islam, aber nicht mit meinem Islam, Ex-Muslim. Ja gut, aber der Koran ruft ja dazu auf, die Ungläubigen zu bekämpfen. Nein, das ist vielleicht deine Sicht, Amir, aber meine nicht, Bruder. Meine Sicht ist das nicht. Siehst du, du bist ein netter Mensch, weil du niemanden verletzen willst aufgrund deiner Religion, aber deine Religion ruft zu etwas Bösem. Aber Amir, jetzt selber, jetzt selber, die Schiiten mit den Christen im Irak oder im Libanon, die sind alle gut miteinander, die respektieren sich alles, Amir. Also ich weiß nicht, also was du... Du, Amir, und Amir, da hat man eine Frage an dich. Ja, bitte. Ich habe das auch folgendermaßen gelernt. Wenn, guck mal, Daniel streitet bis dato, er streitet ja nichts ab. Er sagt nur ganz einfach, dass das nicht sein Weg ist. Das sagt er, mehr sagt er nicht. Ja, der Daniel hat zu wenig Wissen darüber, was ich... Ja, aber das mag sein. Die Begründung dafür, die mag auch da stimmen. Das kann durchaus sein, hat er ja selber auch gerade eben gesagt. Aber unabhängig davon, wenn er da, sagen wir mal, bis ans Lebensende, dieses Wissen dann nicht erreicht, trotzdem menschlich so denkt, und dann vielleicht sogar gegenläufig zum Islam handelt, dann legt doch nur er am Tag des jüngsten Gerichts dafür Rechenschaft ab. Sehe ich das richtig oder sehe ich das falsch? Derjenige, der dann diese Sachen getan hat, ne? Ja. Der legt dann am Ende der, ja, für seine Tat, natürlich wird er dann Rechenschaft ablegen, aber der Allah liebt ja Leute, die zum Beispiel in seiner Sache kämpfen, wie in einer Schlachtordnung. Suche 61, Vers 4. Und der Allah möchte ja, dass die Muslime ja kämpfen in Suche 2, 216. Also der Koran ist voll von diesen Anordnungen Allahs. Es ist also eine Muslime. Ja, das... Jetzt liegt er seine Religion? Amir, du hast gesagt, Imam Ali, a.s. hat den Islam verbreitet, indem er Länder erobert hat. Kannst du mir sagen, in welcher Schlacht zum Ali gekämpft hat und den Islam verbreitet hat? Das geht dann schon wieder los, ey. Kannst du mir da antworten? Hör auf zu lügen. Hör auf zu lügen, bring mir das mal bitte. Bist du damit einverstanden? Bist du damit einverstanden, dass der Islam sich durch das Schwert durch... Ich bin nicht damit einverstanden, dass... Ey Amir, merkst du eigentlich nicht, was hier passiert? Das ist einfach nur... Amir, das Einzige, was hier passiert, das ist ein Kräftemessen. Alter, mal ganz ehrlich, das ist ein Jahrgang-Vergleich hier. Nichts anderes. Braune Scheiß. Was stimmt denn mit euch nicht? Guck mal, dein Vizep ist ganz... Meine Fresse, ey. Ja, deine ist Größe. Bist du jetzt zufrieden? Du bist ein erwachsener Mann. Mein Vizep ist größer. Ich zum größeren Vizep. Du bist ein erwachsener Mann. So, Amir. So, Amir. Du hast gesagt, guckt mal Leute, das ist das Lustige. Er hat gesagt, der Islam hat sich durch Khaled ibn al-Walid, Omar ibn al-Khattab verbreitet. Und wir Schiiten, und wir Schiiten akzeptieren das. Und ja, er hat das versucht als Beweis zu bringen, dass wir Schiiten dafür sind, dass der Islam einfach so mit dem Schwert verbreitet wurde. Aber Amir hat dabei gelogen. Warum? Weil wir Schiiten, Omar ibn al-Khattab, sogar als Kalifen ablehnen. Unsere sunnitischen Geschwister hassen uns doch dafür, weil wir Omar ibn al-Khattab ablehnen als Kalifen. Sie hassen uns. Sie hassen uns deswegen. So, du willst uns etwas anhängen, wofür uns die sunnitischen Geschwister hassen. So? Was ist das denn? Lass mich doch nicht zum Lachen. Ist das der Heilige Geist? Warte kurz, Amir. Ist das der Heilige Geist? Darf ich jetzt auch mal reden? Darf ich auch mal reden? Darf ich auch mal reden? Ja, 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 antwort mir mal bitte, warum du hier bist. Dann geh auf Sturm. Dann geh auf Sturm. Ich stumme mich und antworte, bitte. Du siehst also, ob das jetzt auch mal war. Stumm dich bitte. Stumm dich bitte. Und nenn nicht zu sunniten deine Geschwister. Die sind nicht deine Geschwister. Die islamische Explosionsgeschichte, ob es jetzt bei den Shia ist oder bei den Sunnit, es ist die Geschichte des Islam. Das ist die traurige und bittere Geschichte. Ja, aber wir lesen das ab, Amir. Warum stummst du dich? Das ist die traurige und bittere Realität, was der Islam seit 1400 Jahren, wie er sich verbreitet hat. Und das ist ja kein Geheimnis. Wir brauchen nur fünf Minuten Recherche und dann wissen wir sogar, dass die ganzen schiitischen Schechs das auch heutzutage zugeben und sagen, ja, wir haben damit gar kein Problem. Die islamischen Länder wurden erobert und wir sind stolz darauf. Die sind sogar damit einverstanden. Das ist ja das Kranke, was die meisten nicht verstehen. Also das ist so totale Brainwash innerhalb der islamischen Religionsgemeinschaft. Also viele wollen das gar nicht wahrhaben, dass es wirklich so ist und einige geben es zu und sie hören, das geht einem rein, einem raus. Sie wollen es einfach nicht wahrhaben. Aber das ist nun mal die islamische Geschichte. Das ist das, wie der Islam sich verbreitet hat. Und die Surah 9, die letzte Etappe in Mohammeds Leben. Und deswegen ist der Islam von dem Wortstamm Aslam Taslam. Nimm den Islam an, dann bist du sicher. Denn der Mohammed hat alle Menschen bekämpft, bis sie den Islam annennen. Okay, dann stumm dich mal bitte und dann lass mich mal bitte antworten, Amir, okay? Das ist die islamische Geschichte. Alles klar, dann stumm dich bitte, dann stumm dich bitte. Hol mal bitte den Bruder Al-Abbas auch hoch. Jeder hat gehört, okay? Jeder hat gehört, wie Amir gerade, wie er vorhin gesagt hat, ja, der Islam hat sich durch Omar ibn al-Khattab, Khalid ibn al-Walid und Imam Ali verbreitet. So, und ich habe zu dir gesagt, Amir, wir lehnen Omar ibn al-Khattab ab. Und er hat gelogen. Und Leute, er geht nicht darauf ein, weil er gemerkt hat, dass er gelogen hat und dass er einfach unwissendes Zeug gelabert hat. Er sagt, ja, Schiiten, Sunniten, dasselbe. Nein, es ist nicht dasselbe. Ich lehne Omar ibn al-Khattab ab und so, wie er den Islam verbreitet hat, lehne ich ab. Das lehne ich ab. So, das lehne ich ab. Jeder lehnt das ab. Jetzt lügst du, jetzt lügst du. Er hat eben gerade, es kam zwei Minuten her, hat er gesagt, dass nicht eure Brüder sind. Bitte lass mich stehen. Hat er eben gerade gesagt. Amir, geht auf ein, geh auf, schnub, hier ein mit Omar ibn al-Khattab. Warte kurz, warte kurz, lass mich ausreden, ob er damit einverstanden ist, ihr Lieber. Geht auf ein, Eck, schnub dich. Ich hab dich nicht unterbrochen. Geht auf, schnub. Ob er dafür einverstanden ist oder nicht, das ist die islamische Geschichte, ob wir wollen oder nicht. Guck mal, guck mal, ich sage nicht, wir haben auch da unterbrochen. Ist der, ist der Islam. Junobi, Junobi, Junobi. Guck mal, der Islam hat sich nun mal durch das Schwert verbreitet. Das wissen wir alle. Die heutigen islamischen Länder wurden alle gewaltsam islamisiert. Und das ist ein Fakt. Dafür, da kannst du noch nicht mehr weinen. O Al-Alaikum-Slam. Okay, okay, lass mich darauf antworten. Okay, bitte lass mich ausführen, Asem, danach, Bruder, dann darfst du reden, weil der Wissendere darf natürlich reden, Bruder. So, so, aber lass mich mal bitte kurz darauf antworten, ne, und schaut mal, Leute, wie Amir jetzt das verurteilt, okay, was bei ihm selber vorhanden ist. Und zwar, das, was der Bruder Hasuna gebracht hat, und zwar, das ist im Alten Testament erlaubt, das ist im Alten Testament befohlen wurde von Gott, okay, dass man Säuglinge umbringt, okay. Was ist jetzt schlimmer? Ich bitte dich, die stronidischen Eroberungen, oder dass du Säuglinge umbringst. Und du, Hasuna hat dich damit begraben. Du bist nicht darauf eingegangen und hast dich damit vollkommen blamiert. So, nein, nee, nicht dazwischenreden, nicht dazwischenreden. Nicht dazwischenreden, nicht dazwischenreden, nicht dazwischenreden. Stumm dich, stumm dich, stumm dich, aufzulegen. Stumm dich, stumm dich, stumm dich. Das, was aus deinem Mund kommt, ist alles andere als heilig. Ich bitte jeden Christen, geht, nehmt euer Christentum von jemand anderem außer Amir, weil er nicht den heiligen Geist hat. Weil er hier gerade mehrmals gelogen hat. Die Leute lachen nicht aus, sie kennen die Islam. Ja, 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 stumm dich, stumm dich, stumm dich. Stumm dich, stumm dich. Hast erfüllt und den Islam muss man haben. Stumm dich, hey Daniel, Bruder, kannst du ihn stumm? Kannst du ihn bitte stumm? Wissen, dass es einen Unterschied zwischen Schieden und Sunniten gibt. Das, was du meinst, mit dem Islam wurde so verbreitet. Ja, das war der sunnitische Islam. Wir Schieden haben ja auch darunter gelitten. Wir wurden ja auch unterdrückt von denen. Richtig, richtig. Du hast dieses Wissen und du weißt das, Bruder. Wir wurden auch getötet, gefoltert, geschlachtet. Richtig. Unsere Familien, die Familie des Propheten, wurden von denen auch unterdrückt und getötet, Bruder. Aber Bizeps, darf ich kurz richtig? Du kannst dich alle in einen Topf stecken, Amir, Bruder. Wie eine Kamel, Aber Bizeps? Ja. Aber das macht er doch gar nicht. Er versteht das falsch. Nein, ihr versteht das falsch. Er redet über die Geschichte. Die Geschichte, da hat er ja recht. Geschichtlich gesehen war das ja auch. Richtig. Aber er hat euch vorhin auch nicht in einen Topf geschmissen. Er hat wohl eindeutig gesagt, dass da die Schiiten, die Sunniten nicht ihre Brüder nennen sollen. Egal, was ihr dagegen sagt, der Islam hat sich mit dem Schwert verbreitet. Wie viel Schlachten hatte der Prophet Amir? Wie viel Schlachten hatte der Prophet? Auch Ali hat Menschen umgelegt. Sag mal bitte. Er hat im Krieg, warte kurz, Ahsand, Ahsand, bitte. Warte mal kurz, in welchem, warte mal kurz, in welchem. Bruder, bitte. Warte mal kurz. Ich gebe dir sofort das Wort. Amir, wie viel Schlachten hatte unser Prophet? Ja, Allah, sag. Genug, um Menschen umzulegen. Sag doch, wie viel an Anzahl. Genug, um Menschen umzulegen. Aber Amir, Habibi, er hat genug genommen. Hat der Menschen zum Islam gezwungen? Hat der Menschen zum Islam gezwungen? Wie viele Schlachten hatte unser Prophet? Islam gezwungen. Sag mal, wie viel Schlachten der Prophet hatte. Sag mir, wie viel Schlachten der Prophet hatte. Sag mir, wie viel Schlachten der Prophet hatte. Hat der Mohammed nicht. Er ist auf Antworten. Unglaublich, unglaublich. Okay, darf ich kurz ausreden? Bruder, ja, ich gebe dir das Wort, Bruder, aber er soll darauf antworten. Hans, Bruder, bitte. Ich will meinen Punkt nur zu Ende machen. Ich will meinen Punkt nur zu Ende machen. Dann hat der Mensch zum Islam gezwungen, ja. Ja, Suri 9, Kass 29. Geh bitte auf Sturm, geht bitte auf Sturm, Amir. So, und dann antworte ich darauf. Und schaut mal, Leute, wie er wieder gelogen hat. Und danach ist auch der Bruder Aasim dran. Nur ich lüge. Nein, 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 du bist ein Lügner, weißt du warum? Du bist der größte, der hier Takiyah-Praktizierer hat. Das ist so krank, ey. Du bist der größte Takiyah-Praktizierer. Und jetzt schimm dich. Oh, krank. Jetzt schumm dich, jetzt schumm dich, du Lügner, du Satan, okay? Stumm dich. Satan, kannst du den nennen, der ein 6-jähriges Kind gehalten hat? So, so, ja, schumm dich. Hör mal aber nicht daran mit 6-jähriges Kind. Wiesst du, wie dumm der ist? Doch, auch die Schiite, Schiite. Oh mein Gott, sehr dumm. Und ich spitze, spitze, spitze. Bitte. Jetzt bitte. Stumm dich. Stumm dich. Stumm dich. Stumm dich. Stumm dich. Ruhig. Nein, nein, er wird mir reinreden, Bruder. Er soll sich dumm. Red doch einfach. Okay, sehr schön. Sehr schön. Yallah, ich rede. Also, Leute, er hat gesagt, er ist wieder aus der Sache und mit der Bibel ist er da weggerannt, weil er nicht darauf antworten wollte und sich für seine Religion schämt. Da musste er mal wieder christliche Takiyah anwenden und diese Sache verbergen. Aber gar kein Problem. So, die andere Sache, die er gebracht hat, ist gewesen, okay, dass... der Islam sich so verbreitet hat, also dass er sich so wie mit Gewalt verbreitet hat. Unter Omar ibn al-Khattab kann es sich so verbreitet haben. Über Osman, über Narfan, über Morawiyah ibn Abi Sufyan. Über wen? Über Jezid. Jezid ibn Morawiyah. So. Aber Amir, weißt du, dass Jezid ibn Morawiyah, okay, unseren dritten Imam, Imam Al-Hussein a.s. umgebracht hat, TikTok sportlich, und wir Jezid dafür verfluchen. Wir verfluchen Jezid jedes Jahr. Jedes Jahr verfluchen wir Jezid deswegen. Und du sagst, wir akzeptieren so einen Islam? Bring mir einen schiitischen Gelehrten, der sagt, die Chilafa von Jezid ist Hack gewesen. Bring mir das. Das wirst du niemals finden. Weil jeder Schiite Jezid verflucht. Genug, das steht doch nicht an. Genug, das steht doch nicht an. Denn es interessiert uns nur, dass der Islam sich durch das Stuhl durchgesetzt hat. Genug, du hast gerade gemerkt, dass du aus deinen Christen geredet hast und gelogen hast. Genug, du musst aber andere ausreden lassen waren. Jetzt komm mal bitte auf die Bibel zurück, wo dein Gott befohlen hat, Säuglinge umzubringen. Sag mal bitte vor den ganzen Leuten. Hat dein Gott auch befohlen, Säuglinge umzulegen durch die Flüge? Hat dein Gott befohlen, Säuglinge umzubringen? Das steht doch da. Ja, das steht da. Okay, dann sag mal bitte, mein Gott hat Babys umgebracht. Das steht doch da. Da brauch ich dir das nicht zu sagen. Nein, mein Gott hat Babys umgebracht. Hat Allah Babys umgebracht, sag das mal. Sag das mal. Sag das mal. Ich hab die erste Frage zuerst gestellt. Ich sage zu dir, das steht da. Ich kann es gar nicht leugnen. Bist du krass oder was? Sehr schön. Okay, Leute. Ist das ein Typ? Dann stimmt das egal. Können wir ein bisschen den Niveau ein bisschen steigen? Allah hat die Sinnslut gebracht. Waren darunter keine Babys? Guck mal, ex-Muslim. Ich höre nur die Schreie hier. Wartet mal. Guck mal, Allah. Er soll sagen, wie die Schlacht der Mofi hatte. Lass mal kurz an. Er soll noch eingehen. Kannst du mal bitte drei, vier Leute mal runterkicken, damit man wenigstens mit einem hier redet? Okay, warte mal kurz. Geht mal raus. Geht mal raus, man. Geht mal eine, eine, nicht alle Küche. Wir sind hier keine Sinnen. Du debattierst gar mit Schiiten. Du hast jetzt ein Problem. Wie viele Schlachten hatte der Prophet? Geht mal ruhig. Du hast ja kein Problem. Der Prophet hat nichts zu was. Mach mich runter und mach Asem hoch. Mach mich runter und mach Asem hoch. Hallo Leute, 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 Leute. Das ist nie. Das ist nie. Ganz Deutschland hat die Schnauze voll vom Islam, Mann. Und ihr kommt hier rein und sagt, Islam ist Frieden. Ganz kurz, Leute, ganz kurz. Jetzt sind zwei Christen oben und zwei Schiiten. Beruht euch. Bitte bleibt sachlich. Schreit euch bitte nicht an. Amir, bitte. Ich weiß, das ist deine Art. Aber bitte beruht euch alle. Jeder einzelne von euch. Wir sollten uns respektieren, egal was wir glauben. Abobizeps, kannst du mich runter machen und Allah Abbas dann hochholen, Bruder? Weil er ist der meiste Wissen. Nein, nein. Also du bist jetzt hier oben. Ach Boris und oben. Ja, Bruder. Aber ich möchte nicht reden, wenn ein wissenderer Bruder da ist. Daniel, Daniel. Das Gespräch ist nicht möglich. Auf so einen Jahrgang vergleich habe ich keine Lust. Das Thema ist völlig verloren gegangen. Ich komme dann nochmal später wieder, wenn das Thema wieder da ist. Und ganz ehrlich, ich würde mich da auf keinen Fall in die Stellung begeben, in dem Wissen, wo Amir ist. Auch jeder andere wahrscheinlich, der hier drinnen ist. Ich kriege aber eins auf jeden Fall mit. Ich kann nichts dazulernen, weil ich nichts verstehe. Nichts. Ja, weil Amir nicht ausgehen lässt. Amir, dann versteht man nichts. Natürlich, richtig. Amir lässt nicht ausgehen lassen. Dann gebe ich Reu recht. Dann greift euch gegeneinander. Nicht nur Amir. Daniel, wir hören uns später, ne? Okay, Reu, bis später. Sender Crime. Sender Crime. Herr Jilanoubi, du kannst oben bleiben. Ich geh runter. Anstelle kann Asim hoch. Aber er soll auf meine Frage antworten. Wie gestatten hatte der Prophet? Ich will das doch nur wissen. Bruder, ich werde ihn an dieser Frage festhalten. Hol dann Asim hoch. Hol Allah r. Ja, aber jetzt sofort. Er soll antworten wie? Hassuna, ich habe ihn jetzt hoch. Okay, Asim, Bruder, bitte schön. Ja, Habibi. Ex-Muslim, guck mal, wir wollen sachlich darüber reden. Also, du hast den Vers gebracht, Surah 9, Ayah 29. Da steht drin, bekämpft denjenigen, die nicht an Allah subhanahu wa ta'ala glauben. Aber im Arabischen, also die Mittel, ja, also wir verstehen den Koran durch die arabische Sprache. Und die arabische Sprache ist nicht so einfach wie die deutsche Sprache, da wir verschiedene Bedeutungen für Wörter haben, zum Beispiel für Bekämpfen. Bekämpfen bei unserer Sprache könnte auch bedeuten mit den Worten, muss nicht unbedingt mit dem Schwert. Und wenn wir das so übersetzen wollen, wie du es dir übersetzt, dann widerspricht sich ja den Koran selbst. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Surah Al-Baqarah, die Ayah 256, La ikraha fiddin, qad tabayyin al-Rujdu min al-Ghayy. Es gibt keinen Zwang in der Religion. Und du behauptest, dass wir unsere Religion mit dem Zwang verbreitet haben. Das ist ein Fakt, dass ein politischer Islam, was wir ablehnen, entstanden ist durch Amar bin al-Khattab und die ganzen anderen angeblichen Muslime den Islam verbreitet haben. Das ist richtig. Aber wir Schiiten nehmen das ab. Und durch den Vers, was ich gerade erwähnt habe, La ikraha fiddin, kein Zwang in der Religion. Kannst du bitte uns erklären, wie wir Muslime daran glauben, dass der Islam mit Zwang verbreitet wurde, obwohl diesem Vers im Koran steht? Ja, ob du daran glaubst, dass der Islam sich mit Frieden verbreitet hat, das ist eine Sache. Aber die islamische Geschichte sagt uns etwas ganz anderes. Du hast den Vers aus Surah 2... Ich habe nichts von meinem Glauben, wie der Islam sich verbreitet hat. La ikraha fiddin, es gibt kein Zwang in der Religion. Ganz kurz, Amir, ganz kurz. Aber ihr müsstest ja auch direkt und genauer sagen. Das, was Amir sagt, stimmt ja auch. Auch laut der schiitischen Sicht, dass der Islam so verbreitet wurde, mit dem Schwert. Das stimmt ja auch. Da rücken wir ja nicht. Da sagen wir nicht, dass er lügt. Das stimmt so. Nein, Bruder, das Ding ist... Aber wir nennen die Menschen nicht den richtigen Islam. Diese Menschen... Ja, das ist für mich auch nicht der Islam, richtig, genau. Aber heutzutage kennen die Menschen nur diesen Islam. Abbas, 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 du siehst doch, dass die islamische Geschichte eine sehr, sehr traurige Geschichte ist. Denn Mohammed hat die arabische Halbinsel verlassen mit Khalid und diese ganzen Leute. Und die haben Iran angegriffen, Irak angegriffen, haben diese ganzen... Das ist die semitische Version von dem Islam, mein Lieber. Das ist die schiitischen Akzeption. Ich erzähle es dir, wenn du mir erlaubst... Okay, wie ist der Islam islamisiert worden? Erklär mal. Ich habe mich eine direkte Frage gestellt. Warum lügst du die ganzen Leute an? Nein, nein, ich lüge nicht. Ich erwähne einen Koran-Vers und du sagst, ich lüge. Jeder kann den Vers aufschlagen und lesen das, was ich sage. Allah s.w.t. sagte, es gibt keinen Zwang in der Religion. Und du behauptest die sunnitische Version von dem Islam, dass Mohammed s.w.t. mit seinem Gefährten die Länder angegriffen hat. Und den anderen Vers sagt, übertrete nicht, denn Gott liebt nicht diejenigen, die übertreten. Und du behauptest, dass Mohammed s.w.t. gegen andere Menschen übertreten hat. Wir dürfen uns verteidigen im Gegensatz zu Gewalt und keine Ahnung was. Aber wir dürfen nicht die Menschen ohne Grund so bekämpfen mit dem Schwert. Aber das Wort bekämpfen, die du gebracht hast. Qatilu. Qatilu muslimine. Also. Ich frage dich nur eine Frage und antworte bitte direkt. Ja, was bedeutet denn Qatilu? Ich blube dich oder was? Das ist ja meine Frage. Im Arabischen. Qatilu bedeutet nur mit dem Schwert oder kann es auch was anderes bedeuten? Ja, aber du musst den Kontext doch betrachten. Wenn Allah sagt, kämpf gegen diejenigen, die nicht an Allah und seinen Gesandten glauben. Und die nicht das verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben. War das Verteidigung? War das Verteidigung? Nein, nein. Hier steht, ich komme im Kontext. Qatilu. Qatilu. Also Qatilu. Bekämpfen. Bekämpfen steht da auch mit dem Schwert oder hast du das selber aus deinem Verständnis rausgeholt? Ja, was sollen wir denn machen? Wie sollen wir denn bekämpfen? Kann ich dich bekämpfen, indem ich mit dir diskutiere? Achso, dann ist Allah schon wieder nicht klar und deutlich. Im Arabischen ist das so, Qatilu bedeutet nicht nur mit dem Schwert. Oh Mann. Jetzt versucht er zu philosophieren. Du kannst den Wörterbuch von Qatilu aufschlagen. Wenn du wachst. Die ganze Suche 9. Die ganze Suche 9 ist der Kampf gegen die Muschikin. Was erzählst du da für ein Quatsch, Mann? Ich fordere dich heraus. Hol ein arabisches Wörterbuch raus und schlag mal Qatilu raus. Und wenn es nur um mich geht, ist es mir egal, was du sagst. Abbas. Abbas. Abbas, die Suche 9 ist eine Lossagung. Allah und Mohammed. Darf ich mal kurz dazwischenreden? Die Muschikin umgelegt. Darf ich mal kurz dazwischenreden? Schau mal, der Hasunah hat ja schon gesagt, dass diese Suche 9 offenbart wurde, weil die Muschikin einen Friedensvertrag nicht eingehalten haben und Leute und Muslime umgebracht haben. Und aus dem Grund kam dann diese Suche hinunter. Wer hat den Vertrag gebrochen? Ja, der Hasunah hat dich damit ausgezogen. Er hat den Vertrag gebrochen? So, die Muschikin haben den Vertrag gebrochen. Bring mir bitte den Klo. Daraufhin, hör mir mal zu. Ich bin dir nicht zu hören, ich will die Quelle haben. Ich bring dir gerne, guck mal, du kannst gerne jeden schiitischen Tafsir dazu aufschlagen. Ich will nicht, dass die Takiyah Boys mir irgendwas erzählen. Bring mir eine Kunde. Guck mal, du bist der größte, der Takiyah hier macht. Du machst doch nur Takiyah, es gibt das nur bei euch. Du bist der, guck mal, Zen Man Crime, du bist der, guck mal, Zen Man Crime, du bist der, wir dürfen nögen, um die Trügelung an euer Ziel zu kommen. Zen Man Crime, du bist der größte, der hier Takiyah macht. Ja genau, Zen Man Crime besser als Jindoubi. Jindoubi, du kennst mich ja, Gottes Segen. Jindoubi. So, eine Sekunde, eine Sekunde. Aber, Zen Man Crime, du kennst mich doch. Wir können doch direkt mal ein Dialog führen. Lass mich mal bitte. 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 Ja, Pavlus, dann warte, bis ich ausgeredet habe. Nur dieses einen Punkt, Zen Man Crime. Das funktioniert ein Dialog. Du bist Deutscher. Wie kann ein Libanese bessere deutsche Dialog führen? Ist doch kein Deutscher Mann, der ist Ithaka, Mann. Keine Ahnung. So, jetzt lassen wir euch reden. So, Zen Man Crime, können wir einmal kurz eine Sache klarstellen? Weil du sagtest, darauf bezogen auf der Bibel, dass die Kinder Baby sterben sollen. Du sagtest, mit den Hassuna verbunden, weil du willst ja mit dem verbunden, ja. Dass Jesus befohlen hat, in Krieg zu gehen, dass wir jeden unter unsere Füße stellen sollen und schlachten sollen. Was wir aber sehen... Das ist, was mein Zitat wurde habe ich auf dir jersey eingehenunkt. Der Poplov ist wieder auf der Bibelstelle eingeplant, bitte. Ich bitteschön. Also, Jesus Christus hat 1. das ist der größte Lockort für euch alle, weil ihr alle an Lügen seid. jesus christus hat eine geschichte erzählt eingehen der geschichte von ein könig ein gleiches direkt vers 1 bezogen ihr müsst nur den versen zurücklesen aber nein ihr bezieht es aus dem kontext gerissen um euch das da klassische und zu sagen warum sagt ihr bei uns ist krieg bei euch steht es doch auch nein wo steht es nicht und steht wie eure feinde lieben der nächsten wenn aber bei euch in suche als tauber die reue drinnen steht das komplett eine vernichtung darauf bezogen ist und jetzt hat man sich aber ein vertrag ja von wem wurde der vertrag gegeben sehen wir nicht dass ein vertrag gegen die monate kuhn gegeben ist erstens die jahre zu bezahlen zweitens islam anzunehmen oder drittens die stand zu beziehungsweise der land zu verlassen oder nacken zu therapiert zu werden und wenn du mir ankommt und sagt aber in die biblia steht dass dein armer hat genauso die sind flug geschickt wie mein gott jahr wird wenn du uns das schaffte sie sind politik nur zu wenn unser jahr wird diesen flug geschickt hat liegt das daran weil die menschen das gericht bekommen wie das jüngste tag und zu ein gericht wird erst wieder am jüngsten tag wieder geschehen und wir sehen mit erster samuel 15 das sind erster samuel 15 vers 19 nicht vollzogen ist denn ein stück geschrieben warum hast du denn die stimme des herrn nicht geräuscht also wurde nicht kinder und baby sonstiges umgebracht jetzt sieht immer alles aus dem kontext wie ich möchte jetzt schon die scharbe zu bieter tom ein gefallen bitte nicht die bibel aus dem kontext zu ziehen sondern um ein gefallen bleibt mal bei der islam und beantworte die fragen von armen punkt okay stimmt nicht mal bitte du und ami ihr stimmt euch bitte und dann mal die ich bin ganz kurz auf abbas bitteschön abbas ist so wissender als du abbas ist abbas erklär mal den leuten was zum beispiel die sogenannte jizia ist was ist das was die nicht muslime zahlen müssen um einem leben zu sagen erzähl mal das meine frage guck mal es gibt bestimmte regeln den islam herrscht also wenn wir ein imam für den herrsch also wenn der imam alaihissalam herrscht dann gibt es bestimmte gesetze die man verfolgen muss wenn man diese gesetze nicht befolgt weil er eine bestimmte andere religion folgt dann muss er dafür eine jizia bezahlen was und das ist geld also er muss dafür steuer zahlen machen wir auch in deutschland nicht bezahlen was passiert mir dann was passiert denn du bist du bist halt bestraft in dem was der imam alaihissalam sagt also genau genau können wir nicht sagen was die strafe sein wird das kann nur der imam alaihissalam so wie auch hier in deutschland du hast mir eine frage gestellt lass mich doch antworten aber aber abbas der firma wird antworten bis die antworten ich sage ja guck mal diese gesetze was der imam alaihissalam in dieser in diesem fall macht das überlassen wir ihnen wir können nicht sagen okay jetzt herrscht ja kein islamischen islamisches land diese diese jizia beispielsweise in iran zahlst du es ja nicht warum weil der imam alaihissalam ist ja nicht da er kann nur bestimmen wie viel ist die jizia und wer diese jizia nicht bezahlt was mit ihm passiert und so weiter und so fort diese gesetze können wir nicht machen das kann nur der imam alaihissalam machen mit dem wort gottes verstehst du und dieses also in dem fall wo der prophet sallallahu alaihi wa alaih unter uns war da könnten wir dieses gesetz erfüllen in dem wir dem in dem er gesagt hat was für strafe derjenige der das nicht macht bekommen wird ich lese ich lese in der islamischen enzyklopädie band 15 seit 149 wo gesagt wird jizia kommt von dem wort jaza das ist strafmaß man bezahlt den muslimen geld um sich vor dem enthaupten zu schützen aha aha okay und was ist das ein nein warte kurz bitte lüge die leute hier nicht an abbas genau das ist strafmaß das ist eine strafe die die christinnen bezahlen müssen wenn sie in ihrer religion bleiben müssen abbas stell dir mal vor morgen hält der olaf scholz eine rede und sagt ihr muslime morgen müsst ihr jizia bezahlen und wer sich wagt die jizia nicht zu bezahlen wird nackentherapieren und dann wird was ich sage ja soweit was war ich meine regionen bezwingt mich er bezwingt mich teuer zu zahlen damit er waffen kauft und irgendwo in länder zu schicken das ist nämlich eine strafe oder willst du reden willst du zuhören oder willst du reden an mir guck mal olaf scholz bezwingt mich steuern zu zahlen und mit diesem steuer kauft der waffen oder verkaufte waffen in dem sinne an ländern den ich nicht verkaufen möchte und das ist für mich eine strafe aber den islam es gibt die stimmte gesetze denn allah oder unseren gott erfunden hat ja damit wir es befolgen müssen und wer diese gesetze nicht befolgt ist in dem sinne bestraft von allah subhanahu wa ta'ala von gott selber weil das wort von dem propheten ist von allah subhanahu wa ta'ala gegeben nicht von uns was muss man wie muss man denn mit juden und christen umgehen in einem schiitischen gottesstaat ja das überlassen habe ich gerade doch geantwortet ja was sagen wir doch da immer kommen es gibt eine belieferung bei uns wo ein sani wo jemand der unzucht begangen hat gehst du den imam gesagt ich habe unzucht begangen und danach sagte der imam gehe ich verzeihe dir weil er weiß dass er hat aus reue gemacht also er hat reue gezeigt und danach kommen wir mit unseren scharia und sagen wir ja der imam lag falsch nein machen wir nicht warum weil der imam weiß ganz genau was im herzen ist das ist unsere glauben und das hast du ja nicht du wusstest ja was passiert mit den menschen die sagen möchte ich möchte bibel verteilen auf staaten mit genehmigung bibel verteilen jesus wieder jeder da sein dass ich mal wissen ob das ja das ist wirklich dass ihr aufgrund eurer islamischen texte lügen müssen damit ihr nicht von der welt kritisiert ich möchte dass sie meine frage beantwortet dürfte ich in ein iran schiitisches land ich betone es doch mal schiitisches land darf ich da jesus verkündigen ja oder darfst du ja ich möchte wissen warum du gelogen hast www.papos.de ich stumm jetzt mal alle weil ich schreit nur rum und brütt nur rum ich hab jetzt kurz nachgeschaut und im iran gibt es 600 kirchen genau eine frage warte die propaganda können wir ganz leicht widerlegen die propaganda können wir ganz leicht ja naja wo bitte tun wir einen gefallen schreibt doch mal ein www.opendos.de dann schaut euch mal die 90 prozent islamische länder an wie uns christen überhaupt geht die nordkorea hat auch eine kirche du redest du redest du redest ja wir können auch von schieden ja wir können auch von schieden ja wir können auch von schieden ja lass mich das mal lass mich das beantworten ja ja jetzt kommt der iraner jetzt nicht das ist das ist dort das ist dort kirchen gibt das ist doch klar ist doch klar weil sehr viele armenier dort leben aber da die frage war darf man offen in iran bezeugen unter einem schiedischen gottesstaat mit menschen zu machen wotest du sie noch gibt das was ich will nur was ich ganz gut sagen warte kurz lass mich nur kurz ausreden den meisten heiligen ort bei uns scheiden ist karbala und in karbala drinnen sind christen die deren religion praktizieren aber es gibt bilder und videos davon was willst du hier größer als abbas wir reden gerade über einen gottesstaat schiitischen gottesstaat das gerade schiiten gesagt und ich habe dich gerade ich möchte ein check machen bitte abo bicep schreibt ich möchte jetzt ein faktor check habt keine angst hat alle keine angst möchte das jetzt bitte abo bicep mieten kugel ein gibt ob windows und erst mal iran und dann auch windows und da möchte ich möchte ich dass du es in kamera anzeigen iran erst mal iran hier schreibt jemand rein guckt das englisch und dann dorst auch wieder lehrt dann auch noch aus der erste bitte ich mich doch so bitte ruhig bis fakt den check einfach fakt den check da möchte ich einfach dass er vor dies was da drin steht wie es meine brüder und schwester in diesen schnittischen länder geht also ich habe jetzt in google eingeben iran open doors und dann ja bitte einfach jetzt suche drücken und dann erster link nachdem das vorgelesen hat lass mich schon aus dem bitte ich möchte das einfach ein faktencheck gemacht wird dankeschön ja kein problem moment ganz kurz jetzt hier wo sich jetzt draufklicken ist erster link ja genau dieser wo iran genau und da ist ein christlicher bruder zum beispiel der tag gezeigt wird und dann ist ein bericht von jedes aktualisierung wo meine brüder und schwester gerade ein schiitisches land wirklich geht und das ist eine offizierte seite die auch in deutschland anerkannt ist und ich möchte dass es danach schaut und dann sieht wie wir wirklich sein es ist propaganda was produziert wird mit kirchen aber meine brüder und schwester leiden wir dürfen nicht das evangelium verbreiten so wie ihr machen was er möchte möge jeder entscheidend was er nimmt aber wir dürfen es nicht das sind fakten und das erste gefehlt ist das lange genubi gehen wir darauf ein bitteschön guck mal nach dass er das gezeigt hat warte sei mal kurz ruhig abo bietz jetzt habe ich gelogen steht das da drinnen dass meine ich bitte sei mal kurz ruhig ich bitte dich ich habe keine angst wenn wir es nicht ich zitter nicht dieses thema muss erwähnt werden dass unter islamischer herrschaft die christinnen wie dreck behandelt werden dankeschön kann keiner von euch leugnen dass die christinnen wie dreck behandelt werden in islamischen ländern ok ich weine für palästina kinder genau wie israel kinder ich weine für jedes kind und bin nur für die wahrheit aber meine brüder und schwester wird in iran wirklich auseinander genommen und das ist sehr genau 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 jetzt hier jetzt überblick christliche konvertierten die den islam verlassen haben tragen die hauptlast der verstöße gegen religionsfreiheit diese verstöße werden vor allem durch die regierung und in einem geringeren maß durch die gesellschaft und die familien der konvertierten begann die regierung sieht in christlichen konvertierten einen versuch westlicher länder den islam und die islamische regierung des iran zu untergraben leiter von gruppen solcher christlichen konvertierten sowie gemeindeleiter und mitglieder anderer den nominationen und kirchen die christliche konvertierten unterstützen werden verhaftet vor gericht gestellt und wegen verbrechen gegen die nationale sicherheit zu langen haftstrafen verurteilt also ich könnte jetzt noch weiterlesen also das ist ja ich habe nicht nur einsatz mich nur einsatz ich weine wir weinen auch wurde an mir wir brüder und schwester weinen sogar für die palästina kinder und das unterstützen will ich mir weinen immer für die menschen die leiden wenn es gegen die wahrheit ist weil wir für die weit sprechen und da sind die mir wieder darauf hingelenkt meine lieben wir sehen meine brüder und schwester leiden in iran das alles lüge wenn ihr was dagegen sagt ich habe fakten gezeigt war zeigt jetzt zeige ich auch fakten aber wir haben euch bitte alle ab und ich habe mich an der runde doch einfach mal stummt ich bin ich mit der reise okay dann wer dazwischen redet soll gestimmt werden aber ich will nur eine sache zeigen aber wie kannst du auf youtube geben kristen in karbala und so ist dieses video und dann zeigen wir wie wir so hart mit dem christen umgehen zeigt den heiligsten ort für den für den schiiten und die christen und die christen und die christen die christen selber antworte darauf zu schauspielern pavlos stundig weitergeht ihr seid richtige schauspieler was los so ist wieder nein du bist der größte schauspieler eine frage und denkt jetzt bitte ich habe die zuschauer die lassen nicht antworten warum meine brüder und schwester in iran schiitisches land leiden ich stumm dich so nehmals nehmals behalte kamelurin song für dich stumm dich bitte die palästina du sagst kamelurin schämst du dich nicht so stumm dich stumm dich stumm dich was ist los bei euch als erstes als erstes eine sekunde als erstes okay so ist guck mal ich sage euch das jetzt allen okay ich sage euch das jetzt ein das was der bruder asem jetzt gezeigt hat okay oder der bruder abo bizeps okay das war mit karbala wie wir schiiten die jane den größten den größten schiitischen ort okay zeigen die pilgerstätte die größte schiitische pilgerstätte okay dass da christen sind christen weinen mit uns über imam hussain alle salam christen weinen mit uns subhanallah so und ihr wollt uns da unterstellen dass wir irgendwie dass man irgendwie dagegen christen ist oder sonstwas was ist das denn bitte für eine dumme aussage das ist der erste punkt das ist der erste punkt das war der erste punkt aber ich muss auch sagen ein paar plus also im libanon sind christen und christen wirklich eng miteinander also hier das ist eben da habe ich die kirche ist gar nicht zu bezweifeln daniel das ist doch okay bin ich doch mit dir es geht mir darum wenn zum beispiel ein gottesstaat eine theokratie laut islamischer herrschaft dann also überall über die menschen herrscht das ist das problem was wir haben im libanon gibt es doch keine scharia da leben die leute einfach miteinander zusammen verstehst du sobald der ins scharia eingeführt wird und der islam in seiner vollen pracht zur schau gestellt wird dann siehst du den wundern sind ja und das sind dann die frage okay das ist ja ganz kurz ich wurde zu erzogen und ich kenne das nur so bitte für mich den christen und schieten geschwister also wir sind geschwister bitte seid nicht zu hause gegeneinander wird die sache sachlich aber der einzige da lacht hier ist nur ex muslim und nicht übertreibt ihr seid ganz halt auch so noch nicht gleich wenn ich eine das abbas bitte mit sich ein einziges man das doch die kann das haben ich meine jetzt alle ich meine jetzt nicht nur eine person bitte die christin und schieten wir miteinander gut okay vielleicht ist im iran nicht so okay aber iran ist nicht mein maßstab jetzt habe ich eine frage jetzt habe ich eine frage jetzt habe ich eine frage ich möchte die frage von diesen beiden schiiten beantworten was ist das meine frage ist unbeantwortet kann ich bitte frage stellen nein darf doch nicht halt den mund wie redest du mit nein kann ich auch gehen 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 nein alles gut alles gut alles gut ich werde langsam aggressiv alter ich werde langsam aggressiv alter ich bin so einfach siehst du wie ich mich fühle ich finde es traurig nein ich finde es traurig nein nein jetzt wenn ich rede bitte ey Schnubi lasst Pavlos zu ende reden er hat vorhin geredet die ganze zeit jetzt und dann darfst du reden Schnubi bitte bruder bitte aber er solltet mit alle lasst Pavlos reden ich soll mich wieder unterbrichst du mich Bruder bitte lasst Pavlos zu ende reden ok und dann darfst du reden Schnubi oder Allah bitte ich muss kurz jetzt was machen aber bitte streitet euch nicht Dankeschön Dank dir also die frage ist nur immer unbeantwortet die frage ist in ein schiitisches land ist ja iran das ist ein schiitisches regime ja und dann geht es ja nach der Scharia sag ich jetzt mal mit den Schiiten tun in diese Richtung warum leiden die in so einem äh maßstab meine Brüder und Schwestern wenn ihr doch den Frieden hinein etabliert warum herrscht da kein Frieden wieso dürfen wir nicht Jesus Christus auf den Straßen verkündigen so wie ihr die da war in Deutschland verkündigen könnt ohne Probleme jetzt geht alle auf stumm und hört einfach erst mal Iran präsentiert nicht den Schiiten Schien Islam ich habe dir den heiligsten Ort für den Schiiten gezeigt mit den Bildern mit den Christen und du sagst zu mir die Christen leiden okay in Iran könnte ja passieren dass die Christen leiden so wie die Muslime auch in China leiden das ist ein Land wo politische Gesetze herrschen und das präsentiert auch nicht die ganzen Chinesen oder die ganzen Muslime es ist halt ein Fakt dass manche Länder nicht die besten Gesetze haben und da leiden auch viele Menschen darunter und ich bin komplett dagegen so wie der Koran auch schon sagte la ikraha fiddin so kein Zwang in der Religion und dass du diese Reportage jetzt oder diesen Bericht gezeigt hast das hat nicht viel gezeigt aber ich habe dir Bilder gezeigt zeig mir Bilder wo Christen leiden so wie ich dir Bilder gezeigt habe wo Bilder mit uns wo Christen mit uns deren Religion praktizieren zeig mir Bilder ich habe dir Bilder gezeigt unterbricht uns bitte nicht unterbricht uns nicht unterbricht uns nicht unterbricht uns nicht unterbricht uns nicht und ihr seid doch dochso redet weiter sagt dann bitte ja redet bitte weiter du willst doch sowieso runter gehen aus Du wirst auch deinem Bruder reden. Unfassbar, ey. So, also, ihr kommt die ganze Zeit immer noch mit Iran. Aber Iran, guck mal, Iran wäre ein Argument, wenn Imam al-Mahdi a.s. dort herrschen würde. So, wenn ein Fehlerfreier dort herrschen würde. Dann wäre das ein Argument. Aber, weil Iran kein 100%iges Schiit, also du kannst nicht zu 100% sagen, dass alles, was da passiert, mit Amr von Allah subhanahu wa ta'ala passiert. So, kannst du mir etwas sagen, dass ein Nicht-Fehlerfreier von Gott mit Amr von Allah subhanahu wa ta'ala herrscht oder dass die Sachen da passieren mit Amr von Allah subhanahu wa ta'ala? Nein, deswegen können wir das ablehnen. So, weil das... Deswegen können wir das ablehnen. Und deswegen hat auch der Bruder Aasim, eine Sekunde, deswegen hat auch der Bruder Aasim gebracht mit Karbala. So, deswegen hat er euch was Besseres gegeben. Aber ihr könnt doch das nicht außer Acht lassen, was im Iran passiert, und das schiitische Mehrheit passiert. So, wenn das passiert, dann können wir das auch nicht. Und wir haben Beweise geliefert. Abbas, jetzt seid ihr... E, Genubi und Abbas, jetzt beide ruhig. Also, jetzt sage ich einen Satz, und was damit passt. Aber das akzeptieren wir noch nicht. Habst du diesen Punkt verstanden? Abbas, bitte... Er sagt der Abbas, ja, guck mal, wie die Muslime in China handelt werden. China ist doch keine Theokratie. China ist einfach ein Land, das... Ich habe nur den Beispiel gebracht, wie... Abbas, bitte lasst aufgehen. Abbas, bitte lasst aufgehen. Abbas, bitte lasst aufgehen. Oh mein Gott. Abbas, Abbas, du bist nicht dran. Ihr seid nicht dran. Abbas, bitte lasst aufgehen. Abbas, was bedeutet, warum... Okay, nur einer redet von euch. Abbas, Pablo, sei mal kurz ruhig. Was bedeutet, warum... hat China in sein Gesetz warum... Ich habe diesen Beispiel gebracht, nur damit ich zeige, dass politische Gesetze herrschen in manchen Ländern, haben nicht unbedingt mit der Religion zu tun. Ich erkenne Iran nicht als Maasumland, nicht als fehlerfreies Gottesland. Es ist ein... Aber die man strebt... Eine Sekunde. Ich antworte doch auf deine Frage. Willst du diese Antwort hören? Bitte. Okay. Iran strebt, nach dem islamischen Gesetz zu leben, aber es ist keine Hujja, oder es ist kein Argument, die du bringst gegen den Schiiten. Ich habe dir den heiligsten Ort von den Schiiten mit den Christen, die dort deren Religion praktizieren. Verstehst du? Und diesem Beispiel von China war nur, um zu zeigen, dass manche Länder auch dieses Gesetz, diese Herrschung haben. Hat nichts mit Iran oder anderen Ländern zu tun. Hat nur diese politische Meinung. Verstehst du? Okay, er hat es verstanden. Aber das Problem an der Sache ist, diese Länder haben kein Gottesbefehl, um Andersgläubige zu unterdrücken, sondern sie machen es einfach von ihren Gelüsten aus. Aber du hast es in deinem Buch verzeichnet und wir sehen das in der Realität, dass jedes islamische Land die Christen und Juden und alle Andersgläubigen unterdrückt. Steh mal vor, wir würden die islamischen Schriften an euch in Deutschland praktizieren. Was meinst du, wie laut das geschrieben wäre? Kannst du... Warte, Junubi und Abbas? Wartet alle beide? Nein. Habt ihr es jetzt verstanden? Habt ihr es jetzt verstanden? Abbas, er hat eine Frage gestellt, ich habe eine Frage. Abbas, ich bin nicht... 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 Entweder argumentierst du mit dem Vers aus dem Koran oder argumentierst du mit dem Iran. Weil du kannst nicht mit beiden argumentieren, du sagst, ja guck mal, hier ist es ein islamisches Land, guck mal, was die machen. Ich sage es doch, ich akzeptiere diese Tat nicht, weil die herrschen nicht mit Gesetz Gottes 100%. Die streben danach, ja, ich nenne es ein muslimisches Land, so wie ich mich als Muslim nenne, obwohl ich Fehler mache. Verstehst du? Da habe ich eine Frage, Abbas. Da habe ich jetzt... Was du mir gezeigt hast, ist nicht... Ey, Eugenubi, warte, also, was du uns gezeigt hast, ist nicht nach den schiitischen Maßstab, sondern wie Bruder Amir sagte nach ihren Gelösten, das ist ja richtig, das würdet ihr mir nicht widersprechen. Iran ist sehr stark nach dem Maßstab gerichtet, nach den Schiitentum, wie es sein sollte und da leiden meine Brüder und Schwester und die sind sehr nah an den Schiitentum. Also, wenn doch eure Religion des Friedens ist und so nah an diesem Maßstab schon gegeben ist mit Allah und seinem Wort, warum leiden da meine Brüder und Schwester, warum bei den anderen Ländern, wo nur Gelüste sind, leiden die nicht? wo man dieses Argument ist ein Wiederspruch vom Feind davon, und wir haben, was verstehst du daran nicht? Abbas, ich bin nicht fertig. Abbas, ich bin nicht fertig. Abbas, ich bin nicht fertig. Ich akzeptiere, ich weiß, aber ich habe doch nur eins, aber ich habe doch nur eins, aber ich habe schon fertig gewesen. Also, ich habe die Beweise geliefert, der Beweis war, dass ein Iran mit dem Maßstab von Schiitentum sehr einstimmig ist und das, was du gezeigt hast, war nicht mit den Schiitentum einstimmig, weil das einfach nach den Gelüsten ist und Ami hat das genauso bestätigt und das wird ich keine widersprechen. Warum leiden da meine Brüder und Schwester? Jetzt gebe ich noch Ami das Wort, dann wiederholst du dich. Ami, bitte. Ami, erst mal bitte. Lass dir ruhig reden. Okay, okay, Dankeschön, Dankeschön. Aasem, willst du anfangen? Ja, habibillah, tobel, tobel. Pavlos, ich möchte mal kurz mit Pavlos reden, ich möchte auch nicht Pavlos, dass du zu Ami hinrenzt und ihn nach Hilfe fragst, okay? Ich möchte jetzt mit dir alleine reden. Sei mal Sachisch schmarrn. Nein, 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 antworten, sonst wäre ich eine einzige Frage beantworte, wie du mir steht. Lass mich reden, lass mich reden. Warum musst du immer so überheblich sein? Warum? Red einfach, einfach dein Schmuck. Lass mich mal reden. Guck zu viert, dafür mit dem Dialog zu viert auch weiter, Punkt. Guck mal, Sender an Crime, stumm dich bitte. Du brauchst mich nicht so zu nennen, nenn mich einfach Imam. Ich nenne dich Sender an Crime, alles gut. Auf jeden Fall ist es so, auf jeden Fall ist es so Pavlos, dass wir das, dass wir das, was im Iran passiert, nach einem Maßstab, okay, akzeptieren, okay, das heißt, nach unseren Überlieferungen und dem Koran, kannst du mir, also du sagst, dass das, was im Iran passiert, dass die Christen unterdrückt werden, okay, weil sie die Bibel predigen, kannst du mir einen Beweis aus Koran oder Überlieferungen geben, dass wir jemanden umbringen müssen, wenn, oder halt jemanden bestrafen müssen, wenn er den Islam, wenn er das Christentum predigt, okay, warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz, lass mich ausgehen, lass mich ausgehen, weil alles, was gegen ist, weil alles, was dagegen spricht, okay, aber Amir, ich möchte, dass Pavlos darauf antwortet, weil Pavlos damit, erst mal will ich den Vers geben, ich möchte, dass wir, nein, er soll, er soll, er soll, nein, lass mal den Amir ein Vers geben, ich habe auch ein Versen, kommt, das ist, es gibt ein Versen, es gibt ein Versen, es gibt ein Versen, nein, mein lieber Juni, du bist jetzt am Warten, kein Amir, du musst zu Amir rennen, du Jaha, jetzt sei ruhig und lass Amir reden, halt den Mund, jetzt lass Amir reden, dein Problem ist ja da, ich bin ja da und, Jalla Amir, jetzt nicht du dran, reinballern, schlag mal bitte für uns, Surat Al-Ma'idah, Ayah 33 auf, guck mal bitte, wer aber gegen Allah und seinen Gesandten Krieg führt oder im Land Verderben, nach Verderben trachtet, man sollte ihm wechselseitig Hände und Füße wegballern, oder und gekreuzigen, kreuzigen oder des Landes verweisen und das ist gleichzusetzen, wenn jemand im Land hingeht und andere Lehren vertritt, beispielsweise, wenn wir hingehen und sagen, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, er liebt euch, er ist für eure Sünden gestorben, die Muslime haben den Auftrag, uns aufzuhalten, weil das Schirk und Kuffer ist im Islam. Und der Juni, jetzt gebe ich dir noch ein Vers zugleich, ich gebe dir noch ein Vers zugleich, und Allah sagt, das ist hier zu offen, Nein, Juni, du bist ruhig. Und Allah sagt, in so 9, Vers 28, Innamel Muschikun, ein Netteson, die Götzendiener sind unrein, und die Muslime betrachten, was ist er als Götzendiener. Und jetzt antworte ich El-Ginubi noch dazu. El-Ginubi, bitte, jetzt sei ruhig, du hast mir doch auch eine Frage gestellt. Suche 48, Vers 29. Ich muss doch gar nicht antworten, weil er nicht so gar antwortet hat. Aber gegen die Monäfics, also die Gegner, hör zu El-Ginubi, aber gegen die Kufas, ja, seid hart gegen denen. Und das ist doch ein Kerz noch dazu gegeben. Jetzt antworte auf mir und auf Armin zugleich, bitteschön. Jalla, jalla, guck mal, guck mal, Asem, Bruder, du kannst danach reden, ich werde auf die beiden antworten, und die, guck mal, Leute, wie die sich blamiert haben. Wallahi, ihr habt euch beide bis in den letzten, Borteil, bis in die letztlich doch blamiert. Das ist Affenaktion, du kannst nicht bei jedem Sachen verlassen. Nicht zu antworten auf die Fragen, die wir gestellt haben. Endlich antwortet ihr, oder sie gehen. Langsam reicht sowas. Stimmt euch, ich antworte auf beides, ich blamier euch beide jetzt. erstens auf Amir, Amir hat einen Vers gebracht, der auf den Krieg bezogen ist. Warum? Weil da steht, wenn euch Leute bekriegen, ja, bekriegen, Krieg, und nicht, das ist wieder auf Beteiligung. Das habe ich auch mit einem Worten bekriegen. Laut Abwas kann man ja auch mit Worten jemanden bekriegen. Abwas ist ich? Abwas habe ich recht? Oh mein Gott. Abwas habe ich recht? Nein, nein, warte, warte, warte. Abwas habe ich recht? Wo kann ich jemanden mit Worten bekriegen? Stimmt dich. Ich habe mich euch beide. Hat ihr gesehen? Jetzt haben wir euch. Warte, warte, jetzt haben wir euch. Ich habe mich genug, ich habe mich genug, Lass mich antworten. Lass mich antworten. Lass mich antworten. Was? Gib mir nur ganz eine Sekunde. Hier steht in diesem Vers, Juharibune. In dem Vers, wo ich gesagt habe, Qatilu. Ist das dasselbe Wort? Nein, aber der Kontext zeigt... Nein, siehst du, du hast gelogen. Nein, ganz so gar nicht. Wenn ich nach deiner Logik gehe, dann heißt das, dass es Lüge zu haben. Juharibu Sie haben dich schon längst erwischt. Du hast gerade ihm gesagt, wir reden von dir an der Kommerkammala, da haben wir dich schon erwischt. Weil ich kann mir nicht mehr sagen, das ist eigentlich 29,20. Jetzt haben wir euch. Ne, auf Arme, das ist 28,20. So sieht's auch. So, jetzt möchte ich auf Parlous antworten. Das ist lächerlich. Jetzt haben wir es gesehen, ne, und jetzt möchte ich auf Parlous antworten. Jetzt möchte ich auf Parlous antworten. Sei ruhig und lass mich antworten. Pavlos sei ruhig und lass mich antworten. Bitte schön. Pavlos hat einen Vers gebracht und sei hart gegenüber den Ungläubigen. Und ich frage dich, wo ist da der Beweis, dass wenn ein Christe die Bibel predigt in einem islamischen Land, dass man ihn bestrafen soll. Wo steht das in diesem Vers? Steht in diesem Vers, bestrafe einen Christen, wenn er die Bibel predigt? Nein! Da steht, sei hart mit den Ungläubigen. Was ist das denn bitte für ein Argument? Du hast dich vollkommen blamiert. Ja, da steht... Ja, 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 das hat hart für den Kuhass bedeutet, man soll die streichen und kuscheln, genau. Man soll die streichen und kuscheln und die Gehlen über den Islam. In einem islamischen Gottesstaat, in einem islamischen Gottesstaat, bedeutet kein Muslim zulassen, dass wir sogenannten Schirr und Kupfe verbreiten, richtig? Was erzählst du da für ein Schrott? Für euch bedeutet das... Was erzählst du für ein Schrott, Mann? Ey, Ginobi, du hast dich blamiert. Das ist vorbei. Ich mag das nicht. Guck mal, ich hab diesen Niveau nicht von einer Diskussion. Dass wir kuscheln dürfen. Ihr sollt mal bitte den Niveau ein bisschen erhöhen, sonst macht es keinen Sinn, mit euch zu diskutieren. Ihr lacht nur noch die ganze Zeit. Ja, Leute, bitte, bitte. Ihr habt euch und ihr bringt einfach irgendwelche lächerliche Beweise. Wir haben. Wir bringen Fotos und ihr behauptet, dass wir Schiiten gegen... Hast du kein Foto? Mit Kerbal? Lass mich nur ganz kurz reden. Bitte. Ich lasse euch auch reden. Ich gehe auch immer auf Stumm, wenn ihr redet. Ich sage gerade, ihr behauptet, dass wir Schiiten gegen Christen im Krieg sind. Ich sage nein, weil Christen in unserem heiligsten Ort für den Schiiten auch mit deren Religion in diesem Ort praktizieren dürfen. Und ihr behauptet, nein, wir sind gegen die Christen. Das ist komplett lächerlich. So lächerlich habe ich noch nie gehört. Ich zeige euch Fotos, Beweise. Ihr wollt es einfach nicht akzeptieren, weil ihr euren eigenen Bild gezeigt habt. Abbas, dass du nicht gegen Christen bist, ist klar. Aber deine Religion sagt etwas anderes. Meine Religion... Ich zeig dir den Besten... Wunderbar, ich habe dir doch einen Beweis gebracht. Aber das war eine Lüge. Aber das war eine Lüge. Abbas, habe ich dir nicht einen Beweis gezeigt. Weil Iran erlaubt Kulturgemeinschaft. Warte doch bitte, Abbas, äh... Iran erlaubt Kulturgemeinschaft. Habe ich dir nicht einen Beweis gezeigt, Abbas, dass meine christlichen Brüder und Schwestern leiden in Iran? Ja, was? Nein, erlaubt christliche Gemeinschaften. Ich möchte euch nicht alle durchstummen müssen, aber jetzt mal ganz ehrlich. Wisst ihr, wie anstrengend das für den Chat ist? Die Zahlen gehen immer weiter nach unten, aus dem ganz einfachen Grunde, weil man nichts versteht. Und sie rufen die Zahlen nicht. Armin, mein Bruder, ich mag dich wirklich total gerne und ich schätze dein Wissen. Aber Armin, Alter, das ist so anstrengend. Ich weiß, dass du es an einiger Stelle lustig findest, aber könntest du dich dann an der Stelle stummen? Es ist wirklich so, so anstrengend. Und sogar dein Bruder sagt das. Nein, ihr nehmt euch da alle nichts. Der Einzige, der sich versucht einigermaßen zusammenzureißen, das ist wirklich hier Pavlos. Also das ist der Einzige. Aber der hält sich auch im Gespräch ziemlich zurück. Also von daher, bitte, bitte, macht es doch dem Hosen. Ist ja nicht schlimm, wenn dir das nicht gefällt, Roy, dann kannst du ja rausgehen und weggucken. Ist ja kein Problem. Alle, die das nicht gefallen, die können ja weggehen, das ist doch kein Thema. Ja, aber Armin, guck mal, der Host hat eigentlich ein ganz anderes Thema aufgemacht. Genau, wollen wir zurück zu dem Thema gehen. Er lässt das die ganze Zeit zu. Das ist schön. Ja, ich hab noch die ganze Zeit gesagt, dass Stülzenberger widerfahren ist, hat mit dem Islam zu tun. Und wir sehen das an den islamischen Schriften, dass es so ist, wie es ist. Und die islamische Geschichte zeigt uns auch, dass alle Islamkritiker umgelegt wurden. Genau wie er. Seit 1400 Jahren. Wer etwas gegen Mohammed sagt, der ist dran. Ende aus. Richtig. Ganz kurz. Und genau um die Thematik geht es. Ganz kurz. Aber wir brauchen uns da nicht... Ob es Schiiten sind oder Sunniten, beide haben die Doktrin. Sagst du gegen Mohammed, was bist du? Wollt ihr einen Dialog über uns führen, lasst mal dem Bruder Asim reden. So, guck mal. Amir, du wurdest erstmal von Hassuna widerlegt mit diesem Koran-Verse. Und zweitens, du hast die ganze Zeit umgeschrieben... Deine eigene... Lass mich nur kurz ausreden, bitte. Und sogar deine eigenen Geschwister behaupten, dass sie das nicht ertragen können. Deine Mimik die ganze Zeit anzuhören, wie du die ganze Zeit lachst, das nervt. Nein, das habe ich so nicht gemeint. Leg das nicht so nicht mehr auf damit. Das nervt nicht nur uns, sondern nervt auch die Zuschauer. Du musst aber genau das gleich sagen. Ich habe dir Fakten gezeigt. Ich habe dir gesagt, guck mal, das ist nicht... Der Iran präsentiert nicht die schiitische Religion. Das ist nur deren Ansicht. Du hast gesagt, ja, aber das sind auch Schiiten. Ich sage, ja, ich lehne das doch ab. Ja, okay, wenn du das ablegst, ist es deine Sache. Warum verstehst du daran? Aber die praktizieren das, Mann. Ja, auf mein Gott. Wer weiß mir, dass der Iran falsch ist? Wer weiß mir, dass das, was die machen, falsch ist? Wer weiß mir das? Oh mein Gott. Ja, genau. Oh mein Gott. Zeig mir das nicht so. Ich habe mir das schon bewiesen. Oh mein Gott. Aasem, weißt du, dass die Gesetzgebung von Iran erlaubt, dass christliche Gemeinschaften... Ich will darauf antworten. Das ist ein Satz geregelt. Ja, nicht an den Durcheinander. Bitte nicht an den Durcheinander. Wenn die Christen... Wenn die Christen... Wenn die Christen, deren Religion nicht praktizieren dürfen... Abbas, bitte. Was machen die Christen in dieser 600 Kirchen in Iran? Was machen die dort? Ey, kann ich mal... Ihr habt doch eine Frage gestellt, dann waren wir doch kurz dran. Nur eine ganz große Frage, bitte. Ja, mit den 600 Kirchen... Ich antworte dir doch bitte, lass mich doch reden. Nein, nein, nein. Hör mir doch ganz kurz zu, bitte. Diese 600 Kirchen in Iran, wenn die Christen, deren Religion nicht ausüben können in Iran, was machen diese 600 Kirchen in Iran denn? Werden diese 600 Kirchen im Iran, wie lange stehen die? Warte, Rol, da hat sich wirklich drauf eingehen und dürfen die Kirchenhäuser renoviert werden. Ich gehe drauf ein, Rol, ich gehe drauf ein. Meine Lieben, ich muss kurz eine Sache klarstellen. Das sind Propagandakirchen. Warum? Das ist klarzustellen. Wenn wir Nordkorea anschauen... Nein, bitte schön. Er kommt mit Verschwörungstätzung fertig, wenn du mich zu Ende reden lässt. Ja, bitte schön. Also, bitte warte. Viel Propaganda wird gemacht und gesagt, ey, wir haben doch diese Kirchen. Ob die Kirchen voll sind oder leer sind, ist erstmal sogar noch dahingestellt. Jetzt gehen wir auf den Punkt ein, Nordkorea, berühmt mit ihren Kirchen, aber in Nordkorea werden meine christlichen Brüder und Schwester geschlachtet, aber richtig geschlachtet. Und die müssen versteckt in unteren Gebäuden sich treffen und nicht in diese Kirchen. Das ist Propaganda. Ich habe Abubizeps eine offizielle Quelle gegeben. Aber es hat mir keine Quellen offiziell gegeben. Ich habe einen Weg gegeben und ich glaube sogar noch an diesem Bild. Aber es war nicht ein unterschiedlicher Regime. Es war nach die Gelüsten der Menschen, weil die noch ein bisschen Herz besitze in diesem Leben und das wollen wir alle besitzen. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich lache mich gleich kaputt. Bitte. Ja, lacht wie ihr wollt. Ich weine für jeden als der Mensch, der leidet. Also, ich will nur sagen, ich habe Abubizeps doch die Quelle gezeigt. Du kannst bestätigen. Iran und das sind, diese Liste geht noch weiter. Es war nicht nur ein Text. Wenn er nach unten scrollt, gibt es ein Score. Ein Score, wo drin steht. Wie ist es mit den Leuten, die arbeiten? Wie ist es den Leuten, die wirklich in eine Kirche gehen? Wie ist es den Leuten, die wirklich immer draußen evangelieren sollen? Wie geht es ihnen? Und ich kann dir jetzt noch eine Quelle von meiner Seite nennen. Und die Quelle obendrauf genügt eigentlich. Ich habe einen kennengelernt. Und sie mir glaubt, der hieß Khosrow. Müsste ein berühmter iranischer Name an sich sein. Nicht berühmter Person. Warte bitte. Ein berühmter Name. Ja, Khosrow. Und er hat mir mit weinenden Augen erzählt, dass der Iran verlassen hat, weil er nicht leben durfte, wie er leben durfte als Christ. Er hat gesagt, ich durfte nicht das gleiche studieren, wie die Muslime studieren. Ich durfte nicht die gleiche Arbeit ausüben, was die anderen ausüben. Und er weinte sehr, weil er einen Feiertag von dem Islam, was vergessen hat. Von ihm, was hat Mohammed. Der hat ihm, was da vergessen, so einen Feiertag. Und der wurde fast regelrecht kaputt geschlagen. Er sagte mir, ich muss um mein Leben bangen. Weil die einen Feiertag vergessen, was deren zu tun auch nicht mit mir. Und deswegen ist er geflüchtet, du hast das mit lügenden Augen gesagt. Und jetzt arbeitet er in Deutschland und Zeit seine Steuer. Ist nicht ein Flüchtling, der auch hat sie dann lebt. Und das ist mit Quelle Opendoff mit belegbar. Und Opendoff.de könnte jeder einschlagen. Okay, du bist fertig. Was bringt ihr? Bitteschön. Ja, ja. Guck mal, er hat zwei Sätze gesagt. Er hat fünf Minuten geredet. Ja, jetzt bitte Al-Abbas. Als nächstes. Das Ding ist, er sagt, dass wir keine Beweise gezeigt haben. Aber gleichzeitig sagt er, ja, ich glaube an dieses Bild, was du gezeigt hast. Das ist doch ein klare Beweis. Guck mal, diese Geschichte, was du uns erzählst. Ich kann auch daran glauben, ich kann auch nicht. Weil du kannst, du musst es ja belegen. Mit Fotos, mit Videos, mit irgendwelchen Beweisen. Ich bring dir doch Beweise. Und diese 600 Kirchen im Iran, du sagst, ja, das ist nur Prokobanda. Okay, bring mir doch den Beweis dafür, dass das nicht echt ist. Und das ist nur, um den politischen Liebe von dem Iran zu zeigen. Nein, da sind auch Christen im Iran. Auch wenn keine Christen dort sind, von mir aus. Warum diese Gebäude sind da? Das ist wirklich fähig. Nein, nein, nein. Wir sind noch nicht fertig. Warte, warte. Ich bin noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Wir haben eine Minute geredet. Wir haben eine Minute. Genau. Ich sage, wenn du behauptest, dass diese Kirchen umsonst dastehen, dann bring uns doch die Beweise. Sag uns nicht, das ist wie Nordkorea. Okay, Nordkorea macht das so. Aber bring mir doch den Beweis, dass Iran das Gleiche macht. Okay, jetzt aber lass Amir auch da auch eingehen. Reurik, lass mich kurz reden, weil die haben die ganze... Stumm dich, Genobi. Sag mal ruhig. Guck mal, guck mal. Das ist wieder diese typische Propaganda, die der Abbas da vollzieht. Er will das Leid und den Wahnsinn nicht wahrhaben, was die schiitische Gottesstaat in Iran praktiziert. Dass es dort Kirchen gibt, ist doch klar. Denn die Urchristen, die Armenier, die dort leben, sollen ihren Glauben weiterhin haben. Ja, da sagt der Staat nichts. Aber sobald sie rausgehen oder gar Muslime, die Christen werden wollen, werden nicht zugelassen, weil dann müssen die Kirchen schließen, alles. Da haben wir das große Problem. Zusätzlich kommt dazu, wenn ein Muslim im schiitischen Gottesstaat den Glauben wechselt und Christ wird, der wird aufgehangen, wenn dieser Gottesstaat das mitbekommt, wenn die Polizei das mitbekommt. Das ist die größte Katastrophe, die wir auch noch haben. Kannst du bitte auf die Frage eingehen, bitte? Nur auf die Frage, dass wir Beweise brauchen. Dann lass ich dich reden. Der Beweis, der Beweis ist im Koran und in euren islamischen Schriften. Und Beweis gibt es im BDW. Und ich würde aber auch noch ein Beweis geben. Und ich antworte dir. Beweis aus dem Koran. Ja, ich beweis es dir. Der Koran sagt doch in Sura 5, Vers 33, dass die Menschen, die gegen Allah und seinen Gesandten sollten Krieg führen oder Verderben im Landschrift. Oder Verderben. Oder Verderben. Das soll sein, dass die gekreuzigt oder getötet werden oder des Landes verwiesen werden. Und das ist ganz normal, wenn zum Beispiel jemand in einem Gottesstaat etwas anderes als Allah und seinen Gesandten verkündigt. Und gar sagt, Allah hat einen Sohn. Das ist Shirk und Kuffir, Mann. Das würde der islamische Staat sowas niemals zulassen, ob es schiitischer Gottesstaat ist oder ein schiitischer Gottesstaat ist. Kein Muslim würde zulassen, dass jemand sagt, Allah hat einen Sohn. Weil Allah sagt, ich habe keinen Sohn. Und in Sura 9, Vers 30 sagt er, Lanatullah auf die. Also, Allahs Fluch sei auf die Christen, die sagen, dass ich einen Sohn hätte. Versteht ihr? Ja. Und jetzt bin ich dran, Abbas. Warte doch bitte, Abbas. Warte doch bitte, Abbas. Und wenn ein Christ laut seinen Glauben in Iran bezeugt, der wird in den Kerker geschmissen. Pastoren warten dort auf ihre Hinrichtung. Viele Pastoren sind schon hingerichtet worden, aufgrund dieses Wahnsinns, was der Iran praktiziert. Weil der Islam dazu aufruft, weil der islamische Gottesstaat in Iran das vollzieht, ob es euch gefällt oder nicht. Und ich frage euch mal eine aufrichtige Frage. Nenn mir ein Land unter der Scharia, wo ein Gottesstaat herrscht, wo Juden, Christen und alle Andersgläubigen ihren Glauben bezeugen dürfen, ohne dabei misshandelt, geschlagen, getreten oder gar ihr Leben lassen müssen. Ja, genau. Und ein Satz noch. Iran ist unter schiitisch. Nein, Pablo, ich durfte auch nicht reden. Es geht nicht. Aber Pablo, ein Satz kurz, Pablo. Ich durfte auch nicht reden. Fair bleiben. Jetzt der Kollege über Amir. Ja, genau. Genau, genau. Ne, der Bruder Asim soll reden. Okay, möchte er mir geben, dann mach ich. Guck mal, er behauptet, dass es keine Stadt unter den islamischen Scharia herrscht, also da herrscht die islamische Scharia, die den Christen nicht unterdrücken. Ich sage es dir jetzt mit dem Namen alle Schiiten. Alle Schiiten. Es gibt kein Land ohne den Imam, die mit dem Scharia hundertprozentig praktizieren, die Religion. Niemals. Und das kann jeder Schiite dir sagen. Der Imam, der Seyyed Ali Khamenei, er ist kein Maasum. Er konnte Fehler begehen. Deswegen, er ist nicht das Wort Gottes, was wir unbedingt hundertprozentig befolgen müssen. Verstehst du? Und du kommst, du kritisierst uns mit diesen Aktionen, was der Iran macht. Guck mal, wenn du eine Religion, ich bring dir ein bisschen bei, damit du verstehst, wie man redet über Religionen. Man kritisiert Religionen mit den Büchern. Nicht mit den Aktionen der Menschen, weil die Menschen sind unrein. Die Bücher sind doch rein. Und ich habe dir diesen Vers erklärt, zum fünften Mal glaube ich, dass Qatilu bedeutet nicht unbedingt mit dem Schwert. Aber Haribu, was du nicht realisiert hast, dass du zwei verschiedene Wörter gesagt hast, Haribu und Qatilu, du hast den Unterschied nicht gemerkt. Du hast es einfach wiederholt. Du bringst keine neue Beweise. Und wir akzeptieren das nicht, was im Iran passiert. Falls wir damit, falls wir mitgehen. Wir wissen ja, du hast es ja noch keine Beweise gebracht. Keine Fotos, keine Videos. Nur diesen Bericht. Wer behauptet, dass dieser Bericht unbedingt richtig sein soll? Erklär mir das. Ich habe einen Beweis, Magana. Ganz kurze Unterbrechung. Alla Abas, ganz kurze Unterbrechung. Wenn ihr das verabliert habt seid ihr. Ihr seid nicht meine Lage, euren Verstand einzuschalten, um in der Welt zu schauen. Da wo der Islam Oberhand hat, wie Andersgläubige behandelt werden. Und dann kommt ihr mit eurer Propaganda gehirnwaschenden Show hier auf TikTok und wollt den Menschen weismachen, dass das so ist, wie ihr das sagt. Kein Wunder, dass die Leute in diesem Land übertrieben verwirrt sind. Weil solche Affen... Entschuldigung, da ist das zu sagen. Aber dass solche Menschen so einen Quatsch erzählen und sagen, ja der Imam in Iran ist nicht Masum. Ja normal ist er nicht Masum, er ist auch nur ein Mensch. Aber wir müssen gucken, woher er seine Aktionen nimmt. Also wenn zum Beispiel das Hukum für jemanden, der im islamischen Staat eine andere Religion propagiert. Was ist denn das Urteil davon? Das müsst ihr mal beantworten, laut ihren schiitischen Schriften. Mann! Abbas warte, ich bin jetzt dran, Abbas warte. Ich habe Fakten... Abbas... Ich wiederhole mich schon das letzte Mal, Abbas. Entschuldigung, warte jetzt bitte. Ich habe Fakten gebracht. Abo Bizeps kann es bezeugen. Es ist kein kleiner Bericht. Es ist eine offizielle Seite an vielen Ländern, 50 Ländern gerichtet. Und Iran ist unter anderem dabei. Und da ist ein riesen Bericht darüber. Plus ein Score, plus die einzelnen Zeugen. Da ist sogar ein Bild drauf, wie einer sogar berichtet. Ausiran, ein Christ aus Iran. Und wenn du noch einmal behauptest, ich habe keinen Beweis gebracht. Guck mal, was ich behaupte jetzt noch. Dann bist du der größte... Nein, sei jetzt bitte ruhig. Dann bist du der größte Lügner, den ich in mein Leben je gesehen habe. Abo Bizeps, das habe ich dir erst nicht gebracht. Es ist aber richtig noch größer. Bis zum geht es nicht mal. Und unten ist sogar ein Score noch drin. Du hast mir zugenickt. Das macht mich schon sauber, sowas. Zu sagen, dass wir keine Beweise gebracht haben. Ey, bitte, bitte, ein Dialog. Wir haben Beweise gebracht. Und noch irgendwas. Das, was der zeigt. Ich finde es schön. Okay, wir bekriegen uns nicht. Wir lieben uns. Und wir sollen jeder jeden Essen geben und Trinken geben. Aber das, was er zeigt, ist nicht unter schiitischem Regime. Es ist unter die Menschen selbst, wie Amir sagte. Iran ist dem Schiitentum viel näher, als dieser Land in ihm zeigt. Und da, wo der Schiitentum doch am nächsten ist. Warum ist da am schlimmsten, meine Brüder und Schwestern, am Leiden? Ja, aber Pablos, Bruder, Pablos, Bruder. Aber die Sache ist, Iran ist ja nicht der schiitische Glaube. Also das sind ja nicht unsere Bücher, Bruder. Also wir Schiiten, kein einzelner Schiite glaubt dran, dass auch wenn es eine Scharia gibt, eine schiitische Scharia, dass man Christen bekämpfen sollte, wenn sie ihre Religion verbreiten möchten. Also wenn du mir einen Schiiten bringst, dann... Sorry, dann... Ich bring dir einen Schiiten. E. Ginubi müsste eigentlich Zeuge sein. Seine Freunde, ob er sich jetzt von denen getrennt hat, weiß ich jetzt nicht. Was waren denn zwei unwissende Idioten? Warte, warte, E. Ginubi, warte, ich muss Fakten reden. Ich muss Fakten reden, lache nicht rum. Warte, stumm mir mal bitte, bitte stumm. Abbas, ich musste, dass du ihn verurteilt hast. Lache wie ein Affe, jetzt bitte Abbas. Nein, nein, das ist schon lustig. Das ist schon berechtigt. Ah, das ist berechtigt. Abbas, was mein Kopf macht. Wenn ich weitermache über Jesus und Schiiten in der Luft, an die mir gedroht. Und das sind zwei Schiiten gewesen. Ah, eine bei Dirut. Bitte lass mich darauf antworten. Bitte lass mich mal kurz... Ne, erstmal, erstmal nur zur Klärung. Da hat Amir vollkommen recht. Man kann das nicht an mir anprangeln und selber machen. Da gebe ich ihm vollkommen recht. Ja, aber, Pavlos, darf ich noch was... Alles klar, das war mein Fehler. Ich möchte, dass Abbas jetzt zu ihm sagt, ey, Ginubi, warum lachst du wie ein Affe? Ich bin die ganze Zeit leise. Pavlos und Amir, es gibt sehr viele schiitische Milizen, sei es im Irak oder im Libanon oder in Syrien, die die Kirchen beschützt haben, da als ISIS in Syrien war. Okay? Also die, ich sag mal, die Isbollah im Süd-Sibonon oder die Schiiten im Irak? Jetzt will ich keine Antworten. Jetzt will ich keine Antworten. Mein Lieblingsspiel war Abu Azrael. Ich muss wirklich zugeben, ich hab den wirklich gemocht, als ich den gesehen habe. Der war der Todesengel. Der hat so viele Teile gemacht. Den Namen habe ich mir jetzt gemerkt. Alleine schon gegen Chagabe und Azrael. Darf ich jetzt antworten? Darf ich jetzt antworten? Darf ich jetzt antworten? Ja und deshalb... Es fehlt in den Schiern, ne? Dieser Abu Azrael. Bitte, bitte, bitte. Ich möchte das nicht sehen, dass Schiiten und Christen sich streiten. Wirklich. Ich sehe euch als Geschwister, bitte. Christen, bitte. Dann lass mich kurz antworten. Der einzige Unterschied, Daniel, das einzige Missverstandnis, was hier eigentlich ist, Amir rechtfertigt mit den Schriften und einige Schiiten hier mit dem Gefühl. Darf ich antworten, Reurik? Das ist nicht unbedingt richtig. Ihr lauft aneinander vorbei. Eine Sekunde. Eine Sekunde. Warte, warte, Herr Schnurri. Er hat einen ganz, ganz Punkt genannt gerade. Er sagte, wir handeln mit den Gefühlen. Wir sind doch nicht diejenigen, die euch beurteilen nach den Taten der Christen. Ihr sagt doch, guck mal, was die Schiiten machen. Guck doch, was er macht. Du, ganz ehrlich, ich verurteile die Schiiten nicht. Jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich dran. Wenn ich dann vergleiche zwischen Sunnitentum und Schiitentum, ganz ehrlich, dann lieber Schiitentum. Das war noch nebenbei. Das war noch nebenbei. Jetzt darf ich. Ja, du hast genug geschleimt. Jetzt darf ich reden. Nein, nein. El-Tenobi, halt doch auf jetzt. El-Tenobi, wie du bist. Alles gut, Bruder. Alles gut, dann lass mich kurz antworten. Guck mal, Pavlus. Du hast gesagt, ne. Schaut mal Leute, wirklich. Der Pavlus, ne. Der Asem hat gesagt, bring mir einen Schiiten, okay. Der das unterstützt, okay. Was zum Beispiel im Iran oder so passiert. So, der Pavlus, okay. Das war vor ein paar Monaten. Da haben zwei Schiiten ihm gedroht, ihm was anzutun. So. Wisst ihr, wer diese Schiiten, wer das war? Da war einmal Kahan dabei. Das ist ein zwölfjähriger, unwissender kleiner Junge. Und Shia al-Rafidi. Okay, Miran. Das ist ein neukonvertierter Schiite, der ein Achbari ist. Und ich hab ihn gefragt. Und der Typ ist vollkommen unwissend über das Schiitentum. Er hat sich mit mir vollkommen blamiert. Ich hab ihn gefragt. Was sind die Usule denen der Schiiten? Er wusste das nicht. Er wusste nicht mal, was die Grundsätze, was die... Könntest du mal aufhören mit diesem Yarak-Vergleich? Könntest du beim Thema bleiben? Das ist kein Yarak-Vergleich. Das ist einfach nur, um zu zeigen, dass er unwissende Schiiten bringt als Vergleich. Er bringt unwissende Schiiten als Beweis. Das hat jetzt aber nichts mit dem Thema zu tun. Zumal die nicht anwesend sind. Er ist unwissend. Bleibt doch kein Thema. Ohne Scheiß. Du störst das Gespräch wie Sau. Das lief eben so gut. Paulus hat das gebracht. Paulus hat das gebracht. Paulus hat das gebracht. Dein Freund Paulus hat das gebracht. Richtig. Er hat doch nur ein Beispiel gebracht, Mann. Ja, nach diesem Beispiel habe ich geantwortet. Oh, ne, ohne Scheiß, ey. Das ist wie... Wie die kleine Jungs, Alter. Ohne Scheiß. Um das Gespräch nicht abzulenken. Ich habe ein Beispiel da gebracht. Ein Beispiel. Ihr streitet an der Stelle die ganze Zeit ab, dass der Islam sich mit dem Schwert bis Spanien voran bewegt hat. Das ist ein historischer Fakt. Darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Ist das von Gott? Warte mal kurz. Der nächste Punkt. Ihr schreibt ab, dass zum Beispiel Kirchen da in Ländern an 600 Stück Zahl da sind. Aber es schweigt, dass man keine zusätzlichen Bauern hat und die alten nicht renoviert werden dürfen. Reurig ist das von Gott? Auch das, es schweigt ihr! Reurig ist das von Gott, so angeschnitten, was ist von Gott? Dann bleibt doch wenigstens bei der Wahrheit, Mann! Reurig, hat sich das, warte mal kurz, Reurig, hat sich das mit Gottes Einverständnis verbreitet? Zuruf 5, Vers 33, Antwort auf Arnie, wenn ich bin. Leute, wir drehen uns am Kreis, bitte. Abubizeps, Wollah, diese Frage ist wichtig. Nein, nein, das ist nur die Wörterkuss, Wollah. Oder wir drehen uns Arnie wieder zu, denk mit Zuruf 5, Vers 33. Guck mal, die sind eigentlich ganz simpel, diese Diskussion zu lösen. Wir Schiiten sind nicht gegen Christen. Der größte Beweis ist, dass die Christen deren Religion an unserem heiligsten Ort in Karbala praktizieren dürfen. Jetzt mit dem Scharia, ich habe dir gerade eben gesagt, es gibt keine Schiite, der behauptet, dass Iran hundertprozentiges islamisches Land sein soll, aber die streben nach dem Islam zu leben. Jetzt kommt zu dem Punkt, du sagst, ja, ich habe dir den Vers mit dem Surah 29 erklärt, ich habe dir erklärt und das mit den Al-Ma'ida, das ist, wenn jemand uns angreift. Warum bringt euch, warum bringt ihr die gleiche Argumente? Und du hast gerade ihm zugegeben, Amir, dass in deiner Glauben, Alten Testament, das auch zum Gewalt gerufen wird. Das erklärt aber, lüg jetzt nicht rum, ich habe das erklärt. Bitte wieder auf Amir zu legen und auf deine Schrift, ich habe das erklärt. Warte, warte kurz, warte kurz. Ich habe gerade gesagt, ich habe es auch erklärt und ihr bringt das immer wieder. Ich bring das jetzt nur einmal und sagst, ja, lüg nicht rum, lüg nicht rum. Warum bringt ihr das gleiche denn wieder? Ja, wir haben das auch erklärt. Wir haben das auch erklärt. Okay, keiner hat verstanden, was ihr erklärt noch, kein einziger. Wir haben das mit Iran erklärt, oder? 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 Jetzt fangt ihr von vorne an. Amir hat vorhin schon gesagt. Ich habe keine Lust mehr. Danke, dass ihr alle da wart. Ich habe keine Lust mehr auf dieses Thema. Es reicht, weil wir drehen uns am Kreis. Danke, Amir, dass du da warst. Danke, Pablo. Lass uns einmal zusammen sehen und einen Livestream abhalten. Kein Problem, Bruder. Kein Problem, alle Menschen. Aber keine Takiyah machen, Amir. Keine Takiyah machen. Genau, deswegen grüß ich da mit euch halt. Also, mir sind die Christen sehr lieb. Und es ist keine Takiyah. Salaamu alaikum al-Muslimin. Salaamu alaikum al-Muslimin. Gott segne euch alle. Salaamu alaikum al-Muslimin. Danke, dass alle da waren. Vielen Dank. Möge der Herr auf alle Muslime weltweit singen. Möge der Herr auf alle Muslime helfen. Und ihr könnt euch doch nicht bei den Reihenfolgen verabschieden, Mann. Leute, bitte, bitte, bitte. Wir müssen zusammenhalten. Jeder hat seinen Glauben. Bitte, wir sollten uns respektieren. Und das ist das Wichtigste, Leute. Jeder kann doch zum Abschluss eine Minute etwas sagen. Ich fange an, dann können wir die Reihe nach oben gehen. Okay, aber macht auf jeden Fall Gebet für den Polizisten und für Stürzenleiter. Das ist wichtig. Absatz. Ich nehme dann jetzt meine Minute und jetzt könnt ihr das stummen. Dann könnt ihr danach reden. Ja, also ich danke jedem Einzelnen, der hier gerade drinnen war, zugehört hat. Wir halten fest, dass unter Schiedlichem Gottesstaat natürlich der Wahnsinn existiert. Das können wir nicht ablehnen oder auch unsere Augen vorverschließen. Unsere Geschwister in den islamischen Ländern sind natürlich benachteiligt und werden hier und da auch wegen ihrem Glauben eventuell, was heißt eventuell? Wir wissen, was der Islam macht mit unseren Geschwistern. Aber im Grunde genommen sollten wir niemals den Hass in unserem Herzen hochkochen lassen, weil das der Satan natürlich will. Und ich bitte jeden Einzelnen von euch, betet für die Muslime, betet auch für die verfolgten Christen und betet für diejenigen, die auch in hohen Positionen sind, damit wir hier in Deutschland und Europa ein normales und vernünftiges Leben führen können. Das ist mein Statement zu haben. Danke schön. Also ich würde gerne sagen, dass Ich danke jedem Bruder, der hier dabei gewesen ist und diese Lügen oder diese Scheinwahrheiten, dieses Scheinargument geholfen hat, dass man dies aufklärt und die Wahrheit ans Licht gebracht hat. Und ich bin froh, wenn ich immer wieder helfen konnte. Wenn etwas Schlechtes von mir gekommen ist, dann war es vom Schaitan. Ich entschuldige mich dann bei Amir und Pavlos, wenn ich irgendwas Respektloses gesagt habe. Und alles, was von mir gekommen ist, ist vom Schaitan, was schlecht war vom Schaitan und alles Gute ist von Allah Subhanahu wa ta'ala. Und damit ist mein Schlusswort und ich wünsche jedem einen schönen Tag. Schönen Tag, Mohammed. Danke. Ich würde nur eine Sache sagen. Ich würde nicht persönlich oder so. Ich meine es nur ernst und wirklich nur mit gut herzlich. Amir, bitte, wenn du mit anderen Menschen über Religion redest, urteile die Menschen nicht nach den Taten der Menschen, sondern urteile nach den Büchern. Wenn jemand dir etwas erklärt, dann hör bitte zu und versuch das zu verstehen von seiner Perspektive, nicht nur von deiner Perspektive. Es ist nur ein Rat, nicht mit Hass, einfach so mit Liebe, damit du auch weiterkommst. Ich will auch weiterkommen. Ich will auch die Wahrheit erkennen. Jeder strebt nach die Wahrheit zu finden. Aber am Ende des Tages, wir kommen nur an die Wahrheit ran. Also wir kommen nur näher. Keiner hat die hundertprozentliche Wahrheit. Keiner hat Gott gesehen. Verstehst du? Das ist ein Fakt. Und zu dem Thema mit dem Iran, wie ich gesagt habe, das sind nur Taten der Menschen. Wir können, auch wenn das stimmt, auch wenn ich mit euch mitgehe, dass es hundertprozentig so ist, ich lehne das ab. Ich, als Schiiter, lehne ich das ab. Und damit beschließe ich das insha'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah und shuntag an euch alle. Insha'Allah. Ja, um letzte Sätze zu geben, würde ich nur sagen, betet für Stützenberger, betet für den Polizisten, betet für die anderen Verletzten, die drumherum sind und nicht so in der Öffentlichkeit geraten sind. Es sind noch ein paar mehr verletzt, habe ich gehört. Gott betet auch für den Täter, der wirklich schlecht gehandelt hat, sehr schlimm gehandelt hat, dass sein Herz, also dass Gott sein Herz umformiert, dass er sich ändert, dass er ein neuer Mensch wird. Und ich kann nur sagen, wer sucht, der wird finden, wer klopft, den wird geöffnet, das kann ich nur sagen mit der Bibel. Na, Jesus ist ja für mich die Wahrheit, jeder kann die Wahrheit suchen, der wird doch die Wahrheit automatisch finden, wenn er nur Gott fragt, wer bist du, was ist die Wahrheit? Und so wurde ich von Neuem geboren. Das kann jeder werden. Gottes Segen. Dankeschön. Dankeschön. So, dennoch schnell abschließend ich, aber weil ich hier zwei Spitzen gehört habe, fange ich auch mal gleich mit einer Spitze an. Also wenn man da Gott noch nie gesehen hat, dann sollen die Leute mir das erklären, was das Schienbein und was das Schenkel ist, was das Ding mit dem Schenkel ist, aber egal. Fakt auf jeden Fall ist eins, wenn ich mir da es aussuchen könnte, ist eins auf jeden Fall für mich amtlich. Sunniten sind mir dann nicht so lieb wie die Schiiten, das zu 100 Prozent. Ich konnte mich mit Sunniten noch nie so vernünftig unterhalten, wie ich das da mit an der Stelle Schiiten konnte. Und ich habe da viele vernünftig klar denkende Schiiten kennengelernt. Ich habe auch noch nie von einem Sunniten gehört, dass er zum Beispiel da mich als Christ vollwertig akzeptiert und habe auch von einem Sunniten, äh Schiiten noch nie gehört, dass ich da als Kufar oder sonst was betitelt werde an der Stelle. Von daher nochmal, sind sie mir die Liebsten, um das mal so auszudrücken. Ich weiß auch ja, dass sie ihre Probleme selbst haben, aber sie benutzen wenigstens ihren Kopf und gehen da nicht stur nach irgendwelchen Schriften. Das erlebe ich bei den Sunniten halt leider nicht so. Von daher, das ist mein Punkt dazu. Was das mit Stürzenberger angeht, das ist absolut zu verurteilen. Ich sehe da auf jeden Fall islamischen Hintergrund. Ich sehe da jemanden, der da ein arges Problem hatte, weil er ein Fanatiker war, nichts anderes und da für sich sorgen wollte und da 72 Jungfrauen und einen Palmpenis erreichen wollte, nichts anderes. Jenim mit einem Schlag und fertig ist die Laube. Das hat er da gemacht, nichts anderes. Und das ist etwas, was ich absolut verurteile. Wenn da jemand ankommt und jemand anderen mit seinem Glauben so sehr bedrängt, dass er ihm sogar irgendwo irgendwelche Messer reinjagt, da hört es dann an der Stelle auf. Und noch was, der Islam hat sich mit dem Schwert bis nach Spanien voran bewegt. Punkt. So. Ich bin jetzt auch fertig. Jetzt sind wir alles fertig. Danke, dass ihr alle da war. Und Daniel, ein ist echt scheiße. Wir wollten eigentlich einen ganz anderen Live machen. Ja, ich weiß, aber ich kann nichts dafür räumen. Ja, es ist ein bisschen, ich gehe raus. Gottes Segen. Später, später, um circa so 22 Uhr komme ich nochmal live und dann reden wir. Dankeschön, dann. Ciao, Amir. Danke, dass du da warst. Ja, Amir. Ein bisschen, wir haben hier. Gottes Segen mit dir. Nein, Amir, du musst dich beruhigen, Amir. Du hast keine Argumente. Das nennt man Völkerrecht, Amir. Raus mit dir, komm. Raus. Raus. Was für ein gehirngewaschener Typ. Ich sage zu dem, ja, wer hat denn damit angefangen? Die Leute sind doch mit Fallschirmen und auf so eine Party gestürmt und haben da richtig reingedonnert. Ja, hast du die Reaktion von Israel gesehen? Aktion, Reaktion. Das will er natürlich nicht sehen. Mir ist auch dieser Krieg völlig egal, ob die Leute sich da zerbombten. Mir geht es um die Zivilbevölkerung. Das ist das Problem, was wir haben. Darunter sind unschuldige Menschen. Israel hat ja auch unschuldige Menschen zu verzeichnen. Genauso wie die Palästinenser unschuldige Menschen zu verzeichnen haben. Krieg ist doch immer etwas Schlechtes. Wovon reden wir denn eigentlich hier? Unglaublich. Da muss ich mit dem ernsthaft diskutieren. Das Krieg Schlechtes. Unfassbar. Hallo. Hallo. Warum zeigst du dich nicht? Weil ich Angst habe. Warum hast du Angst? Ja, weil Islam Frieden ist. Was hat das jetzt mit Islam zu tun? Ja, weil Islam immer sagt, wir sind friedliche Menschen. Und dann sehe ich auf einmal, die kommen mit Riesenbeil. Mit was kommen die? Mit Riesenbeil. Ey, was misst du jetzt Religion mit einem, Alter? Wir reden doch, kannst du mal? Du kommst direkt mit Reden. Das ist unglaublich. So, genau. Moin. Moin. Ex-Muslim. Ich will keine Debatte oder keine Diskussion. Dürfte ich mal fragen, wann öffnest du dein Shisha-Bar? Demnächst. Möchtest du mein Ehrengast sein? Ja, ja. Okay, alles klar. Ist das verrückt, ey. Ja, also nochmal. Also die Menschen auf beiden Seiten, die unschuldig sterben, ist natürlich sehr zu beklagen. Und wir weinen für jeden einzelnen Menschen, der aufgrund so einer Wahnsinns-Taten sterben muss. Da spielt es keine Rolle, ob das Israelis sind oder Palästinenser. Servus, Armin, nochmal. Wollen wir vernünftig debattieren oder willst du mich wieder rauswerfen, wenn du kein Argument hast? Worauf willst du denn hinaus? Ich habe dir gezeigt, dass diese Leute überhaupt gar keinen Wert legen auf ihre eigene Bevölkerung. Genau, das macht doch Israel auch nicht. Jeder hat doch die ganzen Aussagen der israelischen Politiker mitbekommen. Sonst würden sie doch auch das Völkerrecht achten, was zum Beispiel in der Ukraine auch von jedem westlichen Politiker... Okay, kannst du uns bitte erklären... Genau, jetzt erklären wir uns mal... Oh, oh, hallo, hey! Ja, bitte. Kannst du uns mal erklären, wer mit dem Ganzen angefangen hat schon wieder? Genau, das ist in den 30ern passiert mit der Haganer Terrororganisation der Israelis, weil die Zuflucht, die die Palästinenser gesucht haben... Oh, 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 kannst du uns erklären, wer am Oktober mit... Nein, nein, also wenn, dann müssen wir ganz zurückgehen, lieber Amir. Dann lass uns 1400 Jahre zurückgehen, als... Genau, das können wir gerne machen bei... Ausgerechnet. Genau, bei Titus, 57 nach Christus, die Vertreibung der Israelis nach Europa, können wir gerne anfangen. Kannst du bitte, du erzählst hier gerade ein Unsinn vom Allerfeinsten... Nein, mach ich nicht, wir können das gerne überprüfen. Komm, lass uns das zusammen überprüfen. Kannst du bitte, hey! Mann! Du musst dich beruhigen, wir können das gerne überprüfen, Amir. Lauf so nervös zu sein, Mann! Nein, du bist nervös, du schreist doch rum! Wenn du schon zurück willst, dann lass uns mal ganz zurückgehen. Ja, genau, wir gehen ganz zurück, gar kein Problem. Dann lass uns mal die Aussagen von Mohammed reinziehen, der gesagt hat... Nein, wir gehen nicht, warum bei Mohammed? Mohammed ist 600 nach Christus, wir sind 57 nach Christus. Lass uns mal... Also Amir, du musst schon seriös sein. Lass uns mal, guck mal... Lass uns mal, guck mal... Lass uns mal bei Mohammed an, die Palästinenser waren vorher... Ich bin hier raus, du wahnsinniger Typ, ey. Ja, dann lass uns bitte beim Mohammed mal anfangen. Genau, dann lass uns mal bitte bei Mohammed anfangen, der gesagt hat, ich werde die Juden und die Christen aus ihren Wohnstätten vertreiben. Der Tag des jüngsten Gerichts kommt nicht eher, bis ihr die Juden bekämpft und der Stein, hinter welchem sich ein Jude versteckt, wird sagen, oh, Muslim, komm, hinter mir versteckt sich ein Jude. Verpass ihm Nackentherapie. Lass uns doch darüber mal sprechen. Man redet ja davon, was Israel ist. Unglaublich. Stell dir mal vor, wir haben irgendwo in den Schriften stehen, dass die Muslime Nackentherapiert werden sollen und dass der Tag des jüngsten Gerichts kommt nicht eher, bis man die Muslime demoliert. Wie nervös der hier reinkommt. Mach mich nicht wahnsinnig, komm überhaupt nicht hier hoch, Mann. Kannst du doch nicht mal als normal reden. Das ist ein Typ, ey. Nein, Bruder, Gott segne dich und deine Gönnungen. Ich sag zu dem, ich sag zu dem, Krieg ist auf allen Seiten schrecklich. Du siehst doch, dass die Befehle, äh, ist der jetzt Nahost-Experte geworden oder was? So ein TikTok-Irgen-Bollo? Was ist das? Wo sind wir hier gelandet? Macht jetzt jeder auf Experte oder was? Ist der Außen-Korrespondent oder was ist denn da los? Krieg ist immer schlecht, Bruder, egal wo. Natürlich, wovon reden wir denn eigentlich? Kommen wir zu irgendeinem, äh, einen Nenner? Krieg ist scheiße, ob es von Israels Seite ist oder von palästinensischer Seite. Darunter sind unschuldige Menschen, die am Sterben sind. Richtig, richtig. Mann. Ja, ganz genau, ganz genau. Ja, Bruder, ich hab ja vorhin ein Video gesehen. Da kommt der und will mit dem diskutieren, wer jetzt schuld ist. Ja, lass uns da 1400 Jahre zurückgehen, als Mohammed angefangen hat, die Juden auszurotten. Was denn dann damit, wenn du fair und ehrlich bist? Was hat der dem Banu Kurese angetan? Was hat der Banu Nadir angetan? Was hat der, äh, Raibad angetan? Wenn du mal Klartext sprechen willst, was dein Name ist, Klartext. Ne, einseitige Scheiße, die du besagst. Einseitige Scheiße, oder bleib ruhig, bleib ruhig. Ja, das ist Wahnsinn. Da kommt der mit mir hoch und will mit mir, äh, über, äh, Israel-Konflikt mit Palästina sprechen. Ja, du siehst doch schon, dass das vor 1400 Jahren angefangen hat. Dass Mohammed angefangen hat, die, äh, arabische Halbinsel, äh, Juden und Christen reinzumachen. Mann, Mann, Mann. Bleib ruhig, Bruder, bleib ruhig. Ich weiß, es ist hart, aber, ja. Bruder, ich hab vorhin ein Video gesehen von so einem, äh, Mann, äh, der, keine Ahnung, der kennt Stürzenberger sehr gut. Und der hatte irgendwie, der hat erzählt, Stürzenberger hat von seinem Ohr an bis zu seinen Lippen, einfach seine Wange, kannst du einmal nach links und nach rechts klappen. Komplett offen sein Gesicht. Der hatte ein Riesenmesser, der Typ, ne, Riesenmesser. Hast du das gesehen, ja, wie riesig das einfach war? Das war so riesig. Ich hab mir das Video, ich hab mir das Video komplett gerade, äh, angeguckt, ne. Der hat in den Polizisten, in seinen Nacken reingetragen. Zweimal, zweimal, Bruder, zweimal. Genau, in seinen Nacken, also durch. Bruder, nicht nur das, der hat auch Stürzenberger, wo der zu Stürzenberger gegangen ist, hab ich richtig gesehen. Am Anfang hat er ja richtig auf seinen Oberkörper rauf und in sein Gesicht. Bruder, das, das ist, das ist so geisteskrank. Und dann kommen die Muslime und sagen, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Einfach mal Sura 9, Vers 29 lesen. Das ist das, die wollen die Wahrheit, äh, wollen sie nicht begreifen, ne, aber viele Muslime, die, äh, äh, setzen sich jetzt auch kritisch damit auseinander, ne. Die wollen auch selber herausfinden, ob das wirklich islamrechtlich, ähm, legitimiert wird, ne. Da siehst du, dass die beiden Parteien sich widerspalten, und zwar diejenigen, die sagen, ja, äh, wer es wagt, den Propheten und den Islam zu kritisieren, der hat nichts anderes als den, du weißt schon, was verdient. Aber dann gibt's auch die andere Fraktion, die sagt, äh, nein, das hat mit Islam nichts zu tun. Und dann siehst du auf einmal, wie beide miteinander, äh, 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 Verse um sich schlagen und beide ihre Legitimation haben. Sowohl, äh, beziehen sich einige Muslime auf diese friedlichen Verse, als aber auch die, äh, Muslime, die dann sagen, nein, hier, haben wir doch die Beispiele von, äh, Mohammed und seinen Kritikern. Du siehst also, dass Mohammed absolut mit seinen Kritikern so umgegangen ist, ne. Ja. Richtig. Aber, Bruder, der, der, der Typ, der das gemacht hat, ne, ich fand auch, also, wie du schon gesagt hast, der sah überhaupt nicht so aus, ne, der sah... Ja, doch, der sah schon aus, also hat man gesehen, jetzt hab ich seinen... Ja, mit seinem Bart, mit seinem Bart schon, aber, aber so, der hat, ich weiß auch nicht, Bruder... Oh, der, 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 der sah, der sah schon richtig so Salafi-mäßig aus, ne, ja, hat man schon gesehen. Ja, das ist so, das ist so geisteskrank, oder, das ist so... Was meinst du, was das jetzt in der Welt wieder auslöst? Was meinst du, was in der Welt gerade wieder abgeht? Wenn die sowas, was für Bilder jetzt gerade wieder um die Welt gehen, ne? Komplett, TikTok ist gerade voll damit, jeder, wo ich sehe, der live ist, der redet gerade darüber, das ist so wahnsinnig. Natürlich, das ist absolut krank. Du siehst also diese, ähm, diese Religion, die sich hier breit gemacht hat, ähm, und deren Anhänger, die sind ja hier. Und dieses Gedankengut schwert ja in ihrem Kopf. Etliche. Der eine hat sich jetzt getraut, etwas zu tun, ja genau, einer von dieser Masse hat sich getraut, den Islam, äh, in die Tat umzusetzen. Verstehst du? Zu praktizieren. Oder glaub mir, dieser, dieser Pia Vogel und die, die alle heißen, die würden genau das Gleiche machen, wenn sie nur könnten, oder wenn sie nur könnten, sie würden, glaube ich, genau das Gleiche mit uns machen. Ja, ja, der Pia Vogel, der, der hat das schon sehr oft erwähnt, ne, dass im Buch von Ibn Taymiyyah steht, dass, dass, der, wer Mohammed kritisiert oder beleidigt, der nur den TOD für den hat. Wahnsinn, Wahnsinn, ja, da musst du antreten. Da musst du reintreten, genau, da musst du reintreten. Auf jeden Fall, Bro, das ist wirklich, das gehört wirklich auf den Index, Bruder, das ist, das ist wirklich so, das darfst du hier, eigentlich darfst du das, sofort musst du es sofort stoppen, sofort verbieten und überhaupt nicht weiter verbreiten lassen. Das ist, Bruder, du hast ja gesehen, wenn die, wenn die das ernst nehmen, was da drin steht im Koran, hast du ja gesehen, wozu das führt, ne? Ja. Das ist das Problem, Bruder, wir können zufrieden sein, wir können, wie du schon immer sagst, Bruder, wir können zufrieden sein, dass es hier so viele Muslime gibt, die sich nicht richtig mit dem Koran auseinandersetzen und einfach nur ihr Leben würden. Ja. Okay, mein lieber Gott, segne dich in die Familie. Ja, Bruder, ich wünsche dir noch ein gesegnetes Flieger. Ciao, ciao. Ciao. So, Olin will auch noch was sagen. Einer behauptet, er kennt den Attentäter, wer denn? Ja, genau, wollte ich dir gerade sagen, einer in deinem Chat hat geschrieben, der heißt kurdischer Demokrat, der kennt angeblich den Attentäter. Hat er dir eine Anfrage gestellt? Ja, ja, der hat Anfrage gestellt. Ja, okay, achso, ja gut, mehr wollte ich auch nicht haben, Gott segne dich. Gott ist Segen, Oli, ne? Hallo, Bruder. Hallo, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Das ist ein Jeside gewesen. Jeside? Ja, ja, das war ein Jeside. Aber ich hab mal eine andere Frage an dich. Nein, das ist eine Lüge. Du glaubst doch, Jesus ist Gott, oder? Doch, doch, ich kenn den. Du kennst doch, äh, du kennst doch... Aber der ist so wie Islam konvertiert. Nein, nein, der ist Jeside. Auf jeden Fall, aber guck mal. Erzähl kein Schott, Mann. Jesiden machen nicht sowas, Mann. Geh mal weg. Hör mal zu, hör mal zu. An was für einen Tag ist denn dein Jesus geboren? Weil ich will unbedingt glauben. Du bist doch so ein Dorftrottel. Du kleiner Ors-Bütschon-Jur jetzt jedes Mal weg, Alter. Ekelhafter Drecktyp, ey. Oh mein Gott, jetzt versündige ich mich schon wieder. Übel, übel, übel. Seht ihr, wie die Muslime sind? Ey, als würden Jesiden sowas tun. Schande auf dich, dass du hier reinkommst und lügst. Ekelhafter Typ. Das war dein muslimischer Freund, hat man schon gesehen. Ein muslimischer Bruder, der sowas macht. Müll einmal. Ich wollte gerade sagen, dieser angeblich kurdische Demokrat ist gar kein Kur. Das ist ein türkischer Faschist. Das hat man schon gesehen anhand seines Bildes, ne? Ja, das sind so die grauen Wölfe. Das sieht man. Sehr, sehr schnell. Und jeder weiß, dass Jesiden sowas nicht machen würden. Wir sind ja auch keine Muslime. Wir haben doch gar nicht in ihren Schriften verzeichnet, dass sie Menschen umlegen sollen. Die kennen das gar nicht. Die haben das eher in ihren Schriften, dass sie alle Andersgläubigen so respektieren und gut behandeln sollen. Es gibt bei ihnen sowas nicht wie, dass man aufgrund ihres Glaubens jemanden unterdrücken soll. Sowas haben die gar nicht in ihrer Schrift, in ihrem Gitar. Genau. Ich bin ja auch Kurde, deswegen weiß ich das. Ich kenne doch Jesiden, ich kenne viele Jesiden, Mann. Und ich bin ja auch Ex-Mosne, ich bin ein Kurde aus dem Libanon und es gibt ja selten so welche hier. Sehr gut, mein Lieber. Gott segne dich, Mann. Ich hoffe natürlich, dass du zu mir noch Christus findest. Doch, habe ich schon. Halleluja, wundervoll. Beste Entscheidung deines Lebens. Danke. Okay, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Dich auch. Ja, ja. Hallo. 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 Ja. Ich bin gerade am tapezieren, ja? Entschuldigung, ich habe nicht gesehen. Ja, bitte. Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Ach so, ja. Sehr schockierend, was man da heute gesehen hat. Katastrophal. Was für Zustände hier herrschen. Das ist noch gar nichts. Das ist gut. Die Vorwehen, warte mal, was in nächster Zeit passieren wird. Ja, ja. Diese Vorahnung habe ich auch. Also, ich habe das mir vorhin angeguckt. Da wurde mir schon ganz komisch dabei. Viele Leute versetzen das in Angst und Schrecken, ne? Das heftet sich. Ja, ja. Die Muslime sind mal dran, etwas zu tun, was über unsere Vorstellungskraft geht, ne? Ja, ja. Deswegen, das war ja so aus dem Nichts, ne? Hat man das ja gesehen, ne? Ja. Deswegen siehst du, dass diese Glaubensgemeinschaft auf der ganzen Welt sind, dementsprechend von allen, ne? Ja, ja. Dass da ein paar Radikale dazwischen sind, dass, äh, in dem einen Glauben mehr, in der anderen Böse, ne? Das wären Radikale, aber das sind wahrhaftige Muslime. Ja, ja. Also, ich finde ja immer diese Doppelmoral von diesem Muslim, ne? Finde ich ja immer sehr, sehr, sehr ganz komisch, so. Wenn der IS Leute tötet, geht keiner auf die Straße, aber, äh, malt man den Propheten, dann ist, äh, dann brennt die halbe Welt, ne? Und ich meine, so eine Zeichnung ist ja, ist nicht viel wert, ne? Aber ein Menschenleben ist ja eigentlich, ich soll ja 10.000 Mal mehr wert sein, also unbeschreiblich mal mehr wert. Und, äh, diese Doppelmoral, die finde ich immer so, finde ich katastrophal, ne? Ja, ist natürlich katastrophal, ne? Okay, Dustin, hau rein, ciao, ciao. Ich frage immer noch, warum der Polizist auf dem unbewaffneten Mann drauf ist und den Massestecher ignoriert hat, ja. Diese ganze Szene ist einfach nur eine einzige Katastrophe, ne? Eine einzige Katastrophe. Hallo? Hallo. Was geht ab? Nicht viel. Gott segne dich und deine Familie. Ich auch, ja. Und, habt ihr es mitbekommen mit Stürzenberger? Ähm, nein. Der wurde heute abgestochen, bei Kundgebung. Wer wurde abgestochen? Michael Stürzenberger, kennt ihr den? Nein. Wer ist das? Was macht der? Das ist so ein Islamkritiker, der draußen immer aufklärt über den Islam und über die Gewalttätigkeit im Islam. Und dann kriegt er auch noch die Bestätigung, dass ein Moslem dahin geht und zeigt, dass seine Religion sehr friedlich ist. Guck mal. Ähm, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ja? Ja, meinst du, meinst du, dass das Islam mäßig in Ordnung ist oder meinst du, dass es so unislamisch wäre, Islamkritiker umzulegen? Das hat nichts mit Islam und so zu tun. Dass ein Mensch, der kann sich, ich glaube nicht, dass was mit Religion zu tun hat. Was meinst du denn, wenn wir zum Beispiel irgendwas in den islamischen Schriften finden, dass Mohammed selber seine Kritiker umlegen lässt? Würdest du dann immer noch sagen, das hat mit Islam nichts zu tun? Ähm, welchen Moment meinst du? Prophet Amonakoyim. Prophet Amonakoyim sagt er. Genau so wie ich. Ist ja heftig. Das ist ein Propheten und dann sagt der Amonakoyim. Das ist so krank, das ist einfach so krank. Du musst mal aufpassen, was man sagt. Wie heißt du da? Steht Ex-Muslim, oder? Du warst doch auch ein Islam, oder? Ja, genau. Ich habe Islam verlassen. Was bist du jetzt, wenn ich fragen darf? Ich bin Christ geworden. Warum hast du es verlassen, wenn ich fragen darf? Ja, der Koran erlaubt zum Beispiel in Sura 4, 24 so Hurerei. Also Allah erlaubt so eine Zeitehe. Du kannst also eine Frau mieten und ihr ein bisschen Geld geben und dann nach so drei Tagen oder was lässt du dich dann wieder von ihr scheiden? Das nennt sich Genussehe. Und sowas erlaubt dieser Gott. Würdest du sagen, dass sowas von Gott ist? Denkst du, du hast das Richtige getan, wenn ich fragen darf? Ja, natürlich. In Jesus Christus wurde Gott Mensch und die Liebe Gottes hat sich darin auch gewartet, dass er zu den Sündern kam, um für die Schuld der Menschen zu bezahlen. Ist das nicht die schönste Botschaft aller Zeiten? Ich weiß nicht, was du dazu sagen würdest. Einfach sagen, Jesus Christus ist der Schönste, der Beste, der Heiligste, der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Amen. Ja, das ist immer noch seine Meinung. Das ist deine Meinung. Ich würde das nicht sagen. Für mich gibt es nur einen. Diese Meinung ist aber dementsprechend auch fest verankert in der Bibel, dass der Herr sagte, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Und der Mohammed durch sein Allah sagt, Mohammed ist der Gesandte Allah. Die, die mit ihm sind, sind barmherzig zueinander, aber hart gegen die Kuffar. Aber warum meinst du Ex-Muslim? Warum schreibst du dein Name? Ja, weil ich Buddhismus verlassen habe. Deswegen schreibe ich der Ex-Muslim. Ach so. Unglaublich. Toni, wolltest du was sagen, Toni? Gottes Segen, Armin. Gottes Segen, du bist mein Bruder. Wie geht's dir? Na? Gut, mein Sohn schmeißt gerade Steine in den Teich. Ja, hoffentlich nicht irgendwann mal auf jemand anderen, ne? Nee. Ich wusste nicht so was bei. Ist ja bei mir zu Hause. Hier gibt es keine anderen. Nein, alles gut. Ich melde mich nachher bei dir. Es muss hier nicht in die Öffentlichkeit. Ja, okay. Alles klar. Aber ich sage nur so viel. Ja, mit halt die Schnauze und so, da sind einige sehr, sehr schnell. Da ist die Zunge schneller als der Kopf. Ja, klar, ist egal. Du musst segnen, du musst verbeten und alles mögliche. Immer segnen. Ich weiß, es ist nicht manchmal einfach, aber du weißt, was der Herr sagt. Ja, vor allem, wenn man irgendein AfD-Talk mit hier und GSG 9 schiebt ab und trala, ja. Du, weißt du, wie viele Seiten unser BGB hat? Und weißt du, wie viele Seiten davon beim Gericht einkassiert werden? Und wenn dann Leute behaupten und das und jenes und dann werden die Leute mit GSG 9 im Bundeswehrflugzeug, dann kann es nicht bla, bla, bla. Weißt du, Leute können ihre Meinung äußern, aber nicht irgendwelche falschen Tatsachen behaupten, die nicht stimmen. Solche Leute kriegst du nicht abgeschoben. Du wirst auch in 100 Jahren nicht abgeschoben bekommen. Und wenn man dann das korrigiert und sagt, ey, guck mal, wenn dein Arbeitgeber dir nicht passt, wechselst du ihn. Wenn die Wohnung dir nicht passt, wechselst du deinen Vermieter. Entschuldige, dass ich das einmal so sage. Wenn die Freundin oder der Freund nicht passt, dann trennt man sich. Und wenn dir das Land nicht passt, dann such dir ein anderes Land aus. Ich sage ja nicht, geh in dein Land, ich sage ja zu den Leuten nicht, geh in dein Land zurück. Such dir ein anderes Land aus, geh nach Schweden, keine Ahnung. Und wenn, also ich befürworte das ja, aber die Leute sollen das nicht mit einer Vermengung und sagen, hier und wenn die AfD, dann wird aufgeräumt, bla, bla, bla. Ja, was glaubst du, wie oft hier in Deutschland, haben wir gesehen. Es wurde so aufgeräumt, dass alles immer mehr wurde. Die Leute müssen aufwachen, als könnte AfD irgendwas aufwachen. Weil hier sind 10 Millionen muslimisch, bitte dich, Mann. Wenn nicht sogar mehr. Und dann das zu legitimieren mit, ja, aber du hast unterbrochen. Deswegen war halt die Schnauze gerechtfertigt. Also was für ein Bruder im Glauben. Ja, das nächste Mal, ich meine zu ihm, das nächste Mal nimm einen Stein. Wie lange bräuchte man, um die ganzen Maschinen voll zu machen, um die Leute da in diese Länder abzustehen? Das ist ja Wahnsinn, da brauchst du ja Jahre für, dann ist es vorbei. Ganz vergessen, sobald jemand abgeschoben wird und der Pilot sagt, ich heb nicht ab, ist schon fertig. Da muss einer von der Regierung mitfliegen, damit das überhaupt geschieht. Und bis das wirklich passiert und wenn keine Fluchtgefahr besteht, kannst du noch mal fünf Jahre drauf rechnen. Diese Nacht-und-Nebel-Aktion, was wir vor 20 Jahren hatten, über 20 Jahren, das gibt es nicht mehr in keinem Bundesland. Aber was ich nur meinte, ist halt, dieses Bruder im Glauben zu sein oder Neugeboren zu sein, aber wie ein Geisteskranker durchdrehen und das damit zu legitimieren, ja, du bist reingekommen und hast gleich unterbrochen. Ja, Halleluja. Na gut. Egal, Amit. Gottes Willen. Ich hör von außen wieder zu. Okay, alles gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Gottes Segen, Bruder Armin. Gottes Segen, mein Lieber. Ich bin David, der letzte mit dem Profilbild, ich hab geändert. Ach so, hast dein Profilbild geändert, sehr gut. Bruder, hast du auch heute mitbekommen, ne? Was war? Richtig, ey. Ich saß beim Reisebüro mit meinen Kollegen, auf dem hat mein Handy geklingelt, weil meine Jungs, die wissen, dass ich den Stürzenberger gerne verfolge. Und dann sagen die mal, guck mal den Livestream, hab ich da reingeguckt. Ey, was war das denn? Einfach krank. Einfach krank. Aber da hast du auch mal gesehen, die Polizei, die war komplett überfordert. Die wussten nicht, was die machen sollen. Richtige Pfadfinder. Wo sind denn die ganzen Influencer, die jetzt auf einmal das mal verurteilen? Wo sind die hin? Auch die muslimischen Influencer, wo sind die? Guck mal, was ich immer witzig finde ist, wenn wir hier diese Aufklärungsarbeit betreiben, da sagen die immer, ah, falsche Quellen, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Aber wenn man islamkritisch ist, dann regen sich ja beide Seiten auf. Also die radikalen und die normalen Muslime, weiß ich das meine. Also hat es ja doch irgendwas mit dem Islam zu tun. Da machen die ja, da differenzieren die ja auch nicht. Das Prinzip ist ganz einfach. Willst du nicht mein Bruder sein, so hau ich dir die Fresse. So einfach ist das. Wenn du was gegen Islam sagst, dann geht es dir dann den kranken. Islam ist Frieden. Wenn du was anderes behauptest, musst du in die Ewigkeit gehen. Aber wenn der Islam wirklich Frieden ist, dann müssten die ganzen Muslime hier in Europa auf die Straßen gehen und gegen den IS demonstrieren. Das müssten die machen. Machen die aber nicht. Warum machen die es nicht? Weil die dann gegen ihre eigene Religion schießen. Wir sind alle für IS. Alles verlorene Seelen. Ist wirklich so. Okay, David, Gott segne dich, Mann. Gott segne dich, Armin. Tschau, tschau. Gottes Segen, Bruder. Und dann alle Geschwister hier. Gottes Segen, Mann. Du hast ja, natürlich hast du mitbekommen, was heute passiert ist, ne? Sag mal, guck mal, wir werden vor aller Welt, also vor allen Augen der Welt, werden wir hier niedergestochen, abgestochen, Armin. Vor aller Welt. Und dann kommen noch welche und sagen, das hat nichts mit dem Islam zu tun, obwohl schon tausende Fälle passiert sind. Tausende über tausende. Du hast ja heute auch gesehen, ich weiß nicht, wie lange du mitverfolgt hast, als ich mit dir bei Abu Bizeps reingehängt bin. Was ich da für irgendeine Aussagen gehört habe von diesen ganzen Schia-Leuten. Ja, aber guck mal, aber guck mal, das Volk hier in Deutschland, Armin, das fühlt sich jetzt mittlerweile wirklich richtig an die Wand gedrängt, weißt du? Das heißt, die stehen alle mit dem Rücken zur Wand und wissen nicht, was die tun sollen. Das Ding ist, wenn zum Beispiel in Palästin, also wenn unten die Israelis einmal laut furzen, auf einmal halb Deutschland demonstriert dagegen. Aber wenn so etwas passiert, wo sind denn alle Leute? Wo sind die denn? Ja, das ist diese Doppelmoralen in dieser Gesellschaft, das ist die Katastrophe. Ja, wir alle hängen hier so auf TikTok, weißt du, und schaukeln unsere, du weißt schon, ne? Aber sonst unternimmt irgendwie keiner was. Guck mal, ich bin für Frieden, ich bin überhaupt nicht für Krieg, überhaupt nicht. Und ich sage auch, guck mal. Ja, ja, genau. Also ich sage, guck mal, was die israelische Politik macht, ist ja nicht in Ordnung. Ich bin ja auch für diese Zwei-Staaten-Lösung, damit die sich mal in Ruhe lassen, ne? Aber weißt du, was das Problem ist? Das Problem ist, dass die meisten Muslime einfach nicht unter anderen Menschen, also unter Ungläubigen leben können, weil die Ideologie so ist, wie sie ist, Amir. Das geht nicht. Ja, seit Jahren waren wir davon. Seit Jahren sind wir schon dabei und sagen, ey Leute, der Mohammed ist der König des islamischen Staates. Ihr müsst aufwachen. Schaut euch das mal an, was die islamischen Schriften zu bieten haben. Das Spektrum am Wahnsinn ist ja unglaublich groß, Mann. Wer seine Augen verschließt, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank, Mann. Kannst du die Augen verschließen von den islamischen Schriften? Sie sind ja da. Also du musst schauen, dass diese Leute sich von diesen islamischen Schriften ernähren und sagen, das, was unser Vorbild getan hat, das werden wir genauso tun. Da kannst du doch nicht verurteilen, da musst du diese Schriften verurteilen. Da ist ja das Problem. Ja, aber guck mal, hast du gesehen, was am 7. Oktober passiert ist? Das Ding ist, guck mal, guck mal, was mich unfassbar stört und was mich sehr traurig macht, ist, wenn zum Beispiel den Israelis so etwas passiert. Das sind ja auch unschuldige Zivilisten, das ist ganz klar. Und vor allem die israelischen Zivilisten, die sind ja auch für Frieden, die sind ja auch nicht für Krieg. Die können ja auch nicht für diese Politik dort. So, es wurden über 1200 Menschen dort an einem Tag in nur ein paar Stunden, wurden sie niedergestreckt. Über 1200 Menschen und es wurden über 200 Leute als Geisel genommen. So, pass auf. Weißt du, was die Muslime am 7. Oktober gemacht haben? Die haben diesen Tag gefeiert. Hey. Ja, haben wir doch gesehen in den deutschen Medien, da wo die Frau gefragt wurde, was halten sie denn von dem Angriff von Hamas auf Israel? Wir haben gefeiert zu Hause. Oh ja, die haben Bonbons verteilt. In Berlin und sonst wo. Die haben einfach, ey, die sind auf die Straße gegangen und haben das gefeiert. Kannst du mir erklären, was für ein unreiner und dreckiger Geist du sein musst, um zu feiern, dass unschuldige Menschen sterben? Sag mir das mal. Okay, mein Lieber, Gott segne dich schon an den Familien. Danke ebenso. Wartest du? Gott segne dich schon an den Familien. Tschüss. Hallo, Armin, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Gott segne dich schon an den Familien. Danke, Bro. Ich habe eine Frage an dich. Also ich bin selber, wie soll man sagen, also ich glaube an die Bibel und sowas. Aber wie kamst du genau auf die Kirche, würde ich gerne wissen. Und du was? Ja, und wie kamst du genau auf die christliche Kirche? Also jetzt mit der Dreieinigkeit und so, mit dem Kreuz. Wie kamst du darauf? Die Bibel redet davon. Wie kam ich darauf? Du musst, wenn du die Bibel siehst oder wenn du die Bibel liest, dann kommst du zu keinem anderen Entschluss, dass Gott sich in drei Personen geoffenbart hat. Und zwar Vater, Sohn, Heiliger Geist. Der Gott der Bibel ist ein dreieiniger Gott. Und das hat er schon in den ersten Versen des Buches Mose uns gezeigt. Denn Gott sprach durch sein Wort, sei und es ist, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Gott, das Wort und der Geist. War schon am Anfang da. Die drei Hypostasen. Und dann siehst du, wenn du die Bibel weiterhin liest, dass der Herr Jesus Christus als ewiger Sohn Gottes auf diese Erde kam, die Form eines Menschen annahm, um für die Schuld seiner Menschen zu bezahlen. Und zwar auch in Buche vom Jesaja, vom Propheten Jesaja, wird das ganz schön rauskristallisiert. Das musst du dir mal durchlesen. Wo ist der hingegangen? Macht der Kaffeepause? Ich rede einfach gegen die Wand. Oh, nicht schlecht. Riccardo. Ja, was soll ich euch dazu sagen? Ja, habt ihr gesehen, dieser, wie heißt der? Imam Metti. Ich bin Imam Metti. Der Erwe des Korans. Ich bin Imam Metti. Der Erwe des Korans. Ich bin ein Prophet Gottes. Schiithin sind Kufal. Sunnithin sind Kufal. Nur der Koran ist richtig. Gott hat mir einen eigenen Koran gegeben. Der hat auf einmal gezeigt, der so einen ganzen Bündel voller selbst geschriebener Sachen. Er ist so fertig, der Typ. Und der hat mir dann gedroht. Der Tim Kellner hat das hochgeladen bei sich auf Twitter. Aber jetzt diese, heutzutage, die Plattform heißt ja X. Ich bin Imam Metti. Imam Metti. Wo ist dieser Imam Metti? Wo ist der Imam Metti, wenn man den braucht? Ja, ja, ich weiß. Dass ich hier noch so sitze und mit euch rede, das ist echt ein Wunder, ehrlich. Seit wann mache ich das? 2017 oder was? Dass mir noch kein Haar gekrümmt hat, ist ein Wunder. Hallo, guten Tag. Hallo, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Gleich warst du ja auch. Ich hab mal eine kleine Frage. Du weißt doch, dass schlechte Gedanken meistens vom Teufel kommen, die dich zum Schlechten verführen wollen. Gibst du mir da recht? Ja. Wie bitte? Ja, worauf willst du hinaus? Genau. Jetzt wollte ich fragen, was ist, wenn man eine Nachricht bekommt? Und quasi nicht vom Bösen, sondern vom Gott persönlich. Aber man weiß es nicht. Und man denkt es halt, es käme von Gott. Man ist quasi, man vertraut auf diese Stimme, weil man denkt, es wäre Gott. Wie kann man etwas, sowas unterscheiden? Wo man 100% weiß, ah, er will mich verführen. Oder das ist das Wahrhaftige. Verstehst du ein bisschen, was ich meine? Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Wir haben zum Beispiel auch die Begebenheit, als Gott Abraham befohlen hat, seinen Sohn zu opfern. Aber damit wollte Gott uns etwas zeigen, weil er bereit war, seinen Sohn zu opfern, aber noch einen Engel dahin schickte, um zu sagen, nein, Abraham, mach das nicht. Gott wollte dich nur testen. Und der Herr, als er gesagt hat, weil du bereit warst, deinen Sohn nicht zu verschonen, werde ich auch bereit sein, meinen Sohn nicht zu verschonen. Da hat die Symbolik dahinter. Aber ich verstehe, was du meinst. Heutzutage sind ja einige in der Irrenanstalt gelandet, aufgrund solcher Einflüsterung. Was, 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 weißt du? Und die haben dann gedacht, auf einmal, dass sie von Gott eine Stimme bekommen haben. Da siehst du auf einmal, dass Leute angefangen haben, ihre eigenen Familienmitglieder da umzulegen. Schlimm, sowas. Aber meinst du nicht, man kann, gibt es nicht irgendwas, wo man, verstehst du nicht, was ich meine irgendwie, wo man vertrauen kann, aha, so und so? Der Herr Jesus Christus hat uns in seiner Heiligen Schrift etwas mitgegeben, und zwar, dass wir unseren Nächsten lieben sollen, wie uns selbst. Wenn also, wenn du also eine Stimme hörst, die dir auf einmal sagt, geh und hasse ihn, oder geh und mache das und das mit ihm, so weißt du, dass es nicht vom Geist Gottes ist. Wenn der Herr Jesus Christus dir das befiehlt und jemand anderes etwas anderes sagt, dann weißt du, aha, da stimmt etwas nicht. Verstehst du? Natürlich. Aber sagen wir jetzt, der Teufel ist der Meister der List, der Meister der Täuschung. Und da steht auch, glaube ich, geschrieben, der Teufel kommt wie ein Licht zu dir, das Böse oder so ungefähr. Die Satan und seine Dämonen können sich als Engel des Lichts verkleiden. Das ist ein Problem für Sie. 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 14. Ja. Also meinst du, man sollte die prüfen oder? Natürlich, wenn dich jemand zum Bösen aufruft, das ist, du musst das immer in Frage stellen, sowas, sofort. Und die Worte des Herrn Jesus Christus sofort verinnerlichen. Wenn du also das Neue Testament liest und die Worte des Herrn Jesus Christus verinnerlichst, ihn annimmst als sein Herr und Heiland, den Heiligen Geist empfängst, so wirst du dann sehen, dass der Herr Jesus Christus die Worte, die er zu dir gesprochen hat, wahrhaftig sind. Und wenn dir jemand anderes etwas einflüstert, was dem widerspricht, so weißt du, dass das nicht in Ordnung kommt. So wie der Apostel Paulus sagt in Galate 1, Vers 8, wenn wir oder ein Engel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen, der sei verflucht. Verstehst du? Weil der Herr ja in seiner Weitsicht weiß, dass irgendjemand in der späteren Zeit kommen wird und ein anderes Evangelium predigen wird. Beispielsweise der Mohammed, der ja gesagt hat, nein, Jesus Christus ist nicht gestorben. Er ist auch nicht auferstanden, weil jemand anderes ist gestorben. Das ist so eine andere Botschaft. Evangelium bedeutet ja frohe Botschaft. Und der Mohammed hat eine andere frohe Botschaft verkündigt. Und jetzt habe ich eine Frage. Entschuldige bitte. Hat es jetzt Isa und Jesus die gleichen Personen, also Jeschua, Isa und Jesus gleiche oder zwei verschiedene? Das können wir ganz einfach testen. Jesus Christus sagt in der Bibel, in Lukas 22, Vers 70, dass er der Sohn Gottes ist. Und der Isa sagt, ich bin nur ein Gesandter von Allah. Ja, was denn jetzt? Ist er jetzt der Sohn Gottes? Von seinem eigenen Mund sagt er, ich bin der Sohn Gottes. Ich bin der Messias, der Sohn des Hochgelobten. Und dann siehst du auf einmal im Koran ist eine ganz andere Figur da. Das ist nur der Gesandte Allahs. Er heißt Isa ibn Maryam. Er ist also nicht Jeschua Hamashiach. Was ist das? Wer ist also dieser Isa im Koran? Weil ich glaube auch, mir wurde erzählt im Koran, dass der auch ein paar Wunder gemacht hat. Dieser Isa. Ja, es steht so im Koran, dass er mit Allahs Erlaubnis dies und das und jenes getan hat. Aber das ist der Unterschied durch Allahs Erlaubnis. Ja. Das Problem ist, er selber sagt in der Bibel, dass er Menschen heilt und dass er den Willen dazu hat und er auch Sünden vergibt, wen er will. Wisst ihr, dass der Sohn des Menschen Sünden vergeben kann, wen er möchte? Markus Kapitel 2, Vers 5. Und wir wissen, dass nur Gott Sünden vergibt. Gut, Amen. Gut, dann bedanke ich mich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Isa Heisenberg, was habt ihr denn mit dem? Der weiß doch gar nichts, der arme Osgür. Er ist doch nur in seiner eigenen Bubble da gefangen. Der macht den ganzen Tag dieses Spray auf seine Haut, damit er schöner glänzt und sowas. Ja, wundervoll. Hängt er den ganzen Tag irgendwo ab. Geht auf irgendwelche komischen Sachen ein. Null geistliches Zeugs von ihm. Was ist das denn? Danke, Maria. Ein Diamant. Eine Diamantos. Isas Beauty Palace. Er hätte sich wenigstens so genannt, anstatt Isa Heisenberg. Isas Beauty Palace. Da macht er Videos, wie er sich so schön schick macht und sowas. Und sich da so, äh, hier, weiß ich nicht, Wasser ins Gesicht sprüht und sowas. Okay, ich verstehe, dass Männer sich pflegen müssen. Mach ich auch, ja. Aber muss ich mich jetzt übelst feminin da zeigen, oder was? Was ist mit den Männern passiert, Mann? Was ist mit den Männern passiert? Damals sind wir noch losgezogen und haben, was weiß ich, was getan. Heute machen wir Tutorials, wie man sich die Haare macht und wie man sich so irgendwelche Sachen ins Gesicht sprüht, ey. Das kannst du keinem erzählen, ey. Das ist heftig, Mann. Oder? Das kannst du keinem erzählen, das ist doch nicht normal. Unglaublich, ey. Fehlt nur noch, dass er auf einmal anfängt, so ein Schmink-Tutorials zu machen, ey. Da wär noch die E-Tüffelchen los. Schmink-Tutorials bei Isas, bei Isas Beauty Palace. Unfassbar. Ja, möge der Herr Jesus Christus ihm die Augen öffnen, ey. Der, äh, dieser Issa Heisenberg, der heißt ja nicht Issa Heisenberg, der ist ausgehört. Der ist eigentlich ein lieber Kerl, merkt man auch. Der hat eigentlich gar nichts mit Islam so zu tun. Der lebt einfach sein Leben. Der ist so ein normaler, adretter Kerl eigentlich. Aber, äh, wenn es darum geht, dann wieder den Islam zu verteidigen, also wenn es darum geht, den Islam irgendwie, ähm, also wenn jemand über den Islam redet, dann musst du das natürlich auch verteidigen. Obwohl der gar nichts mit dem Islam zu tun hat, das verstehe ich auch nicht. Warum verteidigst du eine Religion, deren Anhänger dich aufgrund deines unislamischen Verhalten, in dich? Salam alaikum, Bruder. Da kommt der Nächste. Da kommt der Nächste. Was willst du mir heute sagen? Guck mal. Was ist dein Name, Ex-Muslim? Warum machst du nicht Christ einfach dir? Hey, du Isel. Hey, Tutsche, was interessiert dich das denn? Guck mal, interessiert mich viele. Guck mal, du, du provozierst uns, ne? Du provozierst, du weißt das. Sarko, du bist seit drei Jahren hier. Sarko, du bist seit drei Jahren hier. Was meinst du, wenn der deutsche Staat dir zuguckt? Die schieben dich so wieder ab. Guck mal, was ich dir sage. Ich sage dir, du heißt Ex-Muslim. Mach das nicht mal. Du denkst du, Bruder, deutsche Regionen sind gegen Muslime. Trotzdem, mach das nicht, du bist neu hier in Deutschland. Wenn du sowas machst, dein Achtung ist abgültig. Wir sind nicht neu in Deutschland. Guck mal, wir sind seit 2015. Guck mal, wir sind von Hinterbergen gekommen, aber nicht mit Esel. Aber du drohst doch Menschen in Deutschland als Flüchtling. Was sage ich dir? 4.000 Leute schauen nur zu und sagen, du musst deinen Namen jetzt tauschen. Oder ich bin gleich bei dir dort. Und eine halbe Stunde ich bin bei dir, ja? Ich weiß genau, wo du... Oh ja, komm, Lava, nicht so ein Schrott. Ich weiß genau, vor welchem Supermarkt hast du dein Auto gerade gepackt. So will ich dir sagen. Supermarkt? Ja. Der hat 21 zu und sagt, der Supermarkt. Na komm, also ist es schon. Die Leute schauen zu, ja? Ihr seid selber Zeuge. Ich habe es zweimal gesagt und ich sage dann nochmal. Du musst deinen Namen, du musst deinen Lauf jetzt zumachen und gleich deinen Namen tauschen. Du machst Christ, nur Christ oder egal was, aber nicht Ex-Muslim, okay? Machst du den Namen vom Muslim weg. Mach deinen Lauf zu, salam alaikum. Okay, boy, sonst bin ich bei dir. Ich bleibe hier, bis du dein Lauf zumachst. Ich bleibe hier, bis du dein Lauf zumachst. Das ist nur ein ekelhafter Mensch, der schickt mir 80 Millionen. Ich bleibe hier, bis du dein Lauf zumachst. Hast du verstanden? Guck mal, Bruder. Der hat seinen Namen hier gemacht, Ex-Muslim, ja? Ex-Muslim, das ist scheiße. Warum macht der nicht Christ und schreibt der Ex-Muslim, der produziert Muslime, der ist gegen Muslime, Bruder. Was soll ich mit dem? Wie der ist der Hohen? Ja, Mann, Bruder, ich weiß, wo der wohnt, Bruder. Wer schreibt dieser? Ich war ein Iraner. Ich weiß, wo der wohnt, ja? Ja, was du machst. Ja. Eine Familie sowieso. Ich habe dir Zeit gegeben, ja? 5.000, 7.000 Leute schauen dir zu. Guck mal, ich habe dir gesagt. Normal, normal. Der heißt Ex-Muslim. Endlich habe ich den bekommen. Der hat mir 8 Millionen Anfragen geschickt, dieser ekelhafte Typ. Wahnsinn. Ich konnte das nicht schließen. Die ganze Zeit, jede Sekunde, jede Sekunde, jede Sekunde, jede Sekunde. Da musste ich zustimmen und dann konnte ich den rausschicken. Wahnsinn. Ist das ein ekelhafter. Ja. Da schickt er mir eine Million Anfragen. Die ganze Zeit, jede Sekunde. Unfassbar. Der ist seit 2015 hier. Der schämt sich nicht, solche Äußerungen zu tätigen und Leute zu bedrohen. Und dann denkt er sich so, ja gut, in Deutschland kann man das ja machen. Ich werde da sowieso nicht abgeschoben. Leute, nehmt diese Sachen auf und schickt das der Behörden und zeigt mal, sag mal, was ist hier los in diesem Land? Was ist hier los, los in diesem Land? Das ist so krank. Der eine Kollege von dem sagt das. Der andere sagt sein Gesicht, sagt der, wenn ich dies hier mache, ich so und so. Ja genau, einfach Staatsschutz schicke. Sag mal, was sind das für Leute, die hier reingekommen sind seit 2015? Einmal bitte, äh, überprüfen. Ja? Ganz einfach. Unglaublich, ey. Unglaublich. Unglaublich. Hallo. Hallo. Gott segne dich und deine Familie. Danke, ja. Hallo. Hallo. Ja, rede doch. Ja, ähm, sag dich schade. Ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Vater, Sohn, Heiliger Geist und ich bezeuge, dass Jesus Christus, der ewige Sohn Gottes, die Mensch wurde, um für unsere Wünste zu sterben. Super freundlich. Ich erschöne meine Heile hier rum. Ja, komm, raus mit dir. Raus, raus, raus. Du gehst raus, du gehst raus, mit einem tobenden Applaus. Du gehst raus, du gehst raus, mit einem tobenden Applaus. Oh, danke, dass sie da waren. Danke, dass sie da waren. Oh, ja. Tut mir leid, aber manchmal muss ich das machen. Ich bin jetzt da, wunderbar. Du bist jetzt da, das ist wunderbar. Freut mich, live zu sein mit mir, Sheik. Sag mal, kommst du nicht mehr klar? Schon lange nicht mehr, seit ich deine Videos sehe. Das ist doch nicht mehr wahr. Kann es nicht sein. Junge, was geht? Ja, gar nicht. Nichts ein bisschen die Leute testen, wie gut ihr Wissen ist gegenüber dem Islam und was das heutzutage in unserer heutigen Gesellschaft noch auslöst und den Herrn Jesus Christus verkündigen und keine Gemeinschaft verdämpft, sondern es haben. Ach so. Hey, ich würde aufpassen, sonst haut dich dieser Chineser noch. Ja, heftig, ne? Der ist einfach mit iranischer Chinesen heftig. Das ist unglaublich. Na gut, der kommt aus dem Asiatischen Ort. Ja, das ist Bruce Lee von AliExpress. Ja, der sah ein bisschen aus wie Bruce Lee, ne? Der afghanische Bruce Lee, hilf dich, hast du recht? Bruce Lee von Wish. Ja, auch. Das ist von Temu. Ach du Scheiße. Ja, Temu, man. Temu, Schein und diese ganze Leute. Wie der auch lügt, wie der auch lügt. Da sagt er, 4000 Leute sind bei mir und sagen, du musst deinen Account löschen. Und dann gehst du rüber und dann ist da 20 Leute. Ja, das war nur ein einziger Ort, weißt du? Das war nur ein einziger Ort, aber scheißegal. Ja, diese Leute sind geistesabwesend. Das ist das Problem. Das ist das. Ich hoffe, dass ihr eine Knie bekommt von deutschen Staaten, die sagen, oh, ja, wir haben sie in TikTok beobachtet. Es ist wundervoll, dass sie dann andere bedrohen, als sogenannter Flüchtling, der 2015 gekommen ist. Wir werden auf jeden Fall ihrem Asyl stattgeben. Ja, es sind halt die heutigen Asylanten da. In Deutschland, Schweiz ist nicht besser. So ist es. Gott segne dich und deine Familie. Danke gleichfalls. Ciao. Ciao. So, was haben wir denn hier jetzt? Frisch getankt und weiter geht's. Frisch getankt, frisch gebügelt und schön Spray ins Gesicht gesprüht, damit wir auch immer frisch wirken. Hallo. Hallo. Hallo mein lieber Gott segne dich und deine Familie. Ebenfalls. Ich möchte nur eines sagen, da ich auch hoffe, dass viele Menschen hier zusehen. Jesus ist der König der Könige. Er ist der Prinz des Friedens. Amen. Und jedes Mal, wenn ich Jesus Christus den Namen ausspreche, habe ich ein Lächeln im Gesicht. Das bedeutet, Jesus ist der wahre Geist Gottes. Amen. Und schönen Tag noch. Amen. Danke dir auch, mein Lieber. Bis. Gute Worte. Ciao. So muss das sein. Der König der Könige und Herr aller Herren. Er trägt auf seinem Gewand den Namen König der Könige und Herr aller Herren. Das ist unser Herr Jesus. Amen. Wer den Tod besiegt hat. Alle sind gestorben. Jesus Christus ist gestorben und auferstanden. Amen. Und er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hallo. Hallo. Hallo, 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 eine sehr sehr wie nennt man das eine sehr sehr traurige konvertierung sehr sehr mit herz ich würde mich würde interessieren was marcel krass und diese ganze cellophie bande dazu sagt was passiert ist ja komm dann gehen wir in die tasten tagesschau hat bestätigt teta ist afghaner ja sehr schön bestimmt ist sympathisant hundertprozentig teta war laut bild ein afghaner ist ja auch schon wieder live der isam mit seinem gehirn gewaschenen hallo 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 gott segne dich und deine familie das kann auch nicht wahr sein der brie hat aber amir weggedrückt das kann doch nicht wahr sein wie respektlos da kriegt er mich einfach raus ist das denn da wollte ich eine schöne konversation mit ihm führen und dann kriegt er mich einfach raus in was für zeiten wir leben in was für kuriose zeiten wir leben die lieben hallo hallo gott segne dich und deine familie und wieder das gleiche ich geb dir jetzt wieder mein mann ja ok video der frieden und segen des herren sei mit dir bruder amen auch mit dir mein lieben auch mit seiner frau mit seiner familie ja grüß dich kann sich noch an mich erinnern tut mir leid aber hier sind tausende von leute ich weiß quasi bei diesen immer richtig viele menschen online aber alles gut ja ich bin jordi ich bin doch der herr hat halt dich genutzt um mich zum glauben zu führen das habe ich doch einmal hier gegeben ja ja genau wundervoll hammer genau genau wo die dann meinten ja du kannst alle videos gucken aber guck mich seine videos und dann guck alle videos die es gibt aber nicht seine videos es geht nicht anders jody bevor man hier mit islam romantiert muss man erstmal an meinen videos vorbei sonst geht das nicht natürlich natürlich muss man sich selber auch stärken mit viel kamelorien mit milch und honig das wird das nicht genau genau ja krass hast ja gesehen was heute ab ging ja genau darüber sehr oft geredet beziehungsweise das ist das ist richtig heftig also das ist ja richtig richtig krass wir das war ja das war schon kein normales messer das war ja schon fast eine machete oder so ne ja das sah richtig brutal aus das ding richtig richtig der polizist hat dann auch den falschen festgehalten und so ja der war total die waren total durcheinander irgendwie ne ja das war das war richtig krass das war richtig durcheinander die dachten so herkommen da sind die leute die da ein bisschen wieder randale machen nichts besonderes ne auf einmal so was ne ja das ist richtig krass die kennen sowas ja auch gar nicht ne hier in deutschland ja genau sie kennen sowas nicht das ist richtig gestört das ist richtig gestört ja ich habe das gesehen ich dachte ich muss ich musste zwei dreimal hingucken bis ich dann wirklich jetzt ist ja aus der lebensgefahr weiß dass einer von euch ich musste ich musste mich auch daran erinnern du hast vor kurzem ich glaube das war vor zwei drei wochen oder so meintest du ja auch der bruder ist gerade unterwegs sind kurz auf dauerschleife leute nimmt jesus christus an solange es noch geht wenn einer von euch den herrn noch nicht angenommen habt nimmt den herrn an religion sind vom teufel jesus christus ist der herr bei religion muss man sich an regeln halten genau amen gepriesen sei der herr er ist gerade kurz weg er ist im hetz mobil ich bin im hetz fieber hetz fieber hit saen Cit hi Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Drink some Prince, Frieda, uh-huh. Ah-huh. Zah! ok ja genau und zwar du meintest ja vor zwei drei oder vier wochen ich weiß nicht mehr genau du meinst ja das ist ja krass dass den noch nichts passiert ist trotz seinen einsatz das auf der straße sind jetzt genau was passiert auf einmal das ist richtig heftig das ist richtig heftig ja das ist richtig krass also wir beten auf jeden fall für ihn und seine familie und er für sehr viele viele menschen in diesem land wirkt sowas sehr sehr verstören dass muslimi bereit sind aufgrund ihres glaubens dann zu solchen taten zurückzugreifen also zu solchen mitteln was ich auch noch krass finde ist ja dass das ist ja wovon er redet ist genau was ihnen dann noch passiert ist ja die polizei jetzt ist auch die polizei die das auch bestätigt bekommen dass der islam ultra gefährlich ist dass die anhänger sind und ja das ganze jetzt verantwortet werden muss wer hat diese leute reingelassen warum prüft man diese leute nicht kann man eventuell ein islamverbot aussprechen kann man moscheen schließen und das muss besprochen werden sowas muss in der breiten masse muss das sein krass wir haben den sogar rechten rechten sprecher oder wir bringen ja sie haben irgendwie gesagt also in ein paar berichten steht das und haben auch gar nicht erwähnt dass es einer war der halt den islam glaubt so genau genau jetzt werden in nächster zeit sehr viele debatten stattfinden egal ob bei uns oder auch in den massenmedien was das ganze mit dem islam auf sich hat und ob das islamrechtlich legitimiert wird dann ja wenn man sich die islamischen schriften anguckt und mohammeds leben und wie er mit seinen kritikern umgegangen ist dann sieht man absolut dass der islam bösartig ist sehr bösartig ja das ist auch das was ich vorhin ich habe mit meinem vater auch darüber geredet und das ist so etwas was sie auch gesagt hat so voll viele leute kommen dann somit ja aber guck mal was war mit der bibel was haben andere christen gemacht aber christen die andere menschen umbringen die sind ja nicht wirklich wiedergeboren und in der bibel steht niemals dass man jemanden umbringen soll also jesus hat das niemals aber im koran steht dass man die menschen umbringen soll koran ist quasi auch pro pädophilismus und alles andere und dann kann man das man kann noch den koran ist mit der bibel vergleichen so und wenn menschen gegen die bibel handeln dann sind sie auch nicht wirklich wiedergeboren so und ich finde dass diese argumente finde ich echt dumm geben in der realität überhaupt keinen sinn das ist das problem aber das was der islam da von sich gibt das ist das wenn die muslime dann anfangen islam in die tat umzusetzen und die islamischen schriften auf einmal ausdruck zu verleihen das ist das vor allem die kennen ihren eigenen koran nicht aber sagen dann irgendwas was in der bibel steht und wollen das aus irgendeinem kontext was überhaupt nicht stimmt so ja wie machen wir haben die was steht gegen bibel dann googeln die das ich glaube der bruder ist gerade weggetreten bruder bist du noch da hört kann man nicht genau da ja ja hier war hier war noch ein anderer und da musste ein wenig miteinander spielen ja genau auf jeden fall so was ich noch los werden wollte zu unserem letzten telefonat wir haben mittlerweile geheiratet sind jetzt schon seit über einem monat verheiratet und das ist auf jeden fall auch ja alles entstanden und auf der hochzeit haben meine beiden freundinnen einfach jesus ihr leben gegeben und ich durfte mein erster ich habe geheult vor freude das war so schön wirklich wundervoll hammer wie der herr wirkt in letzter zeit unglaublich viele männer und der herr hat so mehr oder weniger die ganzen wie nennt man das hier diese ganzen apps auch irgendwo zur verfügung gestellt dass wir so eine beurte erreichen können das ist wahnsinn natürlich diese ganzen apps kannst natürlich für blödsinn benutzen oder aber auch für das gute genau dadurch habe ich ja auch also ich habe das hat bei mir aufgedauert ich habe jetzt auch seit ich weiß nicht seit drei monaten mache ich auch content also das ist hier nicht mein kanal aber das von meiner frau darüber kann ich auch keine sorge naja ich habe mich überwunden verkünde jetzt die frohe botschaft von jesus christus dass das wir wir haben es kostenlos gekommen und doch kostenlos weitergeben und in der einfach nur so ich sag ja das ist normale sachen also ich sage ich sage halt was jesus uns geboten hat und mir reizie was du hier manchmal sagst und wir auch nichts passiert der ersegnet dich auch ich bin ja genau ich glaube überall muslime guckt mich an aber mir kommt das davor als wie bei daniel in der löwengrube die löwen gehen an mir so vorbei und mir passiert so nichts das ist krass genau das ist das ist so heftig das ist auch mega gesegnet genau ich habe ich glaube ich bin ja auch nicht so jemand der jetzt aussieht wie so ein kleiner chor knabe oder sowas weißt du was überlegen sich zweimal zu mir zu kommen ich habe ein sehr sehr schlimmes leben geführt gehabt damals ja ich weiß ich habe so ein video wurde über irgendwen hast du geredet diese anfangs videos da warst du noch mit deinem bruder im live bei youtube ja das ist jetzt was ich mit so einem damals gemacht hat dass so ein typ da kommt und daher gelaufen als kleiner junge der dann auf einmal mit mir dann so voll weiß ich nicht reden wie er möchte das ist sehr drückt sehr gegen ein fleisch genau diese zum glück habe ich den herrn jesus christus genau genau ich würde noch abschließend sagen ich meine gemeinde also meine gemeinschaft wir beten für leute also wir sind auch voll im dienst wir gehen auch auf die straße und verkünden das wort von jesus christus wir leben im raum wl also bielefeld das ist ja noch eine internetseite da kann man auch gucken da geht es auch um taufen wenn leute da fragen haben es einfach also die seite heißt www.retterliebe.de und ja genau mein name ist jordi kawa ich mache videos für den herrn kann man gerne mal reinschauen wenn ihr wollt finde ich danke für den dienst den du machst ich wünsche ihr gottes reichen segen und ich darf nicht vergessen ich muss mein bruder aaron grüßen gemeinsam trinken wir kamelorien und lachen und schlafen und natürlich mein bruder juri muss ich auch noch grüßen ich schicke ihnen dass irgendwann im internet landet ja wundervoll ja wundervoll wo geht der herr die beiden segen die kann ich hier raus ich glaube ja das ist mir hier zu viel kamelorien ja ich nutze noch mal ein paar minuten um ein wenig das wort euch mitzugeben ihr lieben falls ihr noch nicht im glauben seid an den herrn jesus christus so bitte ich euch wenn ich in euer herz reden darf dass ihr euch gedanken macht um eure ewigkeit ihr seht was in letzter zeit abgeht das kann jeden von uns treffen ne ihr geht zum einkaufen oder zum sport oder was auch immer da rennt irgendjemand dann rein und dann ist es vorbei versteht ihr lieben den ernst der lage der herr jesus christus warnt jeden einzelnen von uns kommt zu mir alle die mühselig und beladen seid und ich werde euch ruhe schenken falls du noch nicht im glauben bist komm heute noch zum glauben an den herrn jesus christus und übergib ihm dein leben glaube an das was er für dich am kreuz getan hat man glaube an das was der herr für dich am kreuz getan hat und rette deine kostbare seele lass nicht zu dass du ohne jesus christus in den tod gehst und einen ja eher atheistischen weg oder religiösen weg gehst nein jesus christus ist gekommen um genau das gegenteil von religion zu machen er ist der ewige sohn gottes der mensch wurde um für uns zu bezahlen ihr könnt niemals gott gefallen mit euren werken es ist allein der glaube an seinen sohn jesus christus der uns das ewige leben gibt amen ich hoffe dass meine worte in dein herz eingedrungen sind und dass du dir gedanken hast darum komm mit all deinen fehlern schwächen ängsten sorgen und sünden zum herrn jesus christus und übergib ihm dein leben amen und rette deine kostbare seele die wundervolle seele die in deinem körper drin ist am kreuze von golgott als kreuz hörst du mich dieses handy ist so im hinten das ist so krank du brauchst ein neues handy ja ich krieg ein löwe rein für bruder amir nein ist okay du krieg schock deines lebens wenn du dieses video siehst was ist passiert die haben auf mich schützenberger reagiert die muslime kuck einfach und mach einfach laut ok auf dein kanal nein nicht auf mein kanal ich habe jetzt per whatsapp gesendet diese video ja warte mal ganz kurz das kann man ruhig zeigen sogar das kann man ruhig zeigen das ist das habe ich doch schon gesehen das ist doch immer mit die man ja immer mit die habe ich doch schon gerade eben thematisiert wo ist denn jetzt hin wo bist du hin pavlos pavlito wassalamu alaikum alaikum salam gott segne dich und deine familie ich wollte dir was sagen was willst du sagen schau mal weißt du was mit dem passiert ist der hier so schlecht wie bei unserem prophet muhammad sallahu alaihi wassallam geredet hat ja was mit dem passiert du weißt selber hör auf damit jazalami jazalami hör auf damit jazalami bei allah bei allah das wird dir auch passieren bei allah ja da sollen wir ruhig passieren ist kein problem gott segne dich und deine familie wir fürchten den tod nicht ich hatte noch eine frage was schieße gegen uns muslime nein ich schieße gegen den islam und entlarve den islam als eine lüge was er auch ist damit du eine möglichkeit hast die schriften eins zu eins zu lesen und selber eine entscheidung rauszutreffen amen ja genau ja genau sehr gut das ist am rumtreuen ja der ist am rumtreuen tiktok war ein bisschen komisch war auf einmal weg komisch aber heftig ja wer ist diese person bruder ich dachte das wäre eben so normale person der ist doch immer metti der kam doch sehr oft bei uns rein das ist auch der der gesagt hat ja ist doch kein problem kinder so wo er mit den anderen jungs da gesprochen hat ne ja ist doch kein problem vierjährige das volks gut schön wundervoll das ist doch der der immer wieder reinkommen wir uns alle kaputt lachen ich bin imam metti ich bin ein prophet gottes achte ja und sind kuffar und schiiten sind kuffar wie der redet so ne was der ist reif für die klubs ja was die mit uns hier anstände ja am liebsten würde ich natürlich so eine demonstration organisieren ja alle mobilisieren aber das ist natürlich heftig bruder amir im fleisch also du hättest das locker geschafft bruder amir im fleisch hättest du das locker geschafft da werden tausende leute hinkommen natürlich ach wenn ich einmal auf youtube gehe und dann sage wir müssen demonstrationen machen ich möchte dass alle mobilisiert werden ja 88.000 abonnenten davon werden bestimmt zwei drei tausend vier fünf tausend werden da bestimmt kommen von daher aber wir müssen immer beim herren bleiben ne ja aber das ist das ne das fleisch drückt ne das fleisch ist schwach das der geist ist willig ne ja fleisch wirklich ne da die provozieren wirklich wie die dich da auch provoziert haben bei den sieben ne die haben die äußerste form provoziert die haben gelogen über die bibel natürlich das hat mich auch aufgeregt ne du alleine 20 muslime da das hat mich am meisten aufgeregt ne dass die durch lügen erzählen über die bibel über dich über das da war vorher da war vorher da war vorher dass du ruhig gebe also ja du hast manche dann fleisch aber einerseits warst du noch großen ganze eigentlich noch ruhig unterwegs ne das muss man ja auch sagen ja einfach traurig bruder haben ja immer beten für diese menschen ja das was der das was die leute da von sich gegeben haben ergibt in der realität überhaupt gar keinen sinn allein die islamische geschichte allein der iran mit seinem schiitischen gottesstaat ne du kannst von morgens bis abends diesen staat verurteilen aber du musst beweisen und prüfen dass der iran äh nicht scharia-konform handelt das haben die das haben die verfehlt ne das ist das problem und sie wissen genau dass der iran der hat ja gesagt iran ist ja nicht perfekt damit will er so entschuldigen mehr oder weniger ja natürlich gibt es keinen perfekten staat sie machen auch fehler aber äh was ist denn das hukum das urteil für leute die eventuell in einem islamischen staat in einem schiitischen gottesstaat dann evangelisieren von jesus christus reden andere muslime einladen zu jesus da steht die todesstrafe drauf das war das was nicht begriffen haben und geschickt gekonnt so immer wieder ausgewischen sind habt ihr das mitbekommen ne aber ich wollte so dingfest machen deswegen habe ich immer wieder drauf gepocht und deswegen wollte ich ihn fragen und der letzte satz wo ich gesagt habe nennen wir doch bitte ein land wo ein wo scharia herrscht scharia herrscht ne wo juden christen und alle andersgläubigen ihren glauben offen bezeugen und davon reden dürfen nur ein einziges land wo scharia herrscht ja das war's da siehst du auf einmal zwei drei tik tok muslime die dann versuchen diese katastrophe irgendwie zu retten weil sie hier in deutschland leben und nicht von der von dieser gesellschaft kritisiert werden wollen aufgrund ihrer islamischen texte ja das ist das einzige du musst also unehrlich sein siehst du und das habe ich damals erkannt habe gesagt ich kann dieser religion gar nicht folgen da muss ich ja genau so sein wie mein vorbild und andersgläubiger und vor die wahl stellen verstehst du ja ja deswegen musst du dir bewusst sein dass die leute sich jetzt im zeiten der aufklärung die leute aufgeklärt sind über den islam und genau verstanden haben was der islam seit 1400 jahren getan hat wie der sich verbreitet hat ja da da braucht man sich auch nicht wundern warum es auf einmal leute gibt die den islam dann einhalt gebieten wollen das ding ist da sagt er so gibt mir doch eine quelle ist hoppendos abubizeps sieht das ne hätte alles noch gelesen dann hätten die doch alle geweint natürlich wenn die berichte davon richtiger bericht von diesen menschen das ist sogar ein score wie die wie ihre arbeit ist wie ihre lebensstil ist wie die überhaupt diese kirchen sind nur propaganda dass sie so ja ja wir haben kirchen ja ja und korea sagt auch wir haben kirchen guckt euch das an und korea nimmt die alle auseinander heimlich das ist traurig auch dass die muslime bereit sind zu lügen und zu betrügen nur damit sie nicht von dieser welt kritisiert werden gerade hier im westen siehst du diesen gehirn gewaschenen aussagen von denen weil in der realität habe ich ja gesagt macht das ja überhaupt keinen sinn weil wir sehen ja auf die islamischen länder wie sie mit anders gläubigen umgehen wo sie die oberhand haben hier also noch nicht die oberhand deswegen redest du auch so ein stuss und keiner nimmt euch ernst und lacht euch aus ja sie haben gar nichts bewiesen gar nichts alle haben in den kommentarbereichen gelacht und sie als lügner betitelt ja weil sie ganz genau wussten dass wenn sie jetzt die wahrheit sagen dass sie dran sind weil das alles aufgezeichnet wird deswegen sind die geschickt ausgewischen aber ich habe dich schön gepackt schön gepackt da waren einige gute sachen dabei sehr sehr gute sachen oder sich immer wieder so rausgewindet hat aber ich wollte ihn immer wieder da haben ja der so du hast zitiert und ist kein zitiert so richtig gesagt habe ich gesagt der allah hat die tora herab gesandt und in der tora sind natürlich kriegsbefehle und da habe ich jetzt sagen wir mal bitte ein vers im koran wo aller sagt das sind nicht meine kriegssexte die ich mose gegeben habe dass er dies machen sollte was ist denn damit das alte testament ist der urheber ist doch allah so in surah 2 248 bis 252 prüft er sogar doch die geschichte zwischen david und diese ganzen sachen die david getan hat so und das verurteilt der allah doch gar nicht er sagt ja ich habe david damals die sachen befohlen und dann wollte ich von ihm wissen ja zeigt mir mal bitte ein vers im koran wer das verurteilt dass im alten testament diese ganzen kriegstexte oder allah sagt das sind nicht meine kriegstexte hat eigentlich bewiesen weil es sowas nicht gibt ja fertig aus aber sehr gut dass du suche 18 vers 74 zitiert dass man diese diese menschen da sagt ja aber ist nicht unter darf sie aber steht im koran und vers 80 ist sogar die erklärung von 74 erklärt er ja aufgrund dessen in koran selbst die erklärung erklärt dass er einfach so ein abtrünniger ist na und deswegen nackentherapie werden soll weil er weil er seinen eltern in der zukunft schmach bereiten würde noch ein unschuldig dann hat er anders gerät in der schüttung junge er ist doch ein kind wie denn das ist der junge arme ist ja genau wer ist denn im islam unschuldig ein erwachsener oder ein kind die unschuldige seele mit profil mose schon sogar sagt er ist unschuldig was hast du gemacht nur kinder sind unschuldig weil die keine sünde haben ja und die tausende erklären uns das genau perfekt weil dieser kleine junge noch nie gesündigt hat oder das alter der sünde erreicht hat ja super denn unschuldig ist doch nur je eine seele die nicht gesündigt hat sonst ist sie doch schuldig ganz einfach ist das brauchst du doch kein atomwissenschaftler zu sein ja es sind natürlich unangenehm das sehr sehr unangenehm der kette war sehr gut genommen sehr 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 gut das war für die sehr unangenehm also die haben da gekonnt ausgeglichen das ist noch immer nicht glauben aber ich verstehe ich mit abo bizeps ist ja ein bisschen so anders du bist so liberaler unterwegs ist ein ganz lieber kerl der mit religion nichts zu tun hat der möchte auch niemals irgendjemandem schaden aufgrund von religion er würde er sein leben einsetzen damit die leute so in frieden leben können ja es passt das zum islam ist einfach netter kerl der 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 daniel das ist das ist einfach ein sehr sehr netter da ist daniel ja ja der hatte sogar in einen einen dings christlichen namen er ist aber da seine verwandten sind ja christen libanon war ja christlich heftig dass daniel krass da ist wieder ja ich hoffe dass er den jesus findet dass er doch zu diese wahre liebe findet und wirklich in diese richtung weil kommt jetzt richtig in kontakt damit mit den händen jesus ja und er hat alle meine videos geguckt ich habe noch ein bisschen neben zuletzt zugehört und er hat alle meine videos der feiert die übelsten der feiert meine videos übelst noch krass dann musst du so hier du hast er und dann weiß das zusammen machen dass keiner rein kann und damit den schönes gespräch zu führen ja das wäre heftig wenn er zu den jesus kommt seine reichweite für den jesus zu nutzen und zu verbreiten dass man von unten geboren werden soll das wäre heftig mit dem wir ja einsetzen ihm würde ich sogar trainieren geht wer trägt ihr die die meisten gewichte richtig naja ist dieser abo biceps ja sehr sehr schöner ich hoffe dass du wirklich zum herrn kommt von 9 geboren wird gesunde lehre und dann den jesus erkündigt mit ganzer kraft und ganzer die das war ein schock für die muslime wenn er wenn dann so eine tension herrn kommt immer bild meine lieben aber an den scherz hier weil ihr manche gesagt haben polizist ist gestorben der ist nicht verstorben der ist noch ein lebensgefeier lebt noch er ist aber er ringt um sein leben na da steht auf jeden fall drin vor eine stunde war das so ungefähr die nachrichten na und der ringt noch um sein leben alles wird dafür getan wenn mich in stitzenberger habe ich gesehen und gehört aber auch sogar gesehen wenn mit dem verband an gesicht eine offene wunde in gesicht bekommen komplett auf unfassbar und was kannst das beantworten ja welche frage dann haben wir du dann ja wohl noch ein zimmer nein der arme wird bald mit denen noch meins wie man nicht ich der arme wird dann eins heißt noch mal mit den live gehen am besten noch aus dass nie eine rein kann man kann aber mit denen alle hohe was das dann kann aber mit alle ruhe mit den nummer reden und den noch mal das aufzeigen wo erklären dann den jesus mit der wiedergeburt und das kann viel bewirken betet dafür dass so ein gespräch stattfindet jetzt geht dieses video von dings von imam mit die überall viral jetzt auch noch überall mein name erwähnt worden und so ne es geht jetzt gerade übelst viral ne war es dich ja ja das ist krank das ist so krank ja der herr nutzt auch sowas automatisch um die gesunde lehren noch mit zu verpacken damit viele noch die schüren auf dich aufmerksam werden ich anschauen wie der herr das macht wundervoll der macht noch bei ist das zu fassen leute guck dir das mal an wie der herr in der letzten phase noch wo alle auf einmal jetzt auf sturm sind wie der herr auch noch das zulässt dass jetzt mein name überall fällt wieder und das komplett viral geht unter den ganzen leuten fragen sich alle wer ist denn dieser jenige und dann werden die aufmerksam auf meinen youtube kanal wahnsinn wahnsinn was für ein glück im unglück ne ja ja das stimmt wo dann jemand schreibt pavlos aber beantworte du es am besten pavlos wieso kommen die nicht klar mit den koran gibt es denn verschiedene fraktionen ich glaube der meint gruppierungen damit bremen 47 auf dich warte ich die ganze zeit ganz immer kommen gern wenn du dein gesicht zeigt und darauf wirklich so bedacht bist dann treffe ich mich sogar mit dir aber nur wenn du jetzt ein gesicht zeigt faker kommt kann ja jeder erstellen und so blödsinn erzählen kommt zeig mal dein gesicht sei mal hart sei mal einmal hart in deinem leben hier der raphael hat das geschrieben mit der frage wo da mir kannst du das dann beantworten er meinte ich gucke noch mal auf die frage ich muss noch mal gucken was hat denn gefragt wo war das ich nehme selbst überhaupt gar nicht ernst da wieso kommen die moslems nicht klar mit den koran gibt es denn verschiedene fraktionen ich glaube kein problem wir wissen ja nicht werde sich dahinter versteckt wir wollen wir wollen natürlich den herausfinden mit seinen 66 vorlauf wir werden herausfinden wer du bist mal gucken ob du die tränen deiner mutter ertragen kannst wenn die dich im knast zieht das wird man ja schon heraus gemacht hat die polizei durch die ip aus den ganzen daten leute geht man auf sein profil und anhand seines seiner ip-adresse werden wir genau wissen wo er ist und was er macht so dumm sind diese leute hier die denkt der denkt sollte mit seinen fake account kann irgendwas machen schau dir das mal an wie bekloppt diese leute sind von zehn minuten raus sofort sofort ich war mit resa einmal live und wir waren am predigen und da ist was passiert mit einer dame ja dabei ein hintergrund was uns aus sorge haben wir die polizei gerufen sogar gut so weil da irgendwas passiert ist mit der dame und die putze hat immer von zehn minuten durch die ip-adresse direkt alles rausgefunden und ist dann hingefangen also die kriegen da direkt raus fake accounts bringen hier gar nichts jetzt sage ich doch deswegen sage ich soll sich warm anziehen das bringt rein nichts sieht die die könnte bei handy verbrennen bringt nichts sie haben doch alle daten schon um finden den sofort hallo zusammen grüß dich gottes ich bin ganz neu hier und hab mal so ein bisschen bei euch reingehört und ich fand das ganz 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 interessant euch zuzuhören wie wir das austausch und egal was ist immer respektvoll miteinander umgeht das ist gut man soll mit liebe reden man soll nie mit hass jeder kann seine meinung äußern kann man am ende kontrollieren respekt muss man immer voreinander haben weil hier geht es am ende geht es um glauben und glauben jeder der der an was glaubt ist für ihn was besonderes und deswegen sollte man das auch besonders behandeln der islam verdient eine sonderbehandlung nein das hat keiner gesagt aber wir sagen warum weil der islam keine normale religion ist ok woran machst du das fest weil der islam den äußerlichen anschein einer religion erweckt aber wenn du näher drauf schaust dann merkst du dass der islam durch und durch politisch ist und den den anspruch erhebt die allein herrschaft über die menschen zu sein möchtest du dich gerne von religion kommandieren lassen bitte möchtest du dich gerne von einer religion kommandieren lassen und dir vorschreibt was du wieso das machst du doch jetzt auch bei einem in einem land musst du dich ja auch ein gesetz handeln ob es dir passt oder nicht raus mit dir bevor ich gleich dich anschreie es fehlt dir nicht mehr viel dass ich den anschreie was für ein vergleich ich sage wir haben es zu tun mit einer religion die über unsere köpfe ihre eigenen gesetze erlassen wird und bei nicht parierungen müssen wir dann in die ewigkeit geschickt werden und er sagt ja aber das machst du doch hier auch in einem land wo gesetze sind ja mein gott kommt bitte ich verschon mich mit einem kamelurin 5 0,000 0,000 0,000 5 gramm gehirn unfassbar fehlt nicht viel dass ich hier los schreie weil du zu heftig bist deswegen habe ich dich rausgenommen du bist mir zu krass ja da kocht das blut ich denke ich rede mit erwachsenen menschen dass sie ein wenig weitsicht haben etwas weiter über ihren tellerrand denken können werde ich wieder eines besseren belehrt wahnsinn einfach nur ultra schlimm ultra schlimm ja gennavo 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 wir hören dich nicht mehr wenn du jetzt die ganze zeit redest gennavo wir hören dich nicht ja dann nicht gennavo 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 Und ich habe Jahre gebraucht und nach ein paar Jahren habe ich die vollkommene Antwort bekommen und habe durch viel Gebet immer gefragt, wer du bist, ich verstehe das nicht, wer ist Jesus, ich verstehe gar nichts. Wirklich mit 18, 19 habe ich erkannt, dass Jesus Christus mein Gott, mein Retter ist, dass er die Wahrheit ist. Ich habe gesehen, dass die Bibel unverfälscht ist, keine Fehler beinhaltet und das war unglaublich. Der Beweis, Gumranhöhle, kann jeder googeln, Jesaja Rolle, einer von vielen, von 800 Manuskripten, sage ich jetzt eine davon, Jesaja Rolle, vor Christus datiert und da prophezeit Jesus Christus unglaublich. Jesaja 53 steht ja sogar geschrieben, um unserem Willen wird er durchbaut werden, um unserem Willen wird er die ganze Schuld auf uns tragen, damit wir befreit sind von aller Schuld. Er wird wie ein Schaf geschlachtet werden und macht seinen Mund nicht auf. Das ist wirklich heftig. Wegen unserer Übertretung wird er durchbaut, damit wir Frieden bekommen. Das erinnert mich an den alten Testament. Die Juden haben natürlich immer ein Lamm geopfert für ganz Israel, damit die Sünden vergeben werden. Und das war der Vorläufer auf Jesu Christus, der das vollkommene Opfer ist. Und das vollkommene Opfer zeigt ganz klar, dass wir ewiges Leben bekommen. Durch Jesus Christus. Der war immer prophezeit so ein schöner, guter Faden. Das ist wirklich heftig und schön. Das kann wirklich keiner von sich einfach so behaupten. Und das kann ich jedem nahelegen, nachzuprüfen. Einfach mal lesen. Gucken. Was stimmt, was stimmt nicht. Und dann wird man einiges erkennen. So Bruder, ich gehe jetzt weiter mich ausruhen. Ich wünsche dir Gottes Segen. Die Gnade ist ein Jesus, der mit dir und mit euch heim. Was ist denn jetzt wieder passiert hier? Bist du Pavlito rausgeflogen oder was? Der hat es aber auch heute. Die haben den gesperrt. Der Arme. Die haben Pavlito gesperrt. Ach, Pavlito ist gegangen. Er hat sich verabschiedet. Achso, ich wollte schon sagen. Hallo. Amir. Hallo. Ja. Wie geht es dir, mein Bester? Alles gut? Alles super, ja. Ich lebe noch. Genau. Ich wollte dir nur sagen, also wir haben ja alle mitbekommen, was heute passiert ist. Wie schlimm das enden kann. Ich bin jeden Tag am trainieren. Ich will dir nur sagen, falls du was zustößt, ich bin dein Rücken. Ich werde dich rechen an mir. Ich will dir sagen, ich bin jeden Tag am trainieren. Für diesen einen Tag. Ja, ich hoffe, dass diese Sushi, dass du dann aus dem Sushi machst. Ich brauche ein bisschen Kalorien, damit ich ein bisschen aufbaue, damit ich stark werde. Ich weiß, du bist stark, aber du hast viele Leute, die hinter dir stehen. Wir sind noch im Verborgenen, wir müssen noch stark werden, aber der Moment wird kommen. Wir haben es gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, mein Lieber. Die Bibel sagt zu uns, wir haben gegen die finsteren Mächte zu kämpfen, und zwar die ganzen religiösen, also Religionen sowieso. Und ganz besonders ist Islam. Ja, ich habe noch ein bisschen Angst zu reden, wenn ich ehrlich bin, weil du weißt ja, man lebt dann ein bisschen gefährlich. Weil nicht jeder ist so stark wie du, weißt du? Deswegen halte ich mich ein bisschen noch bedeckt, bis ich auch stark werde. Also leider, leider ist das so, leider. Verstehst du? Ja, ist nicht schlimm. Keine Sache. Hoffentlich bist du geistlich stark. Man muss nicht immer physisch stark sein. Geistlich stark ist noch heftiger. Also ich versuche in allen Belangen meines Lebens stark zu werden, sowohl finanziell als auch körperlich, als auch vom Geistigen her. Ich gebe mein Bestes. Ja, also wenn ich einen Aufruf starten würde, da würden sich schon einige melden. Aber hier geht es ja nicht um meinen Kampf, meinen physischen Kampf, sondern hier geht es um einen geistlichen Kampf. Das ist das. Genau, ich wollte dir aber nur mitteilen, weil heute wieder so eine schlimme Sache passiert ist. Sei dir gewiss, wenn du dann irgendwann, was hoffentlich niemals passieren wird, aber wenn du irgendwann mal aufwachst, wieder hoffen wirst, sei gewiss, wir haben dein Blut gerecht. Nein, hör auf, damit man nicht sowas macht. Ich stehe zu meinem Wort, mein Bester. Ich habe auch gar nicht mehr zu sagen. Ich wünsche dir einen schönen Abend, ich höre dir noch zu, du bist der Beste. Du bist King, Mann. Nein, Jesus ist King. Ich habe sowas zu sagen. Jesus King, du bist der Auserwählte. Du bist der Auserwählte. Ich glaube wirklich daran, du bist der Auserwählte. Ach nein, hör auf, damit jeder von uns ist auserwählt vom Herrn. Gewollt. Ich sage dir auch korrekt, diese ganze TikTok unter deinen Eiern, mein Beste. Hey, hör auf damit, nicht sowas sagen. Gott segne mich. Okay, mein Bester, tut mir leid. Jetzt rede ich schon wie dir. Alles gut. Ich wünsche dir einen schönen Abend, mein Bester. Hat mich sehr gefreut. Danke fürs Hochholen. Ja, tschau. Ich gehe kaputt. Dr. Scherer Familie, das kannst du keine Witz sagen, was hier los ist. Jetzt kann ich das noch nicht mal ziemlich spiegeln. Was ist denn da los? Ja, aber damit ihr mich seht. Dr. Scherer vor mich. Ich kann nur nicht was mit meinem Handy drehen. Der ist so krank. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Gott segne dich schon deine Familie. How are you, bro? Good? I'm fine, man. And you? Fine, man. Alhamdulillah. Is that right with Islam to kill some critics? Islam? You're Muslim? No, I'm an ex-Muslim. No Muslim, huh? No Muslim, huh? Ah, okay. Ciao, bro. Why? Why are you leaving? No Muslim, no good. No Muslim, no good. Muslim, good. Yeah, Muslim, alhamdulillah. Alles people good, but no critic Muslim, bro. Okay? Why? Why you say something like that? Bro, alles people is good. Alles people good. Amo Muslim, alhamdulillah. But Christians are not good? Ja, ja, good, good. Ich Christian, orthodox. Ja, ja, good, good. Ich Christian, orthodox. Ja, ja, good, good. Ich Christian, orthodox. Das ist schon wieder, Herr. Das ist schon wieder, Herr. Ja, Remi. Hallo? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Amir, ich will das hier gar nicht öffentlich sagen. Bitte lest doch mal deine Nachricht. Ich habe dir eine Nachricht geschrieben, ja? Lest die mal bitte, sehr wichtig für dich. Okay? Okay. Ja? Ja. Okay, alles klar. Mehr wollte ich nicht sagen, weil ich will nicht, dass dir irgendwas zusteht oder so, weil deine Arbeit hier ist sehr wichtig und deswegen bitte lest die Nachricht, sehr wichtig. Meinst du das, was heute mit Stürzenberger passiert ist oder was? Überhaupt, genau. Ja. Sorry, Leute. Ja, nein, 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 aber es geht da um was. Ja, das will ich jetzt hier gar nicht öffentlich sagen. Sonst wissen die anderen das auch und sehen dann da vielleicht gleich nach, ja? Ja. Ich habe dir eine Nachricht geschickt und dann kannst du selber mal nachgucken und kannst dann dementsprechend reagieren, ja? Und da was löschen. Okay? Weg! Ja, okay, alles klar. Okay. Ciao. Ich bin total müde und fix und fertig, ey. Ich gehe mal lieber auf den Kognito, ey. Ja, die drohen jetzt alle übelst, ne? Was ist denn bei Mensa denn los? Sollen wir ein bisschen bei Mensa reingehen? Sollen wir ein bisschen bei Mensa reingehen oder was? Ja, komm, dann gehen wir bei Mensa rein. Ich beende den Stream und dann gehen wir dort rein. Und witzier das Kalifatland, das ist doch krank, Mann. Ey, das ist so krank. Er hat eben auch so einen Afghanen, der hat eine Anfrage geschickt für Match machen. Und dann kann so, gerade so drei Wörter hat er so gelernt. Oder ein paar Sätze, die der so dann spricht. Und das Erste, was er macht, ist mich bedrohen. Ist das so fast? Dass die Leute, der denkt so, ja, okay, der kann so in TikTok alle bedrohen machen und tun, dass die Leute das nicht aufnehmen. Und so, musst du dir mal vorstellen, was hier so los ist. Das meinst du, was du sagen? Wahnsinn. Wahnsinn. Solche kranke Menschen, ey. Der fliegt vor Islam in seinem Land, Afghanistan. Da kommt ihr hin und sagt, rede nicht über Islam. Schau dir das mal an. Ja, warum bist du denn hier, Mann? Was sagt ich denn hier, Mann? Du bist gefroren von deinem Islam und kommst und verteidigt sich. Hast du Stockholm-Syndrom oder was? Wie verrückt ist das bitte, Mann? Wie Stockholm-Syndrom ist das? Hey, Leute, stellt euch mal vor, der fliegt von Afghanistan aus einem Kalipatland. Kommt hier, rede nicht über Islam, Mann, in Deutschland. Das ist doch normal, Mann. Warum willst du denn sowas erzählen? Das ist wirklich doch Konzerte. Scheiße, Mann. Ja, die Bilder geben mich aus dem Kostner von heute. Das ist heftig. Und jetzt geht noch ein anderes Video viral von Imam Metti. Habt ihr, kennt ihr diesen Typen? Der immer sagt, ich bin ein Prophet. Imam Metti. Ich bin das. Ja, ich glaube, ich kenn ihn, ja. Ja, und jetzt hat der Tim Kellner das gepostet auf X. Und das geht jetzt gerade übelst viral. Und da wird auch mein Name erwähnt und so. Der macht, der glorifiziert das vor und sagt, oh, gute Nachricht. Der Michael Stürzberg wurde abge... Und Gott sei Dank, ihr Polizisten auch. Schaut euch das machen. Da macht er so die ganze Zeit so, ja, 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 so, so, so. Boah. Boah. Ich hab das Gefühl. Ich fände diese Menschen, Mann, ey. Diese Menschen wirklich, ey, man. Leute, die sind das krasse, ist ja. Und das ist so krass und traurig. Was geht, Bruder? Das Ding ist sehr gut. Das Ding ist sogar, diese Leute, sie machen das. Und sie denken, das ist wirklich gut, was sie machen. Und das ist das Gruselige daran. Sie denken, das ist gut. Ist genau wie das, was Jesus gesagt hat im Johannes 16, Vers 2. Leute, die werden euch töten und meinen, Gott, einen Gefallen zu tun. Was hat dieser Typ da gemacht, als er, wie heißt es, bei Bischof Marmarie, als er ihn abgestochen hat? Er hat gelacht. Du meinst mal, Mario, ich habe gerade erfahren, ich habe gerade erfahren, dass jemand unter dem Kommentar von meinem Video die Kita von meiner Tochter erwähnt worden ist. Höchstwahrscheinlich von einem Muslim. Ja, ich habe heute einen Anruf bekommen von der Polizei. Oh Mann, ey. Und das wird jetzt gerade durchforscht. Also, keine Ahnung, nur auf jeden Fall diese Satanistenpack, dass sie noch von Tochter von meinem Namen von ihr Kita postet. Warte mal, Bruder, ist das dein Ernst jetzt? Ja, Bruder, ja, ja, wirklich. Kein Scheiß. Okay, Bruder, können wir, ich gehe kurz raus, können wir kurz telefonieren? Gleich, mein Bruder, gar kein Problem. Ich wollte nur eine Sache sagen für diesen Schier, wo er da debattiert hat mit Amir, dieser Monafik, der behauptet hat, in Surah 9, Vers 29 würde nicht stehen, quasi mit Kämpfen, sondern da steht mit Worten. Ich habe hier einen Tafsir von Al-Mizan, das ist schiitische Tafsire. Und das, was er gesagt hat, das ist voll die Lüge gewesen. Ich habe den Tafsir vor meinen Augen hier. Der Tafsir ist 1 zu 1 genau wie die sunnitische Quelle. 1 zu 1, dieser kleine Monafik. Und Al-Mizan, Bruder, ist einer der größten Tafsir-Gelehrten in der Schia. Das ist jetzt schiitische Tafsir und trotzdem lügen diese Monafiks von beiden Seiten. Ja, da sind mit Worten gemeint, ey, ich habe das schwarze Weiß, genau wie in Surah 9, Vers 29 bei den sunnitischen Quellen. 1 zu 1. Keine Unterschiede. Ja, Wahnsinn. Bruder, ruf mich mal privat an, Bruder, ja. Ja, ich rufe dich, ich rufe dich gleich dran, bevor ich überhaupt jetzt... Wir können dann auch gleich telefonieren, alles gut, das hat gar keine Eile, Bruder, alles gut. Okay, okay. Nur, damit ihr wisst, wie weit diese Leute gehen, dass die wissen, wo meine kleine Tochter, in welche Kita die geht. Ich überlege dir, dass du krank bist. Ja, aber Bruder, dann ist das irgendjemand aus deiner Ecke, der dich angeblich kennt, glaube ich. Ich weiß es nicht, mein Bruder, ich weiß es nicht. Kann ich dir nicht sagen. Entweder haben sie mich verfolgt, jemand, der mich quasi ein Muslim, der mich aus dem Internet kennt, hat mich dann eventuell verfolgt und hat dann alles so quasi Informationen gesammelt. Aber ich habe das auf jeden Fall weitergeleitet, der Staatsschutz ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall da dran. Alter, das ist wahre Religion, ja. Oh, Elian, das tut mir leid, man weiß nie, wer ist der Nächste. Ich habe das heute auch gestreamt, man weiß nie, man ist der Nächste. Vor allem die, die Gesicht zeigen, ne? Ja, also wie gesagt, das schüchert mich nicht ein, aber wenn die was haben wollen, dann sollen sie einfach kommen und dann kann man gerne ein Treffen vereinbaren. Also ich scheue mich davon nicht. Es geht einfach nur darum, jeder Islamkritiker, der, Bruder, vor allem in Deutschland, überleg mal, wir sind hier hingekommen, um Schutz zu suchen, Deutschland bietet denen alles an, ja. Und jetzt lässt man diese Verrückten hier rein, ja, dass die jetzt versuchen, uns mundtot zu machen. Also das, was Michael Stözenberger passiert ist, das kann auch uns, auch eines Tages treffen. Das kann jeder, das kann jeden von uns erwischen. Wenn der Herr das zulässt, dass du als Märtyrer eingehst, dann gehst du als Märtyrer, verstehst du? Also, aber wenn die Hand Gottes über uns ist, dann kann keiner dich schaden. Das ist Fakt. Und wir dürfen keine Furcht haben, wir müssen weitermachen, ja. Aber es stört mich einfach nur, dass diese Leute in dem Kommentarenbereich, ja, auf YouTube vor allem, erwähnen die diese, ich weiß nicht, wer das war, auf jeden Fall ein Muslim, ja. Von meiner Tochter, Kita-Name. Wie weit geht das? Wie viele Informationen sammeln diese verrückten Leute? Ich geh mal raus, wir hören uns dann später, ja, macht's gut, ihr Lieben, ne, ciao. So, das zeigt mir, wie pervers diese kranken Gestalten sind, mein Bruder. Ja, das stimmt. Absolut. Das sind kranke Menschen, deswegen, wie gesagt, bei so solchen Menschen, ich sehe da nur noch schwarz, sage ich dir ganz ehrlich. Also, vor allem das, was ich bei Michael Stürzenberger gesehen habe, da habe ich mir echt gedacht, so, okay, alles klar. Ja, das bestätigt schon mal nochmal alles und das ist schon zu viel. Das ist echt zu viel, Bruder. Ja, und ich kenne ja Michael Stürzenberger ja persönlich. Ich war ja, ich glaube, sechs, sieben Mal auf der Kundgebung. Wir hatten auch privaten Kontakt. Das ist ein ganz, ganz lieber Mensch, der überhaupt gar keinen Hass hat auf Muslime oder auf Ausländer. Das ist völliger Quatsch. Er hat das gegen Leute wie Al-Qaida, gegen ISIS und so weiter und er warnt das und sagt, ja, wir dürfen, es gibt solche Leute unter uns und er demonstriert quasi gegen diese Leute. Das heißt, er schützt auch normale Muslime. Verstehst du, diese Verrückten, denen ist das egal, ob das ein Muslim ist oder nicht, die fahren da mit LKW rein und das war's. Ja, 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 da muss man echt aufpassen, ja. In der Kundgebung sind, ja, die verstehen, ah, kein Deutsch oder nimm das falsch auf, verstehst du? Er ist wirklich einer der liebsten Menschen, den ich wirklich kennengelernt habe. Richtig respektvoll, liebevoll und er sagt auch, ey, wenn ein Muslim betet und nicht die Scharia möchte, ey, herzlich willkommen, verstehst du? Und wie viele in Saudi-Arabien, Bruder, selbst in Saudi-Arabien, wollen sie noch nicht mal den Kalifat haben? Solche, äh, solche politischen Islam, so wie hier, die einige Gelehrten, die daraus zitieren, selbst der saudische Prinz sperrt sie jetzt ein, Bruder. Er hat die Schnauze voll von solchen Leuten. Verstehst du? Das ist klar. Bruder, als seltener tschetschenischer Präsident, das muss man sich vorstellen, von Tschetschen, denkt man so hardcore, muss Salaf wissen. Nein, nein, der tschetschenische Präsident hasst diese Leute, diese Wahhabiten, diese, die, äh, Kalifat wollen, Anschläge von Bruder, er jagt sie bis zum Tod. Vertrauen mir. Er ist ein Sufi, er möchte halt keine Anschläge haben oder sonst was, er ist natürlich ein Sufi, ja, aber er hasst die Wahhabiten, er hasst diese Scharia quasi, also nicht in der Art Scharia, sondern er hasst diese Leute, die eine Gefahr darstellen. Und er verjagt sie, Bruder, wirklich. Er hat, ist egal, ob der ein Tschetschen jetzt in Deutschland ist, wer was, äh, gegen ihn was sagt und, äh, versucht dann quasi in seinem Land, ähm, die Scharia voranzutreiben, er ist weg. Der macht das Eis kalt. Verstehst du? Er macht da gar keinen Spaß mit. Wirklich. Er ist Sufi. Ja, Bruder, das Ding ist, guck mal, ähm, guck mal, wir, wir hier oben, ja, äh, Ascha, Patrick, Elia, Flex und auch Amir und alle anderen, ne, wir leisten unseren Beitrag, okay? Wir haben gesehen, wie gefährlich Islam ist, okay? Wir überbringen die Menschen die Botschaft. Wir überbringen die Menschen, wir zeigen die Quellen auf. Leute, ihr seid, ihr habt Gehirn, ihr könnt alle nachlesen. Guck mal, guck mal, guck mal, was dieser, dieser Terrorist schreibt, warte, Mensch, das legt mich übel auf, dieser Casa oder Zasa oder Barca oder wie der heißt, passt auf euch auf, ihr habt ja gesehen, was mit dem passiert ist. Block mal diesen kleinen, äh, Rundekopf, block den mal. Wer ist das, wer? Keine Ahnung, der heißt Casa, Barca, der schreibt, passt auf euch auf, ihr habt gesehen, was passieren kann, ihr Hassprediger. Geh raus, Mann, du Holzkopf. Keiner will Menschen wie dich haben, Mann. Deutschland sollte für euch mal einfach mal ein One-Way-Ticket buchen und ihr solltet wirklich dahin gehen, da, wo es euch, was sind das für Menschen, Alter, die hier in Deutschland leben? Das ist krank, das ist krank. Also, guck mal, das ist, die, sie drohen dir eiskalt, ne, sie drohen dir in den Kommentaren, sie schämen sich auch nicht dafür, das ist krank. Oder ich, also, dämonisch kann man nur sein, dass man noch Menschen droht, wir haben einfach nur darüber reden, was, wegen etwas, was passiert ist. Ihr nennt uns Hasser, während einer von euch jemanden abgestochen hat, wie blöd seid ihr eigentlich, TikTok-sportlich? Wie krank seid ihr Leute, was soll noch passieren? Rechnung, wir haben Angst von denen, die, die, die haben, wir haben Angst von denen, die denken das. Dicker, wie krank kann man sein, seid ihr so krass von Dämonen besessen, dass ihr nicht mal denken könnt? Oder die feiern das noch. Leute, ich will euch noch mal was sagen. Der eine hat sogar in einem Kommentar, das habe ich heute irgendwo gesehen, der hat gesagt, das Blut von ihm ist helal. Pass. Bro, das nervt langsam und diese Witzfigur, der die ganze Zeit stellt, Joker, Joker, hier, bitte nervt nicht mit Joker, bitte. Ja, er ist eine Witzfigur, das weißt du auch. Bitte nervt nicht, also wir reden gerade über wichtige Sachen, ja, Menschen sind gerade, kämpfen gerade um ihr Leben, weil ihr Idioten an diese komische Religion glaubt, ja, weil ihr Idioten nerven wollt mit dieser Religion hier. Guck mal, guck mal, was der eine Moslem geschrieben hat, euer Nacken zu therapieren ist eine Kleinigkeit, was ein, ey, Mann. DKI blockiert die alle wirklich, ey, an die ganzen Moderatoren, blockiert diese Dämonen einfach alle von ihr weg, wirklich das Nerv langsam, das ist krank. Guck mal, guck mal, guck mal, mach mich mal kurz, großmenzer, ganz kurz, ich mach mal eine wichtige Ansage, hier, mach mal, mach mich mal, lass, 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 lass. Guck mal, guck mal, ich sag euch nur eine Sache, versteckt euch nicht hinter eurem Profil, ja, zeigt euch mal so, wie ich, wie ich mich zeige, ja, kommt mal mit euren echten Profilen und macht mal so solche Ansagen. Ja, die haben Angst, ihr wisst ganz genau, ihr wisst ganz genau, was mit euch passiert und das ist das Problem, warum ihr euch hinter euren Profilen versteckt, wie so kleine Babys, weil anders könnt ihr nicht. Genau, und wenigstens haben wir hier Leute, die sich zeigen. Ja, steht, also, guck mal, guck mal, ich mach mal kurz eine Ansage, ist mir auch egal. Kann sich wieder groß machen, Mensch, guck mal, wir müssen, guck mal, wir sind Christen und wir sollten uns nicht wundern, dass sowas passiert. Die Bibel bestätigt sich gerade, ihr werdet in seinem Namen gehasst werden, ja, und das ist wichtig, immer wieder uns daran zu erinnern, was Jesus Christus uns gesagt hat, ja. Und auch für diesen Attentäter sollte man beten, dass er umkehrt, bevor er in der Hülle mit seinen Sünden so stirbt, denn da wird für die Ewigkeit verbrannt werden, ja. Ja, wir Christen sind dazu aufgefordert, für alle beiden Parteien zu beten, wir sind nicht so wie die, sondern unser Gott sagt, in der Bibel sagt das, bekämpfe die Bösen, ja, mit Guten. Paulus wurde verfolgt, aus seinem Mund war keine Bedrohung, er hat nicht zu Schwert gegriffen, jeder Apostel wurde verfolgt, ja, und so sollten wir auch handeln, ja. Aber ich mache jetzt tatsächlich eine Ansage und das meine ich völlig ernst. Der Herr ist mein Zeuge, ich darf nicht schwören. Jeder Muslim, der was gegen mich hat, soll sich am Tisch trauen und dann klären wir diese Sache, was euer Problem ist. Wenn ihr ein Problem habt, dass ich über Islam rede, dann habe ich aber auch ein Problem, dass ihr über meinen Glauben redet. Aber wenn ihr meint, dass ihr mich quasi verfolgt könnt oder die Kita erwähnt, so wahr ich lebe, Gott soll mich umbringen. Nährt euch ein Millimeter, eure Familie werden alle abgeschlachtet und da sage ich offen und ehrlich, wenn mir was passiert, Halleluja, ich gehe als Märtyrer. Aber wenn meine Familie das erfährt, ja, dass ihr versucht, Millimeter irgendwie an meine Tochter da dran zu kommen, so wahr ich jetzt hier lebe und mein Sohn, der vor zwei Wochen geboren ist, ich mache euch jetzt eine Ansage. Auch wenn die Polizei das hört, habt Acht, wenn die Polizei das Feuer diese Sachen stoppt, meine Familie wird Selbstjustiz ausüben und für uns ist es wert, wenn meine kleine Tochter was passiert oder mein Fleisch, unser Fleisch, etwas passiert, dann werden eure Fleisch genauso dran sein. Aber ich als Christ ziehe mich zurück, ich bete für euch, ja, und ich lege das alles in Gottes Händen ab. Aber meine Familie sind keine Christen, die sind nicht gläubisch wie wir. Ja, ich sage, ich mache euch jetzt alle eine Ansage. Ist egal, wer dahinter steckt, schreibt mich privat an und dann treffen wir uns am Tisch und die Sache wird geklärt. Wenn du mit mir ein persönliches Problem hast, tamam, kein Problem. Aber nicht auf Kinder, auf Frau oder sonst was anzugehen, weil dann... Elia reicht, reicht gut. Genau, ganz kurz, ganz kurz. Leute, guck mal, an die ganzen Muslime hier drin, an die ganzen Muslime hier drin, ich rede jetzt wirklich ehrlich zu euch, okay? Ich bin seit einem Jahr auf TikTok, ja, ich habe jedes Mal, wenn ich live bin, genau wie die anderen Geschwister, ich lasse Muslime hochkommen. Wir debattieren, wir reden. Ich habe mit, ich weiß nicht, locker tausend Muslime schon auf TikTok geredet, okay? Auch eure ganzen Apologiten hier auf TikTok, Joker, Abu Kasim, haben die Islamverstander. Ich habe mit denen allen schon geredet, okay? Dennoch, ja, diese Leute, guck mal, das Problem ist, sie kennen keine Grenzen, wie Flex vorhin gesagt hat. Sie kennen keine Grenzen. Sie hetzen euch, Idioten, die nicht nachdenken können, auf uns. Sie benutzen unsere Bilder in deren Streams, ja, das machen sie bewusst, damit ihr Hass gegen uns habt. Okay, Joker, dieser Witzfigur, hat vor zwei Tagen und eigentlich schon länger, hat meine Bilder benutzt, ja, weil er mich natürlich lieben will, hat er mich benutzt in seinen Streams und wisst ihr, was er gemacht hat? Ich meine, du kannst ja mein Bild benutzen, kein Problem. Er schreibt dort ein Kreuz, weißt du, wenn jemand stirbt, ne, dieses Kreuz, hat er da hingepackt und jemand hat dann in den Kommentaren geschrieben, Jo, was ist mit Mensa? Weißt du, was er schreibt? Mensa geht unter die Erde, also die Wortwahl, die er benutzt, ne. Heute postet er ein Video von... ja bruder der hat geschrieben in der schaffte ich habe es kündigt und er schreibt menser geht unter die erde ja oder die idioten diese idioten von muslimen sie schreiben er ip bruder sie schreibt er postet ein video von mir schreiben er ip menser und ich muss man sein und die die dämonisch muss man sein okay bruder wir quatschen später bruder gottes segen meine geschwister gottes auf jeden fall kommt das ding ist ich habe schon am anfang gemerkt dass diese typen dass diese islamischen apologierten dass sie dämonen sind und ich habe gesagt ich weiß was ich will mit denen nichts mehr zu tun haben nicht weil ich angst vor ihnen habe oder so sondern weil ich gesehen habe sie kennen keine grenze ich habe fast alle von ihnen blockiert außer vielleicht zwei drei die noch respektvoll sind okay und das problem ist diese idioten von muslimen wenn man denen sagt dass man keinen bock mehr hat mit denen zu reden dann was heißt es sie flüchten vor sie haben angst während eure idioten von apologeten unsere privaten informationen veröffentlichen werden wir unsere bilder veröffentlichen werden wie indirekt mordrungen gegen uns machen und ihr idioten seid so krass geschissen in euren gehirn von diesem koran dass er nicht mal nach ihr denkt nicht mal nach und ihr wartet selbst wenn jemand abgestochen wird seid ihr immer noch so dämonisch dass ihr nicht mal die weiter kennen könnt wie krank seid ihr leute wirklich bin so sauer gerade das ist noch mal ganz kurz die sind danke dass du mich hochgeholt hast danke flex dank er noch mal ganz kurz an alle muslime hier noch mal ihr braucht nicht denken ganz kurz egal wer ob mensa elia vor allem flex und alle anderen hier dass sie die bedrohung können kein problem leute glaubt mir es gibt christliche albana wir sind alle zusammen und sollte man irgendwas kommen kommen wir zu euch nach hause noch mal tik tok sportlich ich sage jetzt an euch alle da unten ihr kleinen hunde ich komme zu euch nach hause und wenn ich das voraus finde von allen von euch glaubt mir lieber leute ihr braucht nicht denken dass wir nicht zu sagen haben wir kommt zu euch nach hause wenn ihr manns genug seid wenn ihr manns genug seid seid ihr keine potzen diese vom flex ein bild und von mir von elia natan macht und als schluchten fabriziert nur weil euer joker ne dieser kleine heuchler die beine breit macht im internet wie ein kleiner lackieren schizophrener hund okay als allererstes zweitens glaubt nicht die kleinen hinterhertigen tik tok hunde dass ihr euch versteckt und euer handys wer ihr seid kommt sagt mir wenn ihr manns genug seid wenn ihr männer seid wenn ihr sagt ihr seid männer ich liebe im jesus christus wenn ihre wahrhaftige männer seid kommt schickt allerdings wir treffen uns in einer anderen stadt in der mitte und dann sei der bruder 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 geben muss aber ganz kurz und droht nicht meine geschwister ihr kleinen hunde die sich verstecken hinter hinter ihr handy ihr seid hunde seid ihr mehr seid ihr nicht gesagt ich muss nur kurz was dazu sagen wir dürfen hier auf keinen fall in ihrem niveau herab lassen weil genau das wollen sie ja weil sie genau die leute an die leute die die ganze schreiben gibt mal mut kommen ich würde euch gerne wirklich alle mut geben aber das problem ist man kann auf tik tok nur maximal 30 mut haben ich glaube flex weiß es auch und ich habe schon ich muss ich kann nicht mehr neue mut annehmen sonst hätte ich schon alle genommen aber das ich kann leider nicht mehr nehmen deswegen tut mir leid ja flex wollte ich muss nur noch mal nur mal kurz zur information an alle meine geschwister hier ob flex oder du mensa alien hat dann du auch ich habe eine albanische gruppe gesammelt wir sind sehr viele leute und glaubt mir die mit denen ist nicht zu spaßen da gibt es alle da gibt es nicht nur messer nur tik tok sportlich nur zur information wenn ihr droht kommen wir zu euch nach hause seid ihr so schauen wir mal danach dann ziehe ich vor gar nichts mehr zurück dann ziehe ich mit diesen leuten programm richtig wichtig ist ich muss nur kurz unterbrechen wichtig ist so wie menser es gesagt hat wir lassen uns auf diesem niveau nicht herunter ja das ist äußerst wichtig weil ihr dürft auch eine sache nicht vergessen leute es gibt bestimmte menschen ja das muss ich laut und deutlich sagen ich will namen nicht nennen es gibt bestimmte menschen die hören hier zu und das kann alles nach hinten losgehen das kann sagen wir mal gegen uns sagen wir mal gegen uns verwendet werden deswegen leute vorsichtig auf eure wortwahl deswegen alles andere wie gesagt ihr wisst schon wie gesagt aber geht einer von geht ein noch mal alles gut bruder jetzt gehen einer nur ein hat mein bruder elia in die familie oder egal wer zu euch in die familie wir sind 80 männer 80 männer in einer gruppe und glaubt mir mit denen ist nicht zu spaßen und dann zu euch nach hause und ich komme zu euch nach hause ich ziehe euch dann schauen wir mal wie ich komme ich finde heraus so wie ihr das immer verspricht ich komme mit meiner albaner die wissen ein paar sind auch da ich komme mit meine leute zu euch nach hause und dann schaue unico und ich habe an dieser stelle alles gut ich sage dir ich sage dir leute kommen ich sage dir 200 männer 1000 männer können nicht das anrichten was unser herr jesus christus für uns machen kann die bibel sagt im epheser 6 vers 12 unser kampf ist nicht gegen fleisch und blut sondern es ist gegen geistige mächte es ist allah die deren allah dieser dämon der hinter der religion steckt er ist diejenige der diese menschen benutzt um uns sozusagen zu schaden welches alles was wir tun müssen ist wir müssen bieten für diese menschen und für uns wir müssen einfach alles in den händen gottes liegen glaubt mir das was gott anrichten wird wenn sie nicht umkehren ist tausend mal schlimmer als wenn wir 500 männer zu den schicken glauben ich spreche jetzt den namen unico ich liebe den bruder er versucht nicht irgendwie leute zu bedrohen er sollte es nicht falsch aufnehmen er hat nur gesagt wenn jemand vor unsere türen steht von mir und so weiter dass man dementsprechend dann auch zusammenhält wir verlassen uns natürlich auf den rechtsstaat ja dass wir aber wir unico und in namen von unico spreche ich ganz klar aus wenn wir dann in notwehr sind dann darf man sich auch verteidigen sodass wir nach dem gesetzmäßigkeit auch handeln können er hat das nicht bedroht oder sonst was er hat ganz klar gesagt wenn sie vor der tür stehen dann ist auch bereit auch notwehr dann anzuwenden so wie das gesetz auch gibt das problem ist nur was ich bin ja schon seit 17 jahren in diese sache schon unterwegs und ich habe zwei sachen schon erfahren auch in meinem leben der mensch hat vollkommen recht der hat am ende die alle tatsächlich zerschlagen was ich nur damit sagen möchte ist nur es muss nicht so weit kommen was bei dem patrick altendorfer damals passiert ist soweit muss es nicht kommen und diese leute müssen feuer gestoppt werden bevor sie eine tat ausüben denn wenn das passiert ist dann so wie unico dann auch gesagt hat geht das dann auch nach hinten los aber menser wie lassen das thema sein unico du auch nicht im internet so viel wir werden natürlich den herrn alles in der mitte quasi stellen der herr ist unser jeter und wir dürfen eine sache nicht beachten dass wir christen sind wo jesus christus uns gesagt hat betet für die die euch verfolgen und betet auch für die feinde und das sollten wir auch tun wenn es ja verteidigung geht um notwehr dann werden wir uns den ersten auch verteidigen ja wir haben ein gast wir haben ein gast was muss man ihm gleich an die menschen der menschen mann wie nichts elia dann lass uns kurz telefonieren okay machen wir okay ich gehe raus menser dann bis in so einer halben stunde ungefähr okay alles klar also gottes segen gottes segen was geht dina das barmherzigen das geht was liegt auf dem herzen wo ich wollte nur noch umkommen so ein bisschen reden über die tatsache wie alt bist du 18 muss muss wenn man da truss mussten und was ist wieder ein reden für den tatsache also was ist dein beitrag dazu ja meine meinung ist auch selber das wirklich zu weit geht was man ihn angetan hat weil sowas sollte man ja kein mensch an oder so schwer verletzen du bist ein wahrhaftiger mensch muss ich sagen du hast eine solche muslime solche muslime haben respekt verdient nicht so wie ihr heuchler dahinter handys schon mal her kommt er und sagt entschuldigt sich gesagt hey sowas gehört nicht das ist schon krass weil er hat auch eine mutter und kinder daran ist ja mal denken statt diese diese moslems hinter tik tok sich verstecken und hier nur schlechte sachen machen fabrizieren wollen danke dir für deine aussage lieber gerne oder gerne dank der von herzen ich habe ja das leider leben müssen ich bin ja fast tot gewesen und wenn ich das so sehen stürzenberg und auch die drohungen die sind schon ernst zu nehmen darum habe ich jetzt auch nichts gesagt aber es ist wirklich ernst zu nehmen also darum bin ich auch hier hochgekommen also da ist wirklich ganz spaß das ist wirklich sehr sehr ernst also ist sehr sehr und also dicker mehr können wir nicht tun weil es die leute alles was sie tun können ist wir proklamieren das evangelium wir verteidigen unser glauben ja und dann gibt es leute die klären euch auf über islam und wir zeigen euch die quellen wir finden gar nichts alles was sie sagen wir belegen das und dann heißt es immer und immer wieder es hat nichts mit islam zu tun aber komischer weise gibt es immer menschen die dann genau das tun was hier bevor wir euch waren und einen tag später gibt es dann wiederum menschen die sagen sie haben alles falsch verstanden es hat trotzdem immer noch nichts mit islam zu tun also wie oft wollt ihr diesen satz eigentlich noch hören wie oft wie oft wollt ihr diesen satz hören es hat nichts mit islam zu tun warum stehen die muslime nicht dahinter ich verstehe das nicht aber die antwort einfach die antwort ist einfach das ist nach hier sie noch von satan alle ist ja satan bruder das ist richtig sie lieben euch am soll das habe ich unterbrochen alles gut mein bruder eine wie gesagt sie erst verführt bis von satan das ist schwierig wenn du wenn du gott nicht hast weißt du es ist schwierig dass wir kennen ja und das ist bei den muslimen so leider wirklich ich rede sehr sehr ungern über islam wirklich umgelogen ich rede so ungern über islam der grund warum ich überhaupt auf tik tok war war nicht weil ich über islam reden wollte ich bin hierhin gekommen weil ich gesehen habe dass muslime schlecht über uns reden und ich wollte unseren glauben verteidigen das war der grund warum ich hier war aber das was ich hier erlebt habe mittlerweile seit einem jahr das ist einfach nur noch grausam nicht von allen muslimen aber von sehr sehr vielen muslimen was ich von ihnen sehe das zwingt mich einfach menschen vor islam zu warnen weil das sind die früchte des islams jesus meinte falsche propheten wirst du anhand von ihre früchte erkennen leute 500 leute hier drin ihr könnt mir noch nicht erzählen dass die früchte des islam friedlich sind also das könnt ihr euch selber nicht erzählen dass die früchte des islams wahrhaftig von gott kommen das ist nicht normal das ist nicht normal deswegen bitte bitte rettet eure seelen rettet eure freunde vor dieser religion ja die ganzen muslime die noch muslime sind diesen einfach bringe also man kann dir nicht mehr helfen aber ihr die noch denken könnt ihr haltet euch wirklich fern von dieser religion wir reden nicht über islam weil wir irgendwie hetzen wollen wir reden über islam weil islam über uns redet der koran redet über uns christen surah 8 vers 55 sagt wir sind die schlimmsten tiere also der koran nennt uns tiere ja surah 9 vers 29 sagt kämpf gegen juden und christen weil sie nicht an allah glauben und das hat nichts mit islam zu tun wirklich surah 98 vers 6 wir sind die schlimmsten geschöpfe ja surah 9 vers 5 surah 5 vers 33 also was sollen wir noch zeigen was können wir noch was sollen wir noch machen bruder alles was wir tun ist wir antworten erstens auf das was der koran über uns sagt und zweitens wir klären andere menschen auf damit sie nicht verführt werden von dieser religion okay und übrigens da oben habe ich eine quelle eingeblendet jeder der augen hat kann selber lesen kann selber für sich interpretieren ja ich bin ich vertraue darauf dass ihr denken könnt und ich vertraue darauf dass ihr wisst dass das was hier steht dämonisch ist deshalb nichts mit gott zu tun das was da oben steht hat nichts mit gott zu tun leute ja es hat nichts mit gott zu tun jesus sagte dass satan ist der vater der lügen gott würde niemals erlauben dass seine diener menschen anlügen warum auch immer okay so wie nehmen wir erst mal gestern hallo die leute haben ja mehr über dich ja weil ich nicht mehr auf abk reagieren so aber hier in tik tok und alles mögliche mittlerweile habe ich ja sehr viele menschen erreicht das ist nicht schlimm ich habe sehr viel erreicht hier in dieser in deutschland schweiz und österreich habe ich sehr viele menschen aufgeklärt ob man über mich redet oder nicht aber jeder hat von mir mal gehört das heißt jeder aber dieser mts anna mokro ist drin mts anna mokro genau so sieht es aus sehr gut macht's gut mein bf besser ne tschau und gott segne euch ihr wundervollen möge der herr ich segne büten und mich schützt schützt du dich zum ex muslim auch das glaubst du gar nicht oder das ist eine sehr sehr große 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 anzahl mein bester mir hallo mein lieber gott segne dich und deine familie dich heute wie viele nachrichten mich erreicht haben wir haben den islam verlassen ich habe islam verlassen dank dir bin ich eingefunden haben hier hast du das mitbekommen ja natürlich habe ich dann mitbekommen mit dem stürzenberger ja habe ich mitbekommen ja wir haben schon den ganzen tag darüber geredet na ja wir haben das alle mitbekommen ich beschäftige mich die ganze zeit gerade damit ich bin wirklich schockiert ehrlich ja die menschen hier in diesem land sollten sollte bewusst sein welche religion sie hier reingelassen haben und welche anhänger also welche anhänger sie hier drin sind und was für eine religion sich hier breit macht sollen sich genau gefasst machen und eigentlich müssen sie alle die islamischen schriften aufschlagen um zu verstehen was hier abgeht ich bin gespannt was das für konsequenzen mit sich ziehen wird da pass auf was du sagst mir jetzt sage ich erst recht noch heftiger weil du das jetzt gesagt dass ja ich will gar nicht großartig aufhalten ich wollte dich einfach mal fragen sonst wie gesagt noch weiter sondern dort sehen sich schon deine familie ja auch was gut ja ja wir haben heute sehr viele diskussionen geführt habt ihr gesehen eine eine gehirn gewaschenere aussage als die andere lügen und betrügen um nicht von dieser welt kritisiert zu werden die sind hier in deutschland und müssen um ihr um ihre um ihr leben lügen unglaublich die denke alle wir haben wir sind behämmert im kopf ist der problem du gehst dich noch oder ich hab mit so vielen leuten schon hier geredet tut mir leid dass ich dich nicht direkt erkenne mehr alles gut da du machst aber viel durch zu zeiten oder man wirklich viele leute hier die sind so ich weiß du zeigst denn noch die quelle aber ja die mann sind würden am liebsten er mich gesehen haben dass ich dort auf dem boden liege anstatt der stürzenberger ich bin echt froh dass ich den jesus christus gefunden habe weil es seit wo ich neu geboren bin seit sechs monate ich weiß nicht ich bin abzielen frieden hallo ich meinen frieden ein frieden denn die welt euch nicht geben kann aber es ist besser als heroin kann man sagen die ganze kommentare kommen die muslime wie sie sich hier so zeigen guckt euch das mal bitte an heftig ne was für satanisten guck dir das mal bitte an du bist der nächste schade dass sie dich nicht erwischt haben und so ne immer weitermachen immer schön zeigen wer ihr seid immer schön zeigen ich merke auch die streams bei der muslime immer so so wird der werdet wer ist der mit dem schwarzen besenhaar da der jüngere hansi hansi hat das ist der andere wo du mal die parte geführt hast in youtube der sich der andere der ältere ich meine die ganz junge ach so meinst liebe zur magie bestimmte genau wahnsinn wieder mit den leuten umgeht wieder rede du heuchler du du es ist normal es ist nicht kein problem geht nicht geht nicht in solches film rein geht nicht da rein das macht keinen sinn wenn er keine ahnung werde hier in den kommentarbereich bereich bedroht und die fühlen sich total so dazu verpflichtet sowas zu sagen und es ist so krank das ist so krank dein bruder kenne ich doch auch beim bruder weich mit dem baflos baflos wer ist der baflos der jener da ist der rest wer ist dein bruder wieder rosa amir rosa und denny mit der res habe auch schon geredet haben wir bei dem machen es auch schon videos gehen über den bruder ja sehr 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 traurig dass deine sekte ist und so zeugt es machen sollte versuchen mit allen mitteln immer irgendwas zu sagen irgendwas zu machen und es sind unsere christen ist die christen wo diese videos machen sowas gar nicht achten uns ist das egal wer was ging und sagt wir sind nur mit dem herrn und das war's wir machen unsere aufgabe fertig aus da steht nur schöne sachen drin nur liebe sachen drin aber wo du mir in youtube die sache gezeigt dass bei islam dass ich da ein alter bordell das ist so anscheinend stehen wir uns das komisch ist die sagen immer wieder eine geschichte von moment oder es war halt mal so die zeit aber der koran kam ja später und jesus hat schon vorher gesagt wenn ein kind ein mann ein kind anfässt was sagte dann es wäre besser dass ein mühlenstein um seinen hals gelegt wird das macht es sinn es macht also bei euch war das normal dass man ein neunjähriger heiratet also mit sechs jahren heiratet dann mit neun jahren ich weiß es nicht also da muss man schon den verstand aufmachen und sagen da stimmt doch was man okay mein lieber gott segne dich und deine familie halte immer mein jesus christus fest dankeschön dass du dabei warst hinterkamera verstecken ich würde ich würde das verstehen wenn du sagen würdest hinter kamera verstecken und sein gesicht nicht zeigen okay aber ich bin doch überall ich bin doch hier du siehst doch wie ich bin und sie kann und die karte regnet schon deine familie wie geht's gut gut und der du siehst bisschen traurig aus nein ich bin sehr sehr froh sehr glücklich sehr zufrieden nachdenklich ja natürlich denkt man ein bisschen darüber nach was hier so abgeht das heftig kam das bleibt ja nicht das geht ja nicht spurlos an einem vorbei wenn du dir diese bilder anguckt wie der typ da so in den michael stürzenberger da rein geballert hat und auch in den polizisten ja das kann jeden von uns passieren habe ich auch heute den leuten gesagt jeder von uns ist nicht mehr sicher hier in deutschland auch wenn du nichts gegen den islam sagst du musst nur zum falschen zeitpunkt am falschen ort sein das war's mit dir deswegen sage ich dir noch die polizisten müssen bessere leistung leisten die politik deswegen warte mal deswegen sage ich euch aus dem aufrichtigen herzen wenn ihr euch nicht zum herrn jesus christus bekehrt habe so macht es spielt nicht mit eurer ewigkeit ihr lieben lasst nicht zu dass ihr ohne den herrn jesus christus in den tod geht so jetzt ich wollte fragen wie geht es deinem freund den haben die hansi hansi der ist hier bestimmt irgendwo in tik tok am rumschweren der gute hansi immer noch am tikt ja der ist wie so ein kleines kind den ich war das tun ja mama gibt mir mein handy genau so genau okay amir habe okay mach es gut mal besser als gut hallo mein lieber gott segne dich und deine familie hamdol jesus mir geht es gut um dir hamdol jesus mir geht es gut um dir ja schön dankeschön ich liebe dich auch gott segne dich und deine familie ja ich will haare schneiden so wie immer dankeschön willst du meine seiten küssen oder was ich küsse deine seiten an mir mach es gut mein lieber gott segne dich was geht da an mir nicht viel gott segne dich und deine familie ich auch bist du muslim was ist das denn für ein barmherziger gott wenn er das gesamte eisen der erde nimmt daraus ein ring formt und in den allerwertesten der mussten menschen reinschiebt ich weiß es auch nicht das ist kein barmherziger gott ist ein sadist was machst du über den islam reden wie findest du die tat die heute passiert ist gar nicht gut was passiert ist ja meint ist das islamisch oder ist es unislamisch so was macht man nicht unislamisch das unislamisch also dass mohammed zu 1400 jahren alle seine kritiker umlegen lässt das war unislamisch ich weiß es nicht ich weiß es ist eine große große katastrophe am märz wie nachdenken ist siehst du was für eine religion das ist meine andere religion macht sich so aufmerksam mit diesen schandtaten wahnsinn das nicht so denken gibt es nicht zu denken damals als ich noch nicht christ war hier habe ich mich die ganze gefangen ist wenn das alles nichts mit islam zu tun hat wieso gibt es auf einmal so viele organisationen die im namen fiesta wieder kämpfen gehen da steht doch irgendwas nicht ich glaube diese leute lügen mich an und diese die leute die im namen anlass losziehen um die feinde des islams zu bekriegen sind authentische muslime mann hast du dich das nicht mal so gefragt einfach so mehr das hat nichts mit islam zu tun anstatt auf die suche zu gehen und nachzuforschen warum überhaupt das machen was die machen dafür machen ich weiß es auch nicht genau da muss man einmal mohammeds biografie lesen und einmal den koran aufschlagen wo hast du das eigentlich gelesen bücher oder natürlich das buch von mohammed die biografie kaufen eben nicht amazon einfach bestellen das ist doch da oder im internet gucken alle internetseiten sind offen allerdings auch schon gilt wenn du kein geld das dann kannst du die internetseiten der muslime öffnen da ist das doch da du weißt du eigentlich dass ich jesus auch liebe du liebst nicht jesus liebst ein isa aber nicht den jesus aus der bibel ist das aber falsch was ich mache bitte ist das falsch was ich mache ja natürlich wenn du sagst dass du jesus liebst dann sage ich zu dir du liebst aber nicht den sohn gottes du liebst irgendeine märchenfigur aus dem koran die nie existiert hat ich weiß es wirklich nicht ich weiß nicht ich hoffe dass du aufwachst ich hoffe dass du verstehst dass der mohammed mit seinen kritikern so umgegangen ist und alle die über den islam reden müssen um ihr leben bahn das war es ist da ist so mohammed hat über 100 kritiker ausschalten lassen angefangen von asma bin marwan bis hin zu aber hoch und abhi harir und wie die alle heißen du hast schon wissen ja leicht ein kleines wissen habe ich mich schon aufgebaut wäre ist doch ich hab wirklich ich sag dir ehrlich ich habe kein wissen und so ich weiß wirklich nicht von dass er von oder für stabil das weiß ich jetzt auch nicht wie die hier mit ihren fake accounts hier reinkommen und sagen ja von so fake accounts zeigt doch einmal dein gesicht wenn ihr so hart sein macht doch einmal eure kamera an ja ich hoffe natürlich dass du dir gedanken machst um deine ewigkeit nicht dass du mit irgendeiner anderen mit einer religion in den tod gehst und jesus christus beiseite lässt einen retter unglaublich macht das nicht gehen nicht mit religion in den tod soll ich da mal ehrlich sein ich bin jetzt mal ich habe auch die bibel gelesen also nicht so ganz nicht so ganz natürlich aber jetzt das problem bei mir ist derzeit spüre ich halt nix wie meinst du das derzeit spüre ich halt nix im herzen spüre ich nix also ich zeige jetzt mal so das kann man kann sagen dass das herz so tot ist bei mir gerade momentan dein herz ist tot ja ja weil du innere lehre hast und wer kann dein herz mit liebe erfüllen das ist jesus christus euer herz versage nicht glaubt an mich glaubt was ich für euch am kreuz getan habe habe der jesus christus liebt dich und hat sein leben für dich am kreuz gegeben du musst nur ja zu jesus sagen ich habe es das mit kreuzigung noch nicht gelesen leider ich lese mir aber noch mal sehen was da noch kommt ja bitte macht das denk an deine ewigkeit allah ist nicht gott mohammed war niemals ein prophet und der islam ist nicht die religion gottes denn gott hat keine religion gott hat seinen ewigen sohn geschickt damit wir vergebung unsere sünden haben und nicht irgendeine religion an die wir glauben und ein zauberspruch aufsagen und gott uns vielleicht vergibt was das vielleicht ja genau der herr muss uns doch heils gewissheit geben es muss doch heils sicherheit geben wo weißt du alle armen ich bin der ehrlich wurde bei mir ist derzeit wirklich so wichtig gerade ihm gesagt habe ich will ehrlich nichts mehr ich für ich versuche was zu wo du weißt du leider von zu vielen problemen ist bei mir ein problem auf geht das habe ich selber bemerkt dass ich gar nichts mehr spüre ja du sollst ja auch in dem sinne nichts spüren sondern fest glauben der glauben basiert ja auf wie sagt man auf beweise wenn du also los sie ist und dein glauben stärken willst du stärkst ihn mit beweise und die beweise sind da denn gott ist atemberaubend du musst dir mal vorstellen der herr hat ja nicht umsonst die propheten ihre namen so genannt von adam bis nur weißt du eigentlich dass das ein satz ergibt von adam bis nur habe ich dir das schon mal gezeigt wie heftig gott ist 9 weitsichtig er denkt und damit er auch anderen zeigt dass sein wort niemals verfälscht werden kann nein kannst du mir das zeigen oder wir passen wir auch guckte das mal mit da das ist absolut atemberaubend schau dir das bitte an allein dass der gott diese namen ausgewählt hat hatte sich war was dabei gedacht da kann sich einfach kommen und so die namen und einfach daraus eine neue religion gründen und behaupten dass das deine propheten werden jetzt pass mal auf adam bedeutet mensch setz bedeutet beruf ernannt berufen ernannt aus anderer quelle ersatz der an die stelle eines anderen gesetzte enos bedeutet sterblich oder sterblich hinfälliger mensch kindern bedeutet schmerz aus anderer quelle besitz oder schmied mahaliel bedeutet der selige heilige gott jared bedeutet soll herniederkommen henoch bedeutet lehre methusala sein tod soll bringen aus anderer quelle es wird gesandt werden oder wenn er stirbt soll es kommen lammisch verzweifelnd nur trost ruhe guck mal hier als ganzer satz ergibt sich das folgendermaßen der mensch ist zu tödlichem schmerz bestimmt der heilige gott soll herniederkommen und lehren dass sein tod die verzweifelt benötigte hilfe bringen soll das ist heftig ich bin immer jedes mal wenn ich das lese ich kriege gänsehaut am ganzen körper leute das ist einfach phänomenal hast du das gesehen dass gott sich durch seine eigenen propheten die er namentlich so genannt hat ankündigt mensch zu werden um für die menschen zu bezahlen für die menschen mit seinem tod zu bezahlen heftig ist das der alte testament das ist die namen der propheten im alten testament ja und zwar und zwar genau nach einer reihenfolge das ist ein wunder und nicht kamel und hier frauen haben spermen in den rippen bereich spermen in den rippen bereich nein oder was hoffentlich nein polizist gestorben 27 4 steht da noch gar nichts man steht nichts oder 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 ich finde es nicht hat das einer von euch gefunden nein warte ich guck mal selber vor zwei stunden erste details zum angreifer mannheim bekannt wohl islamistisches motiv ne echt ich dachte das wäre christliches motiv bei mir steht nichts hast du was gefunden ich hab hier was warte mal der täter hat nicht nur michael stürzenberger schwer am bein und im gesicht getroffen mit dem messer sondern er hat auch einen polizisten sehr schwer getroffen der polizeibeamte wurde sogar mit dem hubschrauber transportiert sagte sie auf dpa anfrage sagte christina zu dem nicht vor ort augenzeugen der tat gewesen zu sein ob der angreifer etwas gerufen habe könne sie daher nicht sagen alles spekulation sagte sie sie habe aber das video der tat gesehen die bürgerbewegung preis hat ihren sitz im krefer sie wird nach angaben des nrw verfassungsstattes in nordrhein-westfalen nicht vom verfassungsstatt beobachten sechs menschen und der angreifer waren bei dem messer verletzt worden steinmeier verurteilte angriff auf schärfste ne ehrlich ich hätte mir mal richtig so das ganze gewünscht wie ihr das bei sylt gemacht habt ihr heuchler ich verurteile die tat in mannheim auf schärfen schrieb an die sprecherin mannheims verurteilt diese niederschaft polizist wurde mehrmals von hinten in den kopf gestochen ich habe es ja gesehen ich habe das video ja hier das ist so krank identität des angreifers unklar nach der messerattacke in mannheim ist die identität des angreifers unklar das teilten die staatsanwaltschaft karlsruhe bis das polizeipräsidium mannheim und das landeskriminal am freitag gemeinsam mit der mann hatte am freitag mittag auf dem mannheimer marktplatz an einem stand einer islamischen mehrere menschen verletzt 17 23 was gibt es denn noch für updates es sind drei verletzte in krankenhäuser gebracht worden die medizinischen behandlungen dauern aktuell noch an ich habe aus den krankenhäusern keine information wir sind alle sehr gespannt und hoffen in den nächsten monaten auf neuigkeiten wird nächste monaten über den täter die person macht die liebe gedanken deine ewigkeit lass das nicht zu dass du in den tod ist ohne jesus christus mein bester das ist so traurig das afghaner bis auf garne nein kurde wie oft noch an akkordik du bist kurde und da und dann gehst noch zu islam das ist das heftigste unglaublich erinnerst du dich ich weiß dass du es vergessen hast aber ich war vor etwa wenn ich mich nicht erinnere vor einem monat genau in deinem live wieder wir haben doch genug auch geredet ja ich habe ab und zu mal mit dir geredet ich erinnere mich aber nicht mehr so endlich hat sich jetzt erinnert endlich ich hoffe mein lieber hör mir genau zu du musst dir gedanken machen um deine ewigkeit religionen geben uns keine keine vergebung unserer schuld sondern allein der sohn gottes der gekommen ja auf jeden fall bei stadt sagen wollte ich wurde wohl die guitar perus und dann diese was ist das hier ach so ich hab halt von jetzt noch mal heute ich zeig dir die seite ja ein video ist von immer mit die auch übel ich habe morath das ja ich weiß genau ich meine aber auf seiner sprache ist das kitab perus das ist auf kurdisch die kurdische bibel ist kitab perus wenn ich mich nicht irre aber ich glaube das stimmt polizist sein hirn ist weg wie er ist tot bis israel ging das video von dir gedroht wurde wahnsinn unglaublich siehst du wie der herr das macht ich hoffe dass so viele muslime wie möglich noch da austreten aus dem islam und zu jesus christus finden waren aber ja ich lese immer das evangeline nach lukas nach johannes nach matthäus bei mir ist halt ich glaube du kannst auch nach oben nachgucken das evangeline nach alle jünger von den vier ja ließ dir bitte die evangelien durch und lerne den herrn jesus christus kennen mein lieber kordi ok büder gottes segen gott segne dich man die auch er bete bitte für den diener des barmherzigen wird für ja wir beten gleich noch mal für michael stürzenberger für den polizisten und alle die verletzt wurden ja muschig kannst du den nennen der nach mecca reist um einen riesen stein siebenmal zu umrunden um ihn dann zu küssen den kannst du muschig nennen nennt mich muschig und pilgert nach mecca um einen stein zu küssen unglaublich du götzendiener warte ab mein freund doch ja droh mir nicht in den kommentar bereichen ich bitte nicht mach dich nicht lächerlich macht dich nicht lächerlich bitte zeig mal dein gesicht wenn du so heftig bist sei ein mann und zeig dein gesicht wenn du so heftig bist du bist doch der größte muschig du gehst nach mecca und umrundes einstein nicht ich naja klar dass du nicht hochkommst dankeschön deine auch ja heute ist ja was ganz schlimmes passiert hast ja mitbekommen ich würde mal fragen so wie beeinflusst dich das so was ich meine du hast ja auch tagtäglich machst du die selbe arbeit wieder stürzenberger so wie weit beeinflusst dich das hast du da jetzt auch nach dem heutigen tag irgendwie gewissen respekt gespürt oder so oder hat das irgendwas mit dir gemacht was heißt mit mir gemacht ich habe das schon geahnt dass irgendwann sowas passieren wird das kann ja nicht auf dauer gut gut gehen wenn der mich stürzenberger an einem ort steht wo er islamkritik ausübt und gerade haben auch heute darüber gesprochen gerade in dieser sensiblen zeit wo israel jetzt gerade mit palästina zugange ist und die muslimi ja sowieso total innerlich gut empfinden ja und dann folgt das eine auf das andere das ist das ja passt auf jeden fall ist gestellte menschen draußen auf dem rum das haben wir heute wieder gesehen ja ich war mir keine sorgen möge der herr alles ins richtige lenken lassen ich habe ich ja ich bin momentan so ein bisschen in der findungsphase ich lese mir ein bisschen die bibel durch auch parallel dazu lese ich mir auch noch mal im koran durch nehme auch viel input von dir mit bin aber jetzt hier etwa auf etwas gestoßen lukas 14 26 dass wir unsere familien angehörige hassen sollen ja genau das verwirrt mich ein bisschen da hast du die möglichkeit eine wortstudie zu unternehmen der herr die bibel legt er sich mit sich selbst aus und der herr meint ihn nicht in dem sinne dass wir unsere familien hassen sollen weil sonst was bin sinn ergibt das denn wenn wir unsere nächsten lieben sollen wir uns selbst und unsere eltern genau das ist es ich habe mir gesagt also muss man das anders sehen du hast die möglichkeit auf biblehub.com zu gehen und da kannst du im urtext nachschauen und hast du eine wortstudie und dann erklären die dir auch was das wort eigentlich auf nummer eins setzen und danach alles andere weil der herr sagt wenn du vater mutter oder tochter oder so oder irgendwas anderes mehr liebst als mich so kannst du nicht meine zu mir gehören verstehst du ja das ist damit gemeint okay 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 gut ja gut das wollte ich mal auf jeden fall wissen wie wie ist die seite genannt hast bibel hup.com okay alles klein ist wenn die englische seite da hast auch den urteil da gibt es wort für wort kannst du dann durchgehen was was bedeutet ja okay ja super ja gut ich wollte nur dass wir wissen ich bin auch von meinen recherchen darauf gestoßen das habe ich ein bisschen verwirrt dachte im zeiter des internets kannst du alles sofort herausfinden alles wenn du die wahrheit wissen willst die wahrheit wird dich frei machen und du bist die wahrheit finden alles klar das war schon nicht dank dass du dich auch ich hoffe dass du natürlich so schnell wie möglich zum herrn findest und deine seele in sicherheit bringt bringen sie ins trockene komm in die herde und lass den herrn jesus christus dein hirte sein ich bin für ich bin dafür schon sehr offen aber ich versuche die dinge immer versuchen was versucht hat möglichst rational mit zu erklären und du weißt dass das manchmal dass man da ein paar grenzen stößt ich bin dabei noch aber ich sagte ehrlich so es ist halt noch ein bisschen mit sehr viel skeptisch verbunden kein problem du kannst du hast ja noch lebst du ja aber sei bedacht dass du auch eines tages in den tod gehst deswegen solltest du dich beeilen nicht dass du kannst jeden tag sterben das ist das du weißt ja nicht wann dein zeitpunkt richtig klar natürlich das weiß keiner das meine ich dann alles gleich danke dir amir vielen dank wie geht's amir alles gut bei dir ja alles super bei mir wie geht's dir auch ich habe hier einen christlichen kollegen und wir haben eine frage eine genaue frage also wissen ja dass jesus wort gottes ist das fleisch geworden ist laut den juden ist die tora das ewige wort von gott also auch wort gottes die tora jesus ist dann die tora das alte testament ist es jesus das niedergeschriebene wort gottes der herr jesus christus ist das fleisch gewordene wort gottes fleisch geworden also gibt es hat also hat wort gottes nicht nur zwei naturen sondern oder wie naturen hat wort gottes nein der das fleisch gewordene wort gottes ist ja schon in ewigkeit das niedergeschriebene wort gottes ist auf einem buch festgesetzt oder festgelegt das was wir gesehen haben in jesus christus wurde ja gott mensch das fleisch gewordene wort gottes lebte unter uns johannes 1 vers 1 bis 14 im anfang war das wort das wort war bei gott und das wort war gott und das wort wurde fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine herrlichkeit eine herrlichkeit als das eingeborene vom vater voller gnade und wahrheit also ist die tora nicht das direkte wort gottes doch es ist das direkte wort gottes niedergeschrieben der herr jesus christus ist das fleisch gewordene wort gottes noch mal wie oft willst du mich noch fragen okay glaubst du daran dass jesus eine natur hat weil ist dann orthodox und oriental orthodox also ich habe einen kollegen das habe schad der ist oriental orthodox er glaubt daran dass jesus eine natur hat in der die menschliche und göttliche vereint ist der jesus christus hat zwei natoren eine göttliche und eine menschliche als er hier in diese welt kam hat er seine göttliche verlassen und kam als ein sterbliches wesentliche auf dieser erde verstehst du dem geiste nach war er 100 prozent 100 prozent gott und dem fleisch nach 100 prozent mensch deswegen hat der mensch jesus christus der sohn des menschen hat alles bezahlt am kreuz der sündlose der heilige der perfekte er konnte ja perfekt das gesetz halten ohne einmal zu sündigen verstehst du das ist das das ist der unterschied zwischen jesus und allen anderen und aber wie also mein kollege fragt wie kommen dann die etopie und eritreer und diese ganzen habe ich das also diese oriental orthodox also auch araber und so wie kommen die darauf dass jesus nur eine natur hat aber in seiner natur ist halt seine menschlichen göttliche natürlich einige ehrlehrer die da draußen rumschwirren aber der herr jesus christus jeder christ wird dir bestätigen dass der jesus christus die zwei naturen lehrer das ist die doktrin der bibel dass der jesus christus zu seiner göttlichen zu seiner göttlichen form eine menschliche form hat also zu seiner göttlichen also seine gottheit eine menschliche form angenommen hat aber kommt er dann trotzdem wird er dann trotzdem von jesus akzeptiert wenn er sagt jesus hat eine natur aber in dieser eine natur ist seine menschliche und sein göttliche sind sozusagen ineinander vereint er muss man sich noch mal hinsetzen und mit leuten darüber sprechen was meint er damit wie wie erklärt das thema der ist so ich bin ich mal ich bin ich glaube ich mal dran also nein also der hat mir erzählt das leute aus der leute wenn wenn du mir sagst der hat mir erzählt dass der und der an sowas wir sollen jetzt auf jeden irrlehrer eingehen oder was nein der herr jesus christus hat zwei naturen eine menschliche und eine göttliche der apostel paulus sagt uns in philippa 2 vers 6 bis 11 denn ihr sollt so gesinnt sein wie es christus jesus auch war der als seine gestalt gottes war es nicht für einen raub festhielt gott gleich zu sein sondern er äußerte sich selbst nahm die gestalt eines knechtes an und wurde wie die menschen verstehst du er war in seine göttliche aber er wurde mensch okay verstehe dann haben wir das schon mal was willst du fragen 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 ich will sagen weil diese haben wir ein bisschen debattiert ja maria sind maria ist auch bei euch sind nun frei ne ja warte mal ganz kurz ich muss mal hier so ein satanisten mal sturm der sagt ich punkte paulus dieser mülleimer aber stimmt es stimmt es also damals so wo du stress mit abk hat und so man hat es verfolgt es war witzig und so aber hat es gestimmt so mit shisha bar und shisha tabak und so da war das alles fake ja ich war auf der suche nach einer location ich habe ja immer noch ich würde ja immer noch gerne meinen traum durchziehen also ich habe ich habe eine idee eine richtig gute geschäftsmodell smoke and pray ja das ist heftig du die muslime kommen rein werden direkt mit kermiturin begrüßt und dann den play war dass sie direkt in der pfeife rauchen da kriegen ja auch schlechtes gewissen und wir können sie das abladen ein raum daneben smoke and pray ja das ist ein gut das ist eine gute idee der muslim bekommt der schlechte gedanken schlechtes gewissen hat der oh nein was soll ich jetzt machen guck mal jetzt auch schon wieder pfeife und dann steht dort kommen und wasche deine sünden rein und dann ist es richtig und dann ist dort becken dann ist dort becken im nebenraum dann können die wo du machen und so dann gehen die beten ein gutes herz ohne spaß wenn man schon raucht dann beten beten ist immer was gutes also bist du verheiratet willst du wie paulus also nicht heiraten und so das steht in den sternen geschrien wie der herr das führt willst du eine iranerin heiraten das ist egal sie muss wieder geboren sein und jetzt hör auf mit diesen komischen fragen gott segne dich und deine familie hallo hallo tesla han geht grad übelst auf muslime ab super der der macht auch noch mal der schüttet auch noch mal benzin da rein des landes schüttet richtig benzin da rein der ist so heftig und der haut sich den snickers rein den leo ohne zu verstehen dass er mit mir live ist guckte das mal du bist nicht du leo wenn du nicht gegessen hast schnapp den snickers ja jetzt kann auch sein dass er sich zigaretten stofft da hast du recht ja amir leo hätte da noch eine frage ja warum redest du denn nicht und zwar der mohammed ist ja ein prophet nein der ist kein prophet ja also für die anderen du weißt wer schwein für die ja für die anderen ja kann einer die frage waren was er prophezeit hat dass er ein prophet ist er das fragen wir uns auch die ganze zeit ein prophet der kleine prophetin auch kein magier wenn ich dich zaubern kann richtig genau das war ja okay dann viel spaß beim weiter zocken was gut leo die prophet without prophecy you know he is the only prophet without prophecy in history he is the only prophet without prophecy in history das ist so schrecklich ne ja das ist so krank einfach nur krank amir wie hat deine familie dazu kompetiert bist ja anfangs sehr sehr skeptisch ne anfangs wussten gar nicht wie sie damit umzugehen haben herwart der kroate herwatski 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 ja okay jacin wer zuletzt lacht lacht am besten dein gott lacht auch in tafsirat tabari band 15 seite 504 allah hat backenzähne urban sagt polizist ist tot leute ich möchte dass ihr mit beweisen redet ich habe keine lust dass jeder hier irgendwas schreien schreibt hört ihr mich denn gut ist die verbindung gut hört ihr mich gut ist meine stimme klar und deutlich oder ist dieses handy wieder am spinnen echt ja okay jetzt möchte ich das gegen die wand schmeißen hallo hallo abia vielleicht hättest du auch heute ein mannheim sein sollen sein abia hätten dich auch mit gestochen ja abia abia ist das ein kaputter typ dankeschön vielen lieben dank an alle die heute da übelst da rein geballert haben heftig vielen vielen dank möge der herr euch segnen behüten und beschützen für alle die getippt haben für alle die geschenke gemacht haben für alle die geteilt haben was auch immer der herr euch das zehntausendfache zurückgeben der typ der stellt mir die ganze zeit eine anfrage und seine leitung ist wie von kamelurene morgen guten abend hallo mein lieber gott segne ich danke kann sich nicht auch aber diese shampoo 3 in 1 gefällt mir das gefällt dir 3 in 1 shampoo ja mir gefällt ja mir gefällt auch meine hand meine zwei rechte hände mit seife zu waschen genau das ist deine glauben 3 in 1 genau deine glaube ist dass aller lego baustein ja genau das fleisch an das auch die kinder glaubt dass nicht nur wenn jemand richtig fleisch an war gott an der zurück was ist das für bullshit schämst du dich nicht mit so ein deutsch hier einzukommen und hier zu reden weil es das die wahrheit jesus ist eine arabische prophet von juden muss es geboren in ägypten jesus ist eine arabische prophet leute jesus habe jetzt hier jetzt ist kananian du bist besser jetzt ist kananian von jesus ist ein arabischer prophet sehr gut sehr sehr gut wie fertig die leute sind mit seinen halbnackten profilbild genauso jesus ist arabischer prophet ich gönne mal einen schluck ready arabische jesus der bestimmt auch dapke getanzt ne dieser arabische jesus hat auch dapke getanzt ja willst du was sagen amir ja tut mir leid äh gottes segen gott segne dich und deine familie mit meinem muslim gesagt wenn du eine katze zu hause hast bist du automatisch muslim ja also diese katze muss aber auch dementsprechend skills haben indem sie ihr urin in kamel urin wandelt dann ja ja eben das ist eben das was ich so denke also die hat mir mal gesagt ja wenn du katze hast bist du automatisch muslim und wenn du hund hast bist du teufel ich erinnere mich noch damals als dieses video viral ging als eine katze nicht über den koran laufen wollte die muslime haben das wie verrückt geteilt und haben gesagt schaut euch dieses wunder an Allah lässt die katze nicht über den über 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 den koran laufen seht ihr das nicht konvertiert doch zum islam ich habe mich tot gelacht ich habe mich tot gelacht da dressieren die eine katze wie sie nicht auf ein buch laufen soll und dann sagen die muslimi schau dir dieses wunder an wie damals mein kollege als ich zum zum herrn jesus christus gefunden habe frisch und er das mitbekommen hat er hat mich versucht wieder zurück zu bringen zum islam und dann hat er mir ein video geschickt von einem papagei jetzt zieh dir das mal rein ohne spaß der meinte das ernst von einem papagei der schickt mir sagt der ami guck dir dieses wunder an warum bist du überhaupt zu warum warum betest du jesus an was ist so wahnsinnig guck mal dieser papagei der ruft Allah und sagt weißt du was meinte siehst du dieses wunder nicht ami der papagei ruft Allah man kann diesen papagei nicht beibringen diese sätze zu sagen der hat das natürlich von alleine gemacht gestorben verlachen also die Nachrichten die ich heute gehört habe von Mannheim die waren bis in der Schweiz sind die hingekommen warte mal bitte Atte bei Nuradin, wir werden dich finden warte mal ganz kurz, ich muss mir mal dein Profil mal näher reingucken screenshotet das Ganze mal und dann werden wir das mal herausfinden wer du bist, mal gucken ob deine Mutter noch was hat er gesagt? der schreibt die ganze Zeit so Drogen warte ab und jesu und das ja die kennen wohl nicht anders, sondern man sieht es ja ja aber ich würde dann gerne mal wissen wer diese ganzen Leute hinter diesen Fake Accounts stecken, wenn wir dann auf einmal die Polizei das herausfindet durch die IP-Adresse die sind behindert, die schreiben hier einfach sowas und verstehen nicht, dass das kein rechtsfreier Raum hier ist das ist typisch für diese Leute ja das ist normal die werden ernst und dann ja die kommen mit der Wahrheit nicht klar das ist halt immer so wenn man den wahren Jesus verleugnet ja ich habe nur kurz eine Frage die Muslime, die sagen immer Jesus ist Muslim weil er ja gebetet hat wie ein Muslim und dann habe ich mal denen gesagt wie kann das sein dass ein Muslim ist wenn er zum Gott Vater gesagt hat geht ja nicht laut Koran ich denke wie heißt die Surah schon wieder Surah 9 Vers 30 eben ja also wirklich das verwundert mich immer wieder Allah hat keinen Sohn und verflucht diejenigen die sagen, dass er der Vater wäre oder er einen Sohn hätte ja ja was willst du machen auf jeden Fall mir danke dir viel mal pass auf dich auf möge der Herr dich beschissen und guten Abend danke dir tschüss ja das hätte ich glaube ich weiß nicht genau wann das war ich glaube der Michael Stürzenberger der hatte mich mal angeschrieben gehabt aber ich hatte nur flüchtig darauf geschaut aber hat dann ich wollte darauf antworten aber dann ist mir nie irgendwie habe ich nie darauf richtig geantwortet und er wollte auch immer dass ich zu den Kundgebungen komme und dort mit ihm dann diese Sache mache aber ja das ist nicht so wie ich das dann halt machen würde deswegen ihr seht ja dass ich das Ganze auch mit der Evangelisation verbinde dass die Menschen auch den Namen des Herrn Jesus Christus hören so ist das was koran.com lügt über Suche 434 die sind am Ende wie warte mal ich gucke mal nach Suche 434 die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen wegen dessen womit Allah die einen von ihnen vor den anderen ausgezeichnet hat weil sie von ihrem Besitz für sie ausgeben darum sind die rechtschaffenden Frauen Allah demütig ergeben und hüten das zu verbergende weil Allah es hütet und diejenigen deren Widersetzlichkeit ihr befürchtet ermahnt sie meidet sie im Ehebeid und ja es steht dort ist richtig was erzählst du denn das Wort steht dort wadribun 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 aber der beste Satz ist immer das beste Wort ist immer noch der hier Suche 33 Vers 50 Jastanki haha frag mal einen Araber was Jastanki haha bedeutet Jastanki haha Da steht nicht Zawaj da steht Jastanki haha das bedeutet wenn der Prophet sie gerne Bunga Bunga machen möchte unglaublich ne und die haben das Wort mit er sie heiratet übersetzt weil die sich schämen die Muslime Wahnsinn ne Jastanki haha Geh zu einem Araber und fragt fragt sie mal was bedeutet dieses Wort Jastanki haha Jastanki haha Das bedeutet Bunga Bunga machen Oh Prophet wir haben dir erlaubt mit allen Frauen Bunga Bunga zu machen vorausgesetzt dass du sie haben möchtest Jastanki haha Ja ihr könnt jeden Araber fragen fragt sie was bedeutet dieses Wort Jastanki haha Jastanki haha Yes Jastanki haha Amir wie geht's dir alles gut Ja alles super Gott segne dich und deine Familie Danke Amir ich bin Oslo warum hast du mich blockiert ich wollte mit dir einen kurzen Dialog führen aber du hast mich überall blockiert ja aber ich mag nicht solche unehrlichen Menschen wie dich dass du sowas hoch lädst und dich so profilierst und sowas ich hab wirklich nichts aufgenommen ich hab wirklich nichts aufgenommen ich wollte mit dir ich wollte mit dir reden dass du mir eine Vers erklärst aber du hast mich aber du siehst was du da machst du nimmst so auf und dann postest du das so schneidest alles weg schneidest alles zurecht wie du das mit was soll das ich hab ich hab nichts aufgenommen ich wollte dir nur ich war doch auf dein Profi gucken was du wie du dich aber warum 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 hast du mich blockiert hast du Angst ich hab keine Angst vor dir aber was du da machst ist das allerletzte mal ok dann blockiere mich ich komme mit Oslo Account sei vernünftig letztes Mal hast du sechs Jahre geworden hab ich gesagt geh mal weg geh jetzt reicht mit dir man ganz kurz ich entblockke mich ich komme mit Oslo Account was willst du ich komme jetzt mit Oslo Account ich möchte was möchtest du ich möchte dich debattieren wenn du ein Mann bist geh erstmal debattieren geh erstmal gucken dass du deine Seele in Sicherheit bringst raus wenn ich debattiere der Typ der Typ ist so ein richtiger Teufel der nimmt so auf schneidet alles zurecht und dann stellt er mich so als so einen Idioten dar guck dir das mal an Polizist ist tot erzähl doch nicht so einen Quatsch der Typ der Typ hallo 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 kannst du mich hören kann ich mich hören ja hallo ja du hast schlechten Empfang nein sorry ich bin gerade unterwegs Gottes Segen erstmal Gott segne dich auch mein Lieber wie geht's dir ja handel Jesus mir geht's gut und dir ja mir auch danke schön so weit so gut ich sitze gerade hier mit meinem Schwager und der hat halt gerade eine Frage gehabt und wir wollten dich mal fragen ob du uns da vielleicht Auskunft geben könntest ja ich probiere es ich bin ja auch frag mal ruhig weiß auch nicht alles hi grüß dich Gottes Segen wünsche ich dir Gott segne dich auch und deine Familie Fragen bezüglich des Zornes kannst du mit bezüglich des Zornes kannst du mit wer an den Sohn glaubt der hat das ewige Leben wer an den Sohn nicht glaubt der hat das ewige Leben nicht und der Zorn Gottes bleibt auf ihnen Johannes 3 36 ich zitiere da hab ich aufgeschrieben ich guck's mir noch mal in Ruhe an dankeschön danke dir gerne oder ja ok kann sein das Schlechtste der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben wer an den Sohn glaubt der hat das ewige Leben wer aber an den Sohn nicht glaubt der wird das Leben nicht sehen sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihnen siehst du wie ich gesagt hab Hammer stark sehr stark ja lest die Bibel macht euch sehr stark wie sagt man ja ich glaube er wusste eigentlich genau wo er aufschlagen sollte deswegen haben wir mal da den Dreck reingefragt einfach aber ist ja schön dass du uns das so gesagt hast ja gerne ich wünsche mir auch von Herzen dass ihr die Bibel liest und euch auch so ein Repertoire aufbaut und euch auch Sachen merkt versteht ihr ja ja hast auf jeden Fall recht da müssen wir uns auf jeden Fall mal ein bisschen reinsetzen Amen ihr macht das schon auf jeden Fall sehr stark deine Arbeit was du machst Amir sehr stark ja finde ich super mach weiter lass dich nicht lenken danke lass dich nicht lenken bleib gesund und haben wir ja Jesus haben wir ja Jesus Amen sehr gut dann schönen Abend Gottes Segen Danke Cosinus Gottes Segen Gottes Segen Amir ich wollte mich einfach nur bei dir bedanken weil du hast mir die Augen und so etwas geöffnet Halleluja alle Ehre dem Herrn Jesus Christus ja wie viele Leute zum Glauben gekommen sind durch diese Arbeit ist unbegreiflich heftig ich bin immer wieder erstaunt ja deswegen wollte ich einfach nur danken danken wir dem Herrn Jesus Christus danke dass du eine wundervolle Seele zum Herrn gefunden hast wundervoll Amen Amen wundervoll also noch was auf dem Herzen ich wollte mich eigentlich nur bei dir bedanken weil ich gucke immer dein lives deine Videos und find's halt auch mal lustig wie die Leute gegen dich debattieren wollen aber dann immer das gleiche sagen und du es eigentlich immer beantwortest einfach nehm mal eine Ausrede suchen Gott segne sich mein Bester ja und lief auch ein wenig die Bibel ne mach ich okay super tatsächlich ich hab jetzt vor drei Wochen wieder den Glauben zurückgefunden Amen zum Herrn zum Herrn Jesus und ich bin jetzt fast mit Matthäus fertig weil ich lese pro Tag zwei bis drei Kapitel sehr gut wundervoll super ja ok Gott segne ich wenn was ist kommst du kannst ja wieder Anfrage stellen ne mach ich ja Gott segne ok alles klar heftig ne möge der Herr jeden von euch seinen Anteil dazu beitragen also seinen Anteil dazu geben ne dass ihr das Reich Gottes miterbt ne durch die ganzen Sachen die ihr da macht und so ne Amen möge der Herr niemals ein Werk von euch verloren gehen lassen und das euch anrechnen Amen Amen wir sind aus Glauben errettet aber unser Glauben wird vollkommen mit Werk Amen Mohamed Ayyub Mohamed Ayyub hat Kamelurienleiter Hallo Mohamed Hallo Mohamed wie geht's Alhamdulillah Jesus wie geht's dir Alhamdulillah gut ja ja schön was kann ich für dich tun Mohamed ist ein Prophet Mohammed ist ein Prophet yes a Prophet without prophecies Camel Camelurien ja genau Camelurien ok Camelurien it's a nice drink it's a nice drink summer holidays in ice very nice drink yes very nice drink yes cool and fresh yeah mit Eiswürfel mit Eiswürfel genau perfekt Espresso Kaffee de la Uri ne mit Vitamin C wer will bei mir Dings werden Barkeeper 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 Sternchen innen Kiki Hallo Hallo warum flüstert dein Kollege daneben dir äh ich hab ne Frage ja warum flüstert dein Kollege daneben dir ja weil er ist ein bisschen schüchtern Bruder ich bin ein Christ und ich wollte fragen ob das mit den 99 jungen Frauen stimmt die muslim du meinst 72 jungen Frauen ja 72 99 das gleiche ja das ist unterschiedlich der Märtyrer wird zum Beispiel direkt mit 72 Frauen verheiratet er sieht auch direkt seinen Platz im Himmel und der muslim der normal von Allah die vergebung bekommt der wird direkt mit zwei Hulis verheiratet werden und das variiert in surah 56 vers 38 heißt es dass Allah die 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 Stärke von 100 Männern gibt und du wirst auch 100 Jungfrauen an einem Tag du weißt ach so ja und warst schon mal muslim oder was weil du glauben steht irgendwas dass du Christ bist genau ich hab den Islam verlassen für Jesus Christus aha ja so Sachen halt ja genau was ist denn mit dir ich bin Christ hast du dein Leben dem Herrn Jesus Christus übergeben ja wie hast du das denn gemacht erzähl mal weil ich gehe jeden Sonntag also schon oft in die Kirche und feiere mit meiner Familie und das hast du dein Leben dem Herrn Jesus Christus übergeben also wie was heißt übergeben von dir bist du schon mal vor dem Herrn Jesus Christus auf die Knie gegangen hast Reue gezeigt und deine Schuld vor ihm bereut kannst du mir das Wort Reue so in einfacher kennen weil ich weiß was es heißt Reue hast du schon mal deine Schuld hast du mal einen Fehler begangen und dann hast du es übelst bereut ach so ja schon ich hatte schon ein paar Fehler und dieses Gefühl von Reue oder Bereuen solltest du vor dem Herrn Jesus Christus bringen in einem Gebet wenn du auf die Knie gehst und ihn als dein Herrn und Heiland annimmst und von Neuen geboren wirst es gibt den Zeitpunkt an dem du aus dem Schoße deiner Mutter kommst das ist die normale Geburt dann verlangt der Herr Jesus Christus in Johannes 3 Vers 3 dass du von Neuen geboren werden musst und zwar geistlich aus dem Geiste Gottes heraus dass du vor dem Herrn Jesus Christus in einem Gebet trittst und deine Schuld vor ihm bereust in einem aufrichtigen Gebet zu ihm und ihn als dein Herrn und Heiland annimmst und fest daran glaubst was er für dich in dein Kämmerlein ein und rede zum Herrn Jesus Christus und bitte ihn um Vergebung ist der Koran echt ja echt mit 52 10 und was heißt 52 10 das ist von Leibnizmann echt mit 52 10 das ist damals diese Werbung gewesen aha ich habe noch eine Frage hast du mir aber zugehört was ich dir gerade eben gesagt habe das ist das wichtigste was du sagen sollst ich habe dir 100% zugehört das war mein Kollege ich habe auch noch eine Frage nach deiner Auffassung wie oft sollte ich am Tag beten es gibt kein gewisses Maß wie viel man am Tag beten muss der Herr gibt uns die Möglichkeit immer zu ihm zu reden das ist ja nicht wie im Islam du steigst in der Bushaltestelle ein und dann auf einmal nach 5 Minuten steigst du wieder aus und dann wartest du irgendwann nach 2 Stunden wieder auf den Bus das ist gequatscht der Herr möchte eine lebendige Beziehung zu dir aufbauen und du sollst Gott mit ganzem Herzen lieben und das ist dann eine innige Beziehung die er miteinander führt das heißt du kommunizierst mit deinem mit deinem Herrn der im Himmel ist und du hier und diese Kommunikation muss aufrechterhalten werden und du kannst ihn anbeten wann auch immer du möchtest weil ich spüre immer diese Befreiung dieses dass alle Sorgen und Probleme wegfallen nachdem ich gebe ja wundervoll das ist ja auch der Herr wird ja auch alle Sorgen und Ängste nehmen und der Herr wird dir auch die Liebe in deinem Herzen auch weiterhin ausgießen und der Heilige Geist in dir soll ja auch gestärkt werden indem du die Bibel ja auch liest was passiert denn wenn ein Bodybuilder nicht mehr zum Training geht was passiert dann er verliert die Muskeln sehr gut was passiert wenn ein Christ die Bibel nicht mehr liest er verliert sein Glauben aber sein Glauben wird geschwächt auf Spaß so sieht es aus so einfach ist das bleibst du im Training wird der Heilige Geist in dir gestärkt so sieht es aus das ist das du sollst immer im Wort Gottes bleiben Amir ja erwarte ich übergebe wie hast du dein Glaube gefunden zum Christ also du warst ja vorher Moslem wie kam es dazu ich habe mir Zeit genommen für dieses Thema weil mir dieses Thema sehr wichtig war ich musste also herausfinden ob der Islam überhaupt die Wahrheit ist nur weil mir Leute sagen dass es die Wahrheit ist heißt noch lange nicht dass es die Wahrheit ist so und dann setzt du dich damit auseinander und dann findest du einige Sachen heraus weil ich war schon immer so ein kritischer Geist wo ich alles immer kritisch betrachtet habe auch den Islam der muss also einigen Standpunkten also einigen Dingen auch standhalten die kritischen Standpunkten vertreten können beziehungsweise auch nicht auseinander fliegen falls man ihn kritisch betrachtet und dann wirst du merken dass der Islam absolut nicht die Wahrheit ist wenn du dir wirklich Zeit nimmst für das Thema und herausfindest was Allah überhaupt offenbart hat und was der Mohammed in seinem Leben so getan hat ich garantiere dir du würdest sofort 8 Milliarden Kilometer entfernt werden vom Islam glaub es mir und das siehst du ja das Resultat wenn jemand an Mohammed und Allah glaubt siehst in Irak und Syrien was sie anrichten ja das ist das ist das Resultat von Koran und Sunna das ist das und das haben wir heute am haben wir heute wieder gesehen die Religion des Friedens bei uns ist das nochmal ein bisschen heftiger weil wir sind Albaner und du weißt ja wie das bei uns im Land ist 90% sind Muslime und die verharren darauf dass das so ist und so weiter und das ist als Christ ein bisschen schwieriger das verstehe ich auch nicht dass die Albaner nicht mal weiterdenken diese Muslime die Muslime sind dass sie sagen ey warte mal ich muss mich mal auseinandersetzen mit der Geschichte wir sind überhaupt Muslime geworden wir sind durch Osmanen angegriffen worden und dann haben die uns auseinander genommen und wir sagen Alhamdulillah wir sind Muslime anstatt mal nachzudenken und sagen ey warte mal unsere Verwandten haben gegen den Islam gekämpft und wir sind heute Muslime weil unsere Verwandten umgelegt wurden das wollen die meisten Albaner nicht einsehen die verharren darauf und sagen wir sind stolze Muslime ja siehst du das das ist das das ist das Traurige sie haben sich also entschieden diesen ignoranten Weg zu gehen das ist das Traurige ich meine ich meine mein Freund ist auch mit einer Muslimin zusammen und der will es zum Muslimin konvertieren wer ein Freund von mir ist mit einer Muslimin zusammen und der will es konvertieren ja das ist das ist fatal nur wegen einer Person zu konvertieren das ist absolut nicht normal das ist ja das Schlimme daran wenn er den nicht gehabt hat weil der geht ja der geht ja nicht mit einem wenn er die nicht gehabt hätte dann wäre das niemals passiert ja siehst du deswegen gibt es auch so viele Frauen im Islam also Frauen draußen die sich dann für den Islam entscheiden aufgrund von einem muslimischen Mann das ist die große Katastrophe auch noch hier wenn ich jetzt in den Chat gucke Adiora oder Papaya Albaner sind Moslem oder je Adiora klingt ziemlich albanisch viele Albaner bei mir sind sehr viele albanische Christen drin alle alles gemischt hier hat sich auch nicht mit der eigenen Geschichte befasst weil wir waren Christen das war das Osmanische Reich aber das wollen die Leute nicht einsehen wenn ein Albaner die Wahrheit wissen will er wird die Wahrheit finden glaub es mir du brauchst nur 10 Minuten Recherche zu unternehmen und du wirst alles herausfinden was die Albaner durchgemacht haben allein die Flagge wenn du auf die Flagge schaust mit den 26 Flügeln habt ihr da drauf die albanische Flagge genau nur mit der Flagge beschäftigt was dort verzeichnet ist die Geschichte dieser Flagge wird er den Islam verlassen glaub es mir ja das ist aber die wählen den einfachen Weg das war schon immer so sagen die nee das ist nicht passiert wir sind stolze Muslime wir waren schon immer so und das bleibt so und dann auf einmal werden die radikalisiert und so weiter genau wir waren schon immer so weil wir eines Tages mal in Saudi-Arabien waren und dort so den Islam angenommen haben genau es waren keine Horden von Leuten wie zum Beispiel der Islamische Staat die dann uns angegriffen haben und wir dann zwangskonvertiert wurden nein also das ist viel zu weit hergeholt unglaublich Armin mein Lieber ich danke dir für das aufrichtige Gespräch ja gerne schönen Abend Gott möge dich und deine Familie segnen vergisst nicht meine Worte die ich zu euch gesprochen habe falls ihr noch nicht eure Schuld bereut habt macht das heute gemeinsam sogar und bereut eure Schuld vor dem Herrn Jesus Christus und nehmt ihn an in eurem Herzen danke dir Gott segne euch danke dir Herr Jesus Christus dass du so wundervolle Seelen immer hier reinbringst dass ich denen noch ins Gewissen reden darf in ihre Herzen Hammer wie der Herr das immer führt dass die Leute immer so hier reinkommen dass ich denen das mal so sagen kann bevor sie dann in die Ewigkeit gehen Halleluja danke Herr danke Herr für jeden Einzelnen der hier drin ist Amen Hallo Armin Hallo mein Lieber Gott segne dich und deine Familie Hallo Gott segne dich ich habe eine Frage weil jemand hat mir ein Video geschickt von Pierre Vogel vielleicht kennst du den oder vielleicht auch sogar das Video weil der Vogel ja den kennt weil der hat so gesagt ja wie kann man einen Christen in 20 Sekunden dazu überzeugen dass Jesus ein Gesandter war und kein Gott jetzt kommt er mit Johannes 5 Vers 30 ja aber aber dann hat ich das halt selber gelesen so aber ich verstehe das nicht warum sagt denn Jesus ich mache nicht meinen Willen sondern nur von dem der mich gesandt hat warum er darf schon ein Vers aus dem Kontext ziehen der Kontext fängt ja schon ab Vers 14 an Johannes 5 Vers 14 lies mal ab Vers 14 und dann wirst du sehen was da auf einmal sich ergibt Jesus Jesus behauptet hat noch niemals die Bibel noch niemals die Bibel gelesen in einem Satz dass er Gott ist und dann sagt er ja ich befolge nur den Willen vom Vater genau der Vater hat ja den Sohn gesendet aber im gleichnamigen Kapitel sagt der Herr Jesus Christus folgendes ich lese dir das mal vor guck dir das mal bitte an wir lesen mal zusammen im Kontext damit du das begreifst Johannes 5 guck mal ich bin sogar im Johannes Evangelium Kapitel 5 Ab Vers 14 dieses Gespräch mit den Pharisäern ich lese mal ab Vers 10 nun sprachen die Juden zu dem Geheilten es ist Sabbat es ist dir nicht erlaubt die Liegematte zu tragen er antwortete ihnen der mich gesund machte der sprach zu mir nimm deine Liegematte und geh umher da fragten sie ihn wer ist der Mensch der zu dir gesagt hat nimm deine Liegematte und geh umher aber der Geheilte wusste nicht wer es war denn Jesus war weggegangen weil so viel Volk an dem Ort war danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm siehe du bist gesund geworden sündige hinfort nicht mehr damit ihr nicht etwas Schlimmes widerfährt da ging der Mensch hin und verkündete verkündete den Juden dass es Jesus war der ihn gesund gemacht hatte und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten weil er dies am Sabbat getan hat Jesus aber antwortete ihnen mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch darum suchten die Juden nur noch mehr ihn zu töten weil er nicht nur den Sabbat brach sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte womit er sich selbst Gott gleich machte heftig ne und jetzt geht es weiter da antwortete Jesus und sprach zu ihnen wahrlich wahrlich ich sage euch der Sohn kann nichts von sich selbst austun sondern nur was er den Vater tun sieht denn was dieser tut das tut gleicherweise auch der Sohn heftig ne das heißt was der Vater macht Tote auferwecken Leben geben ewiges Leben geben alles was Gott macht macht auch Jesus Christus wenn ich sage zu einem Muslim Allah wirkt bis jetzt und ich wirke auch und das was Allah macht das mache ich auch zu was mache ich mich denn dann Josa zu Gott also siehst du wenn du die ganze Zeit sagst ich und Allah sind eins das was Allah macht macht auch gleicherweise ich wenn ihr den Allah ehrt so ehrt ihr mich und wir ehren die Muslime Allah indem sie ihn anbeten Lobpreisen alles verstehst du der Kontext ergibt das ist ein Knockout für den Pierfugel wenn ihr das nennt hier da antwortet ich sage euch der Sohn kann nichts von sich selbst austun sondern nur was er den Vater tun sieht denn was dieser tut das tut gleicherweise auch der Sohn denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles was er selbst tut und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese so dass ihr euch verwundern werdet denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht so macht auch der Sohn lebendig welcher er will stell dir mal vor ich würde zu einem Muslim gehen und sagen so wie Allah die Toten auferweckt und lebendig macht so macht auch Dr. Sheikh Abu Amir lebendig wen er will wie hört sich das an aber die Muslime glauben ja auch daran dass wenn dass wenn sie einen Stein geworfen haben hat es eigentlich Allah geworfen ja richtig nicht ihr habt sie getötet sondern Allah hat sie getötet ja das das habe ich meinem Freund geschickt außer das ist jetzt gegriffen der Kontext wenn Jesus Christus darauf er sagt die ganze Zeit ich und der Vater machen wir dasselbe kann ein Prophet sowas sagen Allah und er machen dasselbe nein natürlich nicht natürlich nicht das ist also ein Knockout sobald der Vogel das mit Johannes 5 erwähnt sagt du hör auf meine Bibel aus dem Kontext zu reizen geh bitte auf zu Vers 14 oder ab Vers 10 und dann lesen wir zusammen und dann fragst du ihn einige Dinge damit er aufwacht damit er nicht den Vers einfach aus dem Kontext reißt das ist genauso als würdest du einem Muslim sagen Allah hat gesagt töte die Unglaubigen wo immer du sie findest meinst du ein Muslim wird das akzeptieren dann wird der wird sagen aber was ist mit dem Kontext aber guck mal wie sie mit der Bibel umgehen heftig ne ja aber warst du auch schon mal mit dem Pierre Vogel live ach der Typ der sagt ich will MMA Kampf mit mir haben nein echt du sagst du sie ich will für einen MMA Kampf mit Irrfahren oder Ex-Muslim und so nein aber aber ich mein die tun mir dann ja auch leid weißt du weil die haben das halt die sind dann halt irgendwie weil sie das halt oft nicht begreifen ich glaube viele Christen kennen nicht mal die zwei Naturenlehre womit sich das ja alles womit das ja alles so einen Sinn macht weißt du dass Jesus gleichzeitig 100% Gott und halt natürlich auch 100% Mensch ist damit halt eben dieser Weg der Vergebung für die Menschheit aufgeht und das verstehen halt einfach nicht viele und deswegen tun sie sich dann von irgendwelchen Muslimen die es hier ja in Überzahl gibt irgendwas einreden lassen und tun sich ja nicht mal richtig damit beschäftigen und dann sagen sie wenn sie noch einfach den Hebräerbrief lesen würden guck mal hier die ersten Verse aus dem Hebräerbrief Kapitel 1 merkt ihr das das kannst du sehr gut merken Hebräerbrief Kapitel 1 Vers 1 bis 12 nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem durch ihn hat er auch die Welten geschaffen das wäre Blasphemie so etwas zu behaupten richtig guck mal hier hat er in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem durch ihn hat er auch die Welten geschaffen dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft er hat sich nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat zu Rechten der Majestät in die Höhe gesetzt guck mal hier weiter geht's einen Moment live ist für ein bestimmtes Publikum eingeschränkt ja super ich höre dich ich höre dich ja ich habe einen Einschränkungen ich muss mal Widerspruch einleiten und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel als der Name den er geerbt hat ihn auszeichnet vor ihnen denn zu welchem von den Engeln hat er jemals gesagt du bist mein Sohn heute habe ich dich gezeugt und wiederum ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein und wenn er den Erstgeborenen wiederum in die Welt einführt spricht er und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten den Sohn Gottes von den Engeln zwar sagt er er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen aber von dem Sohn dein Thron oh Gott guck mal der Vater redet den Sohn mit Gott an dein Thron oh Gott wird von Ewigkeit zu Ewigkeit das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst darum hat dich oh Gott dein Gott gesalbt mit Freudenölen mehr als deine Gefährten und du oh Herr hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände sie werden vergehen du aber bleibst sie alle werden verhalten wie ein Kleid und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen und sie sollen ausgewechselt werden du aber bleibst derselbe und deine Jahre nehmen kein Ende Amen Wahnsinn Herr also da wird der Sohn sagt der Vater zum Sohn oh Gott ja genau so wie der Sohn den Vater mit Gott anredet so redet auch der Vater den Sohn mit Gott an aber warum redet darüber weil jetzt kein Mensch weil das nicht zu ihrer Doktrin passt das Christentum zu widerlegen aber ich sag dir das Christentum die Bibel widerlegt alle die auch nur wagen dieses Buch anzutasten Amir du hast ja sicher von heute von dem Vorgang guck dir das mal an der erste schreibt also spricht Gott mit sich selbst schau dir das mal an wie der den Vers verstanden hat schau dir das mal an wir sagen Vater und Sohn der sagt dann spricht Gott sich selber an hast du gesehen wie verrückt nein die Menschen tun mir leid und deswegen bin ich so dankbar über deine Aufklärungsarbeit weißt du weil erst recht schon wenn Leute nur 5 Minuten in so einem live sind und dann auch diese tiefgründigeren Verse hören weißt du das das versteht man dann ja von Step by Step so weil du kannst ja jetzt nicht einfach sagen ja ich spreche kurz Schahada aus und jetzt auf einmal bin ich Moslem nein du musst ja erst mal wiedergeboren werden du musst dich ja erst mal damit befasst haben dass du es auch verstehst so weißt du und deswegen sind so einfach so kleine kurze Leerungen ich weiß nicht ob das richtig ist von dir oder allgemein wenn du im Alltag so zu welchen Leuten einfach nur ein bisschen über den Glauben was sagst das hilft denen ja weiter weißt du gut ist und das ist halt einfach verloren gegangen so weißt du ja ich rede ja zwischendurch auch immer über den Glauben du siehst ja dass alle meine Streams immer so vielfältig sind ich lasse auch immer die Psalmen laufen dann kommentiere ich das Ganze ich gehe auch ins Gespräch mit sehr vielen Menschen hier und versuche so gut es geht das was ich alles so gelernt habe über die Zeit auch den Leuten so mitzugeben natürlich sollen die jetzt nicht alles von mir lernen sondern selber auch auf die Suche gehen und sich Zeit für das Thema nehmen weißt du wer die Wahrheit sucht der wird die Wahrheit finden ganz einfach ist das ganz einfache Kiste Amir du hast ja heute gehört von Mannheim gell das ist ich finde das so krass vor allem dieser Stürzenberger aber das war ja eigentlich kein Christ oder der der das ist auch so ein kleiner Nazi oder nein das kannst du so nicht sagen der ist einfach besorgt um sein Land weil er sieht dass der Islam sich hier übelst breit macht und er sich nicht islamisieren lassen möchte wer will sich denn islamisieren lassen willst du dich kennenzulernen lassen und dann unterdrücken aufgrund dieser islamischen Texte nein aber das kommt ja wir werden ja Stück für Stück islamisiert weißt du das spricht halt keiner an aber es ist die Wahrheit weißt du wir werden ja islamisiert und der Stürzenberger geht auf die Straße und warnt davor ganz genau wie damals die weiße Rose vor Hitler gewarnt hat und die Leute nicht es wahrhaben wollten und dann sie diese große Katastrophe hatten mit 6 Millionen du weißt schon so geht der Michael Stürzenberger heute wieder auf die Gefahren des Islams ein und warnt davor richtig nach dem was wir alles herausgefunden haben wie der Islam sich verbreitet hat was der Koran lehrt was Mohammed in seinem Leben getan hat wie die Sahaba vorgegangen sind Amir ich habe noch eine Frage weil ich es war irgendwie so dass jemand hat zu mir gesagt ja dass Jesus dann kommen wird und dann gibt es tausend Jahre Gutes eine gute Welt und dann gibt es wieder tausend Jahre eine schlechte Welt das tausendjährige Friedensreich das befindet sich auch im Buch Daniel das ist Prophezeiungen die sich dann erfüllen werden wenn der Herr Jesus Christus zurückkommen wird und das Friedensreich hier auf der Erde errichten wird und das tausendjährige Friedensreich einen einleiten wird da muss ich mal beschäftigen guck dir mal bitte den Vortrag von Roger Liby an tausendjährige Friedensreich gib das mal ein Roger Liby tausendjährige Friedensreich und guck dir mal hör dir mal einen Vortrag von dem an da kannst du viel lernen von ihm kannst du sehr viel lernen von Roger Liby Roger wer? Roger Liby merkt ihr das Roger Liby ist das deutsch? das ist deutsch kannst du dir in Ruhe angucken der hat sehr sehr gute Vorträge da kannst du sehr viel von lernen ja ok also vielen Dank Armin für das Gespräch Gott segne dich von deiner Familie Gott segne dich auch Amen Tschüss ich hoffe es geht dir gut ich hoffe es geht dir gut mit dir reden wenn es geht ja natürlich alles klar hi hi grüß dich Armin wie geht's? gut gut Gott segne dich und deine Familie mein Bestes ich hab ehrlich gesagt drei Anliegen die ich mit dir erörteren würde wenn es ok wäre ja das erste wäre ich wollte dir meinen Respekt aussprechen ist der Shisha am Rauchen oder was? ja der King of Kings der macht sich so gemütlich der macht sich das da gemütlich ist der Coole ja wenn er schon bei seinem Cousin ist dann muss er doch auch mal eine Pfeife bekommen ja komm vorbei pfeif mit nein nein ok erzähl mir auf jeden Fall ich wollte dir als erstes wollte ich dir meinen Respekt aussprechen und für dein Engagement ich finde es krass was du da machst Respekt absolut die zweite Sache ist ich hab so ein bisschen Theologie und Islamwissenschaften angefangen zu studieren damals war mit dem Michael Stürzenberger so ein bisschen in Kontakt hab den so ein bisschen unterstützt der ja heute ich weiß nicht ob du es mitbekommen hast ja abgestochen wurde ja wir haben das alle gehört das geht ja weltweit glaube ich ist das jetzt gerade ja das ist ich weiß nicht warum jetzt fühlen sich aber irgendwie alle Muslime angegriffen und müssen versuchen da irgendwie Anwalt zu spielen aber gut auf jeden Fall ich hab damals ein Buch geschrieben das hat der Stürzenberger von mir auch bekommen du hast ein Buch geschrieben ich hab ehrlich gesagt zwei das zweite habe ich nicht komplett falsch geschrieben weil das ging dann schon so über 300 Seiten das war dann irgendwie zu much 300 Seiten Seiten Bücher ja das ging so einfach über so den Vergleich mehr oder weniger zwischen Bibel und Koran Islam und Christentum das erste Buch war damals ein bisschen kürzer da war ich aber auch noch erst 17 oder 18 und da ging es dann einfach nur drum wie der Islam so ein Widerspruch gegen jedes Gebot der 10 Gebote hat oder wie er da gegen diese 10 Gebote widerspricht ja der Mohammed hat ja alle 10 Gebote gebrochen ja ich meine im Koran hast du mehr als genug Verse die allen 10 Geboten mehr als ich meine Mohammeds Leben Mohammeds Leben hat alles was Gott gesagt hat hat er alle Gebote gebrochen das ist das heftige und das kommt noch dazu das ist aber die Kirche auf der Sahne das stimmt auch ja ich hab damals in meiner Hochphase war ich so krass in der Materie drin dass ich dann auch irgendwann gegen Ende so Debater geworden bin war dann so Debater ein Demonstierer ja ja so auf Diskussionen eingeladen und dann wurde dann gegeneinander geschossen die ganze Zeit und irgendwann haben dann angefangen irgendwie nur so so nicken gegen Schiiten zu schießen und ich musste dann irgendwie da dazwischen schlichten und erklären wer da wo im Recht ist und wer nicht ich hab's irgendwann sein lassen weil ich gemerkt hab das bringt gar nichts und ich überzeug damit auch niemanden das schürt nur Hass und es wird einfach nur versucht den anderen fertig zu machen deswegen hab ich's dann irgendwann sein lassen hab nur noch so für mich weiter studiert und nur noch mit den Leuten diskutiert wo ich gemerkt hab okay die haben wirklich ein Interesse oder die haben offene Fragen wo die so merken okay pass auf das kann nicht sein das kann nicht von einem wahren Gott kommen ja das wär so das das wär so das zweite was ich sagen wollte ich weiß nicht ob E-Mail oder so das ist eine PDF Datei kann ich dir ja mal zukommen lassen oder so über meinen Cousin ich weiß nicht wie auch immer und das dritte wär ich hätte so ne Bitte wenn's möglich wär dass dass du irgendwie so versuchst in ich hab ja ich verfolge ja deine YouTube Videos mehr oder weniger dass du da irgendwie so versuchst auch von unserem Glauben vielleicht mehr einzubringen dass du immer auch so du machst es zwar aber ich find so das könnte auch ruhig ein bisschen mehr sein ich weiß ich weiß ich weiß dass du versuchst von unserem Glauben mehr reinzubringen ich versuche halt in die Gespräche zu gehen und das dann zu thematisieren wenn dann diese Gespräche kommen damit die Muslime aber auch die Geschwister hier so ein bisschen das so mitbekommen wie ich dann halt so rede und diskutiere damit die sich das so merken verstehst du das hilft denen ja auch weiter ja ja das ist super weil dass die dann auch immer so so ein Gegenpol dazu haben weißt du wir können ja nicht einfach nur sagen hingehen ey pass auf ihr seid voll schlecht oder das ist voll schlecht das geht nicht hin und her aber wir müssen halt den Prüfstand stellen wir müssen den Islam kritisch betrachten und auf jeden Fall das was Allah da von sich gibt im Koran müssen wir auf jeden Fall thematisieren weil der Allah behauptet der Gott der Bibel zu sein er behauptet dass Jesus Christus nur ein nur ein Prophet wäre ein Gesandter Allah und das musst du vehement ablehnen weil der Allah etwas ganz anderes lehrt als das was der Gott der Bibel lehrt weißt du ja gut da wird ja noch viel Schlimmeres behauptet in Surah 4 heißt es Omaqatalu Omaqasalabu ja genau da fängt das schon an Omaqatalu aber ich sag immer so guck mal wenn ich mit Leuten diskutiere versuche ich irgendwo so ein bisschen sachlich zu bleiben zum Beispiel ich sag dann immer wenn einer anfängt so blöd zu diskutieren dann sag ich wie der Christian Prinz es sagt suche 9 Vers 31 die sagt ja schon alles und jeder der auch nur im Ansatz Arabisch kann muss ja verstehen was dieser Vers schon sagt ja genau du kannst ja Arabisch lies mal bitte für uns vor was steht denn dort ich kenne den auswendig und der Messias das heißt war auf Arabisch heißt und das wollten die meisten ja nicht einsehen naja ich war mal die Leute das sagen dass der Koran dass der Koran sagt die haben sich ihre Mönche und Rabbiner zu Herren genommen anstatt Allah und dem Messias ja aber ich weiß nicht die meisten wollen es nicht einsehen ich war mal in der Bibliothek und hatte so Bibel und Koran gleichzeitig offen und war so am studieren für mich und dann habe ich schon gemerkt da gab es so ein paar Syrer die waren so verstört wie was macht der jetzt ist der Christ ist der Moslem und so dann sind die auf mich zu und ich habe dann so ein bisschen auf blöd gemacht hab denen dann so den Koran gegeben und gesagt ey das kann doch nicht sein guck mal was da steht und so lese mal dann hat er das so drei vier fünfmal hintereinander gelesen und meinte so nee nee das kann nicht sein der ist bestimmt gefälscht oder so hat dann so geguckt aber da war dann so der Siegel von Saudi-Arabien drauf das ist einfach ein originaler Koran gewesen mit Stempel und Siegel frisch von Saudi ja ja den habe ich mir extra bringen lassen weil die meisten immer gemeint haben nee nee das ist gefälscht und das was du da liest stimmt nicht und so ja ja das ist heftig man muss ja irgendwie rausgehen ich hatte auch damals eine Diskussion mit so einer Gruppe von Muslimen haben die mich und mein Bruder da in der Innenstadt erkannt wir waren so Flyer verteilt für den Vortrag eines Bruders und dann haben wir darüber gesprochen da war so Islamische Staat so übelste Thema und dann haben wir da habe ich die so aufgeklärt und ich so Allah verlangt doch von euch dass ihr euch Nackentherapiert und andere Nackentherapiert so in 9 Vers 111 damit ihr sicher ins Paradies geht da sagt er nein sowas macht nur Islamische Staat die sind wahnsinnig sowas lehrt nicht der Koran auf einmal auf einmal zeige ich dem von meiner von meinem Handy sage ich so hier lies doch hier ich gucke mal Surah 9 Vers 111 liest er so sagt das ist gefälscht das ist von ISIS der Koran warte ich habe auch Koran da guter sein wenn die Rauche er sagt zu mir das gefälscht Koran von ISIS dann sagt warte Arme warte ich zeige dir jetzt was steht bei Surah 9 Vers 111 schlag der auf das werde ich nie vergessen liest er so ja Allah hat von euch die Seele abverlangt ihr Nackentherapiert und werdet Nackentherapiert sagte mein Koran ist auch von ISIS was ist das mein Koran ist auch von ISIS mein Koran ist auch von ISIS sagt er was ist das ja ja jetzt sind alle von ISIS wie verrückt dann macht er mich dafür an sagt er dein Koran ist verfälschung ist von ISIS ich habe einen Koran dabei der hatte diese Koran App auf einmal guckt er auf sein Handy sagt er mein Koran ist auch von ISIS mein Bruder und ich wir haben uns totgenacht frag mal mein Bruder wir haben uns totgenacht es gibt manchmal Diskussionen also ich kann dir sagen die schlimmste Diskussion da gibt es aber muss ich ehrlich zugeben da habe ich bis heute keine Lösung gefunden weil das irgendwie ich weiß nicht vielleicht kannst du da mehr dazu sagen es gab immer so den Diskurs zwischen den also wir haben hier viele Schiiten und aber auch viele Syniten und dann geht es halt immer los und irgendwie bin ich dann so ich weiß nicht warum auch wenn ich den Mund nicht aufmacht dann riecht da irgendwann und dann geht das Thema los wegen der Zeit wegen der Mutter ja das ist sehr sehr schlimm das Problem ist du hast ja in Suche 4 Vers 24 hast du ja den Vers ja und ich habe schon alles schon hinter mir ich habe mir ran genommen ich habe mir Hadithe dazu geholt das Problem ist da fängt es halt schon an die Schiiten nehmen halt nichts von Bukhari und Muslim an selbst in den islamischen Schriften ist das ja voll in Al-Kafi und sowas findest du das als als göttliche Eingebung also das ist eine Tugend im schiitischen Glauben Mutter zu praktizieren ja gut aber das Ding ist wenn du den Vers du kannst den interpretieren theoretisch so wie es dir gerade passt also du kannst es auch ein Muslim darf nicht den Koran interpretieren die Schiiten haben ihre Imame und die Sunniten haben natürlich die Tafsif von Al-Jalalain eben Kassir Al-Kotibi und hast nicht gesehen haben ihre Imame ja ich weiß nicht also die haben ja beides die haben sich immer gegenseitig angefangen fertig zu machen weil der dem sein Buch nicht wollte und der dem sein Hadith nicht wollte das Problem ist die Schiiten haben schon recht es gibt keinen Vers im Koran der die Zeit eher abogiert und wir wissen ja dass ein Vers den anderen aufhebt laut Surah 2 Vers 106 und die Sunniten verstehen einfach nicht dass es keinen Vers gibt der das aufgehoben hat und die die Schiiten in dem Falle praktizierender sind als die Sunniten aber das Schlimme ist wenn du die Sunniten fragst dann sagen die das ist ein ein dreckiges Ding der Schia verstehen aber nicht dass der Koran sowas offenbart hat in Surah 4 Vers 24 und dass Mohammed und die Sahaba das praktiziert haben in Zayi Bukhari 5116 und 5117 ich finde es immer leistisch weil es wird immer so behauptet ja das war ja nur damals in den Kriegszeiten ist doch egal die sagen nichts anderes als dass Allah diese unmoralische ekelhafte Sache offenbart hat und sie es eines Tages praktiziert haben egal zu welcher Zeit es ist immer unmoralisch gewesen verstehst du? du kannst nicht auch Geld geben oder Koranverse zitieren oder was auch immer und dich dann an ihr beglücken und dann haust du wieder ab was ist das denn bitte? ich habe denen gesagt das macht doch keinen Unterschied wenn ich in den Puff gehe und damit der ausmacht für so und so lange so und so viel zu bezahlen das ist ein Segen das ist also wir hatten schon sehr oft Gespräche da kam ein Schiite und sagte das ist so Freundschaft plus Allah macht Freundschaft plus klang das ist von ich verfolge in letzter Zeit so ein bisschen den Kennst du den Mamari den Emanuel aus Australien geiler Typ der ist auch weltweit bekannt der ist selbst nachdem der Typ auf den eingestochen hat und der sein Auge verloren hat hat er noch da gebetet und hat ihn gesegnet und hat ihn verziehen und ich finde das ist so einer der zeigt den Leuten was eigentlich Christentum ist nachdem der Typ du musst aber vorsichtig sein dann kommt er aber auch mit dieser Marienfährung um die Ecke und sowas das musst du höllig aufpassen ne das ist ich wollte das nur einfach versuch so ein bisschen mehr das ist also meiner Meinung nach kann das auf jeden Fall ruhig ein bisschen mehr mehr sein guck das so ein bisschen mehr Christentum Input bei dir reinholst dass die Leute auch immer sagen kann man das immer machen ja natürlich klar ist immer irgendwas verbesserungswürdig klar aber musst du den Herrn einfach bitten dass der Herr das alles überführt ja klar wir müssen auf jeden Fall für die beten ich habe damals selber angefangen YouTube Videos zu machen ich muss sagen ich war ehrlich gesagt nicht so erfolgreich dann habe ich so aber angefangen so Vergleiche aufzustellen aber da merkst du bei sowas kommst du nicht weit es ist ja auch wenn du nur eine Seele quasi ein bisschen wachgerüttelt hast hast du schon alles richtig gemacht wenn du irgendwelche Videos erstellt hast nee in der Hinsicht es muss nicht immer eine breite Masse sein die du erreichst so wie jetzt bei mir oder bei anderen es ist völlig egal sobald du dein Leib zur Verfügung stellst für den Herrn arbeitest der Herr wird das schon segnen auch wenn es nur eine Person gesehen hat und sich auf einmal Gedanken gemacht hat und auf einmal anfängt wegen dir die Bibel zu lesen weißt du was das heißt ja klar ist schon krass du musst einfach beten wenn du was für den Herrn machst dann musst du den Herrn beten dass er das segnet und dass er das auf jeden Fall ich habe hier ich arbeite ja viel mit Flüchtlingen und so vor allem auch mit Syrern und so und die sind dann immer so gleich schockiert wenn die ich trete mal ein Kreuz um den Hals dann sind die so schockiert wie du auch Syrer und Christ und hin und her und dann geht es halt los und ich habe denen alle mal so ein bisschen so ein paar paar wie sagt man so so Sätze hingeschmissen wo die dann so ein bisschen schockiert waren und auch direkt so Neufers 31 gezeigt und dann waren sie erstmal so schockiert und so ruhig und so zwei Stück von denen sind dann nach einer Zeit sind die zu mir gekommen da saß jetzt mal der eine meint so ey ich habe noch einen anderen Vers entdeckt sag ich ja welchen denn sagt er diesen Vers und dann meinte das kann doch nicht wahr sein warum steht das da drin da hab ich gesagt jetzt bist du auf dem flogen Weg da hab ich gesagt komm mal mit hab dir meine ganzen Ordner gezeigt und dann hat er da so 80.000 Seiten mit Verse wo der hinterfragen könnte der war so buff der wusste nicht mehr wohin ja wenn ich hab mal das Wort Makir hab ich mal in Almani diese arabische Wörterbuch online hab ich mal eingegeben weißt du was da für negative Begriffe rauskamen unglaublich das ist krass Makir das Wort Makir wird nur eigentlich für den Satan benutzen und seine Listen das ist krank also ich hab das mal meiner Mutter gesagt weil die ja damals irgendwie studiert hatte in Syrien die war ja dort Lehrerin und dann war die voll schockiert die hat nur noch da gesessen und gesagt Astagfirullah wie kann das sein was sagen die da okay mein lieber Gott segne dich und deine Familie danke danke dir wenn was ist kannst du ja immer wieder reinkommen ja Gottes Segen Bruder okay mach's gut ciao Gottes Segen Ihnen beiden so ihr Lieben ich geh jetzt langsam mal in Richtung La La Land ich bin fix und fertig ich bin müde ich bin K.O. geh mit Isa heiß lass den doch in Ruhe den Ausgelt der hat doch gar keine Ahnung was der da sagt nein geh nicht Abo Bizeps sind die auch alle jetzt live oder was wie war eigentlich Syrien vor dem Krieg ja sehr schön ausgehörtes bester Mann ja er ist sehr sehr gut in seine sein Gesicht so einzusprühen da ist er der Beste da drin heute war wieder gut heute haben wir wieder richtig reingehauen sehr schön Möge der Herr Möge der Herr euch segnen wüten und beschützen komm lass uns noch beten ihr Lieben wer auf die Knie gehen kann der soll auf die Knie gehen wer stehen möchte der soll stehen wer sitzen möchte der kann Herr Jesus Christus mein Herr mein Gott zuallererst möchte ich wieder deinen heiligen Namen preisen loben und ehren Herr und dir meinen Dank aussprechen Herr was du für uns am Kreuz getan hast Herr Jesus Christus und dieses Geschenk der Gnade wollen wir natürlich annehmen Herr und dir einfach unseren tiefsten Dank aussprechen Herr Jesus Christus die Liebe hat sich dadurch geoffenbart dass du deine Heiligkeit verlassen hast und hier auf diese Erde kamst auf diese mit Fluch beladene Erde um uns ganz nah zu sein Herr Jesus Christus wir können manchmal wir können überhaupt nicht verstehen was so tolles an uns war dass du deine Herrlichkeit verlassen hast für uns Herr Jesus Christus für diese für diese Menschheit die es überhaupt nicht verdient hat Herr Jesus Christus aber du liebst uns und möchtest uns da da haben wo du bist Herr und dafür danken wir dir von ganzem Herzen Herr Jesus ich bete für jeden Einzelnen der gerade hier drin ist Herr und der das hört dass du sein Herz erweichst Herr dass ja dass du derjenige bist der an ihren Herzen klopft Herr Jesus Christus und dass sie auch bereit sind ihre Tür zu öffnen die Tür zu ihrem Herzen und dich reinzulassen Herr Jesus dass du Wohnungen nimmst in ihren Herzen und sie veränderst Herr Jesus ich bete dich auch für mich als Stürzenberger Herr dass du ihn schnell wieder gesund machst Herr und ihn ja zu dir ziehst Herr Jesus Christus öffne du ihm einen Weg Herr dass er zu dir findet Herr und dir dient Herr Jesus Christus und ich bitte auch für den Angreifer Herr dass du ihm Gnade erweist Herr dass er ja sieht was er da getan hat Herr Jesus Christus dass du mit ihm Gnade hast dass er zu dir finden darf Herr Jesus und gerettet werden darf Herr wir bitten dich von ganzem Herzen Herr dass du uns weiterhin segnest Herr und uns die Möglichkeit gibst weiterhin gute Streams hier abzuhalten aber auch gute Gespräche überall wo wir sind und uns wirklich leidest längst und immer für uns da bist Herr Jesus Christus in dieser schwierigen Zeit wir wissen nicht wann der letzte Tag für uns ist Herr aber wir möchten jeden Tag den Tag so nutzen dass wir dir dienen denn ein Tag ohne dir zu dienen ist ein verlorener Tag Herr Jesus Christus daher bitte ich dich von ganzem Herzen dass alle diejenigen die das gerade hören dass du sie rettest Herr und dass ihr Name im Buch des Lebens verzeichnet ist und dass sie auf dem Weg zum ewigen Leben sind Herr wir beten auch für unsere verfolgten Geschwister die das durchmachen was Michael Stürzenberger heute durchgemacht hat und das jeden Tag wir können uns gar nicht vorstellen was für ein Martyrium sie durchmachen müssen Herr Jesus Christus dass sie ihre Wohnstätte verlassen dass sie alles Hab und Gut verlieren um deines Namens willen Herr und ich bitte dich einfach falls sie in die Ewigkeit gehen dass du sie aufhängst und dass sie ja den höchsten Platz bei dir bekommen Herr Jesus Christus dass sie als Märtyrer durchgehen Herr und von dir gesegnet werden Herr bitte erhöre dieses Gebet und sei immer für uns da dies alles erbitte ich in deinem heiligen Namen Amen 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 Ach ja stimmt habe ich ja vergessen der Polizist Gut dass du mich nochmal daran erinnert hast Herr Jesus Christus mein Herr mein Gott ich bitte nochmal zu dir Herr dass der Polizist der von dem Muslim angegriffen wurde Herr Jesus Christus dass du ihn schnell gesund machst Herr dass er keine Schäden davon trägt Herr dass du ihn heilst und deine ja deine Herrlichkeit zur Schau stellst Herr Jesus Christus dass die Kraft des Gebets wirklich hilft Herr dass du ihn hilfst und sofort gesund machst und dass er wieder wohlbehütet zu seiner Familie kann Herr und falls er Kinder hat und eine Frau dass er wohlbehütet wieder zu seiner Familie zurückkehren kann Herr Jesus wir bitten dich innigst darum dass du auch diejenigen die gerade in Führungspositionen bist ja dass wir auch für sie beten Herr so wie du es gesagt hast im Timotheusbrief Herr dass wir für diejenigen die in hohen Positionen sind beten sollen damit wir ein ruhiges und ehrbares Leben führen können Herr Jesus Christus wir bitten dich Herr dass du uns behütest und beschützt Herr und dein Angesicht über uns leuchten lässt Amen 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 Möge der Herr euch segnen ihr Lieben ja betet auch für mich Herr Stürzenberger betet für den Polizisten betet für alle Verletzten betet auch für eure verfolgten Geschwister lasst sie niemals außer Acht betet auch für mich Dankeschön danke vielen lieben Dank Möge der Herr euch segnen euer Name im Buch des Lebensverzeichnens sein ich wünsche mir von Herzen dass ihr alle gerettet seid auch diejenigen die drohen dass ihr umkehrt und nachdenkt was ihr da eigentlich macht das ist unglaublich ich bete auch für euch ihr Lieben ihr die ihr mit droht oder uns droht oder uns ja angehen wollt ne wir wissen ja was passieren wird nach unserem Tod ne denkst du ihr könnt das machen und anderen drohen und dann auch noch erwarten dass Gott euch vergibt nein für euch gibt es keine Vergebung der Schuld denn der Zorn Gottes bleibt auf euch weil ihr habt nicht den Sohn Gottes leider nicht und so heißt es ja auch in Johannes 3 Vers 36 wie ich das gerade eben zitiert habe der Zorn Gottes bleibt auf euch und so möchte ich noch abschließen mit Römer Kapitel 8 Vers 39 wo es heißt wo es heißt Abvers 34 Abvers 31 was wollen wir nun hierzu sagen ist Gott für uns wer kann gegen uns sein er der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat sondern ihn für uns dahin alle dahin gegeben hat wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken wer will gegen die auserwählten Gottes Anklage erheben Gott ist es doch dem rechtfertigt wer will verurteilen Christus ist es doch der gestorben ist der mehr noch der auch auferweckt ist der auch zur Rechten Gottes ist der auch für uns eintritt wer will uns scheiden von der Liebe des Christus Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert wie geschrieben steht um deines Willen werden wir getötet den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir geachtet aber in dem allen überwinden wir weit durch den der uns geliebt hat denn ich bin gewiss dass weder Tod noch Leben weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten weder Gegenwärtiges noch Zukunftiges weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes die in Christus Jesus ist unserem Herr was für eine kraftvolle Vers wie der Apostel Paulus das so niedergeschrieben hat der die ganze Zeit in Rom unter Verfolgung gelitten hat nichts vermag uns von der Liebe des Christus zu scheiden absoluter Hammer wenn unser Glaube so groß wäre wie der vom Apostel Paulus unglaublich ja ok ihr Lieben möge der Herr euch segnen so Gott will hören wir uns dann morgen ansonsten haltet immer am Herrn Jesus Christus fest und falls ihr euch noch nicht für den Herrn entschieden habt entscheidet euch für den Herrn und lasst den Sohn Gottes in eurem Herzen rein macht's gut ihr Lieben ciao und lasst den Sohn und lasst den Sohn